Entschuldigung, ich bin gerade reingetappt. Perfekt, das beste Intro ever. Ja, ich habe gerade auch so den Schandle geschlagen mit meinem Messer. Oh, das ist ein Spitterling drauf! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute ist aber wer ganz speziell ist mit dabei in Sons of the Forest, nämlich der Antio. Hallo, ich bin besonders. Ja, weil du heute das erste Mal spielst und wir müssen dich abholen. Ich steh da im Schnee, Aloha. Das heißt, wir holen jetzt erstmal den Andel ab und dann geht's los, hätte ich gesagt. Das ist das, was wir letztes Mal fertig gebaut haben, aber es sieht noch nicht so geil aus. Ich bin kalt, mir ist nass. Mir ist nass und ich bin kalt. Ja, aber guck mal, ich kann nicht schwimmen gehen. Guck mir mal zu. Kann ich den nicht grabben, der nervt mich? Ich schwimme einfach, guck mal. Ich bin da mit dem Hubschrauberabschutz verdroschen und jetzt lege ich da im Schnee. Wie sieht das eigentlich bei euch aus, wenn ich hier schwimme? Kann sein, dass ich euch auf der Karte seh da. Alter. Was denn? Hier liegt kein Eis. Ja, und du siehst uns auf der Karte. Wenn du M drückst, kannst du sie groß machen, dann siehst du uns. Da haben wir gleich da oben schauen. Da oben. Ja, ja. Warte, fahren wir mit der selbstgebauten Seilbahn hoch und schauen, wo er ist. Warte, stimmt. Zeig bitte. Ich kann das gar nicht. Ich hab dieses Ding nicht. Warum hast du das nicht? Wie baue ich das? Ach, du warst schon so früh weg. Das musst du beholen. Das musst du besuchen gehen. Das hast nur du und Buti. Ja, und ich und Buti haben es. Ja, stimmt. Beschließen. Das ist ja immer schuld, wenn ihr so früh offline geht. Ey, ja. Brunenlos, sorry. Die sind bis dahin los. Unter der Woche, so strong. Unter der Woche. Schau, Arndl, du bist hier gleich da, dann kann er gleich mit... Achso, er kann ja auch nicht mit der Seilbahn fahren. Er kann ja auch nicht, so. Ah, ich freu mich, dass jetzt dabei ist. Es hat lang gedauert jetzt, aber... Endlich, warte. Komm zu dir. Endlich, Arndl, jo. Schau, hol ich dich gleich ab. Danke. Hast du schon die ganzen Sachen mitgenommen, die beim Flugzeug sind? Ey, ich tue da gerade... Ich tue da gerade vom Berg runter schauen und die Vögel zählen, aber ich geh jetzt zum Flugzeug. Äh, ich mein, das ist der Hubschrauber, wo du abgestützt bist. Ähm, ja, das ist natürlich... Kann das nicht aufheben. Ich hab da... Ich tue da gerade Koffer drauf. Endlich, komm, ich bin auf dem Weg. Ja, was? Das ist eklig aus. Hat dich schon einen Bobbaut, man? Das ist eklig aus. Ja, warum wohl? Ich seh, was ich in den Naharzt. Also so. Aber ihr könnt alle auf... Kannst du auf Wasser gehen schon? So, let's go. Nee, bei dir ist er auch kein Schnee. Ah. Er ist ja kein Eis. Nee. Bei mir auch nicht. Boah, aber man kann sprinten. Ich dachte, Kevin ist gerade hier. Er ist nicht Kevin, er ist Kelvin. Hab ich doch gesagt, Kelvin. Alter, warum seid ihr so laut bei mir im Discord? Was ist denn da los? Seit wann ist Discord so laut bei mir? Das ist ganz komisch. Ich glaub, das ist einfach, wenn wir streamen und das Mikrofon einfach bei uns auf der Presse so nah. Nee. Wenn wir chillen, dann ist es leider weg. Das ist ganz komisch, nämlich. Warte, ich hab eine Handgranate. Das ist schön. Wem kann ich die hinten reinstellen? Das ist eingestellt. Das nervt mich so ziemlich, wenn alles so laut ist. Beim Discord das Spiel ist selbst schon so laut, aber... Ja, da oben an Andel. Du, für was steht denn das O in Andel? Für On Early? Für Oasch. Für Oasch? Oasch. So. Ja, heute wird's wieder ne, ich denk mal ein längerer Stream, Leute. Für alle die grad am Start sind. Heute ist länger. Ja, also ich werd heute, ich weiß nicht, wie lange wollt ihr heute zocken? Bei Booty kommt später auch noch dazu. Ich kann nicht lang. Schandl kann heute nicht lang. Weil ich wurde dazu genötigt, kurz vor meiner Augen. Also... Abreise hier ein Video zu schneiden. Ja. Das ist... Ja. Bei mir ist so 23 Uhr. So maximal. Statt dass sie das morgen machen, werde ich dazu genötigt. Ich glaub, ich werd heute ein bisschen länger machen, weil ich hab richtig Bock irgendwie auf das Spiel. Schau, Andel! Ja! Andel! Ja! Ich hab eine Granate. Oje. Oh, warte. Oh, ne bitte nicht. Alter, der Andel ist der Opa! Er schaut aus wie der Willi! Ja! Was bin ich denn? Ich bin kalt und mir ist nass. Alter, das sieht eins zu eins aus wie der Willi. Red mal wie der Willi und schaut mich an. Was? Warte mal, wie kann ich ein IC reden? Na, na, red so. Es ist kein IC. Es ist kein IC. Ja, ja, ja. Hallo Sohnemann. Wie geht's dir denn heute? Wieso hat der denn... Wieso hat der denn... Schon wieder hast du denn deine Fruchtzwerge gegessen? Ja, ich hab dir die in den Küchentisch gestellt. Aha! Wait a sec, was ist denn hier? Ah, da! Ich hol auch noch mal ein bisschen Loot von dir oben. Weil da kommt ja immer neuer Loot dazu. Der Loot ist gut. Wie kann ich denn die Waffe wechseln? Ähm, musst du ins Inventory gehen. Ah, Granaten! Ey, das ist übelst geil mit mir oben gleich die Absturzstelle. Da können wir immer looten gehen. Denn der Loot, der ist gut. Hat er den Opa-Skin jetzt oder wie? Ja, er hat den Opa-Skin. Richtig geil. Hat er Schande. Aber witzig, wie jeder auch einen anderen Skin hat, wenn er wieder reinkommt. Weil Schandler hat wieder einen anderen Skin. Ja, ich glaub das Skin da bleibt halt nicht. Der speichert nicht. Das find ich auch noch ein bisschen komisch. Das liegt der Leiche. Wie cool wäre man den aussuchen könnte, wenn man spielen möchte. Das wär cool. Das wär echt wild. Das wär richtig wild. Ja, aber man hat ja eh so eine See aus wie ne Nacktschnecke. Du André komm mit, wir gehen runter. Mir ist kalt und du bist nass. Hast du schon dein Inventory geöffnet? Ja, auf I oder? Ja. Und da gehst du jetzt mal rein, da hast du das Sackgattl. Das musst du aufmachen. Was sag ich denn? Das heißt das Snowfarber-Kick. Genau, das machst du mal auf. Dann kriegst du mal die ganzen Sachen, die du erstmal brauchst. Für den Anfang. Ja. Ehe. Ich kann mich dann fern und so. Okay, und das liegt jetzt bei mir in der Mitte. Und was können wir dann machen? Auf das, du musst auf das rechts drauf gehen. Auf dieses, auf diesen Kreisel und links klick drauf. Dann machst du Sachen drauf. Ah, Fahrrad, ja. Genau, ja. Jetzt check das. Du gehst nur kurz vor. Du bist echt der Hundepfoto. Ah. Aktische Axt. Du musst mich mal sauber machen. Warte mal, darf ich das für dich? Wait. Die ist sauber. Messer, Axt, Feuerzeug. Das ist ja das Survival-Megame. Genau, das Survival-Kit hast du jetzt. Geil. Und wichtig ist jetzt noch, wenn du jetzt was auf dem Quick-Slot legen willst, 1, 2, 3, 4 oder so, gehst du ins Inventar, hoverst über das Item, was du willst und dann kannst du eine Taste drücken. Wenn du drüber hoverst. Ja. Dann hast du das im Quick-Menü. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4 habe ich zum Beispiel auch drin. 3. Da habe ich zum Beispiel mein Speer oder... Ey, ich wusste das übers lange nicht, ne? Also ich solo gespielt habe, als es rauskam bissle. Mal eins bekommen, ich wusste das gar nicht, dass man das Quick-Slotten kann. Ja, weil das erst... Es kam jetzt mit dem Update dazu. Das gibt es noch nicht so lang. Achso, weil du musst mal im Matchen, ich musste immer i drücken und dann die Waffe zwischen. Ja, ja. Das ist so übel. In echt würde es mich da was die Vira aufschleudern. Aber es ist geil, wir sind eigentlich hier in einem Spawn unten sehe ich gerade. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Da muss der andere gar nicht so weit gehen, schau. Wir haben gerade Schnee, by the way. Es ist gerade Winter. Das heißt, es gibt ja Jahreszeiten. Dicke Zeiten. Wo ist der Weihnachtsmann? Der kommt jetzt. Hallo, Willi. Hallo, Willi. Hallo, Willi. Hau ab, Calvin. Du pisst. Geh, verpiss dich. Wer ist der Calvin? Ist das die Hausschlange? Schau, wie der ist. Schau, wie der ist. Es ist wie ich Willi. Hallo, Leute. Schau, echt. Das ist der Willi. Warum siehst du aus wie ein Raumfahrer? Kann man das ausziehen, dieses Oxygen? Du hast so eine Röhre im Mund. Ja, ich stehe. Warum bin ich alleine? Das ist ein Strohhal. Ich bin verloren. Du kannst die Großvater holen. Aber kann man das ausziehen? Oh, aufpassen. Da vorne ist ein Penny Balzen. Da unten ist ein Lager. Das ist ein Berglöwe. Da. Ist er da? Ah! Wie sie es anhört. Einfach in Ruhe lassen. Einfach rennen. Komm, wir rennen runter. Das kommt schon nach. Der hat sich ankelt wie ein Esel. Vor allem, wenn du noch neu bist. Da musst du aufpassen. Ja, ja. Ich laufe mal. Ich laufe mal. Unsere Lady steckt fest. Wie sie ist? Sie steckt fest. Die läuft auf der Stelle. Hey, ein Dorf. Das ist der Sound, der die springen muss. Ah, nein. Das ist kein Dorf. Das ist meine Bahn, die ich gebaut habe. Eine Bahn. Hey. Schau mal, ich kann nur. Pass auf. Schau mal auf die Bahn und auf das Seil. Schau mal auf die Bahn. Ich will nämlich eine Seilbahn auf dem Berg bauen. Und dann kannst du runterrodeln. Ich habe auch einen Schlitten. Oh mein Gott, die müssen unbedingt noch einen Schlitten drucken. Hallo. Hey. Wieso kann ich nicht fahren? Weil du das Video nicht hast. Du brauchst die Scrapelhook. Da hinten hat irgendwas geschrieben. Hui. Ich habe so viel Spaß. Bis jetzt haben es nur Buti und ich die Scrapelhook. Ja. Abgehoben. Abgehoben. Ja, das ist halt Willi, ne? Daru, jetzt müsste es bei dir zugefroren sein, wenn du zurückkommst, Daru. Lauft auch wieder Willi. Mal gucken. Ähm, was hast du? Hast du eigentlich Rüstung an, Kurt? Äh, ich habe noch keine Rüstung, Lan. Wer ist die Rüstung? Ich bin die Rüstung. Nein, ich habe noch keine, weil ich die jetzt schon wieder kaputt gemacht habe vorhin. Ich frage mich halt, wie man dieses Oxygen immer noch auszieht. Du gehst auf den Tank rauf, rechtsklick und machst dann auf Ausziehen. Das ist ganz rechts. Das ist ganz rechts. Dann kommt der Frühling. Und dann geht's. Busch, Busch. Ist das dann ein Hausboot? Ist das dann ein Hausboot? Ist das dann ein Hausboot, ja. Ein Bootshaus ist das dann. Eigentlich. Ein Bootshaus, ne? Bisschen VIP, du kriegst dann besser einen Platz, gell? Genau. Du siehst, dass du vor uns ein Stück war. Korrekt. Das hat einfach nicht geloadet vorhin. Ja, sag ich doch. Das ist immer, wenn du weggehst, erst dann wird's eingefroren. Das ist unsere sexy Lady. Das ist unsere Dame, die, die macht unsere äh, Sachen mit der Pistole. Und die müssen wir auch arrive und aufpassen, dass sie nicht kaputt geht. Genauso wie Calvin, der da drin sitzt. Ach, warte, ich könnte jetzt eigentlich Calvin sagen, dass wir mal Stöcke suchen gehen. Warte, haben wir irgendwo ne Stocklager? Weil, wenn wir ihn töten, dann ist er in Verborgen. Warte, aber die hat drei Hände und drei Füße. Drei Füße, ja. Hey, will ich starbe dich so dumm an? Ich überleg nur ganz schnell, was ich jetzt schnell machen möchte. Ich muss noch ganz schnell... So, kann ich dir da eigentlich weiter Holz hochgeben? Ist da noch ein Lager oder ist das... Ah, stimmt, sag ich, was ich brauch. Hä? Hallo. Was ist mit Holz und Lager? Ja, Feuer. Kann ich... Kann ich das Holz weiter hochschicken oder ist da nichts mehr? Wie meinst du weiter hochschicken? Ja, hier am Sein. Für was? In die Hütte. Ne, derzeit nicht. Wir haben die Hütte letztes Mal fertig gebaut von außen, aber... Ich schaue doch noch, dass ich sie ein bisschen verschöner. Aber sonst kann ich dieses Holz dann nicht setzen. Alles gut. Ich kriege das Feuerzeug. Ich habe das jetzt in einer Hand gekriegt, das ist wieder weg. L, glaube ich. L? Mmh. Kann mir jemand helfen? Wann ist das ein Bord? Ich kenn mich nicht aus. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ja, was ich stell mich gleich daneben, hallo? Erstmal müssen wir eine Base bauen. Das ist mir scheißegal. Ihr habt alle Sachen. Und ich hab nix. Ja, weil du in der Zeit nicht dabei warst dann am Ende. Ja, deswegen meine ich jetzt. Und wir haben nicht alle, alle Sachen. Die einzigen, die viele Sachen haben, sind es Butti und ich. Wo gibt's irgendwo... Kann ich herum... Ich kann eigentlich... Theoretisch kann ich... Hallo, hören Sie mir zu? Hören Sie mir zu? Ich höre zu. Ich kann doch theoretisch... Milady? Oh, da ist jemand. Ich kann ja theoretisch alleine herumgehen, oder? Kannst du euch jetzt nicht empfehlen. Achtung, Andel, 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 ich mach's weg, ich mach's weg. Er chillt da und hockelt. Ey, ich wollte das scheiße. Da ist er auch wer, gucke. Guten Tag, der Herr, wie kann man ihm behilfe? Da kommt jetzt keiner rein, ich craft mir grad Sachen. Na doch, da ist einer ziemlich nah. So groß, ey, das sind übelst viele, ey. Hauen Sie... Oh, herren, ist es tut mir leid. Ey, die kommen. Ne, ich hab' ihn aufgeschnitten. Du kriegst von raus, das muss man raus. Ich bin schon wieder hier, oder? Heidshot, Maun. Da müsste sie reviven, die Dame. Hab ich. Wo ist das so scheiße? Wo ist Andel? Bitte lass mich in Ruhe, ich will doch nur... Aber sie kann schießen. Aber sie kann schießen. In meinem Haus. Jetzt ist meine Rüste wieder weg, danke für nichts. Ich glaub, Andel ist gestorben. Also... Hä, warum bist du gestorben, Andel? Ja, Alter, die ham' ich ja schon. Ach so, ich häng da irgendwo. Hast du auf arrive gedrückt? Ja. Ja. Du darfst dich auf arrive drücken. Wie könnte ich arrive an? Ja. Da ist dein Knochen. Da ist dein Knochen. Du sollst ein Sockel wieder aufheben. Das ist schlecht. Das sollte da irgendwo liegen. Ja, Alter, das sind überall so Leute, oder? Also Leute. Das ist Leute. Leute, Leute. Die schweiben. Die kommen in da weg. Inventory. Ich bin da komplett am Arsch. Ich hab doch Knochen. Ich hab doch Knochen. Ich hol dich. Hanl geht einfach auf Quick Arise. Er hatte gar keinen Bock mehr. Ich hab alles gegeben. Er hat alles gegeben. Wo bin ich überhaupt? Hanl ist im Bruder. Hanl ist im Bruder. Er hat alles gegeben. Er hat alles getan, was in seiner Macht stand. Ich hab Angst, dass das passieren wird, Alter. In solchen Spielen bin ich auch schon am Arsch. Warte mal. Scherz. Wo ist mein Seil? Oh, hallo. Kann ich das aufheben? Ich hole dich. Danke. Hat jemand? Das sind nur drei oder vier Kreaturen, ne? Oh. So gut. Ui. Gucke, was ich mir gemacht hab. Ich bin so cool. Ich kann probieren zu fighten, Alter. Dann sterb ich immer wieder. Wow. Oh. Bis dann noch aufkehnt. Du kannst dich nicht losschneiden, oder wie? Keine Ahnung. Achso, da. Warte mal. Da ist ein Messer. Ja, schneid dich los. Oh, nein. Das funktioniert. Oh, nein. Ich mach mir gerade Rüstung, weil ich so cool bin. Oh mein Gott. Hier sind die ganz Argen. Die halten übelst viel aus. Ich hab keine Ahnung mehr. Wir brauchen Hilfe. Oh mein Gott. Was macht ihr denn? Oh mein Gott. Hey, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gleich mal. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich geh nochmal respawnen. Ja, warte, ich hol dich. Ich geh nochmal respawnen. Er ist so ein Losti, echt. Er lässt mich einfach alleine hier mit diesen ... Warte mal, ich bin ja wieder am selben Haken. Er lässt mich einfach alleine hier. Mega. Ich bin ja am selben Haken. Warte mal, ich hab ein Messer. Ich mach mir grad ganz viel Brüstung. Jetzt geht mal raus, hier raus, komm. Oh, bitte, oh mein Gott. Komm, verpiss dich. Das ist unser Haus. Wir müssen echt einen Wall oder sowas bauen so langsam. Ey, Alter, die sehen mich. Was soll ich denn tun? Na, ich hab da einen Sack. Komm her, Mann. Was sind die Knochen? Ähm, ich schade, ich lese mal alles vor. Hey, danke, dass du meinen Tag verschönerst. Werde immer in der Schule gemobbt, weil ich kleiner bin als die anderen. Aber nur wenn du kleiner bist, bist du gemobbt, oder was? Was ist das denn? Wir hatten auch sauviel kleine Leute in unserer Klasse, aber da hat keiner wen gemobbt, nur weil er etwas kleiner war. What the fuck? Also, das ist wohl die... Also, sorry, aber das ist vielleicht das Dünnste, warum du jemanden mobben kannst, weil er kleiner ist. Aber da steht drüber, Bruder. Also, das gibt's, äh... Ich sag's so, viele Kinder sind leider ganz fies. Oh, au. Oh, Alter, wirklich! Meine Brüstung ist schon wieder weg. Oh, hallo, Beutel. Ja, wie gesagt, äh... Meistens sind die Kinder, äh, die mobben dann meistens die, die selber Probleme haben mit irgendwas, aber, ey, wenn du zu klein bist, ist das... ist echt dumm. Und deshalb jemanden mobbt, ey. So. Oh, ne, das ist ja niemand Lagerfeuer hier. Wo ist denn das eine Lagerfeuer hier, was wir hatten? Das war doch das hier. Na, egal, komm. Bis wir was essen. Die werden schon langsam aggressiv, hab ich das Gefühl. Die werden schon langsam echt hart aggressiv. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Und Schlaf brauchen wir auch langsam. Ich setze mich hier mal rein. Ey, Tim Becker, danke für den Euro auch. Mann, Redcar, wo sind die zwei, äh, die einen zwei heute? Welche einen zwei, hä? Was? Aber danke für den Alter 23,99. Kuss geht raus, Herr Lieber. Ähnlich wieder daheim. Und meine Frau hat mir ein Wochenende in Graz geschenkt. Ach, ich dachte, Carsten wohne in Graz, jawohl. Hätte dir hoffentlich gefallen. Ähm. Dankeschön an, ähm, zinsrechtliche Hundefurten am Vogel. Und Dennis haut einen Euro raus. Ganz am Anfang vom Stream. Vielen Dank euch noch mal dafür. So, jetzt mal wieder zurück. Hallo? Hat da, ja. Wir müssen mal zum Haus kommen, dass wir schlafen gehen können. Ja, wir kommen. Jetzt hast du am Arm, wenn du jetzt wieder raus gehst. Oh mein Gott. Ja, habe ich am Arm so ne Rüstung. Das geht nur bei diesen speziellen Mutanten. Deshalb halten die so übelst viel aus. Habt die Mutanten gefunden? Ja, du hast was nicht da. Oh, Schandal. 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 Da ist kein Wasser. Lass mich. Hilfe. Alter, Calvin, lass du mich bitte rein. Calvin. Nicht, nicht Calvin umbringen. Hallo. Der kann sterben, wenn du ihn bringst. Lass es. Ich weiß, wenn ich zweimal drück, nicht einmal, ist okay. Einmal kann aber auch passieren. Nein, kann nicht passieren. Und immer zwischenspeichern im Bett, ne? Nur zu zehn vorhanden. Für dich auch. Einmal zwischenspeichern mit D und Pendeln. Dann Y und Y drücken und lassen. Weil sonst geht das weg, das Bett. So, das sind wir drei von vier. Oh, ist ein Monster da. Ja, das ist schlecht. Ich bleib drin. Das ist voll unverlässig. Wir hatten da schön die Bufen draus. So, okay. Jetzt noch mal ins Bett probieren. Gehen wir mal ins Bett. Okay. Warte, ich geh wieder aufs Bett, sonst ist hier Platzmangel. Okay. Zu viert ihr im Bett. Wunderschön. Voll der Gangbang. Lass, jetzt mal speichern. Sieht eklig aus. Du kannst den zerhacken. Die Kommen. Aber das machen wir bitte draus, nicht im Haus, ja? Ja. Mach zwar die Tür auf. Ich zahl dann raus. Geh raus einfach. Unglaublich. Einfach rausgehen. Schau, wie ich ihn da hinhau. So, mal resetet Discord die ganze Zeit die Einstellungen. Du musst die Arme abhacken von dem. Alter, was macht Discord? Ich hab Schandl auf 85% gestellt. Er haut's wieder auf 100. Was ist das denn? Entschuldigung. Ich hab kurz eine Frage. Was habt ihr mit den Zweien hier gemacht, dass die genau so hier liegen? Wer, was denn? Die haben... Ja, einer hat mich erschlagen. Entschuldigung. Ey, es hört auf zu regnen. Das heißt, das ist... Geil. Wir haben ein Bootshaus jetzt gleich. Ey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Kettebilder ist das. Das Ding ist sehr stark, ne? So by the way, ne? Ich sitz da im Haus alleine, gell? Ja, ja, ich mach das gleich. Ich mach das gleich. Ich trink mir schon was. Ich kümmere mich gleich drum. Warum kümmerst du dich nicht drum? Ich hab dich doch eingestellt. Leute, das geht ja gerade ins Haus. Oh, passt auf, sie ist tot. Bitte revive sie einer. Die im Haus sind, bitte. Die ist direkt vor der Tür tot gerade. Der kommt bei mir rein. Du blöde Sau. Der kommt bei mir rein. Der kommt bei mir rein. Ey! Aua! Ich bin tot. Andra, was machst du? Ja, ich bin im Haus, Quang, ein bisschen. Ich hab dir die Frage die ganze Zeit. Du bist doch mit der im Haus. Ich bitte die Eude reviven. Warum hilft sie mir nicht? Was macht sie denn? Wieso hilfst du? Mach's dir gar nichts. Oh mein Gott. Komm, schieß. Schieß, Madame. Warum ist der im Haus? Ja, das war bei mir aus. Wir müssen, wir müssen das absperren. Wir müssen das Haus abriegeln. Ich darf nicht schmecken die Eude. Oh, warum? Hey, der kommt ins Haus rein. Der kommt ins Haus rein. Komm nicht raus. Komm nicht raus. Ich bin nicht mehr zu Hause. Du musst es aufpassen. Ich bin leicht überfordert. Ich mache das jetzt fertig. Ich mache das tot. Au! Ich bin froh. Hoppala. Ich will mich grad so, wenn ich als, als Prestige Null, Level 10, in der Lobby vor mir nicht mehr schämen. Ah, nein, 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 ich sterbe fast nicht. Ich sterbe fast nicht. Ich muss was essen, ich muss was essen. Ich brauche was. Der zerreißt meinen Rüst und alle. Der zerreißt mir auch was alles. Alle brauchen unbedingt das Katana, merke ich gerade. Andel, ich glaube, wir gehen heute auf die Suche nach dem Katana, so wie es aussieht. Also ich geh jetzt gleich noch mal ins Modanzenbranche und mich dort aufhängen lassen. Was? Ey Andel, du bist tot? Warum hilft dir keiner? Warum hilft Andel lieber? Ich bin kurz vorm Reform. Wie schon wieder hängt? Wie verdammt der? Da haben wir gesagt. Oh mein Gott, was macht der noch immer hier? Ich bin schon wieder fast down. Aua! Was ist denn da los? Ach komm. Fuck off, Alter, schreck mich doch nicht so. Ich bin schon wieder down, Alter. Alter, Andel. Schau, wie sie mal auf Andel zunehmen. Wo ist der scheiß Bogen hin? Ey, wo ist eigentlich Calvin? Ist Calvin tot? Der rammelt mich gerade, das scheiß Ding. Lass mich weg. Warte, Ramm ist ruhig. Es ist tot, es ist tot. Wir könnens, wir könnens häuten alle zusammen. Kommt alle her. Achso, Andel, warte, warte. Nicht! Wer häutet! Andel, nicht häuten! Nein, was machst du? Ich kann es mir häuten. Der Ander hat schon angefangen. Ich wollte, ich wollte re-wifeln. Dieses sechs kleine Haus, können wir das abreißen? Da ist jemand zur Gebüge daneben gekommen. Ich wollte re-wifeln, ich dachte, der ist eh was dafür. Ja, ja. Was eh? Das ist tot. Wie das, was macht das Ding drin? Das Ding betelt sich alleine. Hör mir auf, Alter, wie das aussieht. Das Ding wedelt sich gerade ein, so wie das aussieht. Was ist denn da los? Komm, hör auf, Jungs. Ich kann mir nur eine Mutantenrüstung. Lass das mal, Jungs. Ich kann's mehrere dran. Du kannst da wieder drauf drücken. Ich kann's so viele anziehen, bis deine... Ah, ist das geil. Dann siehst du so wie ich aus. Ah, ist das schön. Obwohl ich hab schon alles verloren, wahrscheinlich. So. Ja, wir sollten dann gleich mal vom Haus weggehen, dass der See aufwirrt. Da sind wir safe im Haus drüben. Ist irgendwas cool, wer? Nein. Dass wir dieses Haus abreißen, weil es geht mal am Arsch, weil das so klein ist und alle recken da drin. Das große Haus kommt ja dann her, Chandel. Das ist ja dann das... Wo kommt der? Ja, da ist es doch das große Haus. Was kommt der, wenn es schon da ist? Was kommt der, wenn es schon da ist? Fassen wir auf, kommen alle mit. Wir gehen alle nach oben, dann friert nämlich der Teich auf. Alle mal weg. Ja schön, du kannst einfach so fahren, ne? Ja, ich fahr mal hoch. So wohnlos, schieß mit dem Bogen auf ihn. Du ranziger. Komm, wir spielen morgen. Kann man das sein Blut schneiden. Kann man tatsächlich, aber ich würd's nicht machen, weil dann... Aua. Weil dann bin ich mad. Ich hab echt viel Zeit dafür gebraucht. Weil dann bin ich mad. Nee, weil ich hab echt viel Zeit dafür gebraucht, bis ich das so richtig verziert hatte. Ich würd das nicht machen bei ihm. Ja. Ja, ich mein, Butti und Scotty heute. Äh, Scotty weiß es nicht, Butti kommt später dazu. Also, da kommt noch jemand heute. Ja, ich komm wieder zurück. Ui! Alter, ist das laut, der Regen. Ist nicht laut. Alter, danke nochmal Manuel Redcard. Vielen, vielen Dank. Dauert hier nochmal fett raus, Alter. Dauerts ja nur 90er. Nein, der wäre auch schon. Ja, ich bin mir schon gesteig. Uga, Uga, Uga. Uga. Ja. Es ist nicht mehr gefroren bei mir. Geil, wie ich safe. Ich komm mir grad wirklich so vor wie so ein Level 1 in einer Prestige-Came-Lobby. Dauert. Es ist so geil, weil es einfach aussieht wie Willi. Uga, 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 Uga. Oh nein, hab ich nicht mitgedacht. Ich hab nicht mitgedacht. Ich bin auch so lost. Was? Ich bin auch so lost wie Willi, Alter. Uga, 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 Uga. Ich glaub, ihr könnt nicht ins Haus gehen, weil ihr die Scrapple-Hook noch nicht habt. Eben, dann lachst du in diese Höhle. Kann man die eigentlich duplizieren? Ich glaub, die kann man duplizieren, ne? Wenn ihr die auch haben wollt. Die kann man teilen. Wie, man kann nicht ins Haus? Wie, man kann nicht ins Haus? Ja, warte, ihr könnt nicht ins Haus, ist das Problem. Aber ich schon. Ich kann halt schon rüber, wie ihr nicht, wie es aussieht. Ich kann die Scrapple-Hook da anbauen, schau. Ich kann da dann rüber, aber ihr nicht. Also, man kann doch nicht hoch springen, oder was? Und ich kann da aber auch wieder Scrapple-Hook ins Haus. Aber hier drinnen bin ich safe, ne? Ui! Alter, warum ist der Regen so laut, Alter? Ey, da ist ein Eichhölzer in meinem Haus. Was ist? Der Herr! Hey! Oh, kommst du? Wichse! Ui! Was ist los? Wollah, was los? Ah, was geht? Danke. Du hast gerade... Du kannst dich feiten, denn ich gerade feite dich. Geil. Sie haben mich gerade aufgehauen, der Herr. Echt? Ui, sorry. Der Regen ist so dermaßen laut, ich höre nichts mehr. So laut, kann man den ausschalten. Hallo? Hat jemand Medizin? Ja. Warte mal. Es wird die Schlafstärke sein. Aber ich glaube, das kann man nicht machen. Ich hätte gerne Medizin. Ja, komm her. Oh, es wird auch hart. Ich bin noch dran. Warte. Hallo, Herr Kommentar. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Äh... Du hast gerade einen Verfallfisch gegessen. Andel, nicht. Ich hängs noch gerade auf. Scheiss, der hier. Das ist doch faulig. Und komm mal hier, wenn du die Fische hier anguckst, Andel. Fischer der Fette. Andel, schau hier. Andel, die Fische hier. Kann man so lost sein. Ah, jetzt hört es auf. Ist nicht schön. Wenn du hier rüber gehst, die sind alle grün. Die kannst essen. Die sind gut. Aber die roten nicht. Weil es rot ist. Oder verbraucht. Warum kann ich da nichts reinlegen? Ist das ein Backen euer? Ist das reinlegen? Oh, nicht essen. Ja. Du kannst hier einfach trinken. Warte mal. Egal. So jetzt. Genau. Wenn du, wenn du an diesen Haken hier einfach einen Fisch mitnehmen willst, dann pass auf. Die Verwarten sind schön. Mit E kurz drücken. Heißt, er packt es ein. Und E lang gedrückt. Und er ist sie weg. Ah ja. Unterstange. So. Machen wir mal einen Medic. So. Achso. Gehen wir gleich los. Oder wie? Weißt du, was ich heute geplant hätte? Ich hab so wenig. Ich hab so wenig Ding. Ich würde, ich würde das Haus heute da vorne fertig bauen. Weil da sind wir bis außen auf. Im Winter sind wir da drüben safe, ne? Wichtig wäre, dass ihr eine Scrappelhook bekommt. Die Frage ist, wollt ihr auf die Suche an einer Scrappelhook. Äh. 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 Gehen. Oder wollen wir, äh. Katana suchen. Wo kriegt man sollen? Äh. Du musst in eine Höhle gehen und das ist ziemlich aufwendig. Ach und du brauchst noch eine Schaufel. Wobei, ne. Schaufel braucht ihr gar nicht. Alter, was haben wir jetzt denn alles? Scrappelhook hab ich jetzt. Was haben wir letztes Mal alles geholt? Ähm. Also guck mal. Wir haben Hazer geholt. Hazer haben wir geholt. Der ist unnötig. Den braucht der nicht unbedingt. Oxygen. Braucht der auch nicht unbedingt. Also eigentlich haben wir nichts schlaues geholt. Doch, wobei Oxygen braucht man, dass man die Scrappelhook holt. Wie mach ich mir Medizin? Oh nein, da ist schon wieder. Hallo, aufpassen. Kann ich mit jemanden sprechen? Hallo? Ja warte, wir haben grad Besuch. Ist grad schwer. Weiter. Ja wie mach ich mir was zu healen? Scheiße. Hey, das ist mein Speer. Ich will den wieder haben. Hallo? Kann ich mir überhaupt was zum heilen machen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Aber die kommen hier nicht rüber jetzt. Die kommen hier nicht rüber. Das ist das Gute. Wir sind sicher. Ja, aber ich will wissen, ob ich mir was machen kann. Du kannst immer was machen, natürlich. Ich hab die nie dabei. Alter, sind das viele. Wieso nimmst du's nicht? Hä? Ach warte, jetzt kann man ja. Ja? Passt auf, man kann ja jetzt. So. Halt das. Leute, ich guck mal her, was man jetzt machen kann. Ich hab's doch auch genutzt. Geh doch mal weg. Geh doch mal ganz kurz weg. Ja. Man kann jetzt nämlich ein Schloss bauen. Hm. Es ist jetzt draußen. Super. Es ist jetzt draußen. Da sind jetzt ganz viele Mensch-Dinger. Ich muss das anders machen. Es ist außen. Wir haben unsere Ouder dann geschossen. Ich wollte mir jetzt eine Überraschung sein. Warte, ich brauche unbedingt. Brauche ich jetzt Ding. Schantel, hast du wer von euch vielleicht Faden, die ihr mir geben würdet? Dass ich mir vielleicht... Ja, die brauche ich gerade selber leider. Ich hätte welche. Aber ich brauche die selber für... Unsere Ouder ist schon wieder hin. Ja, kann sie bitte reviven? Das ist sehr wichtig, dass sie nicht drauf geht. Ja, Alter. Wir sind mal zahmen, Alter. Ja, ich mach gerade Pfeile. Kann sie reviven bitte? Hab ich. Ja. Wir bauen nämlich gerade Pfeile, dass wir uns super gut verteidigen können gleich. Wir brauchen Leute. Wir brauchen unbedingt das Katana. Weil ohne das Katana haben wir Probleme mit solchen Leuten. Ja. Aber ich... Da ist gerade so ein Mutant herumflogen. Schantel, hast du Federn für mich? Vielleicht? Hä? Hast du Federn für mich vielleicht? Ja. Hast du mir ein paar? Wie kann ich die dir geben? E? Oh, das ist Teamarbeit. Und dann kannst du doch, glaub ich, noch die Seite mit R wechseln. Bis da die Federn kommen. R und Q kannst du die Seiten switchen. Schenke dir auch noch einen Red Buller. Ich will auch einen Speer haben. Also das war deiner. Das ist kein Speer. Das ist... Das sind jetzt Pfeile und Boden. Da in dem ist einer gesteckt. Achso. Ja. Ja. Na komm, jetzt nicht wegrennen. Jetzt bin ich doch da. Oh mein. Don't run. Ach komm, Junge. Jetzt läuft noch einer. Oha. Wo läuft denn jemand? Ey, ich hab keine kleinen Steine mehr. Na, na, ich bin ja schon wieder down. Calvin ist im Haus drüben. Der kommt hier ja gar nicht mehr rüber. Weil der jetzt im Haus drüben ist. Da hinten rennt da einer. Kann man kleine Steine machen? Also hacken? Nein, die musst du suchen. Ja. Es wird schon wieder Nacht, oder was? Ich finde es lustig, dass Anne genau den Charakter kriegt. Der ist schon fangen. Ich kann es so gut sehen. Nein. Nein. Alter. Jetzt fehlt nur noch Kurti, der Bus. Als Holz einfach gebaut. Kennt ihr, wie heissen die? Fred Feuerstein. Die Familie da, wie hieß die? Die mit so einem Steinauto rumgefahren sind, wo man rennen musste. Die ganzen... Die hießen doch so. Der hieß so. Diese Familie da. Fred Feuerstein, ja. Ja, genau. Panicke Rollheimer. Da hinten ist ein Sackerl, gell? Nur was ich verbrauche. Da hinten habe ich einen ziehen gelegt. Kann man mit ihm machen einfach zusammenhaken? Bitteschön. Der Spiel erinnert mich halt so an The Forest. Was erinnert dich? An The Forest, das Game. Das ist The Forest. Der zweite Teil. Ähm. Ah. Bist du lost? Also bist du... Geht's dir gut? Soll ich dir irgendwie... Dir geht's wundervoll. Es heißt deshalb nämlich Sons of The Forest. Also das... Das ist der zweite Teil. Das ist der King von The Forest. Ja, aber es ist... Es ist... Lass es gut sein. Lass es einfach nicht sein. Es ist der zweite Teil. Es ist The Forest 2 eigentlich. Jetzt ist das King von... Ja. Weißt du, Andl. Das ist jetzt irgendwie... Das erinnert mich voll an The Forest. Alter, schau mal. Komm mal her. Da steht ja der Doppelkind. Das haben wir alles on streamen. Das find ich super. Das erinnert mich irgendwie voll an The Forest. Schau mal da her. Ich hab dir den Kopf abkackt. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Jetzt hast du da den Kopf abkackt. Andl. Ich find auch, dass es so ein bisschen wie The Forest ist. So ein bisschen Beigeschmack hat's. Ich find schon, ja. Es erinnert mich sehr an The Forest. Bei The Forest bist du nämlich auch am Anfang mit dem Flugzeug abgestürzt. Und da bist du dann am Hubschrauber abgestürzt. Das ist geil. Es erinnert mich halt voll dran an das Game irgendwie. Weißt du auch wieso eh, oder? Weißt du, er spielt das halt zum ersten Mal, hat's aber schon gesehen bei anderen. Weißt du was das Ding ist? Ich hab jetzt da grad auf die Hand so drauf gehabt und beim Zerhacken von dem Charakter ist das selbe Sound wie bei The Forest. Das ist schön. Wenn du so, schau mal, wenn du da jetzt ein Bein abhackst, ist das selbe Sound wie bei The Forest. So. Du sagst du das Spiel? Es ist schon peinlich. Andel, es ist schon zu spät. 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 Andel, ich hab mal in die Höhle jetzt. Guck mal die Hook. Ich hätte gesagt, wichtig wäre, dass wir das Katana alle zusammen kriegen. Das ist sau wichtig. Weißt du wo das ist? Ich weiß nicht genau wo es ist. Nein, aber es wäre wichtig. Katana. Ähm, Höhle. Für Scrapnel Hook. Und dann eigentlich, ich hab eigentlich, die Schrotflinde wär noch geil zu finden. Ich weiß aber nicht wo die ist. Ich hab das mich vergessen. Oh, bitte nicht auf mich drauf, ne? Nee, alles gut. Mach die doch nicht grad'n Scam. Aua. Alter. Der hat mich geschlagen. Ey, da hinten ist so eine Pissburg mehr, Alter. Verpiss dich. Frage mal, ob er in The Forest 2 ist. Bist du in The Forest 2? Das ist heute wieder der Andel Moment of the day. Boah, Alter. Voll zusammenkaut den Dude. Das war heute mein Andel Moment. Ups. Jawoll. Dann hab ich das wieder. Was haben wir das hier? Die Pistol ist dabei. Das Haus werden wir dann später weiterbauen, Leute. So, weil ich hätt' gesagt, wir machen das heute noch schön. Oder bitte später, weil ich möcht' was erleben. Dann machen wir das später im Anschluss, ja. Weil zuerst brauchen wir eh die Sachen. Was ist wichtiger, dass wir erstmal alle Sachen haben. Vor allem jetzt kann man geile Sachen bauen in The Forest, was vorhin ja nicht ging. Ist die leer? The Sons of Forest, bitte. Ist die leer? Alter, warum sagt ihr mir an, dass die fast leer ist? Was soll denn das? Hä, Alter. Oh mein Gott. Au. Wo? Hä, wieso hast du ne Pistole und ne Dings in der Hand? Was hab' ich? Wer hoxt? Du hast ne Axt hin. Äh, keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Wie kann ich ihnen helfen? Die Lady, ha? Also Leute, ich würd' sagen, wir suchen jetzt erstmal. Leute. Ah, ich weiß, wo das Katana ist. Oder ist es da? Wir brauchen die Schaufel, stimmt. Die Schaufel ist sau wichtig. Wir holen mal die Schaufel. Oh ne. Leute. Leute Leute. Oh mein Gott. Hat sich schon wieder verbrannt da. Ich war hier oben drauf und bin noch durchgefallen. Ah ja, aber wir grad guckten. Das Feuer nach. Also Leute, gehen wir mal Leute die Schaufel suchen. Es wird jetzt schwer, wenn wir's zusammen machen. Ja, let's go. Ich bin voll bereit. Ich brauch den Vogel. Ich brauch den Vogel. Ah. Ich brauch den Vogel. Gut. Schauen wir mal. Also. Wo finden wir die Schaufel, Leute? Weiß das jemand im Chat? Wo die Schaufel finden? Also letztes Mal hab' ich ja... Das ist Meta. Ne, letztes Mal hab' ich ja sau... Ne, ich weiß ja schon, wo die Sachen sind. Ich weiß noch nicht mehr, wo die Schaufel genau war. Oh nein, Entschuldigung. Daryl, du bist so blöd, ne? Ich wollte den Vogel hacken. Ja, ich auch, Alter. Da unten gab's ja die Scrapple Hook, ne? Die haben wir ja schon. Ähm. Schaufel. Schaufel. Geht mir mal bitte nach. Wir gehen's alle zusammen, ja? Ja. Mal bitte alle zusammen. Unglaublich. Unglaublich. Wollt ihr mal meinen Speer begutachten? Okay. Ja. Guck mal. Was sagst du? Was sagst du? Ganz oben rechts. Das Ding hier. Das Ding. Beim Grab gibt eine Kettensäge. Ich weiß, dass es eine Kettensäge gibt, aber das bringt uns nichts. Wir brauchen jetzt mal ne Schaufel, Leute. Ich will ne Kettensäge. Ich will ne Kettensäge. Die ist irgendwo am Strand, die Schaufel? Im Eisberg. Ne, die ist nicht im Eisberg. Verurscht. Ich überleg nur gerade. Da drüben waren wir schon. Wir waren an den Dinger waren wir schon. Da oben waren wir schon. Ah! Sind wir schon weiter gerennt. Wir könnten da drüben hingehen. Warte, kommt ihr mit, Andel? Andel, was machst du? Hingelangweilt, können wir gehen. Oben links. Wir gehen mal Richtung Dings hoch. Richtung Eis. Ey, das hört's mir, gell? Ich komm noch mal ein bisschen was drüber. Steck den Eis. Hallo. Das ist nur noch so B. Entschuldigung. Ich rede nur mehr. Warte mal. Aber so einen Lack gerade gehabt, dass ich mich... Was für einen Lack habe ich gerade gehabt? Ich. Du schlagst mich die ganze Zeit. Entschuldigung. Jemand hat geschrieben, die Schaufel ist beim Bär gebraucht, aber vorher die Hook und das Tauchgerät. Hab ich. Ich hab's ja. Aber ihr habt das nicht. Ja, eben. Aber können wir das nicht irgendwie für euch duplizieren, dass ihr das habt? Weißt du, dann mache ich keinen Safe, aber ihr macht einen Safe. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Das geht nur, wenn du die dann droppst, glaube ich, und wir das machen. Weil ich glaube, der Host selber kann nichts duplizieren. Soweit ich bin mir aber nicht sicher. Nee, nee. Aber wenn ich euch... Weil ich hab jetzt keinen Bock mit euch nochmal durch die ganzen Dinge zu gehen, oder wollen wir das? Sollen wir nochmal alles holen? Das wird echt schwer. Das ist kein Bock für das Spiel alleine. Was? Ich glaub, das geht nur, wenn du das dann droppst. Wir speichern irgendwie. Und dann reloadest du aber deinen alten Safe, wo du sie hattest. Dann hast du sie ja wieder. Und uns Safe geben sagt ihr auch dann. Ich speichere da ins Inventory, dass wir sie haben. Verstehst du? Wobei ihr braucht eigentlich nur die Scrapple Hook und das Tauchergerät. Ja. Ja. Ja, was? Ja. Ja. Das heißt, wir müssten... Ja, wir müssen ja wieder... Dann müssen wir ja wieder alles runtergehen. Und dann die ganzen... Wir gehen jetzt... Du holst das... Ach, wobei, wobei, es ist kein Problem, das zu holen, weil wir haben ja schon die ganzen Leute dort ausgeraubtet eigentlich. Leute? Also wir können da eigentlich ganz easy rein. Da kommt mit. Alle mitkommen. Das ist ja ein easy task eigentlich. Wobei... Warte, wir gehen doch eh richtig gerade. Das ist der dritte. Oh mein Gott, ich hole gleich. Hast du's da? In der Dreier-Anweisung, da vorne ist er. Da müssen wir rein. Glaub ich. Vermute es. Vorhin nix tun bei... Nicht fast. Ich mag die um nix. Ist hier wuscht. Na, aber ich glaube, das geht ganz einfach, weil wir schon die ganzen Leute ausgeraubtet haben in den Höhlen und die respawnen nicht mehr, wenn die einmal weg sind. Speichert bei mir im Host. Oh, ich dachte, die haben die schon mal ein bisschen über mich ausgeraubtet. Ich muss immer noch reingehen. Leute! Das Geile ist eben, wir müssen uns halt nicht mehr so drum kümmern, weil die halt jetzt reingehen können. Ich glaube aber da vorne... Da war das Tauchergerät. Das bin ich irrt. Weil dann nehmen wir das alle mit. Alle. Voll. Das alle mal voll ausgestattet sind, weil das ist sauwichtig. Jawohl. Wobei, in der einen Mine sind wir gleich nur durchgerannt am Ende. Das wird ein bisschen komisch dann, aber... Schau mal mal. Wo waren die? Kamera da drüben besser, gell, Chat. Einer schreibt die respawnen. Okay, im Singleplayer respawnen sie nicht. Wer ist jetzt Singleplayer? Hallo! Ja, hallo. Da drüben ist er hier. Der Willi hat voll die Ausdauer. Oh mein Gott. Du dreckiges Re. Habt ihr eh alles was zum Essen dabei, oder? Nee. Doch, doch. Herzbögen. Profis. Da gibt's Essen da drüben. Bitte mitnehmen in den Kisten. Ohne Zielscheibe gefunden. Ja, geil. Zum Üben. Nice. Hoppala. Ich hab jetzt was gegessen. Wann, muss man hier hoch aufm Berg? Ah, fuck God. Ich schreck mich noch nicht so. Ah. Geht doch weiter. Am Strauß ins Haucher gerückt. Ah, stimmt. Schlagstock. Die Frage ist, was ist hier nochmal drin? Oha. Ist der Elektro-Schlagstock. Oha. Ich hab einen Schlagstock. Oha, ich hab einen Schlagstock. Damit kannst du die Leute umpacern. Geil. Geil, Leute. Den hab ich jetzt. Jungle nimmt den auf. Ist der viel mehr da? Naja, alle. Jeder kann den nehmen. Oha. Kommt immer. Warte mal. Er hat noch Tracer aufgehoben. Ah. Also da ist einfach... Da ist was drin. Warte mal. Da gibt's was geschenkt. Hallo. Wobei ich glaube, das ist der Berg, wo du die Scrapple-Look brauchst. Kann das sein? Das ist das, das ist, wo du weiterkommst nur mit das Scrapple. Ich glaube. Da müssen wir woanders sein. Oder ist das da, wo wir die Scrapple bekamen? Oha. Ich bin in dir. Ich hab noch nie mal ne Taschenlampe, ne? Ich hab ne Taschenlampe, ne? Ich hab ne Taschenlampe, eh. Ich hab einen Baser. Hallo hört mich. Oh mein Gott. Alter. Mein Herz. Alter, ich geh da die Mine auf einmal hör ich den übersteuerten an, Alter. Ja. Das war Dario. Ach, das war Dario. Ach, das war Dario. Ich dachte, das ist ja Anu. Vielleicht noch mit nix zu tun. Hallo hört ihr mich? Ich renn da einfach einmal durch, ne? Leute, alle zusammenbleiben, einfach durchkennen, mir folgen bitte, ich hab ne Taschenlampe, ja? Ich hab auch eine. Aber wie mach ich die an? Oh, geil Munition, oder? Ganz viel Stuff hier drin. Hallo? Alter, kannst du bitte aufhören damit. Ja, wie mach ich denn die Taschenlampe? Mit L. Mit L, aber du hast noch keine, glaub ich, oder? Ich hatte eine. Dann L drücken, oder sonst im Inventar auswählen rechts. Aber Feuerzeug. Das Feuerzeug hilft auch ein bisschen. Aber gut, naja, die respawnen nicht, Leute. Die hätten da schon gespawnt, die spawnen nicht. Leute, Leute. Ich weiß jetzt nur nicht, wo genau die ganzen Sachen sind, die wir suchen. Weil geht ja, das war der dann mal da hin. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter, bitte alle mal folgen. Hallo? Ja, warte, ich bin schon da. Was soll das? Ich hab dann einmal fertig gelootet, die ekligen. Achso, ja dann warten wir noch ein bisschen. Achso, ich kann da auch looten, oder? Ja, du kannst überall looten. Richtig und richtig. Aber, ja, ist nicht so wichtig. Aber ich glaub hier, schau von wegen der Chat, ja die respawnen. Die respawnen, die respawnen. Leute, respawnen nicht, sobald die tot sind. Hör nicht auf den Chat, das ist um. Das Ding respawnen aber. Wartet ganz kurz. Einmal eine Bombe bitte reinschmeißen, wenn ihr die da findet. Ich hab jetzt eine Bohrmaschine. Warte mal, schau. Na, da ist die Bombe. Na, ich hab sie schon. Zwei Zeitbomben. Warte, lass mich machen. Was ist denn das für ein fettes Ding da? Bitte einmal weg. Ich hau eine Bombe. Achso, was ist weg. Ich hab eine Granate. Oh, Mann. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Machen wir uns ein schönes Match. So, dann einmal durch hier. Hat da liegen Bomben. Ich hab C4 aufkommen. Was? So, Leute, weiter. Wir machen das jetzt ganz schnell. Ihr müsst den Anlauf lohnen, wenn er was aufhebt. Lohnen? Was ist denn Lohnen? Esch. Hier ist einer. Ja, einer ist vielleicht noch. Wir haben vielleicht ein paar übrig gelassen. Oh, mein Gott. Aua. Ah, ah, ah. Ich will das nicht aufheben. Bitte einfach weitergehen. Leute, bitte einfach weitergehen. Einfach ignorieren. Ich kann nicht. Hier, hier. 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 Hier, hier, hier. Heule. Heule, heule. filled. Schreckiges Baby stirbt. hey, hier. Nein. Hier aparece nicht. Nein, da liegt Geld rum. här 아니라. Hilfe! Hedles sleep. Bitte folgen Sie mir in die Feldspalte. Lassen Sie die Schauspieler ihre Schauspiel machen, bitte. Lassen Sie die Schauspieler nur... ий, quotidien, petits morgens. John. Ich wollte gerade noch meinen Taser ausrüsten. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ich bin zu Blatt für die Insel. Lass mich durch. Hallo. Ich habe schon drei Jahre nicht mehr Joggen gemacht. Ah. Okay, da sind jetzt noch ein paar offen. Können Sie einfach weiterlaufen? Einfach mir hinterher. Ich habe keine Lust auf die Scheiße. Oh, oh, oh. Die sind sehr stark, die da jetzt kommen. Einfach hinterherlaufen, bitte. Willst du mich nachaschen? Ich habe da auf die Fritz gerufen. Ach du heim. Hallo. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wir müssen einfach ignorieren. Das Ding da hinten einfach ignorieren, bitte. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen, Jungs. Ich weiß nicht, ich kann keinen Schritt mehr laufen, oder? Was soll ich tun? Lieber Andel, bitte ein bisschen weiter. Ein bisschen schneller, der Opa da hinten. Schau, schau. Der bringt die ganzen Viecher mit. Andel, mach schneller. Jetzt geh weiter. Wir sind gleich fertig. Wir sind gleich draußen. Bitte da einfach weiter drüber springen. Einfach weiter in der Geisterbahn. Wir sind nur in der Geisterbahn. Keep it with us, Alter. Ach, du Scheiße, du. Ah. Was ist Andel? Andel, hast du es? Ich habe gerade so, Alter, auf die Springtastic spammt, Alter, dass... Der Windows-Outgang ist. Fuck den Scheiß, Alter. Ich kann nicht... Andel, einfach weitergehen. Einfach locker weiterlaufen in der Geisterbahn. Ich kann einfach weiter. Ich will jetzt stehen. Rektar. Halt hier ein Energy rein, Alter. Habt ihr es schon gefunden? Weil da ist, glaube ich, schon der Ausgang da oben. Ich kann das machen, Alter. Ich habe kein Keyboard. Okay, was? Habt ihr es schon gefunden? Ich bin hier stehen, oder bin ich hin? Was gefunden, Alter? Ich sehe da gar nichts. Ah, nee, doch. Es geht doch noch weiter. Es geht noch weiter nach oben. Seid ihr so schnell, Leute? Da geht es auch mal. Einmal da oben, warte. Bitte einmal herkommen. Andel. Leute, ich sehe nichts. Hallo, hallo. Geht ihr hin? Falsch, bitte mir folgen. Da einmal, bitte einmal da hoch. Da gibt es ein paar Sachen. Das ist doch kein Running-Ding hier. Das ist ja... Ich mag das nicht. Da einfach aufheben, wenn du was findest. Ich weiß nicht. Der hat irgendwas in der Hand, glaube ich. Einfach mitnehmen. Dann nochmal runter. War ein Zettel. War ein Zettel. Aufpassen, aufpassen. Sehr aggressives Tier. Wenn ihr runterkommt. Sehr aggressiv. Sehr weh. Aber da war jetzt nichts. Ja, keine Ahnung. Ich kann mich so bleiben. Achtung. Du ekelhaft da. Warte kurz. Da war nichts. Warte, kann ich... Warte, ich mach das auch. Ich mach das auch. Sagst du mir aggressives Tierverschwerden? Hey, warum? Warum willst du das? Ich wollte doch auch... Ich wollte doch... Ach, jetzt schnitzen. Warte, drei, zwei... Oh, mein Gott. Ich dachte, du warst es schon. So. Das geht mal heußer mal. Warte mal. Ja, die können wir auch schlitzen. Schlitzen. Drei, zwei, eins schlitzen. Warte, warte, ich hab's noch... Ey, was für Schlitzen, Alter. Ich bin gerade am fressen. Scheiße, ahn Sie den. Ahn Sie da schnitzen. Ich fress mich nicht, Alter. Ja, ich würde halt gerne sehr schnell da raus, weil ich da keinen Bock drauf hab, hier drin zu bleiben. Ja, Alter, nur wenn ich nicht mehr renne. So, bitte einmal hinterher. Was ist denn der Sinn, Alter, das Spiel ist, dass man da irgendwas macht, Alter? Nee, es geht darum, dass wir die Sachen schon haben und ihr nicht. Ja, danke. Bitte. Dann macht es das nicht ohne uns. Nein, nur, dass ihr die schnell bekommt. Es geht nur darum, dass wir... Oh, nee, da geht's weiter. Ach, nee, das Ding lebt ja noch. Egal. Da ist ein Faser drauf. Ich bist nur aufgestiegen auf das andere Baby. Ich weiß nicht, ob ich das überlegen kann. Die ist leer. Ich brauch Hilfe. Ich hauere, ich hab keinen Bock mehr auf diese Schöne, ey. Es ist tot, es ist tot, es ist tot, alles gut. Schlitzen. Ich bin tot. Warte, ich kann jetzt leider gerade nicht, weil ich mich... Ich bin tot. Okay, ich komme. Bitte helfen. Warum teilt ihr euch immer alle auf gerade? No, ich nur. Ich bin tot. Alter, aufteilen. Ich bin bei dir und ich bin tot. Alter, Hilfe. Ja. Ey, das ist so eklart. Warte, warte. Alles gut, alles gut. Ich bin auch da. Ich sterbe auch gleich, by the way. Oh mein Gott, ich will nicht wandeln. Warte mal. Warte, ich hol den. Warte, warte. Nein, 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 alles gut. Ich kann nicht, wenn Willi da. Warte. Mann, zieh doch durch, das Ding. Deshalb, ich wollte da ganz schnell raus aus dem Scheißteil, weil da, weil da so, weil die aggressiv sind, die sind stark, die Dinge und ich habe nicht so viel Mundi dafür. Und das ging so. Ja, weil wir können alle zusammen, wenn wir rennen. Ich bin schon wieder dauernd. Warte, was ist das für ein Hurt? Ja, das ist, das ist das Problem, was ich meinte. Aber, warum hilft mir keiner? Ja, danke. Endlich einer. Jetzt zusammen, weiter. Was machen wir jetzt zusammen, Alter? Alle stellen sich. Alle stellen sich. Alle stellen sich. Ich dachte, es ist ein Baby da unten, leider. Jetzt bin ich wieder hin. Oh, Entschuldigung, ich habe den umgebracht. Was ist mit dir? Ich wollte dieses Baby umbringen. So, jetzt. Der bringt aber mich um. Drei, alle drumherum stellen. Andel auch. Auf eins, okay. Drei, zwei, eins. Für euch ist das halt echt aufwendig. Was? Wir sind da, wir sind da recht, wir sind da relativ schnell durchgerannt. Zack, zack, zack. Wieso? Ich habe mich jetzt nochmal da wieder rüstet. Wir können auch einfach nicht mit dir spielen. Nein, warte, ich suche nur, da oben sollte es das sein, was ihr braucht, oder? Da liegt ja was. Ich kenne die Medizin, meine ganze Medizin auch. Leute, können wir kurz bei der Sache bleiben und kurz schauen, ob ihr diese Sachen habt. Da müsste irgendwo was liegen für euch. Das ist gar nichts. Nichts. Betäubungspfeile lang. Hä, da muss aber irgendwas für euch liegen. Na, ist schon oft. Da geht es so ein scheiß Baby. Da ist schon wieder am Boden. Dann gehen wir da weiter, bitte. Da weitergehen. Dann geht es doch vielleicht da weiter. Oder kommen wir von da. Nein, 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 das ist richtig. Da bin ich lang dran. Ich bin ja ein bisschen voraus. Was müssen wir da drinnen jetzt überhaupt holen? Ja. Irgendwas. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, das ist die Scrapple Hook. Damit wir... Komm, diese Kinder vorbei. Warte, Baby. Oh, das ist ein... Einfach dran vorbeigehen, bitte. Einfach dran vorbeigehen. Und da gibt es die Scrapple Hook. Da gibt es die Scrapple Hook. Die nehmt ihr jetzt mit. Und dann einfach rüber da. Einfach rüber sliden, okay? Einfach sliden. Und dann habt ihr jetzt alle die Scrapple Hook, oder? Was? Ach, Gott sei Dank. Ich bin gerade tot. Was? So, ich rüber. Ja. Ach, du Scheiße. Ja, raus, 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 raus. Einfach raus da. Einfach raus. Einfach in den Rübeprof. Ich bin 10.000 Mal E gedrückt. Wir wollten nicht rüber sein. Raus, 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 raus. Hinter mir sind... Das Ding will ich jetzt nicht bekämpfen. Welches? Ich mach... Ja, aber das, was da hinten gerade war. Ach so, ich war bei dem gerade. Ja, der, der mich eine reingehaut, bevor ich weggeslidet bin. So, dann haben wir die Scrapple. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause, speichern das Spiel und gehen dann weiter zum nächsten. Okay? Dann holen wir alle nochmal den Taucheranzug oder so. Der ist nämlich unten am Beach. Den kriegen wir relativ easy, weil dort haben wir, glaube ich, alles ausgerottet. Nicht wie hier. Der ist viel einfacher. Dann haben wir nämlich alle dieselben Sachen. Außer... Warte, wer hat es... Scotty hat jetzt nicht alles. Scotty müsste das halt mal machen. Du musst da auf Reise gehen. Schandl. Andl. Oder Schandl. Ich bin hier da. Andl. Schandl, bitte. Geh mal. Oh, Stöcke. Ist kein Problem, ne? Stöcke nämlich mit. Ganz viele Stöcke gibt es da. Mit Steinen. Da gibt es auch viele Steine und Stöcke. So, dann gehen wir noch zurück. Ich muss das Essen anrufen, bitte. Wie gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Da hast du viel Heils noch, Schandl. Ja, das braucht. Ich verstehe bis heute nicht, warum uns das zu Hause nicht angezeigt wird. Ich verstehe es nicht. Du musst einen GPS-Tracker da hinsetzen. Äh, habe ich doch. Wenn du einen übrig hast. Dann soll es auf der Map angezeigt werden. Aber das ist, glaube ich, außer sie haben es fix. Immer noch das Logo, wie von der Frau. Kann es leicht, das Bild nicht ändern davon. Wo sind wir denn überhaupt? Im Wald. Wenn du M drückst, dann hast du eine Karte. Drück einfach M, dann weißt du das. Aber cool, jetzt kann jeder die Scrapeloop benutzen. Und jetzt kann jeder zum Haus rauf. Weil das war schon mal wichtig, dass wir die alle haben jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Warte, wo ist Schandl? Die brauchen wir von mir, Medis. Wo kriegt man eigentlich Medis her? Entweder du findest sie oder du craftest sie aus Aloe Vera und einer Blume. Ich weiß gerade nicht, welche Blume. Ich weiß auch nicht mehr, welche. Eine süße Blume. Eine Butterblume. Ah, unsere Freundin ist auch da schon. Hallo. Reino. Ja. Das war der Winkler. Einmal hat er ausgedauert, der alte Opa. Ja, ne? Heftig. Okay. Ja, schau, da sind wir schon zu Hause. Und es wird eh gerade dunkel. Da können wir perfekt schlafen gehen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Rucksack. Und dann eigentlich ist es nur noch, dass wir das Katana dann... Ah, ne, die Schaufel brauchen wir dann. Die ist wichtig. Für die Schaufel brauchen wir, glaube ich, den Rucksack später. Katana ist zum Kämpfen, oder was? Katana ist zum Kämpfen. Das brauchen wir unbedingt. Das ist sau-op. Alles andere, was du sonst hast im Spiel, ist sehr low. Zum Spielen. Finde ich halt. Low, low, low. Weil mit dem Katana ist das, finde ich, das Einzige, wo du wirklich mal verteidigen kannst, ohne dass du irgendwie schießen musst. Ja, weil du hast ja gesehen, die Viecher dort unten, die hatten auch acht Schüsse aus oder so. Ey, wusstest du, dass jetzt die Schrotflinte auf minus 50% ist? Die macht jetzt 50% weniger Schaden. Ist das ein Rabatt, oder was? Achso. Ja, ich baue da gerade ein Bett hin. Ich probiere es. Ich habe hier eine Stöcke gesammelt. Ich speichere mal, und dann gehen wir mal schlafen da. Let's pennen. Eins von vier, zwei von vier. Alle pennen. Drei von vier. Drei Viertel. Dann baue ich jetzt, fast mal auch, bevor wir jetzt hier weggehen, ich zeige euch das jetzt mal. Das ist jetzt richtig geil, schau. Ey, das ist ja eigentlich schön. Zack. Jetzt kann man aufmachen und zu machen. Kannst du hier, können wir hier draußen ein Feuer machen, ohne dass die Hütte abbrennt? Ja, du kannst auch in der Hütte ein Feuer machen. Die brennt nicht ab. Okay. Kannst du überfeuern machen. Nee, ich glaube, ich mache hier, oder? Hier an der Seite. Juck, sehe ich keinen. Ich weiß nicht. Ja, außer es, ja. Das tut ja keine Stimme eigentlich. Ich bin durstig. Ich auch, Alter. Leine muss man drumrum legen. Dann bleibt das Feuer einfach dauerhaft an, ne? Ich kann vom Haus nicht drunter saufen. Dann baue ich mal hier so eine Fackel. Ich kann mal da nicht meine Rüssel reinhalten. Was ist dein Rüssel? Andi tut gerne ein Rüssel reinhalten, habe ich gehört. Ich muss da extra zum Trinken rüberfahren, oder? Gibt es da nicht Löbel? Ja, warum zum Trinken rüberfahren ist, aber es so. Ja. Ich kann nicht vom Steg keiner ins Wasser rein. Wir sollten doch vielleicht zwei Treppchen bauen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt zu spät, du musst mal warten. Ey, was ist? Ich darf dich einrichten? Du kannst einrichten, wenn du willst, ja. Aber denk dran, wir brauchen einen Storage-Room, würde ich oben machen, zum Beispiel. Ich würde oben das Bett zum Beispiel hinmachen, das passt hier unten gar nicht. Ja, ich dachte mir unten Bett, weil du schnell bist, weil du kannst direkt da saven. Nein, das passt nicht, Bett ist immer oben. Ich lass es da unten, okay? Nur für dabei. Ich tue es weg, ich mach das jetzt neu. Warte, lass mich speichern in der Zwischenzeit. Weil ich muss da jetzt ein Tisch hin machen, mit schöner Aussicht. Wie kann ich den Stein da nicht hinfetzen? Wie kann ich das wegmachen, das Bett? Kann ich nichts zuhauen? C drücken. Ich kann es jetzt vorhin stellen. Das ist jetzt neu, man kann es jetzt umstellen, das ist ihm davor nicht. So, ich mach jetzt hier, da oben ist ein fetter Ogre. Kann man den wegmachen? Oh, ich muss jetzt Holz mitnehmen. Warte. Brauch ich jetzt. Boah, ich brauch was zu essen. Ich muss erst mal Buch lesen. Leute, damit mir das... Ach schon. Ich hab's jetzt gegeben. Ich mach noch eine Scraplug rüber. Guckenfleisch und Snickers. Ja, möchte ich doch. Ah, darf ich einen Snickers? Genau. Und der Rotfleisch. Jetzt, wie oft soll ich das noch in die Hand nehmen? Ich hab da Rawfleisch, oder mach? Das ist aber eingekochtes, das auch schon. Rottenfleisch. Ich möcht... Hallo? Ja, das ist Rotten, ist verrotten. Rotten, ist verrotten. Ja, guckt Fleisch, ja, guckt, ja. Genau, genau, genau. Danke. Bitte. Ich kann das nicht rüber... Warte. Wieso geht das nicht? Ich kann das nicht kurz, bitte. Ich kann das nicht rüber tun. Du kannst das Ding und dann da drauf. Wieso geht's bei dir und ich nicht? Du musst in die Richtung schauen. Ja, hab ich. Du musst in die Richtung schauen, wo du es hinhaben willst. Dann kannst du es da reinfetzen. Ich doch. Nein, anscheinend nicht. Ich mach das, okay. Und siehst du, in der Verfärbung gleich, wenn es fertig ist, dann eben einmal drücken, eh. Nimm das auf und du drückst, dann ist das direkt. Guck dir, erlöschst mich nicht. Du machst es falsch. Ich guck doch in die Richtung. Ich hau dir gleich einer rein. Drückst du auch eh wohl? Eh? Ich doch. Jetzt musst du gucken, wann es... Du kannst es eigentlich instern, wenn es nicht ist. Warte, 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 warte. In welche Richtung schaust du? In welche Richtung schaust du? Wo will ich hingucken? Siehst du mein Gesicht nicht, wo ich gerade hinguck? Gucke. Warte, ich glaube, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Weißt du, was du machst? Du stehst da. Ich bin vorher auch da gestanden und es ging durch. Was machst du? Hä? Ich weiß nicht, worum es wohl nicht geht. Oder wie ist denn das Holz da gerade um mich gefahren? Lass mein Holz, ich will das schaffen. Ja, das brauchen wir. Lass mich einrichten. Wehe macht das jemand. Hallo, geh weg. Ja, wir brauchen das Holz hier vorne. Ja, dann leg ich sie da hin. Wenn jemand leg's mir da hin. Wir brauchen das eh für da vorne, schau. Ich bring dir jetzt ganz viel Holz, Schandl, okay? Ja, ja, bitte, danke. Wo ist das Geld? Wer hat das letzte Holz mir gestohlen? Niemand. Da war ein Holz, das ist jetzt weg. Wer war das? Du, ich will jetzt nicht pushen, aber wie wär's, wenn wir... Hey, warte, warte, warte. Seit wann können die ins Wasser gehen? Der ist im Wasser drin. Der war gar nicht im Wasser drin. Hey, das Holz geht bei mir auch nicht rüber. Warte, hier weiter vorne vielleicht? Ich doch, ich bin noch nicht ewig. Vielleicht ist das ein Bug oder so. Hä? Ich glaube, es ist ein Bug. Ich glaube, es ist Holz rüber vorne. Also, ich glaube, wir sollten... Warte, lass mir mal das Ding neu bauen. Ja, aber das geht immer in meiner Richtung. Als ob ich es nicht da hinbauen kann. Oh, ich drehe gleich. Ich mag es, Digga. Wieso liegt da eine Pistole? Jemand hat mein Holz genommen. So, jetzt probier mal. Gib mir mein Holz, bitte. Ich habe Kapistole, ne? Hallo. Probier mal jetzt, bitte. Komm rüber, hier liegt eine. Echt? Doch. Warum geht das denn? Warte, probier mal weiter vorne. Da vorne, schau mal. Probier weiter vorne, nicht so weit hinten. Warte, nimm das mal. Und probier es weiter vorne. Hier. Da liegt einer. Hä, ist das ne Bug? Oha. Voll Kacke. Seid ihr wissen, das ist so buggy. Ich bin nur in die einen Richtung. Aber ich kann es richtig machen. Hä, wo hast du nur jetzt die Pistole, Herr Andl? Die liegt auf dem Land, am Boden. Achso. Schau mal, wie die mit mir glaubt. Guck mal, die wollen mich doch verarschen, dass ich jetzt hier am Tisch... Lass mich nur die Hitsch machen. Ey, warte, Schandl ist beim... Ah, an die Schandl. Gut, keiner. Warte, ich mach einfach eine zweite Evo. Das geht nicht. Was ist das Problem? Er hat da gerade eine Ultimative... Kriegst du es nicht näher machen? Das finde ich, oh scheiße, so weit weg ist. C gedrückt halten, dann kannst du es verschieben. Aber ich finde, es passt. Was ist denn da falsch? Ne, ich rede vom Stuhl. Mehr kann ich nicht machen. Ja, ne, das geht nicht. Darüber drückt mein Groni her. Okay. Ähm, die findest du auch in Höhlen und so, wenn du die Leerflossen hast eigentlich. Oh, wir haben mal ein Eichhörnchen hier drüben. Oh, die Grona Gron. Jetzt nicht mehr. Oh, die Grona Gron. Hey, Alter, weil das Holz dort liegt... Aus nehmt man uns Salz. Hallo? Ja. Dann tu es weg. Wenn das Holz dort liegt, kommst du jetzt schwimmen. Dann tu es weg, Alter. Ich habe jetzt eine eigene Hook gemacht, okay? Ich will jetzt nicht pushen, aber wollten... War es nicht eigentlich so, dass wir eigentlich was machen wollten, dass wir weitergehen? Ja, eigentlich schon. Wir müssen eigentlich weitermachen, dass wir die Sachen kriegen, alle. Weil wir brauchen das Katana, das ist sauwichtig. Ja, deshalb habe ich jetzt einfach ihr das Holz rüber. Ich brauche Stärke, kein Holz. Warte, lass mich mal probieren, ob ich das Holz rüber schäppeln kann. Ne, ich habe... Also, dass lustig wäre, wenn die da einen Patch machen, dass man die auch rüber schallern kann. Hallo? Ohne, ohne. Ja, wir hatten doch schon wieder gestrehen. Ja, was? Jetzt habe ich hier Holz rüber pfeffelt und du willst es nicht, oder wie? Ja, doch, doch, aber wartet jetzt. Jetzt ist wieder derselbe Bug, ne? Die Seite nur hinten. Jetzt hier vorne, du musst übelst weit vorne. Oh, wie eine Strecke. Ah, okay, du musst sauerweit nach vorne. Jetzt geht es wieder nichts. Nenn ich mal dann. Hä? Bei mir geht es aber. Vielleicht, wenn ich Host will. Kannst du es aufhören, meine Graveling Hook zu benutzen? Vorhin gießt nämlich. Ja. Dann darf ich es ja vielleicht nicht benutzen. Vielleicht, wenn das einer benutzt... Könnt ihr bitte... Das kannst du... Schatze. Jetzt einfach aufpassen. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt die... Hallo? Bitte alle zusammen jetzt... Wir fahren jetzt... Was ist mit dem? Hallo? Bitte stimmt doch was nicht. Guckt mich an jetzt. Excuse me. Könnt ihr mal bitte alle zusammen kommen? Weil wir gehen jetzt weiter, wir müssen... Nein, ich muss jetzt... Warte kurz. Ich muss... Ich möchte den Stuhl fertig machen. Ja, gut. Ich will den Stuhl, ja. Ich habe Durchfall. Warte, welcher ist das da vorne ist? Das ist der, ne? Oh, da müssen wir aber weit latschen jetzt. Okay. Viel Spaß. Oh, ich habe Durst. Oh, fuck off. Ja, bitte alle mal ready machen. Alle Sachen holen und dann geht's los. Was machen wir? Ja, wir holen jetzt den... Das Gerät, das Atmungsgerät und so. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät... Ich habe Hunger. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Ich habe Hunger. Der Gerät schneidet dünner Fleisch... Schweißfrei. Schweißfrei. Oh nein. Ich lese den in der Zwischenzeit kurz vor. Destroyed Boy G steht für Gönn. Alter, 50 Euro vorn von Destroyed Boy 23, Alter. Bruder, vielen, vielen herzlichen Reiz, Damen. Dann Blue Firefox hat Resub raus. Manuel Ross mit 5 Euro. So, welche Verbesserungen und Neuerungen gibt es jetzt mit dem neuen Update? Es gibt einen Paraglider gibt's. Du kannst jetzt Sachen zusperren. Es sind Sachen gefixt worden. Ja, es gibt noch ein paar andere neue Items, wo ich noch nicht genau weiß, was alles jetzt genau neu ist. Aber es gibt ein paar Sachen. Aber jetzt nicht allzu viel. Aber schon ein paar neue Sachen gibt's jetzt. Für Katana zum Beispiel brauchst du eine Keycard. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Und Manuel Ross, Dankeschön für 5 Euro mit. Schöner Casinos, du bist gestern gewesen. Anführungszeichen. Schön auf Monte, ja. The Coin Game. Bestes Spiel ever, Alter. Ich schwöre. ARMS Game Performance. Danke für einen Euro. Äh, er war's. Dankeschön. Danke für er was. Steven Kaiser, danke für 2 Euro. Und nochmal für einen Euro. Manuel Redcar. Haben wir vorgelesen. Genau. Xion und der Crymex-Fan. Du bist der Beste. Guck dich schon richtig lange. Vielen, vielen Dank. Und alter Bruder. Speedy Fabian mit 99,90 Euro Cent. Von einer Stunde fast. Du bist voll eins. Gehst du das jetzt erst vor? Weißt du, wir machen mal so Vorles-Dings. Dass ich immer im Dings vorlese alles. Alter Speedy Fabian mit 99,90 Euro Cent. Ah, da hauen wir jetzt mal fetten Herzring raus. An Speed Fabi. Ich sag Speedy Fabian. Alter, ich bin schon wieder lost. Alter. Der Speed Fabi. Leute, haut mal alle Herzring raus. Ja. Einmal Hashtag Robert. Der Speed Fabi oder Speedy Fabian. Das ist der ganze Name Speedy Fabian. Die Wolfis. Hi Hundi. Ich habe gemerkt, dass du der Beste bist. Bei vielen werden die VIP oder später nicht vorgehen. Vorlesen. Freut mich die Wolfis. Jetzt hast du aber auch 43 Minuten. Bis ich das vorlesen hab. Aber Gruß getrossen die Wolfis. Schön, dass die auch immer da seid. Dann Schweizer Taschenmesser. Schade, würde Stream gerne komplett schauen. Aber leider wegen Besuch nicht möglich. Schau Stream nach. Jawoll. Es ist schartig. Danke für 590. Hey, danke, dass du meinen Tag verschoben hast. Werde immer vorgesen. Ach, das war das letzte, was ich vorlesen hab. Jawoll. Äh. Hab ich noch irgendwas nicht vorgelesen? Äh. Ich glaube, jetzt hab ich alles vorgelesen. Genau. Alter, vielen Dank für den frischen Support, Leute. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Aber wisst, ich, äh. Will mein Bestes vorlesen, dass ich das irgendwie irgendwie unterkrieg auch, ne? Ja, ja, ja. Ab geht's, Leute, oder? Ah, der hat's übernehmen. Weiße. Ich hab's gleich. Oh nein, nein. Ah! Oh nein, hier ist noch einer. Ah, da ist noch ein anderer Taser. Gibt ihm noch die Pistole, stimmt. Hinter dir, Dario. Wo, wo? Ciao. Warte. Ich hab kein... Der Taser ist für nichts zu gebrauchen. Ah, jetzt. Der geil, wie der Unfall ist. Aber der eine nimmt im Wasser, wie er so geschaut hat. Wie so'n Brett. Aber die sterben nicht, ne? Die bleiben einfach ein bisschen Dings. So, komm jetzt bitte nach. Haben wir's jetzt alle? Hallo? Channel, was ist denn los da hinten? Warte, ich muss ihr Regal machen. Bitte, mach schneller. Wir müssen wirklich. Ich mach grad eine Regal. Jetzt ist es wieder dunkel. Jetzt gehen wir ohne dich. Hast du die Regal? Nicht ohne mich. Doch, du kommst dann. Hallo, warte kurz. Ich brauch noch einmal Stöcke und dann hab ich's. Wo? Da warte ich Taser. Versprochen. Einmal noch Stock holen. Police. Warte, ich mach da mal ein schönes Feuer an. So, wie sie warm werden hier. So. Ich muss noch Stock machen. Warte, ich brauch ja eh Dings. Warte, warte. Lass reinschmeißen. Ich brauch Knochen. Reinschieben. Schau, wie's alle reinlegen. Schau, wie's jetzt verbrannt. Oh, ich brauch nen Fisch. Ey, wir haben bald keine Fische mehr. Äh, ja lass einfach Ding angeln. Ja, müssen wir Macher machen, wenn wir wieder zurück sind. Na gut. Ist noch einer, Schau. Erstmal Taser. Na, ich ready. Schau. Schau. Schau, wie umfällt. Schau. Wie mach ich? Schau, warte, lass ihn aufstehen, warte. Oh, nicht aufstehen. Nein, warte, lass ihn aufstehen. Nein, nicht aufstehen lassen. Doch, ich wollt ihn noch mal. Ich brauch die Knochen. Ja. Wie kann ich den Taser eigentlich laden? Batterien, glaub ich, oder? Ich hab ja Batterien, wenn der leer ist. Du siehst das in diesen grünen Balken. Ja, ich weiß, ja. Dann füllt er automatisch die Batterien mit auf. Du musst so viel Re-Batterien. Ah, okay. Darf ich dich noch mal Taser, Kurt? Nein, du Taserst mich nicht. Letztes warst du ja Immun. Ich shabber dich sonst wirklich weg. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Alter, du Taserst mich jetzt nicht, ja? Letztes war Immun. Hat sie gar nicht umshabbert. Da hinten steht noch einer, David. Wo, wo? Oh, da. Scheiße. Komm her, du. Ich mach mir schon selber... Warte mal. Hat die nicht gejuckt? Der ist immer... Jetzt, 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 jetzt. Lass ihn nochmal aufstehen jetzt. Und der erstmal einmal ins Bein hocken. So, Jungs und Mädels, haben wir's. Geh mal. Ja, ich mach jetzt grad was zu essen, warte. Oh. Dieses Mädchen. Dieses Mädchen. Dieses Mädchen war nicht komplett fertig. Noch zu lang. Es ist... Es sind immer die Mädels, die so lang brauchen, gell? Bis sie fertig sind. Sag der, dem am Klo ist, bevor wir auf jeden Fall. Sag der, dem am Klo ist. Verrückte. Der Maul. Das wär weg, dieses stinke Bein, was da neben meinem Fleisch ist. Schau, wie die Spaß mit dem Taser haben da drüben, schau. Ja. Richtig fast. Wie lang brauchst du so'n Chicken Wing? Oh Mann. Schau, hast du's aufgehängt oder hast du's rein dann? Oh. Schau, wenn's aufhängt, dauert es ein paar Stunden, bis es fertig ist, gefühlt. Oh, okay. Ich dachte, es wird schneller. Ist doch einfach was, was du dabei hast. Du hast sicher irgendwas dabei. Ich hab ja nix. Achso, sorry. Der Struggle, Alter. Kann man jetzt weitergehen? Ja, geht nicht. Ich hab noch einen Kopf dabei. Jetzt chill noch mal kurz. Unglaublich. Ich werde beobachtet. Der Häutling. Der Häutling. Sauberleitmannsführer. Fäll mal den Baum, dann flieg ich across the map vielleicht. Flieg ich across the map. Ist ein Baum-Fan? Du musst aber eins. Außer, wenn er auch gemacht ist. Warte mal, die Axt hab ich jetzt so. Kriege frei. Warum geht das so schnell aus? Oh nein, ist mir unbefallen. Nee. Hab ich den ge... Nee, hab ich nicht ge... Ach, super. Ich setz den wieder drauf, Alter. Oh, das geht. Oh, das geht. Okay, das kann ich essen. Ja. Kann man gehen jetzt, oder? Wir warten nur auf Schande, bis sie fertig ist. Dann gehen wir. Hab ich alles. Ach so. Wir werden dann die Haxen liegen lassen. Ach so, da hängt noch ein... Ach so, das ist noch ein Posse. Nee, das sind Rehe. Komm her. So, jetzt aber Leute. Auf geht's. Bitte einmal folgen. Hey. Hallo, bitte nicht ablenken lassen von dem Gefiep, von dem Gestüt. Einfach bitte hinterher. Du lass uns spielen, wie wir wollen. Bitte lassen Sie sich nicht vom Gestüt ablenken. Ich wiederhole. Lassen Sie sich nicht vom Gestüt ablenken. Einfach hinterher. Da ist ein Gestüt. Ich muss es schlagen. Ich muss ein Bombi. Ich muss ein Bombi in Headshot geben. Nicht ablenken lassen, rennt selber hinterher. Ja, ich renne aber in die Richtung. Um Gestüt nicht ablenken lassen. Einfach bitte geradeaus mit durch, bitte. Links und rechts sehen Sie Wald. Wenn Sie weiter nach vorne gucken, sehen Sie Wald. Links sehen Sie einen Strauch. Wir gehen durch ein Spinnennetz. Aufpassen, Spinnen sind giftig. Was ist ein Barwald? Da paaren sich Leute. Ein Paarwald, weißt du? Ein Paarungswald. Das ist die Abkürzung für ein Paarungswald. Wo rennen wir jetzt genau aus? Antl, der Marienkäfer, außer es ist süß. Antl bist der Marienkäfer. Wir freuen haben. Ich bin eine Libelle. Das bin ich. Der Kurt ist eine Libelle. Die Libelle, Antl, der Marienkäfer. Ich weiß doch, wie es zustande kam. Wie heißt dieser Käfer? War das nicht beim Ikea? Nein, das war beim Kastner. Was? Wegen der Musik unten, gell? Da wurde Kurt die Libelle geboren. Ja, im Park hast du so eine Musik. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Kurt die Libelle. Was war das nicht beim Ikea, schauen Sie? Nein, das war in der Kastner Garage. Park Garage. Da hatte er den Parkfest der Hut aufgehabt. Nein, weißt du warum? Nein, das war es. Wir waren letztes Mal Kastner Garage, Park Garage und sie so, da wurde Kurt die Libelle geboren. Ich so, hey was? Kurt die Libelle. Bei mir ist einfach Dari der Sockenkopf. Ach warte, da vorne ist die Taschenlampe. Nehmen wir gleich mit, Leute. Dari oder Maulwurf. Wir nehmen die Taschenlampe gleich mit für euch. Kurt hat zu mir damals Maulwurf gesagt, wie ich mir jetzt ansprange noch da. Das ist immer noch im Maulwurf. Ich hab keine Ahnung mehr, bitte warte. Ich hab keine Ahnung mehr, bitte warte. Ich hab keine Ahnung mehr, bitte warte. C und O, bitte kurz stehen bleiben. Warum steuerst du so, ja? Bitte warte. Ich übersteuert und lag gleich. Ja, du musst mein Ding einstellen. Ey, warte, was ist denn da hinten für ein Ding? Ach, da ist die Taschenlampe. So, ich bin vorbeigegangen. Da ist die Taschenlampe. So, aber da vorne, kommt mal mit bitte. Wo ist die Laschendante? Da ist eine Laschendante, die müssen wir mitnehmen. Eine Rampfenwampel. Ich hab aber schon eine, das jubbt mich da nicht. Ja, egal. Irgendwann schon mal da oben hängt eigentlich wer. Und da müsste jetzt irgendwo eine Taschenlampe liegen, Leute. Da müsste jetzt irgendwo eine Taschenlampe für euch liegen. Da, oder da irgendwo. Irgendwo. Da liegt da Bier. Oh, Wodka. Habt ihr eine Taschenlampe? Ja, warte mal. Da liegt eine Bier. Da liegt eine. Da liegt eine Taschenlampe. Da müsste eine liegen, irgendwo für euch. Oh mein Gott, so das Gott. Habt doch schon eine. Hör mir doch zu. Hör auf zu euch. Du nicht, es geht um die anderen. Da zeig ich euch. Warte mal, ich will doch mal. Warte mal, ich will doch mal. Warte mal, ich will doch mal. Die müsste unten liegen. Taschenlampe. Du müsst irgendwo da liegen. In dem Bereich, wo ich grad bin. Da liegen nur Bierflaschen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Die liegt leider Kartoschenlampe für mich. Ja, klar. Kartoschenlampe. Ja, klar. Das hat keine Taschenlampe. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das braucht da eh keine. Dann bitte hinterher einmal. Bitte folgen sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte folgen sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte folgen sie mir. Einfach folgen. Wir gehen jetzt aber weiter. So gut sehen wir die einfach. So gut sehen wir die einfach. Das ist, ob der Chat das wüsste. Das ist früh unfair. Die wissen immer alles. Nein, weil ich hab die Taschenlampe da zum Beispiel nicht gefunden. Und mein Chat hätte mich einfach vorbeigegangen. Im Singleplayer. Weil ich äh. Ich hab jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich jetzt alle da liegt sie ja. Da liegt sie ja. Ich wurde auch mal richtig hart verarscht vom Chat. Äh. Wurde gesagt, ob ich soll da hin bin. Da war dort nix. Das ist Andel. Schau, da rennt noch einer hinterher. Oh, da rennt ja was, Schau. Da hat keine Luft mehr, Schau. Oh, Andel. Andel wirklich jetzt. Warte, 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 Andel. Ich mach das schon. Ich mach das. Der Gnadenstoß. Du bist voll ekelhaft. Ich wollte nicht mehr. Dann hauen wir da runter, Schau. So weiter geht's. Boah, ich bin fast runtergefallen. Ich bin fast runtergefallen. Geige Donnerblitz. Die Person hängt am Stein oben. Ich sag, guten Abend. Grüße aus dem Schwarzwald. Ja. Grüße aus dem Schwarzwald und Doppelhoffen. Lagt bei dir unten die Person? Lagt bei dir unten die Person? Nein, da lag eine Person. Achso, ja dann muss Andel ihn noch runter schießen. Andel, hast du nen Lackschuh? Hallo, Andel hatte nicht runter geschossen. Deshalb war die Laddings nicht da. Oh mein Gott. So. Blitz, Bandi, MGK. NGK. Die kleine Spinne macht ja ganz super schön. Hilfe. Hilfe, Hilfe! 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 Eigentlich ihr braucht jetzt keinen Taser oder? Oder braucht ihr einen? Ich finde ihn übelst unnötig. Ich behalte ihn. Na na, habt ihr jetzt einen Taser oder habt ihr den Taser Stab? Also jetzt Andel. Stab. Ich hab einen Stab. Aber den Taser... Ey, da ist ein Elch. Ja, aber lass den in Ruhe, ist alles gut. Der ist... Lass den in Ruhe, ist alles gut schießen. Meine Pfeile! Meine Pfeile! Meine Pfeile mitgenommen! Ah, ich hab keine Pfeile mehr! Egal, weiter. Ja, die Tiere bitte einfach in Ruhe lassen. Das ist ein Nationalpark, wo wir keine Tiere angerufen werden. Das ist richtig schwach jetzt. Ich mach ja Spaß, das ist ein Joke daran. Du Andel, spielen wir eigentlich The Forest, das erinnert mich so daran. Mich erinnerts noch immer daran. Ich glaub, die haben das geklaut von denen. Die haben das geklaut, ja. Kannst du mir erklären, warum ich das The Forest... Andel, das fühlt sich an wie eine Kopie von The Forest irgendwie. Schau mal, da ist einer, wer ja bald verbrannt hat. Schau mal wie verbrannt hat. Schau mal wie verbrannt hat. Oh, boah. Ey, das haben die gefixt. Davor konntest du durch den Elch durchgehen. Die haben das gefixt. Heftig. Ich hab ihn auf dem Arsch... Ich hab ihn in den Arsch... Ich hab ihn in den Arsch geschlitzt und dann ist er auf dich zugrat. Aber cool, jetzt macht der Elch auch Schaden, wenn du darauf zu... Alter, das sind ja viele Elche, schau mal. Weiß nicht, ich hab ihn in den Arsch geschaut und dann ist er... Alter, wie viel hält der aus, der Elch? Sind's ja gar nicht. Das ist ein Elch, Alter. Das ist richtig OP. Aber da kriegst du sicher sauviel raus vom Elch. Ey, was ist denn da hinter mir? Ja, das ist ein Kind. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Hötte, hötte. Sorge, das schaut ein bisschen verbrannt aus. Schau mal. Der ist doch nicht verbrannt, oder? Ja, Alter, schau mal. Stimmt, das sieht aus, als... So wie so eine... Verbrannte Leiche irgendwie, so ein bisschen. Sag ja. Ist ganz komisch. Sie haben sich angemalt. Ne, nehm ich mit. Oder? Sie haben sich angemalt, ja. Ja, ist der Rot, der hat sich auch angemalt. Ja, stimmt. Damit sie untergehen im Wald, das kann sein. Stimmt, die malen sich an. Ja, das ist so Farbe aus Matsch, glaub ich. Ja, ist wirklich so. Ich hab ihn grad auf der Schulter und guck sein Gesicht an. Das ist wie angemalt? What the hell. Ja, komm mal, hebe ihn mal auf. Da. Geht das nicht unter Blackfacing? Canceln? Kannst du ihn aufheben und sein Gesicht... Direkt canceln? Schau mal, das kannst du direkt canceln. Das gilt doch dann als Blackfacing, wenn du sowas machst. Darf man ja nicht. Heutzutage. Keine Ahnung. Cancel Culture. Da musst du gleich canceln lassen. Blöder Koffer. Ne, nicht bei Schwarz. Der hat sich aber so angemalt. Oder... Nein, wobei, der sieht ja nicht so aus. Der sieht aus wie so... Willst du grad racist? Nein! Oh, jetzt. Das ist schon... Leute... Ich hab grad geschrieben, er kommt halt nicht mal. Was? Warum kommt er nicht mal? Ich hab geschrieben, er kommt halt nicht mal. Ich hab geschrieben, er kommt wie doof nicht mal. Alter, das war Buttig seine Idee heute zu streamen. Was ist denn los mit dem? Alter, ist so lost. Ob ich auch keinen Bock hat mehr kochen. Ob ich auch keine Lust. Die Freien in daheim ist so geil, Leute. Ich komm nicht mehr. Hallo, Hobi. Er schaut sich jetzt streamen. Ob ich auch bekomme nie das gekriegt, oder? Ich will mit dir nah einkaufen jetzt. Alter, das Spiel sieht halt echt schön aus, ne? Soll ich schon sagen. Das ist so, ja. Anders, schau mal nach hinten. Schau mal, wie schön der Berg aussieht. Wohin die schöne Berge. Wo sind die Alpen? Wo kann man denn Skifahren? Ach, nicht der Alpen. Da muss ich nach Skifahren. Das ist Schwitzer, muss ich sagen. Weißt du das noch? Die Polizeikontrolle auf dem Moped? Ich hab alles verstanden. Ich hab alles verstanden. Ich hab dich noch umgefahren da. Ich hab fast alles verstanden. Ach, das Schwitzer Alpe, doch stinkt ziemlich. Warte, was ist das mit der Toplarone? Achja, wo ist meine Kilo Toplarone? Stimmt, die kommt dann noch. Ich will sie nicht haben. Ich will sie wirklich nicht. Ist mir zu viel. Was war jetzt irgendwie, dass Toplarone nicht mehr Matarhorn auf dem Tabakkonferenz drauf oder so? Ja, irgendwas hab ich da gewesen. Ein Schwitzer, oder wie ist das nicht? Es ist ja recht, der Schwitzer muss ich Ihnen entsorgen. Das Matarhorn ist eines der wichtigste Schweizer Frauen. Vielleicht sind wir im Chat, aber irgendwas hab ich nicht gelesen. Das hört sich ganz anders an. Ausserdem mach ich Käsespätzchen mit Sauce. Käsespätzchen mit Sauce? Und wenn die Leute nicht hinschauen, als ich der Schweizer steck ich mir die Käsespätzchen in Arschloch. So, jetzt gehen wir mal rein. Ich bin mir eine Huchli-Haschli. Da hab ich in die Huchli-Kaste ja Franks-Biber. Weil ich die Käsespätzchen in den Vertrag hab. Kommt ihr bitte alle mal jetzt. Ja, hallo. Ich komm dir nicht. Ich kenn grad mich. Leg mich am Osch. Und ausserdem hab meine Freunde letztes Mal an die Schlitz Jetzt hab ich da keine Spätzchen gefunden. Hallo? Entschuldigung, kann man den Skifahren? Hat das das Wort? Entschuldigung, kann man den Skifahren? Ach, ein bisschen Schipotchen in die Arschloch kriegt's. Jetzt hättest du zu weh, es brennt's. Dieses Echo, ich kann nicht mehr. Was ist das Echo? Wenn ich in den Funk reine. Hey, jetzt tun dir noch einen Gau da. Jetzt nur ein Schinken. Ich seh nix mehr. Das ist liebes. Als Schweizerdeutsch ist schon lustig. Das ist richtig witzig. So, alle hinterher. Arndl, magst du bitte vorgehen? Ich hab Angst allein. Ja, dann rede ich aufnunderso heute, basta. Jo, hätte das passt jetzt mit der Hüte. Das Geilste, finde ich, ist Ding. Ja, ist sicher. Ja, das ist nah am Niederholländisch. Schau. Und die Holländer, wenn die so hochdessen sind. Ich find, Holländer hören sich eh fast wie Schweizer an. Nur ein bisschen mit Englisch gemischt. Das ist wirklich kein Problem. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. So, dann müssen wir gucken. Jetzt müssen wir gucken, Jo. Du musst nur den Punkt sprechen, ich verstehe. New Kids. Also, theoretisch müssten die alle tot sein. Ja, die sind alle tot. Ha, von wegen Chat. Ja, die respawnen. Die respawnen. Oh, da respawn dir wirklich was. Einfach, einfach dann vorbei. Die respawnen wirklich. Ich bin der Kurt und ich hab die Höhle ausgerottet. Ah, ich bin die Newelle. Ja, wir sind einfach durchgerannt am Ende, glaub ich. Da hat mir keinen Bock mehr. So, einfach folgen, wir nehmen nur, gehört mir zu, wir nehmen nur das Saug-Package mit, weil wir holen uns nicht diese... Ich versteh dich nicht, kannst du das durch den Punkt oder das anzuschauen? Nur einen Dyson. Wir nehmen nur, Aua, wir nehmen nur unser... Wie man seinen Funk einfach nicht hört. Warum ich hab meinen Funk doch an? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Hört man mich? Hier ist der Funk. 1 von Funk 2, hört man mich? Ne, hier drüben ist das. Ich hör ihn auch. Okay, also ihr müsst... Ja, hallo? Hier ist es. Man hat dich nicht gehört. Okay, hier wo ich bin. Hier ist ein Haimwasser. Schön, dass du dort bist. Genau, und hier ist das Pack und dann müssen wir einfach raus und dann war's das schon. Dann haben wir alles, was wir heute brauchen. Aber das ist noch ein Haimwasser, ne? Oh, oh. Ja, lecker, lecker. Vodka, ja, so geil. Ui, das ist ja so viel Stuff. Oh, warte, wir können essen gehen. Schau mal, weil hier noch so Essens-Package sind nicht so voll. Er ist spitz. So, jetzt wohin gehen wir? Ins Wasser, da ist aber ein Haim, ne? Ich geh nicht zuerst. Hä, der tut doch nix. Ihr müsst mir einfach nur folgen, wartet. Gott, ich muss das erstmal anziehen. So, jetzt in der fucking Höhle oder im Wasser, halt. Habt jetzt alle das Package dabei, was ihr braucht zum Anziehen. Ja. Zieht man diese Tauchhauswüste an? Wie, hab ich's an? Dann zieht das mit Linksklick einfach drauf und dann tragen. Und jetzt können wir alle... Warte, warte, warte. Warte. Ich muss jetzt an meinem Inventar suchen. Sie überfordern mich. Jetzt haben wir ein bisschen immer so... Alles schnell hier. Warte mal, wo's zu hin? Ich muss meinen Fuß erstmal drüber fahren. Ganz rechts Inventar und ganz rechts rüber. Ganz rechts. Ah, da. Und dann Linksklick anziehen und dann geht's rein in die Hopfen. Tragen. Jetzt darf ich sagen, ja, tragen. Und jetzt? Und jetzt sollten wir alle zusammen gemeinsam da jetzt rein. Einfach mir folgen, bitte. Ich weiß nämlich genau, wo's lang ist. Nämlich Profi. Ich kann nicht auf und absteigen. Äh, einfach schauen in die Luft oder nach unten. Rauf, runter schauen. Ganz easy. Das versteht selbst jedes Kind in diesem Spiel. Ja, das versteht eben nicht. Den Hai haben wir letzt mal umgebracht. Also ich glaub, der sollte nicht mehr kommen da drin. Nein, der respawnt. Nein, der respawnt nämlich. Doch. Oh nein, das versteht nicht mehr. Der Bahre bist du nicht vom Hai aufgefressen worden. Das war aus dem offenen Meer. Da kriegst du nämlich nicht mehr. Also den, den wir passt. Natürlich, ja. So wichtig dabei ist jetzt, dass wir hochsteigen. Hoch. Dann gleich. Ich sag's dir gleich, wenn es so ist. Hoch. Hoch. Und du bist urfett und langsam. Und jetzt ganz schnell ans Land, weil sonst kommt ihr daher und frisst euch. Ganz schnell aufs Land. Das heißt, ich bin fett, Alter. Ich bin Ravilli, Alter. Ich bin Arbeiter. Oh nein. Da kommt eine ganze Horde Ureinwohner. Ich habe keinen Bock auf die. Kämpfen. Glaub mir, mit denen möchtest du jetzt nicht kämpfen. Das sind die gucken und das sind sau viele. Wir gehen einfach jetzt nochmal nach Hause und speichern, okay? Okay. Krass. Habe ich jetzt eigentlich den Anzug an noch? Ich muss ihn... Nee, nee. Jetzt hast du ihn ausgezogen, oder? Mit rechts klicken. Warum läufst du dahin? Einfach dran vorbei. Gehen einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei und alles gut. Hallo. Wir wünschen wir noch frohe Ostern und dann passt das. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Warte, wir wollen Maske. Wie süß. Halloween. Süßes, sonst gibt's Ares. Süßes, sonst ist Ares. Ey, wir wollten ja eigentlich noch zu meiner Taschenlampe. Ich muss den Soldaten da runterschießen. Stimmt, ja, können wir eh auf dem Rückweg. Sind doch eh vorbeigegangen oder nicht. Ach, warte, du musst den zuerst... Bei dir ist er noch nicht unten am Boden. Ah, genau. Nein, da kommt er schießen. Deshalb, okay, wir erwartet dann. Gehen wir nochmal dran vorbei. Wir hätten weiter alles. Ich weiß, ich muss circa... Ach, scheiße, ich seh's nicht genau. Egal. Weiß ich so circa. Da hoch war das in die Richtung, oder? Annel, siehst du auf dem Radar, wenn du guckst, vorne, da blinkt so komisch, ne? Mit mittlerer Maustaste kannst du rauszoomen und rein. Mit mittlerer Maustaste rein drüben. Das passiert bei mir grad gar nichts. Er schaut sich das... Na, mit M. M kannst du das Radar aufmachen. Ja, ja. Aber wenn du das aufmachst, dann auf dem Maustaste. Ja, da blinkt was, ja, bei mir. Äh, siehst du was, ähm, violettes vorne? Ausrufezeichen? Vor uns? Da seh ich... Drei steh ich da vorne auf der ganzen Map verteilt. Und wenn du... Ja, da gab's Map verteilt. Die Frage ist jetzt da vorne. Na, da vorne, vor uns. Hören Sie jetzt vor uns, schau's in die Richtung. Da vorne seh ich keines. Da seh ich nur so einen grünen Punkt. Okay, ja, da müssen wir suchen nochmal. Aber ich hab... Ich hab den Pilesender nämlich mitgenommen vorhin. Das Ding ist aber ein bisschen so... Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Wir sind ein bisschen weiter oben gewesen. Wir sind da hoch. Ich weiß sogar noch, wie genau wir gegangen sind. Und dann da durchs Netz ein bisschen durch. Wir sind da rüber. Und daheim ist es leichter herfinden würde ich da schnappen. Würde ich jetzt mal nicht behaupten wollen? Wieso nicht? Schau, da ist der Hirsch wieder. Hoch in die Tasche. Ehrlich. Alter. Kann man den... Kann man den tasern? Kann man den tasern? Nee. Weißt du wie geil steht davon? Da fliegt auf einmal so... Sein Darm entleert sich einfach direkt. Waaah, Alter. Wenn man stirbt, dann der hat sich nochmal der Darm, sagt man, gell? Stimmt das? Das ist nur ein... Bei was? Was hast du gemeint? Wenn man stirbt, dann lernt man noch einmal seinen Darm. Ja, alles. Das ist ja voll ekelhaft. Scheißt man sich ein, so weisst das halt. Ich hab's ja doch gehört, dass... Okay nein, ich glaub das kann man nicht sagen. Okay. Dass du einen Spitz kriegst. Ne, das ist... Ja, ja. Ich glaube ich weisst das. Andere kennen sich da aus. Ja, 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 das stimmt ja. Wie starre ist das glaube ich jetzt real tot? Ja, ja. Muss man förmlich aus. Die Nerven nochmal an. Ich starre. Das ist der letzte. Der längste Spitz. So, wo ist jetzt die Hütten? Können wir das Thema hin? Das ist so unangenehme Stieble gewesen. Jetzt sehe ich auch... Rufzeichen vor mir. Ah ja, dann da musst du lang an. Da musst du hin. Folge dem Rufzeichen. Ich mein, was heißt vor mir? Aber ein bisschen um die Ecken. Naja, aber da ist es dann. Ist da oben oder? Ja, gehst nicht mal von nach. Da hin. Was ist? Nein. Da müssen wir noch einmal an dem... Da vorne ist jetzt irgend so ein See. Mhm. Und an dem müssen wir nochmal vorbei. Oben am See müsste es sein, hinten oder? Links weiter nach hinten. Nein, das ist schon noch ein bisschen weiter dahinter. Ja, ja, aber schon da in die Richtung. Weil ich bin so stolz, dass wir das haben. Jetzt können wir endlich Richtung Schaufel gehen. Und dann können wir endlich Katana holen, Alter. Das ist so sauwichtig. Und das einfach auch so gleichmaßengroß erhöhen. Da warst du, glaub ich, schon mal da, ne? Doch da links oben war es jetzt, oder? Ist nicht mehr weit, glaub ich. Wie können die so lange rennen? Das ist ja wohnenlos. Ausdauer. Ist ja keiner noch. Ich hab mein IC-Jar-Raum. Du musst immer wieder kurz anhalten und dann kannst du ein bisschen mehr Ausdauer haben. Einmal ein bisschen anhalten. Mein IC-Jar-Raum. Mein IC-Jar-Raum. Stille Treppe von 5M. Stille Treppe von 5M. Stille Treppe von 5M. Stille Treppe. Ja, du musst dann von oben musst du den runterschlitzen. Ne, wir können den mit feinen Bogen, glaub ich, runterfetzen. Da, da müsste es sein. An dem Berg da. Ah ja, da hängt er oben, ja. Und da musst du den runterschlitzen. Ich schieß da mal hin. Ja, weißt du, er sagt mir auch nicht, dass das so ist. Warte mal, ich hab ja auch. Ist er runtergefallen? Nein, das muss Andels selber machen. Warte mal, kann ich den oben runter oder kann ich den runterschießen? Ich weiß nicht. Ich geh hoch und tu ihn runter. Oder schieß ihn runter. Ich weiß nicht. Probier's. Okay, warte mal. Ich bin Munition. Ist jetzt schon langsam Nacht hier. Beides. Na, warte mal. Ich schieß ihn runter. Es geht beides, das weiß ich, glaub ich so. Wir haben oben die Bogen. Wir haben oben in der schwarzen Bogen. Ich glaub ich. Ah. Der C ist schon fast nicht mehr. Er weißt ja auch nichts. Warte, ich mach dir Licht. Okay. Ist er unten? Ja. Passt. Da soll jetzt ne Taschenlampe liegen. Ich glaub Willi ist schizophren. Yay, jetzt hab ich ne Taschenlampe. Passt. Stand oder das ne Taschenlampe, gell? Passt. Die hab ich schon. Oh, schau wer da ist. Ich hab dabei am Anfang. Ich geh immer schlafen. Äh, warum hast du keine Waffe mehr? Warte, hat, 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 hat. Hat wer ihr die Waffe weggenommen? Ich glaub Handler hat sie auch. Ah ne. Sie hat's jetzt. Ah, sie hat sie noch. Wie sie einfach Glock zieht. Ich glaub die mag uns nicht. Nein, da hinten müsste was sein. Die sieht was. Mal nach Hause bitte. Jemand von uns hat die mal getroffen, weil dann muss man etwas verkaufen. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Alles gut. Ey, geh mal bitte nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. Wir gehen jetzt. Ich seh gar nichts. Ich seh nur meinen großen Reizdarm, seh ich gerade. Oh mein Gott. Wo bist du grad hingeflogen? Wo gehst du hin? Alex, die hat nichts, ne? Nein, in der Nacht ist das echt freaky. Ich geh jetzt einfach gerade durch den schwarzen Wald. Das ist wie Slender grad irgendwie hab ich das Gefühl mit der Taschenlamplosion. Du hast den verbotenen Wald. Du weißt aber, wenn diese lange Kreatur auf einmal da kommt, die letztens da uns vergradet hat, dann muss wirklich nicht sein. Wie schlimm ist diese drei- oder vierbeinige Kreatur, die aussieht wie so eine Spinne. Von der hab ich gar keinen Bock. Wobei das sind Dämonen, da hab ich ja extra ein Kreuz für. Die Dämonen. Ich find das, was uns da letztens angreifen hat, ganz schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Wenn du das Katana hast, ist es easy. Stört gar nicht so. Gibt sich noch eine größere Version, wo so mehrere Körper aneinander so eine riesen, riesen binden? Keine Ahnung. Ich weiß nur dieses Spinnengedönster, diese Dämonen. Das war ja schon damals in the forest das stärkste Ding. Aber das hier Forest ist ja nicht von den gleichen. Das ist ja ein Fake, ja. Es fühlt sich nur so an. Das ist komplett ein anderes Spiel. Aber weißt du, dass er so lange gebraucht hat, dass er es gecheckt hat? Das ist heftig. Ich verstehe nicht, wie man das gerne auch nicht checken kann. Das ist der Ansatz. Das ist unglaublich, was da immer passiert. Aber wir sind zu Hause. Wie kann man seinen Reisebau so anbauen? We are home. Warte mal, dass die Toten, wer ihn dann gefunden hat. Ich weiß, wer ihn gefunden hat. Ich hab's mir schon erzählt, was passiert ist. Ja, Arsch. Dafür kann ich aber nichts. Dafür kann ich aber nichts. Das kannst du. Wer hat Blummi da? Ich kann dafür nichts. Ich wollte etwas Gutes tun. speichern und dann gehen wir schlaf eine runde aber die braucht noch dass die drucken die behauptung ist das bett hier ist oben jetzt das ist ein sack für sie uns oben hinten scherzig ist richtig durch gerade richtiger stehen ah mein kinn aber was ist denn los warum hallo Ah! Schlafen bitte. Ah, mein Doppelchen. Ja, wie lange müssen wir da jetzt noch? Okay, wo wird's? So, jetzt haben wir das mal speichern. Zack. Wie übersagt ihr zu meiner Dekoration bis jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Ich hab nix wo sie. Schaut's mal. Regale. Das Regal stört mich, weil der Gang so eng ist. Du kannst mir was dir was. Stimme woanders hin. Du nimmst jetzt nicht! Lass mich das wenigstens umdrehen und du das sofort wieder hecht. Das ist mindestens eine zweite Punkt. Ich hau dich. Ich hau dich. Ich hab so die Hau dich. Ich hab so die Hau dich. Ich will jetzt mal woanders hinstellen. Das mach ich. Okay. Das ist in meinen Augen. Du musst was trinken. Ey, Willi, komm, wir können uns hinsetzen einfach. Ja, ja. Scheiße, jetzt wird's hinkommen. Das ist auch schlechter. Scheiß auf den Ganzen. So, ich wollt ihr das Katana jetzt mal holen. Die Schaufel. Schatz, die Lampe an die ich da hingehängt hab. Das finde ich cool. Das ist voll schön, oder? Das ist richtig romantisch für euch, oder? Schatz einmal. Ich bin ja durch und durch romantiker. Ich bin ja durch und durch romantiker. Ja, 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 ja. Warte mal, ich muss jetzt mal was schabli, schabli. Jungs, Mädels, ich will echt nichts stören. Aber wie wäre es, wenn wir gemeinsam... Äh, ich müsste eigentlich dann aufhören, weil sonst... Ja, aber willst du jetzt nicht das Katana aufhören? Ja, ich bin ja grad... Ja, schon, aber das dauert jetzt noch und ich muss halt... Du weißt, was ich machen muss. Das kannst du später auch holen. Das ist nicht das Problem. Ja. Mit 10 Minuten, dann haben wir's. Los. Was trinken noch, was essen. Boah, ich brauche Vanilla, was... Ihr könnt schon mal gehen. Ich mach mal das Regal, ja? Mach schon was zu trinken. Ich hab so Durst. Schau ich so aus? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob ich so aus schon... Es wär auf jeden Fall sehr nett, weil ich hab echt... Wirklich Durst gerade. Irgendein Red Bull mäßiges Getränk, bitte. Ein Monster! Ach, krieg ich ein Monster aus? Das wär geil, wenn du ein Monster bringen würdest. Oh, ich hab keine Seile mehr. Das macht mich grad traurig. So. Sie ist ein Monster! Monster! Sie macht mir Angst, denn ich weiß, wie sie... Jetzt sind ein Joko, wie die... Jetzt mussten wir immer in der Schule singen, das Lied. Unsere Musik-Leary ist voll drauf gestanden, auf den Typen. Okay. Auf wen? Ja, auf diesen Kancha Kaldela, wie der heißt. Ich weiß nicht. Kancha. Kancha Kaldela. Kancha Kaldela, keine Ahnung. Dieser Kancha Kaldela da, der Typ. Kancha Kaldela, man kennt ihn. Nee, die ist voll auf den abgefahren, deshalb muss man das immer singen in der Schule. Und ich weiß den Text eh nicht mehr. Monster! Ey, hier ist kein Vogel mehr. Ich brauch Fadon unbedingt. Das ist bohlenlos. Darf man in der Schule überhaupt sowas? Weil das ist ja ein öffentlicher Ordner. Da müssen wir eigentlich GEMA zahlen für. Jetzt in Österreich hast du ja AKM oder wie heißt das? Okay. Ich mach ein Vogelhaus. Ja, perfekt. GEMA, oder? Was? Dann gehen wir los, Leute. Auf geht's. Von nichts kommt nichts. Ohne Fleiß kein Preis. Steck fest. Schandl, du kommst aber auch noch mit, gell? Anna, du kommst jetzt nicht mehr mit. Okay, Schandl ist leider weg. Butti kommt heute leider nicht mehr. Wie funktioniert dieses Vogelhaus? Obwohl wir den Stream heute eigentlich wegen Butti in diese Uhrzeit gemacht haben. Das ist so wohnenlos. Wohnenlose Frechheit. Ekelhaft, oder? Das lustige ist, Butti hat es vorgeschlagen, ob wir heute zusammen streamen. Das war Buttis Vorschlag und er kommt nicht. Das ist wie wenn du jemanden zum Geburtstag einlässt und du kommst zu deinem eigenen Geburtstag nicht. Das ist unglaublich. Du Andl, warum hab ich eigentlich dich da angerufen? So. Ciao. Ja. So, gib mir jetzt sie. Ich rufe nicht einer da. Los, woher. Waren wir da, ey, waren wir oben schon in der Höhle da? Gehen wir da geradeaus? Warte, ich schipp mal. Warum bin ich eigentlich so blöd, ja? Alter, der durchzieht. Bei mir sind Duckies. Monster. Monster. Wie macht man das heute? Ich weiß, wie sie tippt. Wir können weiter, ja. Das ist so realistisch, dass man hier hochfahren kann, ne? Das Ding hat halt einen Motor, würde ich sagen. Ich behaupte. So viel schneller als du, ist dein aufgelöst. Das Ding hat einen... Ah! Aua. Ja, das ist so ein bisschen... Bedürftig. Schau, da oben sind wir schon gleich. Wir sind echt da. Ich glaube, da waren wir schon in der Höhle, glaube ich. Wenn es mich nicht irrt, oder? Weiß nicht. Haben wir da schon? Da haben wir noch mal die Schaufler klickt. Ich habe keinen Blassen. Die Leute haben gesagt, das ist hier vorne irgendwo da, die Schaufler. Ich checke nochmal hier ab, was das für eine Höhle ist. Probiant und so habt ihr alle, oder? Ja, natürlich. Perfekt, Andi. Perfekt, Andi. Das ist genau das, was ich holen wollte. Ja, ja, woher suche ich noch? Kannst Bernd pflücken. Wenn du hier rumläufst, kannst du die reinfallen. Na, Bernd pflücker, Andi. Gucken, das ist einfach kein Gift, eh. Vollfristig. Wobei meine Idee ist... Naja, ich glaube, das ist das, wo eine Keycard ist. Glaub ich. Die Keycard ist beim 3D-Drucker. Oh, ne, da waren wir noch nicht. Was ist das hier? Ne, was ist denn das? Ist das mit der Keycard oder ohne? Weil hier, hier konnte man irgendwas noch aufheben. Ne, ne, Keycard... Also, ich weiß nicht, was hier drin ist. Ne, ich habe Steinschleuder da gefunden. Aber weißt du, was ich glaube, was das ist? Ich glaube, das ist jetzt die Schaufel. Wo du rüber musst du hin. Ja. Steinschleuder. Da musst du hin, da ist die Schaufel. Genau. Da sind wir ja nicht weiter gekommen. Handel! Handel, umschau. Ja, die kommen her! Das ist da, wo die Schaufel drin ist. Und die Schotker, eins und beiden. Let's go. Warte. Wuuuuh! Nein! Hilfe, ich bin runtergefallen! Nein, ich komme da nicht mehr raus! Ah doch, ich komme da raus, warte. Wie schaffe ich denn sowas? Die finden sich bewegend. Hier sind selbst so viele Gegner. Was hier drüben. Aber da brauchen wir jetzt das Gerät zum... Was machten wir? Da sind wir schon da. Da brauchen wir jetzt das Tauchgerät. Das ist jetzt wichtig. Da ist jetzt eine Gasflasche gewesen. Nehmt das mit dir. Ja, wo ist die? Hier. Ah ja, perfekt. Geil. So. Jungs, Mädels, alle mal den Tauchanzug anziehen. Es geht jetzt gleich runter in die Katakombe. In die Katakombe. In die Katakombe. Es geht jetzt unten. Es ist wichtig zu wissen, es ist sehr schwer für uns. Ah, super. Es ist echt schwer. Aber am besten hier rennen. Nicht fighten. Einfach rennen, Jungs. Das war jetzt schlimm. Nein, später müssen wir rennen. Wir müssen erstmal wo runter. Einfach nach. Dann kommen wir wo raus. Und dann müssen wir dort einfach nur rennen. Oh, das ist tief, ey. Und da runter, ja. Oh, ne. Steck fest. Die Katakombe. Einfach rennen, hast du gesagt. Egal, was ist einfach rennen. Wir rennen einfach durch und wir suchen's. Wir suchen die Schaufel und dann kommen wir dann wieder raus. Die ist sauwichtig. Jawohl. Stimmt, die Shotgun ist ja vergraben. Da brauchen wir die Schaufel für. So war das. So am besten ausziehen wieder. Die Sachen. Direkt, ne. Direkt rein. Ne, ausziehen erstmal. Dann bist du schneller. Oh mein Gott. Du kommst da gar nicht. Okay. Ich mach nur. Ja, die haben vieles gestackt. Oh mein Gott. Ich seh nix. Oh mein Gott. Ich hunsch da runter. Da, Dario. Was ist mit euch, Alter? Ich kann nichts sehen. Dario, ich hunsch da. Das ist echt nicht sicher. Oh mein Gott. Ist da viel drin. Ach du Kacke. Einfach rutschen. Einfach rutschen. Einfach ignorieren. Alter, ich hab grad nichts gesehen. Das ist wie ne Geisterbahn hier. Wiii. Bin bei euch gleich. Hallo. Ich bin's die Katrin. Okay. Alter war da oben viel los. Ich muss dir eine weghocken, weil die mir im Weg war. Ich muss dir eine weghocken, weil die mir im Weg war. Ist so. Ähm. Das ist so. Ne Taschenlampe brauchst du bitte. Jungs. Jungs. Passt. mitkommen. Und komplett ignorieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr müsst den Staff da auch nicht mitnehmen. Unbedingt. Ne. Ich brauch das. Das ist Medizin. Oh. Ich kann dir dann auch Medizin geben, wenn es sein muss. Aber glaub mir das Durchrennen hier in der Höhle ist viel besser. weil sonst fightest du dich da zu Tode, weil es sind echt viele. Ey. Dario kannst du mich gut gebacken haben. Oh. Wir müssen noch mal runter. Sorry. Ich hab das Gerät einfach automatisch angezogen. Jaja. Ich auch. Alles gut. Ah ja. Ich auch. Okay. So. Jetzt einfach weiter. Da vorne sind ganz viele Monster. Einfach rennen. Einfach rennen wieder. Da sind ganz viele. Einfach drüber springen. Einfach drüber springen. Und einfach ignorieren. Ich hab keine Energie mehr. Oh lord. Ich hab die Schaufel. Ich bin da. Wo ist die Schaufel? Da bei mir. Und da jetzt ganz einfach die Schaufel nehmen. Dann zurück rennen. Wo ist die? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Ah ja. Ich hab auch die Schaufel. Zurück. Zurück. Einfach zurück rennen. Oh mein Gott. Einfach zurück rennen. Einfach jurieren die Sachen. Geh, wie nila. Oh mein Gott. So hart geht das direkt half live einfach. Ja das ist der Vetter. Einfach zurück schwimmen. Wasser kommen die nicht hinterher. Kann ich mir gleich medis drücken. Warte ich will mir kurz medis drücken. Ruhe kurz. Warte kurz. Hier haben wir ganz kurz gute Zeit. Ok gut. Ich schau nur ob ich mich stehe. Warte kann nicht hab ich ein Side oder sowas. Warte ich mach nur schnell was aus Blättern. Ganz schnell kombiniere ich mir was. Aber kann ich mir was sagen. Ich hab da was. Wo der Bauarbeiter lag auf dem anderen Ende. Was war denn das? Da wirst du uns später rausfinden. Da gibt es noch ne. wo wir hin müssen. Jungs. Jungs ich bin mal weg. Jungs. Tschüss. Vergiss mein Monster bitte nicht. Mein Monster Monster. Achso. Das hat so ausschaut wie eine moderne unterirdische Basis. Der hat mal später sich neu herausfinden. Ja. Das ist nämlich. Also was ich. Wir haben hier schon ein Buch gefunden über Parallel Universum. Oh ok wir müssen da raus. Wir müssen da raus. Ganz wichtig raus da jetzt aber schnell. Ich wurde so geklatscht aber grad so geohrfeigt. Jaja einfach gehen. Einfach gehen ignorieren. Einfach raus. Einfach mir folgen. Einfach raus. Zurück. Einfach komplett ignorieren. Diese Viecher. Die tun auch nichts. Die beißen nur ein bisschen. Er tut nichts. Er beißt nur. Ich könnte eigentlich mal mein Kreuz anwenden gegen die Dinger. Aber ich mache es jetzt nicht. Oh ja doch. Eigentlich wurde so geklatscht. Direkt wieder raus. Und da müsste es. Irgendwo müsste es gleich so ein Viech kommen. Du hast keine Rüstung mehr da. Ich glaube du hast keine Rüstung mehr da. Aufpassen. Ich weiß. Ah. 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 Oh mein Gott. Da ist keine Energie mehr. Da. Da kommen wir raus. Ich hau eine Zeitbombe. Aufpassen. Zeitbombe. So. Ich schieb den Stein einfach weg. Willi. So. Und da gehen wir raus. Aber haben wir gut gemacht ne. Wir gehen jetzt schnell. Rein und raus. Ja klar. Wird rein und raus. Wir würden da drin fighten, wenn wir direkt down dauern. Alles für die Schaufel. Junge, alter. War severig ne. aber ich finde ich bin zum beispiel die finde ich zum beispiel einmal so schwer ich finde es relativ einfach da drin wenn du einfach jump and run machst also strespegel da drin war bei mir gerade schon sehr hoch ja wie ist die stressig die so etwas sonst du hast ja den 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 reiseführer hast du ja gebucht ja genau als du weißt du was nämlich war wie ich das spiel angefangen habe zu spielen habe ich probiert die alle niederzumachen bis ich bemerkt habe es bringt sich nichts jetzt es dauert halt zu lange es bringt man wohl als wir mal gut waren ging übelst gut auch das waren die ersten maps ja aber wenn du da drin in der da da ist echt schwer da geht es dann gar nicht mehr aus sieben uns mal aus gut gemacht jungs wir haben das was wir haben wollten das heißt wir können jetzt theoretisch die schrotflinte abholen die weiß ich auch wo die ist und wir können theoretisch die hatte wir gehen mal zum zweck mal zu unserem anwesen zurück darüber fahren ob ich sind habe ich den kaputt gemacht ja wir können halt wieder mit dem mit dem zipline den kümmer fahren glaube ich warte wenn wir da drüber gehen was die bleiben ist am plus entlang laufen ja genau zipline backbreaker geil das heißt wir haben die wichtigsten sachen haben wir schon für jetzt das ist so wichtig die schaufel zipline backbreaker einfach überleben das ist wichtig ach habe ich noch nicht das ist ein dorf schau ich habe jetzt ein aussichtsturm er weiß dass jetzt auch neu ist im multiplayer das haben sie gepatcht jetzt passt sich der multiplayer auf die spieleranzahl an das heißt je mehr spieler du hast desto mehr als npc spawnen jetzt auch was davor nicht der fall war der alpencoaster ja das ist ja kein problem der alpencoaster um nicht schneller als du an der alpencoaster so direkt speichern gehen ähnlich die schaufel dafür haben wir hart gehasselt leute und das nächste ist dann katana oder was heißt nächstes schrotflinte und dann katana oder nicht katana wichtiger ja was schrotflinte ist geil das können wir der dame in die hand drücken ich weiß mich gerade nicht auswendig wo es katana ist aber ich weiß wo wir graben können er kommt mit wir gehen mal auf weitere tour das ist gleich bei uns um die ecke eigentlich du willst bei den golf karts drüben oder schau wie er chillt da drin schau wie er chillt der macht einfach gar nichts für sich wie der king da also die schrotflinte müssen wir in keine höhle die ist irgendwo vergraben die ist vergraben ja da kommen leute dahinten ja einfach einfach folgen wir gehen jetzt rüber wir machen jetzt drüben dieses diesen punkt da glaube ich auf ist es der punkt da glaube ich glaube wir sind ja fünf mal an einem dran vorbeigelatscht wir gehen mal zu dem punkt runter ich schau mal was das ist das ist die höhle das ist ne höhle was ist dort das war die 3d drucker höhle ah stimmt 3d drucker die ist da unten ja für andere dann nicht schlecht für später aber jetzt gehen wir mal zu der rüber für die flasche noch genau die kriegen die flasche dann kannst du nämlich die pet flasche aus dem 3d drucker das letzte was ich mein jetzt am survival spiel irgendwo vorgestellt hat können da 3d drucker waren die 3d drucker ist übelst geil jetzt das game ist allgemein weird weil du bist so im wald mit so ein wohnen und plötzlich sieht der eine einfach so eine glocke und schießt einfach drei min oder so ist es halt aus einem 3d drucker geprintet ja andy wird gleich den plotz seines liebens erleben wenn wir da jetzt hin drehen da baue ich meine dirt hütte hin aus holz aus holz genau richtig das kann ich mal vorlesen kurzrechter hoden danke für einen euro wirklich vielen dank wir werden kitsch auf einem entspannten stream ja es kann sein dass die drei arme tante vor andy noch angst hat weil er neu dabei ist ach stimmt das kann sein weil andy neu ist dass sie ihn noch nicht kennt das kann sein deshalb ist sie jetzt weggerannt schau das ist ja auch schon wieder willy mit angst vor willy ja mädchen haben auch angst vor meinem willy ich weiß auch nicht warum wenn man so klein ist vor dem tss ey dann findest du ja putzig da musst du ja keine angst vor haben oder jetzt ist das falsch man kann ja angst haben vor dingen die man noch nie gesehen hat hahaha ja 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 gut auf mein sohn bin ich stolz über das er hat es auf dem legalen wege geschafft ja genau ja auto postet mit dem kartell und dann die stürmung danach häwas weißt das nicht mehr die kartinerin waren wir nicht davor haben wir dich mit kokain abgeschmiert komplett wir sind da ans anwesen ja genau dann habt ihr mich oben im schlafzimmer oben eingesperrt hab mit dem kartell unten verhandlungen gemacht dann hab ich auf twitter oder instabild摩 ich bin so stolz ach so das ja ok jetzt machen wir jetzt ja und dann die stürmung dann hast du ja unten noch ne Rede führt, dass eine deutsche Person ist. Das war so geil, die Stürmung. Ich bin so stolz, dass mein Sohn das ganze Kartell und sich verhandelt und die Stürmung. Aber ohne Witz, ich vermisse die Zeiten, als so eins mit Kartell noch gut war, wo das alles geil lief, aber da war das Kartell komplett anders aufgebaut. Da hatten wir auch einen anderen Boss und so weiter. Das war damals noch Mai 20. Wollen wir snacken gehen? Einfach ignorieren, einfach ein bisschen snacken, weil ich brauche Seile und die haben Seile. Die würden die Hütten nicht kaputt machen. Aua! Mein Gott, ich nehme nur Seil mit. Einfach Seil und so klauen brauche ich auch nicht mehr, damit ich mir eine Rüstung bauen kann. Schau wie nett die sind. Ich habe hier einen Tritt. Ah! Ihr und Rage, ich war's. Ja, ja, deshalb ist er umso lustiger. Machen wir den alles kaputt? Oh mein Gott, er holt seinen Freund. Iiiiih, schau mal, die wurden da irgendwie geknecht, ich guck dir das an. Urlauber. Ah, gut, gehen auf. Ah, nicht kaputt machen. Ah, der hat grad die alte, ne, ach. Kannst du sie wieder reviven? Schnelldurch, mal schnell. Ja, warte, lass sie schießen. Boah, wenn sie eine Schrotflinte hat, dann kannst du ihr eine Schrotflinte und eine Waffe geben. Das ist die richtig Monster. Hat die eigentlich dann unendlich Schüsse? Schau mal, ne? Die hat unendlich, ja. Schau mal, die haben da so einen anderen dahin gebunden, schau. Oh, ey, warte, den können wir ausknirchen eigentlich. Warte, warte, warte. Nicht kaputt machen hinten, nicht kaputt machen. Ich probiere. Der befreit sich einfach. Oh, scheiße, der befreit sich ja wirklich. Der befreit sich ja letztens. Den können wir gebrauchen, weißt du? Ich habe ihn mal mit der Schraube. Schau mal, wie ich ihn reingeschallert habe. André, pass auf, der ist sehr aggressiv. Aber dass sie den festgenommen haben. Oh, jetzt haben wir ihn. Warte, wir machen das alle zusammen, ja? Auf Sorbet, okay? Drei, zwei, eins, Sorbet. Ich will den Kurschrank schneiden. Ihr taucht hier. Das ist aber das ganze Dorf, warte, lass sie mal auch noch kaputt hier. Also kann ich nicht kaputt machen. Das ist eine Rüstung. Ja, weil ich wollte jetzt eh Medics nehmen, dann eine Rüstung mehr machen. Und jetzt habe ich endlich wieder Seile. Das hat gefehlt. Wo kann ich das looten? Was? Was? Aber wo kann ich da was looten? Äh, die Boxen, wenn du welche siehst. Hier liegen noch die Dings am Boden. Da, Seile sind wichtig, dass du dir zum Beispiel Rüstung bauen kannst. Das Ding ist, das Loot, das können alle einmal aufheben. So, also wenn wir das aus dem Rüstung nehmen. Und der rennt weg. Das ist aber nicht so viele Seile, wie ich mir gedacht habe. Ich dachte, der hat mehr Seile. Da sind ja gar nichts da. Ich guck mal ihn an. Da gehen wir jetzt hin. Da rennt einer weg. Ey, der ist übelst schnell. Da vorne ist nämlich die Stelle, wo wir hin müssen. Achso, wo ist es hier direkt? Da geht es. Da sind Golfcarts stehen dort. Da kannst du ausgraben. Jetzt haben wir die Schaufel. Da sind wir ja auch vorbeigegangen am Anfang. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch kurz FPS des Grounds. Aber mir geht es gerade. Manchmal kickt es irgendwie rein. Oh mein Gott, was ist jemand? Der letzte Spitz. SebaTV, was ist denn der letzte Spitz? Wir haben gerade vorbeigelaufen. Der letzte Spitz. Ich weiss nicht, was er mit meinen, der Seba. Aber vielen Dank, SebaTV. Wir haben da. Und Andl. Schreibt, hallo, kannst du bitte da ruhen? Und er mit Flachdach. Dick, Flachdach, du weiss. Es war das Haus mit dem Flachdach, Dick. Komm, du, das geht nicht. Ich kann doch nicht mein Haus wegkampfen. Das Haus. Wie anlehm ich dir das Haus einfach vor die Augen wegkaufen. Er wusste ganz genau, ob wir es das haben. So asozial, weißt du? So asozial. Schau mal, jetzt. Er hat es jetzt gehabt, Alter. Schau, das Haus. Ah, das stimmt dann immer mit. Können wir eigentlich zusammengraben? Geht das? Schauen wir mal. Achso, hier. Hier graben wir. Hier graben wir. Das Game hat die geilste Grabephysik, die ich jemals gesehen habe, by the way. Sieht gerade ultra cool aus, das auszugraben. Hätte das einen Schacht? Na, das ist der Gerg ist ein Schacht rund. Hätte das... Ah, warte, ich... Ah ja, ich muss da wirklich so graben. Ich dachte, ich kann an eine Stelle. Nein, nein. Oh, yes, 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 Maria. Wo kommst du denn du her? Yes, yes, no. Ich muss graben. Wo ist die Art da? Da sind mehrere. Warte, ich mach den fertig. Ich mach den... Ey, das ist übrigens geil, das da rauszugraben. Mach die los, grab mal. Ist noch einer? Das ist ein Schacht. Das ist ein richtig fettes Stock. Kann man da schon rein? Oh, wenn du gedrückt musst, dann... Weiter, weiter graben, Jungs. Ja, wir haben es gleich. Da ist noch eine Ecke oben rechts. Die musst du wegmachen. Vielleicht finde ich geil, dass wir gemeinsam graben können. Und wie er unterschiedlich gerät. So plötzlich drückt er mit dem Fuß rein und so. Wenn du so gedrückt hältst, irgendwie. Wir können rein. Ich mach auf. Oh. Wir machen es alle zusammen. Schau. Zwei Hände. Maintenance. Ey. Maintenance. Ich will das gemeinsam aufmachen. Kannst du mir das übersetzen? Ich schicke eine Auge. Passt, Schandler hat vergessen, mir was trinken zu bringen. Ich bin Endspit. Ich habe sie zweimal drauf hingewiesen. Ich sehe nichts. So. Hello, mein Freund. Hello, mein Freund. Hello, welcome. Wir sind hier. Oh, Stuff. Ui, guten Stuff. Energy. Warte, ich hau mal gleich mal Energy rein. Da kann ich die mitnehmen. Energy Drinks sind jetzt nicht mehr so OP wie früher. Die geben jetzt nur noch eines statt zwei. Warte, ich habe Rahmennudeln. Nein, da. Ich glaube, eigentlich muss da noch Wasser hinzufügen, oder? Ich glaube, wenn du die so isst, geben die gar nicht so viel irgendwie gefüllt. Was ist denn das für eine geile Bait? Ich glaube, Rahmennudeln kannst du auch kurz. Schau. Schau, der Saugroboter. Der ist so geil. Schau, der hat noch... Was hat der drauf? Warte, der hat irgendetwas drauf. Warte. Ich glaube, irgendeine Ballerina drauf. Wer hat denn das gebaut, bitte? Das ist eben die Frage. Ich bin ehrlich, ich weiß es bis jetzt auch noch nicht. Warte, ich trink mir mal Energy rein. Kannst du hier mitnehmen? Das war meine. Wo sitzt der Energy hin? Na egal. Ich habe ein Teil der Oberkirchen komplett. Weißt du was, Sanker? Dass das wirklich Menschen da gebaut haben. Und die dann da unten Mutanten getüchtet haben. Oh! Ich habe eine Platte collectet. Ja gut, das ist natürlich gehört das Menschen hier. Ja, ja klar. Aber die haben vielleicht Mutanten hier getüchtet. Weißt du, ich habe eine Platte collectet. Das ist so weird. Wie ist das bei der Oberkirche? Ich habe eine Karte. Ich habe von anderen, Bruder. Oh, Waffenaufsatz. Laservisier. Mitnehmen. Soll ich jetzt einen Schlitten machen? Nein, warte, hier. Andel für dich, warte. Habt ihr das mitgenommen? Das Laservisier, was da hinten ist? Ach, ich gucke kurz für Andel was. Andel da, ich rück dir was. Guck, wo ist hier raus? Boah, die Musik geht mir auf den Sack. Ich kann speichern. Ich hoffe, Schaden dazwischen gespeichert. Das kannst du gleich rausnehmen. Dann kannst du was auffüllen aus der Trinkflasche. Sam Sound. Ach, hier kann man speichern. Ey, ich penne nur noch hier unten. Ey, da kannst du einen Anzug. Da gibt es einen richtig schnittenden Anzug da hinten. Ich habe meinen Dienst vergessen, mein Trinken. Wer hat Muck gemacht? Wie die kommt rein mit seiner Frische trinken. Ey, Jungs, wie sehe ich aus? Habe ich jetzt einen Anzug an bei euch? Ja, warte, warte. Geil. Weil wir fresh sein, wussten der, ganz recht. Weil du eh die Musik kannst du laufen lassen. Die ist copyright free. Wie sehe ich aus? Warte mal. Sehr frisch. Alter, jetzt müssen wir alle Anzug tragen. Die lieben Anzug. Die Anzugträger. Anzugträger-Gesellschaft. Ey, lass doch hier die Base einfach haben. Guck mal, das Bett am King Size. Hier bist du sicher, ja. Aua, warum schniffst du mich? Danke. Der Staubsauger. Warte, ich brauche... Ach, weißt du, was ich noch machen will. Oh, ich habe die Keycard gefunden. Da ist die Keycard. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass hier die Keycard ist. Von Karl Plater. Da steht der Name drauf. Warte, habt ihr schon was am Printen? Ja, ne? Ich habe die Flasche gedruckt, wenn ich... Ja, weil ich würde mir gerne... Schlitten würde ich mir gerne drucken. Okay, ich hole mir das Cashmark raus und dann kannst du den Schlitten drucken. Musst eher aufhören. Wie viel kostet der? Sau viel, 1000. Warte, lass mich rein. So, jetzt. Reicht nicht. Warte, Schlitten. Jetzt. Klar reicht das. Jetzt. Wie viel ist bei dir drinne? Bei mir steht 999. 1000 irgendwas stand gerade. Okay. Uuuuh. Da gibt es irgendwas, das ist so eine Russenmucke. Buschgerbass, Buschgerbass, Buschgerbass. Aber leider kommt die gerade nicht. Ich kann schon gar nicht noch Fleisch kriegen. Schlitten ist geil, da können wir dann richtig geil Schlitten fahren gehen später. Was für ehrlich? Ich brauche mal für jeden den Schlitten. Also ich habe noch ein bisschen Tinte rein. Nein, ich habe nur 69 Tinte. Und den wir dann wieder reinballern. Ili, hau mal eine Tinte rein. Ja, warte mal. Gucken, wie viel wir noch zusammen kriegen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich habe noch mal reingeschaut. Das sind 199. Da kannst du mal... Na. Reicht nicht. Da kannst... Äh... Pfeile kannst du machen. Ich habe einen Bogen. Ach komm, ich mache Pfeile. Stimme welche her? Fünf Stück. Geht mal einen Bogen her. Selber Bogen. Oder... Äh... Es gibt dieses... Dieses... Schützengewehr. Das müssen wir suchen. Aber jetzt, wo wir... Ich habe auch Steinschleuder vorher gefunden. So, wo wir die Keycard und so haben... Können wir überall hin... Die Pfeile... Die Pfeile kannst du nicht benutzen. Ja, die kannst du nur benutzen fürs andere Zeug. Genau. Aber ich... Sprinze mir schon mal. Was soll gehen? So... Ich finde die Einrichtung, die Wohnung geil, aber ich... Ich muss das Klickern, wenn ich dann in so einem Bunker und dann... Kann ich... Notstromaggregat. Gehen wir mal weiter einen Schritt, oder? Will noch jemand mitnehmen? Ein paar Pfeile, oder? Weil... Einmal kann man noch trocken, glaube ich. Ist eine Feuerachst. Die du benutzen kannst. Ah, stimmt. Die Feuerachst. Geil. Die können wir ja... Die ist nämlich richtig geil. Die nehmen wir mit. Die macht safe übles Damage, oder? Da im Schrank, hier. Ist die ja hier. Ja, gut. Dann nehmen wir das auch. Das war's. Dann können wir mal wieder raus. So. Ich hab nochmal Druckerharz gefunden. Ich auch. Vielleicht kann man noch einen Schlitten machen. Naja, 245. Ich seh's halt nicht. Bei mir sind 140. Hat Annel schon eine Trinkflasche? Ja. Hab ich. Beleg's. Ich hab den auch zugraben. Beleg's, sonst ist uns vielleicht... Techmash geht sich nicht aus, ne? Döcke, Seil und Klebeband vom Boden. Was geht's nicht aus? Ich glaub, das Techmash geht sich genau um einen Milliliter nicht aus. Aber ich schau mal. Vielleicht geht's doch irgendwie. Ah, geht doch. Geil. Dann haben wir wenigstens alles verbraucht. Ja, wir haben jetzt weiß ich die Schrotflinte gefunden, aber... Na, die Schrotflinte müssen wir irgendwo ausgraben. Ah, okay. Die ist in einem Grab drin, glaub ich. Da muss... Ich weiß sogar, wo die liegt. Da können wir hinten holen. Wo wir vorbei gerannt sind, wo dieser Schrei war. Wo wir etwa drei... Da wirst du dann ziemlich zusammengestaucht, ne? Also... Ich glaub nur, dass jetzt bald Nacht ist, ne? Ja, ist egal. Wir müssen eh wieder in die andere Richtung, glaub ich. Kurz blind. Ah, meine Augen. Die Anzugträger ist so fresh. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in... Wir müssen uns erhöhen. Dann haben wir das auch gemacht. Das vorne... Wir müssen in die Richtung. Einfach mir nachgehen. Wir machen das. Wir holen jetzt die Schrotflinte. Wir müssen einfach da geradeaus in die Richtung. Easy, oder? Halt's bei Nacht, oder was? Du, selbst wenn's Nacht wird, ich kann ein Zelt aufbauen für uns. Dann können wir da schlafen. In der Höhle. Ah. Die Höhle ist ja dunkel, nämlich. Das ist nur ausgraben. Das wär irgendwie mir etwas zu einfach, oder? Das ist zu einfach. Naja, du musst dir denken, wie kommst du an einen Spaten? Und das Ganze. Ja, das ist es ja. Aber du musst sie nur ausgraben, die Schrotflinte. Okay. Die Muni? Die hast du schon. Die findest du überall. Also wir sollten schon Schrotflinten-Munni eigentlich haben. So viel, die schon gefahren sind. Das ist ja geil, wenn wir die Schrot da alten geben können. Das wird ja unendlich, Muni. Ihhh, da ist so ein Dings. Guck mal. Warte, ich packe jetzt mal dieses Kreuz aus. Schau, ob das funktioniert beim Limon. Hör mal. Limon! Da ist ein Blindfisch und ein Dämon. Schau. Oh, geil. Funktioniert's? Das ist nur attackiert von hinten. Ist das wirklich ein Dämon? Ich glaube, das ist gar kein Dämon. Oder? Ist das ein Dämon? Ich glaube, das ist kein Dämon. Ich dachte, das wäre ein Dämon gewesen. Von Arsch. Die machen das selber kaputt. Guck mal. Okay, ciao. Let's go. Ja, ich würde ja gerne looten. Um das geht es mir gerade. Wir sind ja dran vorbeigermd nun. Wir sind sogar dran... Nein, wo müssen wir hin? Daher. Warte, ich wollte hier nur looten gehen. Es ist Duff, gewisse. So, passt, wir gehen weiter. Einfach mir nachgehen, bitte. Müssen wir nicht hier links zu diesem... Ich dachte, das wäre ein Dämon gewesen. Nicht nur halten, was soll ich denn dann machen? Ich habe doch auch Links-Click gedrückt. Das hat aber nicht funktioniert. Ich habe auf ihn geaimt und Links-Click gedrückt, dass ich es hinhalte. Also hin... hin... Dings, ne? Auf ihn auf. Auch im IC-Chat muss dann so... Spire die Sankt, die Dome in die Barthe. Ich muss irgendwas dann... Ich muss den Exorzismus machen, weil... Oh, oh. Was denn? Egal. Da hinter uns war gerade ein übelst hässliches Finns. Übelst schnell gerannt. Ja, vielleicht dieses Spinnvieh. Ne, ne, war rot irgendwie. Und mit Rüstung. Das war der Willi. Der Herr Wunga war das. Der Willi-Monker. Willi. Aus dem Urlaubs-Sonnenbrand. Ich gehört jetzt irgendwas neben uns. Ich auch. Egal, wir gehen weiter. Hier ist ne Quiste. Jawohl. Seil. Rot brauche ich auch. Geil. Ist nix. Ich glaube, wir sollten uns mal ein Lager irgendwo aufstellen dabei. Jo. Pass auf, wir stellen uns hier ein Lager auf, schnell. Gehen wir bei Dark dann weiter. So. Ja. Mit der jetzt nicht drauf gehen. Ich hole da einen Stock. Oh, da ist ein Viech bei uns. Das müssen wir mal umbringen. Ne, ich penne jetzt. Geht nicht, wenn das in der Nähe ist. Geht ja nicht. Ich tue mal Zwischenspeichern. Ja, geht doch. Was ist das Problem? Geht's? Probier mal. Alter. Ja, also komm, lass den kurz weg. So, jetzt aber. Geh mal schlafen. Geht doch. Holy shit. Hört ihr das? Ne. Ach okay, zum Glück. Probier einfach. Ich hoffe, dass es klappt. Es geht nicht. Oh mein Gott, ist irgendwas passiert? Nein, es ist irgendwas im Wald, dass wir nicht schlafen können. Probier mal nochmal. Hey, nochmal. Ich höre gerade nix. Ah ja. Geil. Kann ich ja Zwischenspeichern. Dann baue ich das wieder ab. Habt ihr alle gespeichert? Du bist hungrig. Ja. Du bist durstig. Passt. Dann ess ich halt ne Konservendose. Dann hab ich auch noch ein bisschen Proviant dabei. Also bisschen ist gut. Mhhh. Ausgiebiges Meal. Ein Happy Meal dabei. Ah, im Essen brauche ich dich noch. Hat jemand nen kleinen, ich glaube zum Essen? Ist denn Essen? Ja. Da kommt jemand. Hinter uns ist da jemand. Schau. Willi, halt auf. Warte komm her, ich geb dir Essen. Alter, die Feuerachse ist stark. Ich geb dir Essen, warte. Ja, warte erst ab, bis du dein Dings hast. Ich geb dir Müsli-Riegel und brauchst du... So, ich geb dir mal zwei. Danke. Dann ess ich auch nochmal Müsli-Riegel. Wobei ich glaub, die geben gar nicht mehr so viel Energy, oder? Ja. Oh, die geben ja sau wenig nur noch. Warte, ich kann dir noch ein Müsli-Riegel geben. Ich hab zwei Stück Fleisch, aber die sind roh. Die kannst du essen roh, ist kein Problem. Die dürfen nur nicht verrottet sein. Achso. Warte, dann zerhackele ich mit denen, dann ess ich denen auch schon roh. Essen kommt zu uns. Die geben einfach nicht zu viel roh, ne? Also extrem wenig. Ja, also bei Fisch ist gleich. Nur Fischroh ist das gleich, circa. Der Dings ist ja wie Sushi. Boah, Sushi ist was geiles eigentlich. Sushi, den krieg ich gleich Hunger drauf. Sushi? Mhm. Sushi ist lecker. Aber du magst nichts. Nein, ich mag Sushi wirklich dran. Die einzige Person, die ich kenne, die Sushi mag, ist meine Familie. So meine Mutter und so und meine Schwester. Und sonst nur, ähm, Mutti. Sushi. Also ich mag's auch nicht. Ja, ich find Sushi geil. Das kann auch sein. Oh nein, mein Handy bugte mir fest. Kriegen das wieder weg. Wenn das hinbekommen jetzt. Oh nein. Das ist doch bei mir die Ochs. Boah, da oben. Ja, ich bin, ich bin verbuggt, Alter. Ich bin richtig heavy verbuggt. Warte. Warte, ich kann grad nichts machen, Jungs. Ich kann nichts tun. Ich bin grad komplett festgepackt in der Animation da drin. Ah, warte. Ja, dann, äh. Kann ich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie kann ich das aufheben? Warte, kann mich sonst mal wer... Ah, ich kann mich ja auch nicht. Ich muss mich kurz Savegame laden von unten. Ich kann dich kurz auf den Boden hauen. Ich kann dich kurz auf den Boden hauen. Nee, ich hab ja, ich hab ja Rüstung dabei. Ich kann die ja nicht aus, ich kann grad nichts machen. Ja. Äh, ich lad's noch schnell Savegame, okay? Habt ihr alle gesaved vorhin? An dem Spot? Ja. Vielleicht schnell Savegame. Willi, du bist gleich wahrscheinlich nicht mehr Willi. Finde ich sad. Ja, jetzt bin ich auch traurig. Willi ist nicht mehr Willi. So, hausten. Weiterspiel. Das hat so gescheppert. Vielleicht haben wir Glück und ich bitte auch zum Willi. Ich lade euch ein. Das wär übelst lock, ja. Ich sag, ob ihr beitreten könnt oder nicht. Ja, geht. Das war auch ein komischer Bug. Auf einmal, das alles hängt fest. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hab alles gedrückt, was ging bei einer Macht. Das hatte ich am Feuer. Genau das ging gar nichts mehr. Und ich war so stuck in der Luft. Das war... Das Game ist halt noch in der Early Access. Jo, sag mal. Crit massieren wir nichts, ne. Utilisieren wir einfach mal. Noch habe ich keine Einladung. Jetzt? Jetzt. Weiterspielen. Das ist ein Start. Ja, passiert. Gott sei Dank kam mir gesaved davor. Zum Glück. Er ist natürlich verloren. Nee, gar nichts. Wir sind ja nur weitergegangen. Ganz kurz. Vergessen. Müssen wir noch wieder. Ich hab eine Frage. Ist Schandl weg? Ja, Schandl muss Video schneiden. Festangestellte. Das ist halt, ja. Seit dem neuen Grafiktreiber hat ähm... Premiere. Seht sogar in Premiere, dass der neue Grafiktreiber von NVIDIA schmutz ist und so abstürzen führt. Passiert manchmal, ja. Das macht Bock. Nein, bei mir war das immer abgestürzt. Das war untergeil. Das macht Bock. Das ist richtig geil. Du musst Lust aufs Arbeiten, ne. Das ist richtig schmiert ab. Das speichert. Das ist richtig cool. Ja. Jetzt sind wir an der Umschreibung. Gagendruck. So. Kurt ist jetzt ein Schwarzer. Was bin ich? Ey, du aber auch? Du siehst doch sowas süß aus. Oh, hallo. Süß. Du auch. Schaut jetzt voll aus. Weißt du, wie du jetzt aussiehst? So wie so ein... So wie aus einem guten Film. Kennst du den Film The Butler oder wie der... Okay, wir sind... Wir sind ein Asiate und zwei Schwarze. Gott. Ja, nein. Er ist der richtige... Er ist der Mocker. Weißt du, was das Problem ist? Wir brauchen unbedingt, äh, noch ein... Weiß immer noch ein Opa. Wir brauchen unbedingt noch einen komplett weißen. Dann sind wir perfekt. Dann sind wir die, die, äh, Anti-Racist Group. Best Friends. Dann sind wir die... Die Vollkommenen sind wir dann. Ganz ehrlich, weißt du, was ich irgendwie dumm finde, wenn du sagst, äh, Afroamerikaner ist nämlich eigentlich falsch. Weil du bist ja nicht Afroamerikaner, nur weil du gleich eine andere Hautfarbe hast. Ist eigentlich voll... Ist einfach voll dumm. Da fällt mir grad so ein. Da oben kann man looten. Oh, da geht schon wieder so. Was ist, was... Was ist, wenn du komplett in Afrika geboren bist, so? Oh mein Gott! Ein Geist mit... In Amerika bist du? Bist du noch Afroamerikaner? Das muss keinen Sinn. Alter Adler, pass auf, der scheppert. Oh, da sind wieder Leute zum Umbringen. Ja. Ja. Da hinten kommt einer, der hat eine Jacke an. Hey, wir können den ausnehmen. Wir können den ausnehmen. Oha. Ich hab ihn instant geköpft. Das ist so... Serio? Ja. Ey, aber irgendwie, wir sind so eine Mischung... Wir sehen auch... So ein bisschen... Wegen Ägypta auch schon ein bisschen sind wir aus. Also andere. Anderen sieht aus wie ein bisschen Ägypter. Anderen Pyramiden bauen. Die Achse ist so OP. Die Achse ist so OP. Direkt den Arm ab. Die geht richtig rein. Direkt geköpft. Mit einem Schlag und die gedrückt hältst. Direkt auf Kopf. Kopfst direkt ab. So bodenlos. Oh, Munition. So, die letzte Hütten da noch kaputt machen. Ja, Hüttengau die haben wir da. So. Und den hier, wartet schaut mal her, den jetzt zusammen machen. Oh, da kommt was hinter euch, aufpassen. Ja, direkt Hand weg. So passt. So, in 3, 2, 1, zack. Ja, Brutti kommt halt leider nicht. Wir sind auch scheiße heute nicht dabei. Ist doch cool gewesen. Geil. Der Inder von Tinder. Stimmt, es fehlt noch ein Inder. Wo ist denn der Inder von Tinder? Aber andere können doch Inder sein eigentlich, ne? Wollen wir noch einen Deutschen mit Lederhosen? Warum gibt es in Spielen keine Deutschen mit Lederhosen? Wo ist das denn das? Ah, die sammeln hier Blut. Schau mal. Die sammeln Blut hier. Das ist der Haufen. Oh, da kommt grad ein Tank an uns zu. Achtung. Hier noch nicht. Oh, der tut sich verteidigen, der Dude. Das ist ganz schlimm. Ich hab mich so in die Fresse gekommen. Drauf. Oh. Der ist nämlich richtig Tank ist der. So. Guck mal, der ist Full. Der ist auch Full Body. Da ist ja noch was dahinten. Oh, da sind ja paar Familienmitglieder. Ah! Alle direkt Hand weg. Ja. Schon tot. Jetzt noch eine. So, jetzt sollten wir uns aber konzentrieren auf das, wo wir eigentlich hin wollen, ne? Hast du den Katana schon überlegt? Nein. Die müssen wir zusammensuchen. Mit was kämpfst du da dann die ganze Zeit? Ähm. Machete. Ach so, du hast doch keine Machete. Stimmt. Der andere hat ja keine Machete. Deshalb ist er so. Ach gut. Machete ist auch geil zum Kämpfen. Aber dafür hab ich jetzt die Axt. Die ist geil. Aber ganz ehrlich, wenn du die Katana hast, da brauchst du keine Machete mehr. Das ist dann gegenfällig. Ist dir wurscht. Ja gut, aber diese Axt da, die ist jetzt auch mit die daugt, ne? Ja, aber die dauert. Es dauert halt so lange, wenn du jemanden schnellen hast, bringt's dir nicht viel. Ja, ja. Auf geht's zum Punkt. Das war schon was. Der andere macht wahrscheinlich gleich viel Damage schon schneller. Was ist dieser Punkt da vorne? Ich weiß das gerade gar nicht. Hier. Keine Ahnung. Sehen wir jetzt. Auch eine Ausgrabung. Oh, weil vielleicht ist auch ein Printer drin. Ist ja überall Printer verstreut auf der ganzen Karte. Müsst gleich. Auch ein Spaßvogel der Butti. Erst sagen er kommt, dann doch nicht. Ja. Ja, aber für Butti ist das lustige, Butti hat ja das heute ausgemacht um die Uhrzeit. Er hat das ja vorgeschlagen. Jetzt haben wir nicht über die Uhrzeit, aber den Tag hat er ausgesucht. Da haben wir gesagt, ja geil, wir machen mit. Ja. Dann so, ja, ladles, ich kann doch nicht. Wo ist denn das? Ne, da ist ein Bauarbeiter. Geh mal rein, oder? Ja. Ja, geh mal rein. Also ich stell da schnell ein Zelt auf, das wir hier speichern zwischendurch, ne? Ja, gute Idee. Dass wir jetzt da irgendwie wieder ein Problem kriegen. Achtung, ober uns. Willi, hack ihn ab. Oh, tschüss. So, warte, ich muss nicht pennen. Na, pennen müssen wir nicht pennen. Äh, nicht pennen, nur speichern. Oh, ich ess das mal. Warte, ich brauch auch was zum ersten. Habt ihr gespeichert? Warte mal. Oh, er hat ne Pflanze in den. Warte, hat er nicht irgendwann ne Keycard? Ne. Oh, um drei geht's da. Ich weiß nicht mal, wo's da jetzt hingeht, ne? Ich hab keinen Plan mehr. Lass mich ja mal nur kurz essen. Philipp, Cola, danke für'n Euro und Hensch, danke fürs CP werden. Vielen, vielen Dank nochmal. Warte mal, ich muss kurz suchen, wo die Gebeine sind. Oh, wir stacken. Ich glaube, hier geht's tatsächlich nur runter in das Dingsbums. Ja, da geht's nur runter, oder? Da hinten die Beine hin, die ich aufgesammelt hab. Die sind jetzt draußen an, du. Ah. Willi. Tatsächlich, da ist Luke. Ich weiß nicht, ob da schon das Katana drin ist. Ich hab keinen Plan. Wir probieren's mal. Wir werden's sehen. Seid ihr ready? Da ist nochmal ne Luke. Ja, ja sag ich doch. Luke aufmachen. Ah, ich weiß, wo wir hinkommen. Ich weiß, wo wir hinkommen. Ich weiß, wo wir hinkommen. Ich weiß es. Das ist, da ist nicht das Katana, glaube ich, das ist was anderes. Ich geh einfach auf die runter. Da gibt's, da gibt's erstmal ganz viel Stuff zu mitnehmen. Gehirnstück collected. Perfekt. Warst du da schon mal? Ich war da noch nicht. Ich war im Singleplayer, war ich hier schon mal. Da kannst du den Bogen aufsammeln, glaub ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ey, gibt's übelst viel Essen. Echt? Aber nimm die ganzen Sachen mit, die da rumliegen. Das ist wichtig. Geil, endlich, ja, Essen. Ey, hier sind die Regale voll mitleid. Ach, da hat mich mein Chat übelst verarscht hier drin. Ey, ich hab ne Keycard, ich kann die aufmachen. Ja, mach mal auf. Ich kann wirklich aufmachen. Warte mal, wollen wir das mal erst... Oh, schau mal. Wir bauen's ja an, ne? Guck. Beeren zum Essen. Ey, das sind die, die sie oben. Guck mal, das wird safe generiert für uns. Weißt du, wie ich mein? Diese Insel wird safe gemacht, so. Für uns. Glaubst du so, äh, Simulation oder was? Hm, so game-mäßig. Das Baby da ist weg. Oh, da ist dieser Bogen. Da ist der Bogen. Wirklich? Ja. Der liegt da. Oh mein Gott. Das ist den, den Andel im Thumbnail hat. Ne, das ist der. Ja, ich wollt grad sagen. Ne Armbrust, ne? Genau. Und ich hab schon Pfeile dafür, der wird ja direkt benutzt. Ich glaub, da kommen auch Viecher auf uns zu, ne? Ja, da hinten, oder? Ne. Mir kam, bevor ich das im Singleplayer gespielt hab, kam da so ein Viech auf mich zu. Ah, schau. Da gibt's ganz viele Pfeile. Ich hab einen Platz für Pfeile, Lul. Da wird viel. Ich hab da grad die ganzen Pfeile. Wo sind diese kleinen Viecher, dass ich die mal anhitten kann damit? Ja, da ist. Aber weißt du was? Ich hau einen Laserpointer drauf. Das mach ich jetzt. Gibt's das? Ja, ja. Ich hab ja Laserpointer mitgenommen. Stimmt, wir haben ja da was aufgesammelt noch. Laservisier? Kann ich das kombinieren? Ja, geil. Bring die hier weg. Kombinieren. Da sind überall Pfeile, ne? Ey, wie nice ist das denn? Kann ich das einfach so schießen dann? Okay, Laservisier bringt sich nicht viel. Seh ich grad. Nee, das bringt sich exakt gar nix auf dem Teil. Du musst anvisieren, dass das funktioniert. Ey, es sind übelst viele Cases hier hinten. Es sind übelst viele Pfeile. Oh, oh. Oh, oh. Ah, schau, wer da ist. Das war. Oh, alter. Und weg. Stell, dass das Ding kaputt ging. Ja, ich glaub mit dem... Ey, wollen wir das zusammen aufschneiden? Ja, ne? Okay. Drei. Zwei. Eins. Eins. Und Schnitt. Und Yala. Heißer. Cool, danke für das Sipp werden. Vielen verdammt. Mh, der schmeckt. Hast du gerade frische Web geholt? Anscheinend ja. Vielen Dank fürs frische Web holen. Hier ist noch ne Kiste. Ich kack ab. Hier liegt so viel. Oh ja, lass mich mal gucken. Hier gibt's so viel. Oh, geilen Stuff gibt's hier. Mh. Oh, hier ja auch noch. Geil. Tinte. Wir haben hier drüben auch noch nicht voll gelootet, ne? Aber da geht's noch weiter. Ja, aber gehen wir eh noch zurück nachher. Wieder nehme ich an. Warte, warte. Da hinten? Da? Am Anfang ging's ja noch einmal links rüber. Ah ne, da ist nix. Da hab ich geschaut. Da war nix. Da hab ich schon alles durch. Sicher? Ja, ja. Sicher. Hundertprozentig. Ich hab da geguckt. Da lag nichts. Nothing. Wobei... Ach komm. Lass mich mal schauen, bevor ich euch jetzt... Alles verdammt was gucken. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches gesagt hab. Ja, ja. Hast schon recht. Lieber doppelt schauen. Wenn man da vorne ist, kann ich nicht rechts gehen. Mir kommt vor. Da warte. Aua! Da ist einer. Und dann treffen tue ich auch nicht. Drecksvieh. Weil hier in dem Raum siehst du, hier liegt doch nochmal Pfeile en masse einfach. Ne, aber da liegt nix. Sag ich doch. Da ist nix. Ah doch! Warte. Speckstückchen und Steakstückchen lagen da. Aber mehr nicht. Warte mal, wo sind die ganzen Pfeile? Hier, vier liegen noch. Hier. Komm, hier. Direkt auf dem Zettel oder so. Steht da drauf. Kannst nicht lesen. Ich bin halt schon voll mit Pfeilen. Ist das Problem. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, hier wird noch nicht alles gelootet. Ah, tatsächlich schon. Das ess ich gleich mal. Warte. Die werden wir gleich gleich wieder eben verschallen. Kann man eigentlich auch in Scope reingucken oder? Alter ist da viel essen. Na, na. Oh, warte. Das hab ich auch nicht mitgenommen. Das sind noch Knusperrüge und so. Ganz schön Stuff. Die ganze Regale sind voll. Mr. Undustig. Danke für den Euro. Welche Sprache spricht man in der Sauna? Schwitzerdeutsch. Der ist schon so alt, Alter. Bist du denn? Der ist richtig schlecht. Mario. Statement? Ja, der habe ich, höre ich nicht das erste Mal. Der ist auch nicht nur, nicht nur schlecht, der ist halt richtig schlecht. Der kam von schlechten Eltern. Der ist noch mehr Pfeile, ist auch normal. Das sind ja viel zu viele Pfeile. Okay, da weiß ich nicht mehr, was da los ist. Ah, da müssen wir schwimmen. Warst du hier schon? Ich war, im Singleplayer war ich ja schon mal, aber ich... Ich kenne mich nicht mehr ganz genau aus, was hier alles ist. Für zu lange her. Fünf Tage, eine Woche oder so. Ich kenne mich schon, dass wir hier diese Wisch gecreate haben. Und alles, was Vegetation angeht. Das waren einfach die Devs. Ach, Admin. Admin, äh, Haus hier drin, ne? Wo wir gerade sind. Admin und Duden. Recht Haus, yes. Da kommt jetzt aber eh nix auf mich zu, ne? Ich kann auch nicht aufbrechen. Hi! Das wäre so wild. Ne, ich glaube nicht. Aber ich... Ich kann mich halt... Lädt mich daran erinnern, ob hier was passiert. Da vorne ist eine Keycard. Ah, die müssen... Ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Stimmt. Du musst die Keycard holen. Ist da drin. Ich glaube, ihr müsst jetzt noch mal hier. Wenn wir das Tor vorne aufkriegen. Hier liegt da nichts, ne? Das ist... Ich glaube, im Wasser findest du eh nix. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Drinking... Genau, da ist die Keycard. WP-Schlüssel collected. Gut. Wir haben das collected. Das passt. Sonst ist da eh nix mehr zu finden, oder? Da liegt noch irgendwo was rum. Kann man es nicht. Ne. Ich glaube, ich habe alles. Weil da geht... Ah, hier liegt noch was. Flintengeschoss. Eigentlich suchen wir... Suchen wir nicht eigentlich diese VIPs. Diese drei Stück, der da auch auf dem Bild drauf ist da. Ja, weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Weißt du, wer der eine VIP ist? Das ist die dreiarmige und dreifüßige. Das ist die. Auf meinem Bild. Ähm... Siehst du das da oben grad? Die haben sich ja alle verwandelt, ne? Guck mal. Ja, was? Die verwandeln sich? Ja, guck jetzt. Das sind Menschen. Das sind Menschen? Guck jetzt. Das sind Menschen, die dort rumstehen. Guck jetzt. Achtung. Alter. Warte. Und das ist in dieser Facility hier. Alter, du hast recht. Das sind Menschen, die sich verwandeln. Vielleicht haben die ein Virus züchtet hier. Warte! Du, das krasse ist, ich weiß noch immer nicht genau, was in der Story los ist, ne? Ich hab keinen Plan. Ich hatte die Story schon gespielt, aber ich weiß halt noch immer nicht, was die Story dahinter ist. Oh, geile Musik. Ever, 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 man. Komm schon. Hier war das. Guck mal, hier waren die Aufnahmen entstanden. Das heißt, hier wird es überste Sache gehen. Ja. Safe gleich. Und ich glaube, das ist das, wo Andel das X10 hat von außen, ne? War das nicht das? Oh, da kommt was rein. Ihhh. Okay, das kenn ich nicht aus dem Singleplayer. Oh, hier ist Bossfight, glaub ich. Ich glaub, das kam neu dazu. Und ich wollte den Zettel nicht auflegen. Die Musik dazu. Ah, die, die springen. Ich hab halbes Leben verloren mit Einschlafen. Die Muckkittik ist zu beruhigend. Ich hab Einschlafen. Ich muss hier, 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 ich muss hier. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. constructive Day isch. Ich kann mich nicht schicken, wenn ich die esse. Ahhhh. Mal. Das geht das ja gar niest. sst. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w.w-w! W-w-w-w-w-w-w-w! alter sie sind ja oder sind mutanten alter ist der stark holy shit ich habe ein ganzes leben gerade verloren mit panzerung alter labernis das ist wirklich dauerling der auch nie so einen starken mob gesehen ne kann nicht sein dass die nicht down geht was ist denn los mit der alten ja ich muss medic nehmen alter ich bin komplett und ever ever ist sie tot warte wir schlitzen zusammen auf ok alle zusammen herr handelt er kommt drei zwei eins und schlitz das ding im mund hast du immer noch alter die hat mich ja voll fertig gemacht und da noch mal vorne den einen den können wir auch noch schlitzen 321 schlitz halb mensch halb links irgendwie das ist kein richtiger wo die mir richtig viel gegeben die ganzen pfeil hier noch mit alt aber das war mal ein boss fight jetzt so oder da vorne hier sind noch karten mit namen drauf ja warte ich loot hier mal alles mit ja buffon schau barber buffon das war die eine die wir gesucht haben familie der typ und die tos hier sind aber nicht die mann und die frauen jetzt fehlt nur noch die tochter wie gesagt die tochter ist die dreibeinige das siehst du im gesicht wenn du mal guckst das ist die das ist die buffon das heißt eigentlich wir haben jetzt alle schon gefunden eigentlich sind alle tot oder zum dings verwandelt worden ist noch klein und ein kleidung nach stimmte können wir können kleidung können wir der freundin da geben die dreibeinige die zieht die auch an glaube ich mit des geben ich hab irgendwo in dem video gesehen dass jemand herausguckt hat und das irgendwie durchguckt oder sind noch sachen speck stücke speck stücke schau noch ob ich noch irgendwas finde weil nicht dass ich das ist so ein pfeil man schaut hier voll schön hast du voll lieb wo ist denn diese speck stücke einfach vergiftet wo ist das speck stimmt jemand hat einfach die speck stücke vergiftet das wärs aber schau hier geht es raus glaube ich oder wir haben noch kurz geguckt was ich alles hab was ist das denn aus so scheinwerfer leutls raus da los geht es ich glaube da müssen wir jetzt runterschwimmen ich bin da hinten raus ne runterschwimmen vielleicht kommen wir da noch wohin wir warten natürlich proberte warten beim ausgang den nix leider ich sind ja du musst doch muss doch runter tauchen handel ja warte ich brauche aber da schon an nein der tauchanzug hat automatisch lampe na dann nicht bei mir schon also einfach nur ich glaube da kommen viecher ja da kommen viecher aber die machen wir fertig sind die blinden die können wir gut looten ok wir warten auf andere und dann looten wir die ja warte mal ich bin gleich da nochmal da ist noch eins wir werden in die andere richtung laufen weil das sind diese blind fische die sehen nix die sind so einfach zum kriegen hallo ja rumschreien er kam nur an das hat so dann looten wir mal den vorne 3 2 1 loot warte warte ich komm grad noch so handel auch grad noch so so der nächste 3 2 1 loot und wie das schmeckt wo eine rüstung machen und einander mit der rüstung ja da vorne auch da kann man den looten ja 3 2 1 loot die mädchen gleich am engsthaft Kredits Warum ist mein Katana? Wo ist denn mein Katana hin? Du müsstest noch mal von neu anfangen Wo ist denn mein Lelele und mein Pupupup? Und da da Dann wo ist denn mein Lelele und mein Pupupup? Mein Katana, oje oje Ich hab schon Angst Hätten wir zuerst die Schrotfünde geholt Ist ja viel besser gewesen die Idee mit der Schrotfünde Hätten wir da easy going was gemacht Oh davon ist was, keinem Bock Äh was ist das? Ah da gehts wieder raus Super, das wars schon Ich dachte schon da vorne wartet noch so ein Endboss Da liegt jemand Ah da liegt jemand schau mal Hallo aufwachen Ah das nervt sich das Ding mal ablegen Mal ablegen Sehen wir nicht überhaupt Wir sind jetzt im Garten Eden Na wir sind eigentlich jetzt gleich dran Wieder an dem Wo wir eigentlich eh hin wollen Da nach vorne müssen wir gehen Ah warte vielleicht speichern Zwischenspeichern stimmt Nicht das wir jetzt hier irgendwie Wieder stuck sind und es passiert was dummes Gibt jetzt nach dem Bossfight alter Der Bossfight war so intens Wie die gesprungen ist vor allem Ne Alter das ist also deshalb ist jetzt der heftigste Mob den ich erledigen musste Den wir erledigen mussten Einmal speichern bitte Ne Sagt's wenn ihr fertig seid Ja Alle fertig Ja Ja Immer Schau wer da ist Kälte Was macht der da Hä Achtung da hinter uns ist jemand Warte mal schon fertig Warte mal schon fertig Ja Warte mal schon fertig Hier weg rennt Du Pussi Aber bitte nachkommen Und müssen wir jetzt ein bisschen zu nem Ausrufezeichen Zum Ausrufezeichen gehen wir jetzt ja Was ist da jetzt die Shotgun oder was Ich glaube da ist die Shotgun ja Wenn's mir nicht irrt Wenn ich nicht ganz doof bin Let's go Habt ihr noch alle Energy Also geht's euch noch gut oder Ja 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 Wir drüben sind noch dabei Das sagen wir mal Wir werden verfolgt Also ihr werdet verfolgt Warte Macht uns schon vor Ja Armin Hast du deine Dasche liegen gelassen? Haben sie ihre Dasche wohl vergessen Darüber haut erstmal meine Beine Zahn Holzfäller Weil ich freu mich so wenn wir Katana haben Das ist so geil alter Ich würd sagen Katana würde ich als nächstes ansetzen Wenn wir die Shotgun haben Das wollen wir noch jetzt Tiefen entspannt Und dann können wir nicht ganz Weißt du wenn wir das alles haben Können wir richtig entspannt bauen gehen Weil dann nervt uns nichts mehr Ich sag mal mit dem Katana einmal durch Und wir sind down Außer sie haben's down gepatcht Was ich nicht hoffe Weil die Shotgun wurde gepatcht Was ich weiß Die macht jetzt echt nicht mehr so viel Schaden Kann ich wieder einen Grund haben Warum wir das Katana noch so spitzen Vor allem mit dem Katana kannst du auf Abstand Damage machen Was ich besser finde Weil du musst mit dem Mit der Hacke Oder mit dem Messer musst du dann nah rangehen Ja ja Mit dem Katana kannst du dich so richtig Vom Weitem schon weg flexen Da kommen die gar nicht Das ist zu nah Achtung Oh Gott Ui Sollen wir den ignorieren Oder sollen wir den kaputt machen Ich glaub wir sollten den ignorieren Weil ich Ja und davor schon Ja komm wir ignorieren einfach Wird schon nichts zu sagen Wird schon nichts zu sagen Der hat ja nicht viel gegeben Glaube ich Einmal schneiden Na eines Eines nicht viel Da denk ich mir auch so Weißt du könnten sie schon 3-4 machen So zickig sein Ja vor allem da siehst du Wie viel Fleisch da dran ist Damit mach ich mir einen Schlafsack draus Aber echt Einen bewegbaren Nachthemd Alter Ein Nachthemd Aber wurscht Einen 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 Schlafsack Schaut dass auf Erolok Ein Nachthemd gibt Stell dir einen Willi vor Mit so einer Zipfelmütze Und dann so ein Nachthemd Und dann sowas Die so eine Kerze in der Hand Stimmt mit so einem D-Licht Ich erinnere mich aber schon wieder An so eine Sendung An so eine Kindersendung Wo das Ja sag ich ja ne Benjamin Blümchen Nein Da gab es auch so eine Szene Es sind sie Ich bin Benjamin Benjamin Ok wir könnten jetzt jederzeit angegriffen werden Gell Links von uns Ja Ich glaube die werden uns beim Graben werden sie stören Schätze ich mal wie vorhin auch Mein Arsch Wird mich auch nicht wundern Oh wir sind gleich stark Oh die kommen jetzt schon Achtung Oh mein Gott sind das viele Die rennen jetzt von her Oh mein Gott echt jetzt Die rennen ja jetzt schon her Warte ich hole mich Dafür Dafür nutze ich die Armbots So Alter wie der dahe wegfetzt Warte ich die weg weg Die kriegen wir aber Oh pass auf der große Der einer den goldenen Helm alter Kleiner rennt weg, hat schon keinen Bock mehr. Oh, oh, oh. Tank. Alles gut oder so? Geht? Boah, der damaged mich richtig hart. Alter brauchst du echt die Axt, da haust du ihn einmal nieder und das down. Ach, der Axt ist schon heftig. Alter. Brauchst halt übelst viel Energie, ne, aber... Egal. So, let's bootle, oder... Let's fade. Geist es oder was? Ich bin hier schon mal am Graben, keine Ahnung, irgendwie wird's nix. Grabt sie schon, fast. Da muss ich mich die Schrotzen pinseln. Da ist die Schrotzen drin. Oh nein. Oh ne. Was? Ja, ich bin schon wieder stark, alter. Hey, ihr seht was? Habt ihr gehört, ich bin schon wieder stark. Da kommen auch mehr Flieger. Hallo. Kann mir ein Zelt aufstellen fürs Speichern? Oh mein Gott, es geht ab. Ey, die Schrotze ist so fällig. Ah, es geht wieder, es geht wieder, alles gut, es geht wieder. Ich hab noch einmal interakten müssen. Geil, Gott sei Dank. Der Arm ist ihm grad abgeführt. Oh mein Gott. Was ist? Hast du die da rausgeholt, die Schrotze? Ja, ja. Da rausholen einfach. Einmal reinschlagen und dann rausholen. Ich hab sogar einen Schrotflintenaufsatz. Wobei ich glaub in die Schrotflinte mach ich Laserpointer dran. Stimmt, Alter. Wie kann man den wieder aufbauen? Äh, du nimmst einfach den Aufsatz. Also du tust die Waffe rein und dann baust du es ab. Habs grad gefunden. Alter, die Schrotflinte hat den grad wegfaut. Die Schrotflinte? Habt ihr alle Aufsätze schon drauf? Weil es gibt Schrotflintenaufsätze, die wir alle haben sollten. Aber ich glaub einer hat den nicht. Ich glaub ich hab den auch nicht, ne? Ich hab nur den Pistolenaufsatz und den Laserlisier, aber der geht nicht auf die Schrotze. Ah, da ist er. Schrotflintensatz, ja hab ich. Was macht denn der? Dann kannst du erst den Laserpointer drauf bauen. Achso. Wir kommen noch mehr Leute. Alter, jetzt bin ich schon wieder stuck. Was ist das für ne Scheiße? Was mach ich denn falsch? Was hab ich denn gebaut jetzt? Guck mal. Alter, ich bin schon wieder stuck und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Dann mach ich den Speicherort. Ja. Machen wir irgendwo Speicherort, ja. Ist echt nervig, Alter. Wirklich nervig. Ey, ich hab nen Laser auf der Schrotze, Alter. Sieht so geschissen aus. Ich baue ein Zelt. Moment. Ich hoffe das funktioniert jetzt. Sehen wir jetzt gleich. Moment, einen Stock brauch ich noch. Ich mag extra einen, äh, Speicherpunkt, dass ich... Ja toll, ich kann's nicht auswägen, glaub ich. Ah doch, warte. Ganz kurz kann ich's. Ups, über den Rücken, ganz kurz. Nur so für einen Millie-Moment. Boah, das ist das, das... Weißt du aber, das ist ein Bug, der war vorhin nicht... Der ist jetzt dazugekommen. Vor allem nur du was raus. Macht gar keinen Sinn, Alter. Dann muss ich ein Drückrecht I gedrückt halten, irgendwas. Ein, zwei, zwei, drei. Ich möchte mal rauszappen. Ne. Man, Alter, das muss halt echt nicht sein. Ich kann halt wirklich grad nichts machen. Also kannst du nur noch schiessen, oder wie? Ja, ich kann Linksklepp drücken. Da ist eigentlich auch ein Laser drauf, weil das... Seht ihr das, wie geschissen das ausschaut? Wo ist eigentlich der Aufsatz? Den Wusch-Persen oder so? Ich weiss nicht, ob du den Schroflintenaufschatz schon hast. Doch, na. Blindenlaufgeschoss, na, das ist es nicht, oder? Das passiert, wenn du voll bist. Wirklich? Das klingt bei mir in der Kiste. Wenn ich mit irgendwas voll bin, dann macht der... Das ist nicht so funktionierend. Aber dann schädelt ihr weg, Alter. Die Leute da sind. Ja, lass sie weg einfach. Boah, das geht mir auf den Sack jetzt, wirklich. Also wir müssen nochmal restarten, ich kann nichts machen. Vielleicht gleich wieder. Ich muss den letzten Savepoint laden. Wir haben hier gespeichert, bei uns bleibt so, oder? Wir werden hier bleiben, oder? Ich weiß es nicht, wenn ihr jetzt gespeichert habt, dann ja. Oh, dann könnten wir Waffen duplizieren. Kannst du mir die Waffe abnehmen? Dann kannst du ihr die Waffe geben. Wobei, ihr habt ja jetzt die Waffen, ne? Ja, warte mal, ich kann dir die Schrot geben. Gib ihr jetzt die Schrotflinte, genau. Und dann, wenn wir jetzt neu einsteigen sollten... Warte, ne, warte, er gibt ihr die Schrotflinte. Dann nimmt er deine, dann speichert er, und dann startest du neu. Also ich kann dir, glaub ich, meine gar nicht geben. So, das ist meine Schrot. Ja, ich hab grad probiert, aber das, das nervt halt echt. Soll ich die jetzt hier geben, oder was? Warte, ich geh mal runter. Ja, so. Boah, nervt das. Soll ich dir jetzt die Schrot geben, oder was? Nee, ich hab schon, ich hab schon Dings gemacht. So, hosten, weiterspielen. Also da muss ich sagen, Leute, da war letztes Mal nicht so viel Problematik. Das ist erst seit neuestem Patch. Da ist Eidgenossen. Die Eidgenossen. Handel, ich lade dich ein. Ja. Die Eidgenossen. NightlifeBBX, cooler Stream und geiles Spiel. Dankeschön NightlifeBBX für 3 Euro und die netten 3 Euro. Röntgen mit Fies. FunGamer, 12.03 lang für 1,74 Euro. Silu, Hamada und Sebastian Wermke sind geworden. Dankeschön dafür. Yellowbroker, hallo Xion, ich finde dein Stream super. Du hilfst mir durch schwere Zeiten. Kuss geht raus an und vielen, vielen Damen für 25 Euro mit ehrenhaften Fies. Irgendwo. So, sobald's alle da wieder, ich hoffe. Können wir wieder fighten, oder? Ja, jetzt müssen wir wieder fighten. Das heißt, wenn ich voll bin, darf ich nicht, wo du hoffentlich nicht hier, und dann funktioniert's wieder nicht, oder wie? Ich muss ja was ins Regal ablegen. Mhm. Ja, ich glaub wir müssen echt Sachen ins Regal legen, dann haben wir das Problem nicht. Boah, das nervt nämlich wirklich heftig. Das passiert dauerhaft. Ah, ihr seid jetzt drüben, stimmt. Da war ja was. Eins, zwei. Äh, ihr könnt jetzt theoretisch nochmal die Box aufmachen und müsst ihr die wieder finden, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Das ist nur einmalig. Das Ding ist zu. Das Ding ist zu. Ah, warte, das schaufeln wir auf, ja. Ne, das tut. Wenn's zu ist, können wir's nochmal aufgraben jetzt. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Oh, ich bin jetzt ja ganz allein, seh ich ja grad. Ich bin halloa. Aber ich kann man kaum nicht zwei fragen. Ja, aber deshalb gibst du ja ihr eine. Wenn sie da ist. Wo ist meine Schrotze? Ey. Wo ist das? Ich mach, dass ich die Muni sparen. Alter, schwell, die fliegen weg. Direkt geköpft. Direkt weg. Digga. Die Axt ist halt auch mies. Ihr müsst beim Gegner looten nicht leicht sein. Wenn einer looted haben, die anderen ein paar Sekunden Zeit. Ich weiß, ja. Machen wir doch so. Wenn wir die Gegner looten. Tun wir doch immer gemeinsam. Oder machen wir irgendwas falsch. Kannst du die Schrot nochmal looten? Ja, ich kann sie nochmal looten, aber ich geb sie ihr zuerst. Ja, wo ist denn sie? Weiß nicht. Oh, da ist ein Dorf, Leute. Das können wir richtig auslooten gleich. Wir müssen schauen, dass wir... Wir müssen schauen, dass die Olsch kommt. Kann man die irgendwie rufen? Die Olsch. Wenn das Spiel denkt, wir haben es noch nicht aufgehoben. Weil es halt vom Savegame von... ... ist. Gut, kannst du die dafür rufen? Wer? Ja. Hier, die... Die... Nee, die kommt erst, wenn ich drüben bin, glaube ich. Wenn, äh, da gefightet wird. Muss erstmal zu euch kommen. Aber wir können dich rot nehmen, ich doppelt looten. Mh. Können wir die nicht eigentlich auf die einen ins Regal legen? Oder kannst du die nicht ablösen? Oder kannst du die nicht ablösen? Das ist ein Knie. Kohlefaserpfeiler habe ich gerade gefunden. Krass. Der schallert. Auch nicht schlecht. Ich bin gleich bei euch, dann sollten wir uns gleich angreifen. Außer, es ist nicht gestriptet, dann keine Ahnung. Striptet AP. Da schauen wir gleich. Ja, dann wird sie jetzt dann gleich kommen, schätze ich mal. Außer sie hat kein bock auf uns Dann fighten wir mal Er fällt dem Baum einfach Fällt dem Baum warte Er ist unten, er ist unten Digger, das ist ein Kind Ah, das ist tot Sorry Das Ding hat geschrien Ich glaube die Schrotflinte Der liegt immer noch da, da liegt doch was anderes Was ist denn das? GPS-Peilcenter, wie viel habe ich davon jetzt bitte? Den kannst du einstecken Ich habe so viele davon auch Warum kommt sie nicht? Komm Vielleicht spürst du es Ja, da kommen wieder welche Vielleicht spürst du, dass wir duplikaten wollen Ähm, ja Ich glaube das Video ist gelb bei mir jetzt Ja Weil die Olsch nichts anhatte Achso, das ist normal, das ist nicht so schlimm Okay Da wirst du Nicht ein normaler Content, oder? Wahrscheinlich So, ich würde es nochmal zwischenspeichern Dass jetzt dann nichts passiert dann gleich Aber jetzt die Frage Jetzt kommt sie nicht, ne? Ja Ist ein bisschen Aua Ist ein bisschen kontraproduktiv in diesem Fall Weil es wäre schon gut, wenn sie jetzt da wäre Aber sie ist ja vorhin auch gekommen Man kann es nicht doppelt aufnehmen, das ist halt scheiße Achso doch, wir können es halt nachher Wir können halt später wieder herkommen mit ihr vielleicht Sonst geht einer zu ihr rüber und wir warten da Weißt du wie weit das ist? Ist nicht so weit Guck mal auf die Karte Ich seh die nicht mal bei mir auf der Karte Ich seh sie schon, aber es ist schon weit Aber warum ist sie vorhin zu uns gekommen und jetzt nicht? Das macht keinen Sinn Wo ist sie überhaupt? Ich seh sie nicht auf der Karte Ich seh nur Calvin Die ist bei uns am Grundstück oben Ah, sie ist da, sie ist da, sie kommt Sie ist gleich da, sie hat sich herTP'ed Sie kommt grad zu uns, perfekt, es klappt Habt ihr die voll Wer hat sie voll ausgerüstet? Voll ausgestattet Ich mit Laser Passt, dann gib du ihr die Aber Laser hast du doch im Inventory, ne? Nein, warte Nein, nein, muss ich abbauen nochmal Okay Ich geb sie eher die normalen Oder andere Ja, gib die normalen Und dann kannst du es loofen Boah, geil Das ist ja nice Schau hatte der Crash von mir Also das Problem doch einen Vorteil jetzt Wo ist er denn? Das war einmal Da vorne ist er Wo? Da Hi Warte mal Sorry Ich hätte mir Aloe Vera gebracht Oh, wie süß Und du bist eine ganz eine feine Maus Warte, ich hab was für dich Pass mal auf Ich hab für dich Ich hab für dich was zum anziehen Nein, wenn es regnet, dann zieht man es schon Dann zieht so die Nippel auch ein bisschen durch So ist es nicht Aber gib dir die Sachen Die Warte mal, wie kann ich ihr das geben? Gut Ja warte, du musst jetzt erstmal warten, bis sie fertig mit dem Essen ist Und dann gibst du es ihr Also Dann musst du es auspacken Warte mal, ich pack es jetzt einmal aus Ne, warte, du hast dann so ein E E drauf Du musst E drauf Auf sie Nächste Insekter, ich mach es E drauf Und dann geben Warte Ich geb sie Warte Ähm Da Die Dessert Warte jetzt beides Wie geil ist das? Sie ist voll ausgestattet Schau Alter Schau Huch 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 Mädel Was ist los? Schön angezogen ist sie auch Kann Andly hier nicht auch nochmal ne Schrotflinte Nein, ich glaub sie kann Ne, sie hat ja nur drei Arme Ach stimmt Hast du euch schon die neue, Dario? Ja, ich hab sie genommen Ok, dann machen wir ein Save hier Bevor jetzt irgendwas passiert Irgendwas das dumm wäre Ja Nicht, dass sie stimmt Obala Die Turtleshell hab ich noch So Turtleshell Turtleshell Turtles Wir runter vom Dings Das sind Leute ne Bei uns Ja, geil, gut Sie kommt schon Das macht sie So, gespeichert Save Dann gehen wir Katana ist nicht das Das nächste Ausrufezeichen Ich weiss es nicht Müssen wir schauen Ich seh nur noch eins jetzt nämlich Und das Genau hier straight A zurück Äh, dann können wir dort hingehen Wenn du willst Dann können wir da hin Das ist so geil, alter Guck dir das Geil Sie macht das für uns Jetzt hat sie auch keinen schönen Anzug mehr an Jetzt freut sie sich sehr drüber Sieht übelst cute aus irgendwie Stehst du auf sie? Ne, ne Aber ich mein das Kleid einfach so gut Achso Hauptsache High Heels Richtig und richtig Wer steht denn hier vorne? Ja du hast Die Pritzinger Alter der hat gerade richtig den Turnon gegeben Heftig Ey warte bevor wir gehen Oben gibt es noch was zum Looten Komm mal mit Wo? Oben gibt es noch eine richtig geile Warte da vorne war das Da wo Calvin ist Boah ich hoffe Calvin geht es gut Warte bitte kurz auf mich Warte bitte kurz auf mich Nö Ja Calvin einfach auf alle 4 Ah Calvin lebt noch Mich pisst das so ein bisschen an Wenn Calvin nicht im Haus bleibt So ein bisschen weißt du Aber ich glaube da vorne Du kannst ihm das sagen Er soll da bleiben Du kannst ihm das sagen Er soll da sitzen bleiben Ja aber irgendwann kommt er mit Weil er denkt wir wollen dann woanders bauen Das ist das macht das Spiel Wenn du zu lange unterwegs bist Ja genau dann kommt er mit Dann gehen wir jetzt zum Kinken aus Bezeichnen Vermisst er uns dann schon Warte wo waren das jetzt? Das war hier in der Nähe Da müsste irgendwo ein äh Gebiet sein von Ah da vorne ist es das Dorf Komm mal her Hier Hier längs Ein großes Dorf Wo wir noch looten können Gibt es viel Stuff zum holen Kommt sie auch mit Dann kommt man es leichter Da waren wir doch nicht vorher schon Ich weiß es nicht Aber da kann man gut looten Aber sie kommt mit mit uns ja Ich glaube sie freut sich gerade Dass ich etwas geschenkt habe Das sind immer schön die ihre Gebäude Guck machen Au Er hat die Musik Oh die Mucke Ich habe sie angeschaltet Ob sie seit der Versch Wart bis sie da ist Direkt drauf, Papa, Alter. Ja, sie ist da. Gib dir das! Mach sie fertig! Hey, ist ein geiler Chair. Wenn der König... Der König dieses Dorf ist... Schau wie dort sitzt... Schau wie dort sitzt einer... Ich mach mir jetzt ein paar Rüstungen. Ey, wisst ihr was Funny ist? Guck mal, wo die dich hinsetzt mit einem Arsch. Guck mal bitte. Bitte guck dir dieses Bohnen an. Hier sterbt. Da kommt kein grosser, Alter. Hintermarsch... Von Orten... Oh, ich hab kein Knochen, ich brauch Knochen. Achtung! Du kannst doch nicht reinpacken. Wo ist unser Mädchen? Oh mein Gott, er ist so weggepfeffert. Ja, mich auch. Gibt's unserem Mädel noch gut? Wo ist die? Oh mein Gott. Ah, die ist nach hinten gelaufen. Wir müssen schlafen gehen, merke ich grad. Ich baue mir Zelte auf. Voll die geile Mucke. Ja. Mhm. Da ist eine Stahlverwollerrunde da im Dorf. Sollen wir speichern? Mitnehmen im Gegnerdorf, das ist Gangster-like. Gib Kevin das Radio. Calvin, kann man dem das Radio geben? Ich glaub, du kannst ihm das geben und dann kann er irgendwie Musik anmachen. Ich muss es essen. Aber es leiden nicht mehr da, sonst hätte ich es ihm gegeben. Ich weiß nicht, ob du es ihm geben kannst oder wie das funktioniert. Du kannst gar nicht rumschreppen. Aber zumindest direkt ausweifern. Du kannst Mucke haben die ganze Zeit. Voll der Gourmet aus dann essen. Die bringen, glaub ich, einfach um Nudeln. Ich hab da gar keinen Pilz gegessen. Ich hab da auch genug. Mann, da ist so viel Seil, was ich gern benutzen würde. Ah, das sind Knochen. Oder? Nee. Ich probier' nochmal eine Rüstung zu bauen. Die haben Nudeln bald. Guck mal, die kannst einfach hochgehen. Ui. Ich soll es kaputt machen. Ja, das ist jetzt neu nach dem Update. Wir nehmen jetzt einen Hochsitz aus Menschenfleisch. Gut, dann gehen wir mal weiter, oder? Ach, ich muss was essen. Kacke. Was machst du da? Er kniet im Sack. Er kniet im Sack. Calvin ist da. Nimm das Radio mit. Bitte kann ich ihm das sagen dann, Chat? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, Calvin kann das Radio anmachen, oder so. Ui. Oh, warte. Und folge mir. Hol Radio und folge mir. Calvin ist grad zusammengebrochen. Mir egal. Ja, weil da ist so ein Typ, der ihn einfach gehauen hat. Ohne Grund. Hey, hallo. Ich muss nochmal mit ihm reden. So, jetzt. Hol. Radio. Und folge mir. So. Wer das Radio ausmacht. Ja, ja. Warte mal wo. Da. Nie. Guck jetzt, guck jetzt. Das, das müssen wir jetzt. Ey, der bringt uns jetzt gute Mucke mit. Nimm's jetzt. Ja. 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 Wo hängt die? Das Radio hängt gleich die Piste. Verdammt. Cool. Schau. Gut, dann gehen wir jetzt weiter, oder? Ja. Jungs, Mädels. Boah. Das Schilder ist mit dem Radio hinterher. Bitte folget. Ist doch geil. Können wir ein bisschen Musik hören. Nee, da gibt's was zum Anziehen. Aber ich find's geil, dass es Copyright Free Music ist. Ist geil, ja. Hat irgendwie was grad die Mucke gehabt von Dings. Wie heißt der mit dem Kopfschnitt? Ähm. Boah, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist die Popmucke, aber Stimme ist schon anders. Oliver Tree. Ja, genau, Oliver Tree. Der Typ ist auch Legende. Macht gute Musik, ja. Mhm. Das ist ein crazyer Typ. Von rechts ist alles verortet. Ich dreh durch, ey. Und wie geil du die Boombox mitnimmst. Ah, das ist die Wasserquelle. Hahaha. Die Mucke kommt, warte auf mich. Ah, warte, da kann ich gleich mal meine Dings auffüllen. Ah ja, ich muss dich auch. Ah, die Wasserflasche. Ja. Ravenshox verstehe, ey. Niemand sagt ihm, dass er irgendwas anders machen soll. Er darf nur ein Radio fragen. Haha. Macht heute den ganzen Tag. Ich warte nur, bis diese geile Russenmucke kommt. Diese Muschgerbas, Muschgerbas. Auf das warte ich die ganze Zeit. Da gibt's ein Lied. Das wär geil. Running away from here. Ich kenn schon Songtext aus, Sven. Lustig, das sind alles so Lila, die zur Insel passen. Running away from here. Ich find das geil, dass er mit dem Radion nachchillt. Seine einzige Aufgabe ist. Katana ist auf der anderen Seite der Insel. Nach vorne bringt die Höhle bei mir gleich. Jetzt da links. Wo da links? Da waren wir doch schon. Das war die Höhle, wo wir waren. Glaub ich es, oder? Ah ja. Hat jemand gesagt, dass Katana ist bei mir? Da ist das schon. Schaut uns mal nochmal. Aber ich glaub, da waren wir. Ah nein, das ist das mit dem Golfradio. Ja. Ey, die Kommentare. Der Chat grad wegen Kelvin und dem Radio. Der eine schreibt, und Kelvin ist taub. Stimmt, der hört ja nix. Wie ein Ghetto-Blaster. Stimmt, der hört ja nix. Hast du das ganz vergessen? Der arme Bregel. Der ist der Hauptgabe. Ja, wir schwimmen rüber, sind wir schneller. Du schwimmst schneller, dass du gehen kannst, glaub ich. Das war's mit der Mitte, glaube ich. Kommt ein Hai. Schau mal, wie schön da ist. Schau mal, da fliegt er auf den Berg und so. Oh, da vorne auf dem Boot sind alle da so die Seile. Ah, Ente, schau. Die fliegt. Oh ja, die fliegt. Ohne Fliege. Ich weiß halt, du kannst doch E drücken und den Zaun überspringen. Das Tischkörper. Das ist jetzt gern gehört. Wir brauchen aber unbedingt für, für zu Hause ein Radio. Brauchen wir. Der Kelvin kommt, der verfolgt. Alter, hier sind die nur Seile. Ja, ich hab so viele Seile. Schau mal, da hab ich überlegt, im Singleplayer ein Haus zu bauen, bis mir aufgefallen ist. Mich stört, dass das hier so laut ist, der Wasserfall. Das wäre jetzt auch schon beruhigt, aber. Ja, aber es ist so laut. Und wir dachten, nö. Dark Shadow für 2 Euro oder Pflanze, BBX, danke für einen Euro. Auf Mario R ist auch am Stand, danke für 2 Euro. R. R. Nightlife, BBX, cooler Stream und geiles Spiel. Das haben wir vorgewiesen. Genau. Da war ich darstelle in die Video. Yes. Ja. Robert. Leute, macht bei allen Hashtag Robert in den Chat, bitte. H. 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 Wärs noch altes aktiv dabei? H. 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 Hallo! Ah mein Gott tut das weh. Aber es ist auch übelst übersteuert, wenn du da reinredest. Also es ist komplett übertrieben. Stell dir vor, ich würde mein Interface auf 100% auftreten und dann da reinreden, was dann los wäre. Komm nicht auf DGB, Alter. Weißt du wie das scheppert? Sind die Ohren gleich da oben. Hinter dem Berg, da wart ihr noch nicht. Das ist sehr weit, ja. Ach stimmt, wir müssen hinter den Berg gehen fürs Katana. Ich weiß schon wieder, wo es ist. Das ist dort, wo das Flugzeug gleich abgestürzt ist. Kann man nicht fliegen oder so? Schau, Alter Robert im Chat, schau. Gierender. Boah, wie lang die Verzögerung auf YouTube ist, das ist heftig viel. Das ist auf den Dreh gelockt. Einer sitzt bei mir reingeschrieben, Schlafbert. Schlafbert. Stinkebert. 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 Da da rein. Wer stinkt die? Das hat mich gerade an... Wie in die Biarrine. Da da vorbeigelaufen ist. Stinkebert. Stinkebert. Ambi. Ist das zu weit oder wie? Machen wir jetzt eine riesen Reise noch oder wie? Wir müssen eine riesen Reise machen, ist das Problem. Was ist denn das hier oben? Hier ist ja wieder ein Ausrufezeichen oder ist das Endgame? Ja, da geh ich doch grad hin. Nicht, dass das Endgame ist. Nee, ich werd gewissen, was das ist. Das ist schon witzig. Ich glaub, der kommt grad mit der Russenmucke. Echt? Warte mal, da ist der sowieso... Dahinten sind so Zeltlager. Warte mal. Ach, warte mal. Das ist doch da, wo der runtergefallen ist. Oder das ist doch wieder dasselbe Ort. Oh, da muss ich grad lang gehen. Da unten ist ein Zeltlager, gell? Und da spielt Mucke so... Ducke, 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 Ducke. Ah. Ey, ist das nicht da, wo wir hergekommen sind? Wo dieser Typ mit der Taschenlampe hängt? Das ist doch hier. Nee, ich glaub, die gehen doch weg, wenn du da warst. Nee, das ist wieder der Typ mit der Taschenlampe. Der hängt da wieder. Nee, glaub ich nicht. Ja, klar. Das ist wieder... Sicher ist das der Spot. Also immer, wenn du einmal restartest, kommt das wieder. Ja, das heißt, wir müssen jetzt über den Berg. Dann gehen wir straight zum Wasser. Naja, wir müssen über den Berg. Einfach über den Berg. Einfach mir folgen. Oder... Du, wir sind ja in der Nähe vom Zuhause. Wir tun erstmal die Sachen dorthin. Immer ein bisschen einlagern gehen. Weil ich schon so viel Stuff dabei hab. Auf geht's nach Hause. Weil das ist gleich nebenan. Einfach rüber. Dann über den Berg. Ich hoffe, dass Calvin mit der Boombox zu uns kommt. Oder schon gar nicht. Naja, ist noch nicht zuhause. Der Calvin. Wir sind da mit dem dicken Seh hier oben, oder? Los. Mit diesem dicken Seh hier. Das ist gleich nach unten. Alter, da haut gerade mein Huni raus. Robert! Das ist ja unglaublich! Ja! Das hab ich alle aufgeweckt. Mit... 100... Euro! Alter! Joe Schäfer mit 100 Euro am rausjobben. Einfach so. Ohne was. Der Bre schreibt nichts dazu. Ich freue mich. Vielen Dank! Alle nochmal ein Hashtag Robert in den Chat bitte. Und da ist mir nochmal ein Likehype da dafür. Come on, let's go! Hallo Likehype, wie bist du? Da bist du ja. Hau mal raus! DJ! Danke Joe Schäfer für 100 Euro Superchats! Ja! Da ist bei mir die Mucke. Weiß wie so, weil das Haus reinlädt, glaube ich. Die Konstruktion. Geil! Das hat übeles Kleck, als wir zum Dorf sind. Ein anderes Furry-Fan-Club. Gibt Calvin auch mal ne Waffe. Danke dafür. Der heißt halt wirklich so. Nennt man sich so. Buschgab, 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 Buschgab. Das ist unglaublich. Buschgab, 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 Buschgab. Das ist gut. Hey, die Tüber abgeschlossen ist nicht mehr da reingang. Wieso wollt ihr nicht hier speichern? Das ist nicht mehr. Ne, ich möchte hier einlagern die Sachen. Ich will hier schon mal anfangen. Wo hat Jungle das hingemacht? Das ist nicht oben gemacht. Das kann man nicht so fühlen. Also ich finde das... Ich weiß nicht, wollt ihr unten oder oben lagern? Ich würde es eher oben machen. Mal schauen. Sprecher von was? Äh, Lagerstelle. Einfach zum Einlagern. Sehr. Das ist hier oben auf ganz entspannt. Da würde ich halt die Treppe nachher hin machen. Oder? Zum weiter hoch gehen dann. Oh, hier. Da geht es nicht weiter hoch. Ich will nicht höher bauen. Du willst nicht höher bauen? Nö. Das bleibt so. So ein bisschen klang für uns. Da kommt ja noch was. Kann er dann die Breite bauen dann später. Ach so. Jeder macht sich bitte sein eigenes lagern, ne? Oder? Dass wir wissen, wem was gehört. Wie meinst du das? Ja, dass er sein eigenes kleines Lager hat. Dass nicht jemanden was wegnimmt. Ähm. Ihr werft gerade beide gleichzeitig rein. Wer bitte? Dann brauche ich ja Holz. Ich habe nichts reingeworfen. Mhm. Na, oder jeder hat sein eigenes kleines Lagerchen. Weil sonst kommt man immer durcheinander, wenn man Sachen braucht. Dann brauche ich Holz. Also wär's ne Idee gewesen. Ich nehm einfach die Regale hier unten. Ich nehm einfach die Regale hier unten. Schnau mich da ein. Sehr gut. Hm? Ich schnau mich dann so hin. Leg unten hin. Sonst verpackst du es. Ich hab im Haus auch nur Sachen liegen. Die Rollies da rein. Wie meinst du schon mal voll? Alles macht's jetzt so ein Regal. Schick. Ich hab einfach genau das. Schick. 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 Äh. Warte was bauen wir jetzt noch schnell. Ich brauche äh. Knochen. Brauche ich erstmal. Stimmt. Knochen. Damit ich mal schnell die Rüstung bauen kann. Äh. Sollten noch nicht ganz viele Knochen liegen von vorhin. Nö. Na hier sind's. Äh. Ich stehe. Da gibt's Knochen. Das Knochen ist hinter dem Berg oder rechts vom Berg jetzt hier. Das ist irgendwas. Ich weiß nur was hinterm Berg dann ist. Das stimmt schon. Das ist hinterm Berg musst du lang. Aber egal. Wir gucken uns das alles durch. Wir kommen da schon drauf. Was mal Sachen craften. Michi liebe Grüße an Handel und äh. Wie lange ist Daniel noch gesperrt? Ich glaub ein Jahr oder so oder? Ja. Das war ein Jahr oder so. Offiziell. Achso. Dann nicht ein Jahr. Dann bald durch oder? Das waren glaub ich gar nicht. Insgesamt warst gar nicht ein Jahr. Hier. Dankeschön liebe Grüße zurück. Auf was denn? So ehrenlos. Also das geil wär so ein Quick-Ding dass du direkt was craften kannst ohne nur drauf zu drücken. Außer ich. Es geht irgendwie. Ich bin auch noch so blöd um es zu checken irgendwie. Natürlich auch sehr lustig. So. Wird sich jetzt bald dunkel oder so? Ach ich muss mal speichern stimmt. Geben wir. Speichern. Und dann hab grad das Katana noch holen und dann zünde ich aber auch durch. Wo zündest du durch? Das will ich noch. Ins Bett zünde ich dann. Dann bin ich ja ganz alleine. Ich wollte noch das Haus dann bauen. Na super. Ganz ja. Dann bin ich halt alleine. Mach das halt. Ich mach das halt nicht alone. Ist das egal. Zieh das durch. Ich hab keine Lust alone dieses Katana noch holen zu gehen. Mhm. Gut dann machen wir das. Anlauf die Socken. Ah leop. Wie hast du dir einen Schädel gemacht? Hey was? Hast du Knochen? Ach so. Ich hab keine Rüstung. Perfekt. Ich bin voll. Ich bin voll ausgestattet jetzt. Kann man nicht aus diesem Pech mehr ich auch sowas bauen? Egal. Wurscht. Ja da kannst du auch sowas. Irgendliches bauen. Und mal die Katana noch. Michiii. Hier kann man ins Heil rutschen. Nein. Ich schlag hier jetzt mal fast den Kopf an an dem Baum. Ich liebe dieses Ding. Also mein Plan wär heute Hausbau. Nächster Plan wär wenn wir zusammen was machen, dass wir die Eisenbahn, die Eisenbahn, die Bahn bis nach oben bringen. Es gibt mittlerweile schon Mods. Da kannst du endlich lange das Seil machen. Ach. Kriegst du es eigentlich so weit hoch? Das Seil auch hier? Wie hast du es so weit hoch? Ja ich geh. Ich geh halt alles. Ich geh mit dem Seil und schau bis es irgendwann snappt. Und dann weiß ich okay hier nicht weiter. Hm. Weil ich hab von, wenn du ins Wasser gehst dann nämlich sowieso snaps glaube ich direkt. Im Wasser snaps direkt ja. Jetzt sagen wir gehen zuerst mal auf das Ding da vorn in diesen, wo ist sowas? Diesen Steine drin. Wir gehen erstmal Richtung ähm Berg hoch. Da ist nämlich eine Bergspalte wo wir reingehen können. Mehrere kleine Spalten wo wir reingehen können. Kleine. Da kann man es reinwiseln. Wuseln und werken. 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 Wuseln bin ich schon wieder, ja. Der grüne Punkt am großen Seil ist das Plataner. Das ist sehr wichtig. Ich weiß sogar noch wo es ist, ja. Ein riesen Seil. Auf geht's zum Kataner. Ja Leute, bei mir wird es heute länger das Team gehen. Bei mir wird es nicht so kurz. Ich werde dann halt alleine das ein bisschen einrichten. Schon okay. Das ist mir ein Laurentloser. Und morgens noch um 6.00 Uhr bis 2.00 Uhr. Vielleicht, vielleicht finde ich noch jemanden der mit mir spielt. Ein Scotty oder so in die Uhrzeit. Booty vielleicht. Na? Booty. Na, der hat nicht nix mehr. Bei Booty. Wobei Booty muss ich sagen, hat letztes Mal mit Ilustang gespielt. Also wenn Booty mal mit mir zockt, dann lange. Bis in die Uhr. Das ist ehrenhaft. Ich mag das nämlich, wenn Leute länger mit mir spielen. Das hört sich falsch an ich weiß. Oh. 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 Hier fliehe ich gleich am Arsch, weil ich keine Kleidung habe. Ich habe einen Anzug sicher. Alter. Wie man da hochgrindet, Alter. Ganz auch easy. Bein drehen. Aber es geht gar nicht so weit. Ich habe einen Bob. Ich kann da von vorne wieder runterfahren. Das stimmt. Ist ja immer so sozial. Ist richtig assi. Schau mal den Bob her. Ey, da sind Zähne. Komm mal hier runter. Ah, geil. Da geh mal hin. Ah, da ist eh die Dings, glaube ich. Da können wir auch Zwischenspeichern. Essen. Medizin. Ich speichere hier mal. Ich habe einen Dosen erfunden. Ich kann nicht mehr einen Dosen essen. Alter, wer haut denn jetzt raus? Ne 1 zu 7 Einblende von Destroyed Boy. Hier noch eine kleine Spende. Wer kennt es nicht? 107 Euro als kleine Spende. Vielen Dank. Destroyed Boy 23. Alle mal den Hashtag 1 zu 7 in den Chat, bitte. Einfach mal in einem nicht 1 zu 7 Stream eine 1 zu 7 Einblende. Sehr selten. Alter, haut er hier raus. Nee. Irgendwie habe ich mich da drin gerade wild verletzt. Vielleicht bist du... Wolltest du den Eiszapfen runter. ...der Eiszapfen rein könnte. Du hast dich zockt. Ja, aber du warst schon das hinter mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich gehittert habe. Die Karte Eiszapfen, Dicker. Soll ich dir Medizin geben? Easy. Der Destroyed Boy wirklich vielen finanzlichen Reiz haben, Leute. Einmal 1 zu 7 für den Destroyed Boy in den Chat, bitte. Ich sehe. Auch bei anderen im Chat sehr gerne. Und bei Darin im Chat auch sehr gerne. Aber die 1 zu 7 war voll hier. Ja, probier's erst gar nicht. Ja gut, dann können wir da hochstolzieren. Äh, warte. Ich schau noch, wer der gescheiteste Weg wäre, weil wir müssen... Ja, wir stolzieren da drüber. Ist die gescheiteste Idee. Ich seh's sogar schon auf der Karte. Warte, ich hab sogar ne Idee, wie ich mich schneller fortbewegen kann. Eigentlich muss ich nur das Treffelhub nehmen. Warte. Ich könnte mir ja nachkommen, wenn ihr wollt. Wie geht das? Ich wollte dir einfach ein wenig sterben anfangen. Wo sollst du sterben? AAH! AAH! Ja, du kannst hier schräg hochstappen. Und der Grind, Alter. Jawoll. Let's go, voll hoch, Alter. Und der Grind. Und wir grinden in Minecraft. Wie geht das, Lul? Und wir grinden in Minecraft. Haut ihr auch in Minecraft richtig den Grind rein? Der Grind geht grad richtig hoch, gell? Wir müssen in die Richtung. Boah, ich fahr jetzt gleich mit nem Bob runter. Es wird so lustig. So aus und zu sagen, wir müssen laufen. Märchenrodelbahn. Er hat so mit die ganze Tinte geknägt, die tausend. Ja, da schau, wie's da rauf geht. Mir ist echt kalt. Ich bin zu faul. Hier ist kalt. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Wie ist Andel so schnell? Guck mal. Muss springen. Aber dann... Ja, ja, ja. Du musst ja richtig so, dass er dann so richtig slideet. Vorausdauer. Oh, nee. Ey, kann man gefrieren hier oben? Kann man sterben daran? Nee, du kannst glaub ich nicht sterben. Ich glaub, du wirst einfach nur langsamer. Vielleicht hat Andel was... Weil du kannst ja, dass Andel irgendwas warmes anhat? Dann ist er vielleicht schneller als wir. Mir ist kalt die ganze Zeit schon. Achso. Mir ist kalt. Da vorne ist auch ne Höhle, wo wir hinfahren. Äh, wo hingehen. Kann ich da schon vorne runterrodeln? Alex, danke für 5 Euro. Es sind zwar keine 107 Euro, aber der obligatorische 5 ist immer drin. Ey, bitte wartet auf mich. Ich bin ganz alleine, ja. Nein, du kannst nachher runterrodeln. Na trotzdem. Okay. Lass mich bitte nicht. Alleine ich bin der Bundeskanzler, ja. Wo ist meine Rodel überhaupt? Da ist sie. Ich bin schon ready. Oh, oh. Dario einfach kriegt. Alter Dario. Der Profi. Ich lebe. Alles gut. Ich hab nur Angst, dass ich mit der Rodel zu weit runter scheppere, weißt du? Ah, der kriegt da nicht runter. Warte. Warte an, ich geh jetzt rodeln. Pass auf. Warte, wie benutzt man die Rodel überhaupt? Wie geht denn das? Danke, lieber Alex für 5 Euro. Hey, wie macht man das? Wie kann ich die Rodel hinsetzen? Hallo. Chat. Chat, Hilfe. Wer ist Chat? Chat. Wie macht man das? Ah, mit G. Ne, warte. Ne, hä? Meine Rodel ist weg. Wie mach ich denn das? Was muss ich denn drücken dafür? Alt F4, du bist ein ganz lustiger Spur. Ha, 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 ha. Was haben wir gelacht? Ha, alt F4. Habt ihr grad gehört? Der hat grad den Chat geschrieben, alt F4. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 haa. Ihr seid ja... Ich kann nicht mehr... So.. Ah, der dritte! H Aparte... Wie lustig! Na, ich weiß es wirklich nicht, warte... Du musst erst springen, ah, und dann... Wind, Command C. Ah, okay jetzt. Ah, ah, Hilfe, 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 Hilfe. Wie komm ich raus, wie komm ich raus? Keine Ahnung. Rechtsklick. Boah, Leute haben aber ganz gelacht hier. Muss erst springen und dann linksklick. Oh ne. Och du Kacke. Hilfe. Huch. Boah, Alter, wie schnell das geht. Huuuuh. Alter, bist du deppertes Zirk? Okay, das war lustig. Jetzt haben wir gerade alle gelacht. Wir haben Eis, kommst schon noch ein bisschen weiter. Sorry. Ja, nee, ich bin nirgendwo stecken geblieben am Baum, das passt schon. Ich hatte gerade ein Lachflasch meines Lebens, weil der Chat so lustig war. Ich bin einfach da runtergekommen, ey. Ich weiß nicht, dass ich das gelebt habe. Ha, ha, ha. Das ist Lache, Alter. Ey, warte, wo geht der hin? Da drüben ist ne, da drüben ist ne Dings, ne Höhle. Was macht ihr denn? Ja, ich geh nach unten zum See. Nein, ihr holt doch erstmal die Höhle da hinten. Wir rennen doch an der Höhle hier vorbei. Was macht der denn? Ja, aber wieso muss jetzt jede Höhle rein oder was? Nein, weil wir die erforschen, dann kriegen wir ja Loot. Wir looten die. Ja, aber was soll ich das? Ey, der Loot ist gut. Willst du nix looten oder was? Möchtest du einfach gehen oder wie? Ja, echt? Kann ich jetzt da Essen holen oder wie? Ja, da gibt's Loot. Ey, ich brauche doch keinen Loot. Ich hab doch alles jetzt. Runt hinten kann man speichern. Geil. Dann wartet's auf mich. Vielleicht lachen wir doch mal ne Runde drüber. Alter, jetzt bin ich, jetzt ist es kalt und nass. Das ist das Schlechteste, was einem passieren kann im Winter. Mir ist es kalt und nass. Da kommt man wieder irgendwo am Arsch der Welt, kommt man wieder raus, weißt du? Hä, das stimmt doch nicht. Was lauerst du denn? Doch, da muss man in diesen Höhlen. Nein. Das ist ne normale Höhle. Das ist Eishöhlen. Da geht's da rum, die sind nicht ganz offen. Da gehst du nur so rein, schau. Wie die andere vorne unten. Aber das ist nicht ein... Nein, nein, nein. Das ist nicht so ein Stollen, wo du reingestest. Da gehst du einfach rein und holst die Sachen. Wieso ist denn da so ein Spalt? Auf dem Bild. Auf der Map. War doch bei den anderen auch. Es muss nicht heißen, dass das so ein richtiger Höhlen-Spalt ist, wo du reingestest. Was heißt das nicht? Ach so, das ist so ein Gefrauner-Spalt. Ja. Rüsel von Stoffel. Rüsel zurück an Stöffel. Rüsel zurück. Rüsel zurück. Comedy Gold. Mann, wie die Genickbruch. Geil. Was? Genickbruch? Wir gehen immer meddeln und brechen uns gegenseitig. Ach so. Alles knack. Also weiter geht's, Jungs. Weiter geht's. Mal wieder auf den Berg hoch und dann geht's runter. Nach rechts. Da vorne sieht man sich schon die eine... Spreuten. Wie hier da hochsliden, so like a moonwalk. It's like a bird, yeah. Oh, warte, kann ich hier schon fahren? Ich probier das mal, ob ich das geht. Da kann ich mir richtig Zeit spannen, wenn ich jetzt... Kann ich mal fahren. Wie das ausschaut wieder rein. Hey, warum geht das nicht? Schau. Amateur. Doch, das geht. Boah, ist das so langsam. Ah, Hilfe! Ah! Schau den Baum rein, Schau. Nee, das ist kacke. Hier lieber nicht. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, hätte er sein können, dass er runterroden kann. Aber ich glaub, hier kann ich wieder runterroden. Ich hoffe, du hängst dich so hart. Ja, warte. Hier rodele ich jetzt runter, Leute. Passt auf, jetzt. Rodel Spaß mit Kurdel. Kann ich bei dir nicht mit einsteigen sein? Ready, Sandy, jetzt wird's schnell. Bitte von der Fahram an zurücktreten. Wir geben Gas. Ab geht, Luzi. Ui. Ui. Ich hab Spaß. Ah, geil. Hahaha. Wie's scheppert. Ja. Das erinnert sich irgendwie an RLO, wenn man ein Gilead runterfällt. Alter, weißt du, wie viel Spaß ich grad hab? Ich muss nicht gehen, ich kann einfach rodeln. Alter, macht das Spaß. Da haben sich die 1000 aber ganz schön ausgezahlt. Schade, das ist nicht wie bei RLO, da sind dann richtig auf die Fresse. Ich bin ein bisschen in den Wald gerodelt. Na, wie geht's euch denn da oben, hm? Habt ihr zu wenig für Rodeln gehabt, ein bisschen wenig Geld, gell? Ich hab dir meinen Printstoff gegeben für deine scheiß Rodeln. Ich weiß. Ich weiß. Es tut mir auch sehr leid, dass ich dir den einfach weggenommen hab, den Printstoff für die Rodeln. Ich hab auch 100 dazugeben. Andel die Rodeln. Ich hab immer grad Andel als Rodeln vorher. Ich bin in der Höhle. Wenn der Rodeln wäre, würde ich in den liebsten Wald reinfahren und die abschmeißen. Ich hab damals einen alten Mann mit einer Rodel umgefahren, das war ziemlich lustig. Als Kind, wenn ich beim Mann voll Gas reingefahren, den hat's geflippt. Der ist richtig geflippt, weil ich mit dem Schuh gefahren bin. Wie genau nichts anderes erwartet. Das war dort, wo wir beim Rodeln waren Andel. Das sind ja ein paar Geschichten. Mhm. Dann gab's ja diese, weißt du noch, da gab's ja im Wald rechts diese steile Bahn, die wir da gebaut haben, weißt du noch? Jaja. Wir sind nie die Rodelbahn gefahren, wir sind immer rechts. Das war im Mann schon. Ja, genau. Das war richtig geil. Das ist ja wieder ein Spalt. Ja warte, lass mich zuerst hier was hin tun. Für... Just for the safety. Ich weiß jetzt nicht, ob da was auf uns zukommt. Aus dem Grund baue ich mir hier jetzt... Ja komm, nicht hier was auf uns zu. Deshalb baue ich mir hier jetzt erstmal was Schönes auf. Dann machen wir das später mit dem Mittel. Und dann da reingehen. Auf dem Rückweg da reingehen. Weil... Warum kann ich das... Warum kann ich den Scheiß an den Sinnen platzieren? Das ist auch eine Kack hier. Das ist fett, das. Was soll denn das? Ich hab jetzt... Ne, real tot der Frage. Wollen wir nicht das Katana dort drüben auf der anderen Seite kurz holen? Und dann reingehen, weil wir eh nicht wissen, wo wir rauskommen. Du hast recht, wir müssen eh zurück. Ja gut, dann machen wir das so. Weißt du, wie ich mein? Und wenn ich wieder raus... Ja ja, du hast recht. Du hast recht, wir beginnst das Katana. Schwimmt nun nach, bitte Jungs. Jungs, 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 Jungs. Haie drin, start. Tony McChicken, danke fürs dritte Mal Resub. Hinter Haie drin. Weiß ja nie in dem Spiel. Seitdem ich den Stream gestartet hab, drückt der Buh. Start. Hallo, Arno. Hallo, Content. Hier war's. Juhu, mit Druck tabu. Finger in dir nur gesteckt. Juhu, wofür hast du auch noch gesteckt? Das bin ich nicht. Alter, gib dir was. Das ist da drüben. Ist da ne... Ah, das ist ein Dorf. Cool. Nice. Das ist so zerriesen, so unrated das Stream. Das war nicht noch viele. Das kennen, glaub ich, nicht noch viele. Das war nicht noch viele. Na, das war was sehr lustig. Das war nicht dich. Ich komm nicht hoch. Hilfe. Nein. Hilfe. Hilfe. Wann komm ich denn hier nicht hoch? Was ist denn für den Scheiß hier, ey? Der ganze Müll hier. Oh, los. Ich hab ja gestern auf Majestic so krass getrollt, ne? Ich hab so lachen müssen. Da war so jemand in nem Auto drin. Und ich war wie das Fake Cop unterwegs. Du weißt, was er gemacht hat? Du Volltrottel, Alter. Wer war'n das? Kannst du mich bitte reviven? Als ob es sich wegscheppert hat. Ja, du hast mir den Baum draufgeschmissen. Du Volltrottel. Ich war volle Rüstung. Ich hatte volle Rüstung. Die ist weg. Ich geb dir meine. Warum haust du... Warum fällst du hier einen Baum random? Warum? Ich dachte doch nicht, dass der die... Was... Was erwartest du dir? Ich geb dir meine. Ich hab mir zu Hause voll Rüssi gemacht. Ja, aber so ob so ein Baum stand, die komplette Rüstung weg. Ja, natürlich. Und warum machst du das hier so random? Oh, ne. Hast du jetzt deine Rüstung gegeben? Das war ja nicht wirklich passiert, oder? Wo ist jetzt deine Rüstung? Gibst du mir. Komm. Ja, gib mir jetzt. Ich hab' keine Rüstung mehr. Kein einziges Stück mehr. Das wollte ich nicht. Ich hatte volle Rüstung. Voll. Oh, schau wer da ist. Aua. Hä, was gibst du mir denn gerade? Ja, alles was ich hab. Ich hab' nicht mehr dabei. Hä, hast du keine Rüstung oder sowas? Oh mein Gott. Ich hab' nicht ex-hext. Wirklich jetzt. Ja, damit kann ich ja nichts anfangen. Ich hab' ja den ganzen Drahtes nicht dabei. Ich kann die Draht geben. Das ist gerade nicht ernst. Ja, ich hab' die Chips hab' ich nicht dabei. Welche, warte? Welche Chips? Die da. Warte. Das ist die Sound. Die Leitplatte. Weißt du, warum? Warum fällst du random im Wald, wenn wir was suchen gehen? Einen Baum. Jetzt haben wir angegriffen. Ich versteh' es nicht. Warte. Beim allerbesten Willen, ich versteh' es nicht. Ich dachte... Ich darf so Rüstung weg, das ist viel zu OP. Hast du's mit Absicht gemacht oder was? Nein. Hä? Warum hast du dann hier ein Ding weggemacht? Warum? Pfeile. Was Pfeile? Was brauchst du jetzt von mir? Ja, ich brauch' diese Chips, dass ich mir diese Rüstung machen kann. Wie heißen die? Ja, Computerchips. Die liegen oben irgendwo. Ich hab' ne Leiterplatte. Ja, diese Platine brauch' ich. Da. Ist nicht ernsthaft passiert, oder? Alter, wie kann man so lost sein und das machen einfach? Ja, ich hab' halt, ich hab' halt jetzt nicht wirklich viel, um das alles da zu machen. Beschissen ist das. Ich hatte volle Rüstung, komplett voll. Ja. Die war fuhlfuhl war die. Dann krieg' ich das auf den Schöne geschmissen. Oh, ich kann nicht mehr. Das gibt es nicht. Das ist das 1. Ja, jetzt fehlt mir noch, jetzt fehlt mir noch diese... Was ist das denn? Was fehlt denn jetzt? Ah, Batterien, ja. Ja. Das kann man definitiv nicht verdoppen. Das rennt einfach... Musst du mal das Glück haben, das ist einfach in einen Baum rein. Hast du wirklich nur eine Platine gehabt? Anderst du nur eine Platine, dass ich mir eine zweite machen kann? Was für eine Platine? Oder hast du irgendwas? Ach, weißt du was? Scheiß drauf, komm, ich mach mir jetzt einfach... Ich mach mir jetzt aus Blättern. Ja, passt schon, ich mach mir jetzt aus Blättern mach ich mir das jetzt. Ich wollte das nicht. Ich dachte, das hittet dich einfach. Nee, aber du hast mit Absicht den Baum auf mich drauf geschmissen, oder was? Nee, ich hab einfach mit Absicht auf einen gefällt. Aber warum? Damit der auf mich drauf fällt, oder was? Nee, ich hab erst keinen gezählt. Ich hab ihn einfach in die Richtung gefällt, wo er herkommt. Ah, ja. Viel Content. Für Content. Für Content. Für Content. Hast du grad gesagt, für Content. Ich hab nur Spaß gemacht. Komm her! Hey, hör auf! Ich hab mich gesaved. Yo, hör auf! Hör auf! Ich hab mich gesaved! Hör auf! Ich kann nicht laufen. Ich bin voll in die Schrauben. Nee, alles gut, komm, wir suchen jetzt weiter. Es sind Unfälle passieren, ja, ja, es ist gut, ja. Ja, ja, natürlich wolltest du dich. Ich hab grad ein paar Kannibalen aufgefressen. Mhm. Du, aber Daro, das merk ich mir für die Zukunft, gell? Ja, du musst gar nichts sagen. Was du mir schon an Leid antan hast, du musst gar nichts sagen. Du meinst mit nem Pappaufsteller? So viel Leid wie ich mir schon tun. Ja, gut, der Leid mit nem Pappaufsteller ist ja lustig. In der Degradierung. Im Rollstuhl vom... Im Rollstuhl vom... Im Rollstuhl... Im Rollstuhl runtergeschmissen. Da war ja auch was. So, jetzt will ich den Skaterner hier. Ich warte auf euch im Spalt. Setzt da. Die schlimmsten Feinde für Kurt in the Forest sind die Bäume. Das stimmt halt wirklich. Aber es ist voll OP, wirklich, ich sag ehrlich. Mit einem Baum stammst du schon. Du, wie gesagt, ich bin gestorben im Singleplayer, weil mir... Weil mir Calvin einen Baum auf den Kopf gescheppert hat. Ist kein Scheiße. Der Ding hab ich sogar gesehen. Ja. Oh ne, ich glaub ich weiß, wo wir sind. Oh, das wird ein bisschen tricky jetzt. Also, was heißt hier ein bisschen tricky? Wenn wir das Katana haben, ist alles gut. Ich weiß nicht, wo wir am besten hingehen. Ah, ich hab die Keycard. Okay, die geht nicht. Das heißt, wir müssen erst mal hoch. Okay. Das ziehen wir jetzt noch durch hier. Selbst dieses. Auf geht's, ab geht's. Oh ne, wir haben die Keycard noch nicht. Uns fehlt die Keycard. Nein. Nein, nein, nein. Wir haben noch eine mit. Nein, aber die geht nicht. Nein. Die haben wir richtig. Ja, es gibt mehrere. Aber meine geht nicht hier. Meine geht auch nicht. Hä? Die haben doch alle, oder? Ich hab mich grad durchpackt. Weißt du was ich glaube? Ich glaube, dass wir in den... Ich hab mich grad durchpackt. Ja, wie hast du das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber du musst ja wieder rauskommen. Ich komm nicht wieder raus. Das war ein Deesink. Wie ein Deesink. Ich bin einfach du. Ich war nicht mal an der Tür dran. Ich wollte wieder hochgehen. Perfekt. Dann bleibst du da im Kindergartenparadies. Dann gehen wir weiter. Alles was ich mich glaub. Ich glaub die Keycard befindet sich äh... Dort wo diese Höhle ist. Wo wir rein wollten zuerst. Das ist meine Vermutung jetzt. Ich glaub halt. Oder? Andel, was sagst du? Bin ich hier durchkommen? Also ich bin ein Experte in jedem Gebiet. Und ich weiß das einfach. Du Darius, hast du nicht gesagt, du hast draußen gesaved? Nehmen nicht oben auf dem Berg hinten. Ich geh jetzt hier. Oh hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Ja aber Darius, das Problem ist. Du kannst jetzt da nicht rein gehen. Weil wir haben die Keycard. Oder weißt was wir machen? Andel und ich hol die Keycard. Und hol dich aus dem Spieleparadies wieder ab. Okay? Ich bin hier am fighten. Boss Fight Rangers. Warte Ahnung komm. Aber wir suchen die Keycard. Ey warte ich. Ich komm hier gleich zurück. Von woher kommen wir? Von hier oben oder? Ey ich wollte eigentlich nur gucken was hier los ist. Jetzt werde ich gefressen von so einem übertrieben fetten Gummy Bär. Helft's mir bitte. Ja Andel kommst du die Keycard holen? Warte mal. Also von da sind wir gekommen. Scheiße. Es ist draußen stockfinster by the way. Wirklich stockfinster. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Das geht ja nicht. Doch es geht. Achso scheiße geht ja nicht. Dario warum geht denn das eigentlich nicht? Wir könnten ein Zelt an die Türe stellen. Dario macht ein Zelt an die Tür. Ich bin woanders jetzt. Ich komm nicht mehr zurück. Ich komm nicht mehr zurück. Was? Was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Hey hier ist übel creepy. Ich will hier nicht sein. Iiiiih was ist das? Achso. Wie viele kommen da jetzt? Okay da kommen echt viele jetzt grad ne? Ich hab halt nie in der Höhle bleiben schon. Äh. Ja. Hätte. Hätte verallert Kette. Hier sind Drohne Jungs. Ne ne. Mach mal draußen fertig. Weil die kommen ja sonst später auch nochmal. Andel. Warte mal. Ich brauch'n Medi jetzt. Kann man den looten oder was? Was los? Scheiße. Ich kann euch nicht dröhnen. Ja. Ich brauch' Medizin. Ich brauch' Medizin. Darüber probier dann zu schlafen ne? Unten. Ich hab' kein Bett gefunden bis jetzt. Oh ne. Also wie schafft man das auch? Da reicht nicht. Du kannst im Stream nachgucken. Ich bin die Treppe hochgekommen. Plötzlich. Ich glaube irgendwas ist. Ich glaube. Ich kann mein Inventar nicht mehr. Ah ja. Genau das was ich freue. Auf den Klaften wechseln. Ach du. Ne. Achtung. Ne. 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 Ich bin gleich down. Aber ich kann mich ja Medizin nehmen. Ne. 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 Ich probier irgendwie zwischenspeichern. Aber das ist grad schwer. Ne. Ich probier auch zwischenspeichern. Das ist ein Bett da wie hier unten. ich habe mich in die höhle reinkommen ja ich komme in die höhle wir gehen da drin schlaf eine runde das ist das karma für den baum hat er geschrieben ja glaube ich auch also schon zelt aufgestellt das ist ein zelt aufgestellt in der höhle ich hab mal ein zelt in der höhle aufgestellt ja sicher geht das habe ich schon mal gemacht außerdem ist gepatcht dann geht es nicht na klappt das muss gehen es geht nicht ich schwöre was machen wir alles mit dem ist wirklich auf sich das ist kacke ich will doch nun zelt aufstellen das problem ist da wir können nicht helfen da drüben da habe ich habe dir die andere dich saven hier und du wirst restarten den server dann sponzen wieder oben auf den berg und dann holen wir dich dort okay machen wir das so anlass ich erleide ich bin gespawnt in einer geburt in einer geburt ja aber komm wir machen schnell handel gespeichert ja gell ich habe gespeichert ja das ist aber das schneuer weil dann steckst du da nicht fest und bist nicht stuck da drin das ist auch blöd aber das spiel ist fertig ich finde ich glaube du hast einen ziemlich guten job so far ich lade dich wieder ein Freunde einladen da mal Psycho und den Angel ich bin nicht mal richtig rausgeflogen ich weiß schon weißt wo ich jetzt stehe habt ihr ein Ding bekommen was ich beschissen ist nein ich bitte nochmal ich stehe am Arsch der Welt jetzt oh wir hätten das Zelt durch die Tür packen können das wäre vielleicht gut gewesen hab ich doch gesagt aber das Ding ist ich hatte halt die Katzen und dann konnte ich die Treppe nicht mehr zurück hey haust es dann muss ich jetzt nochmal extra disconnecten vorher ging ich lade dich ein ich glaube du musst mal nur disconnecten ja ja ein bisschen drag ich frage mich wo diese eine Karte dann ist ist das in der Höhle drin Leute ich habe keine Ahnung wie ich da überhaupt durchkommen bin ich frage mich echt wo diese Keycard ist ich glaube wir haben übelst viele Gegner auf jeden Fall oh ich glaube ich weiß wo sie ist ich glaube ich weiß wo sie ist ja aber dann kriege ich das heute nicht mehr hin was denn dann lege ich mich jetzt hin wirklich jetzt wirklich jetzt echt jetzt wo wir so kurz davor sind das Katana zu holen kurz davor bis wir den Keycard Gold haben und alles nein das geht schnell das ist nicht so schwer ach komm das macht jetzt schon mit ich weiß nicht ich mach das Katana noch aber ich bin schon so halb im 1 pennen alter ich bin voll fertig gefahren haha wenige Fahrradl da wenn du jeden Tag um halb 7 aufstehst hakelst so ist das schwer um die Uhr zu dann nur das Auge aufhalten bestimmt das ist schon 23 Uhr die Zeit vergeht 22 Uhr sogar 53 ja die Keycard liegt bei dem grünen Punkt an dem langen Fluss von der Strandhöhle aus ja Kussbruder das ist nochmal über die halbe Map ne das stimmt nicht das stimmt nicht das ist Bullshit das ist Bullshit wirklich ja dann gib mir eine Sekunde aber ich muss trinken oder da guck ich wie weit das weg ist und ansonsten die Keycard ist nicht so weit weg gib mir einen Moment bitte die ist äh wo die ist irgendwo ganz in der Nähe von da wo wir grad sind glaube ich ich bin am Berg und kann guck mal wo ihr seid und guck mal wo ich bin kannst du nicht ausmalen er läuft bei dir wieso hast du das gemacht ich hätte mir das Katana holen können bin ja wahnsinnig viele ist noch immer Nacht oder was ne das ist übers Weit wo gehst du hin oder ja weg von da weil da überall Viecher sind die mich auf dem Arsch gehen ja aber dann werde ich mich verabschieden weil ich pack's halt nimmer wenn ich morgens früh aufstehen da mach ich's allein nicht so halt allein ne Andl ist ja bei dir noch ich weiß es nicht ist es ja aber was hat jetzt Andl gesagt das ist da wo man's ausgraben muss oder was ich hab gar nichts also jemand hat geschrieben die Keycard liegt bei dem grünen Punkt an dem langen Fluss von der Strandhöhe ja das ist doch da hinten das ist direkt da neben uns das ist der lange Fluss da drüben ist ein Strand das ist direkt neben uns nur weiter nach du musst nur da weiter gehen da vorne bei mir ist das über die halbe Map bei mir hä was laberst du das ist doch der Fluss ich bin hinterm Berg ich bin nicht bei dir achso stimmt da war ja was ja eben ne ich mach das dann nächstes Mal und so ok die anderen brauchen das ja eh auch noch oh mein Gott das ist ein roter Krieger überweckt da ja ich hab mich gerade erschrauben ja gut oh mein Gott du bist gestorben so ja gut dann verabschiede ich mach mich von euch hat trotzdem Spaß gemacht euch noch euch noch guten äh Katana fight jawohl danke bild das Spiel nicht durch bitte wer da nicht runter ne aber ganz ehrlich wenn du dir das Katana das nächste Mal holst dann gehst du allein rüber ne wieso ja ich ich helfe dir da nicht ne die anderen brauchen ja auch Katana ja das stimmt auch wieder ja eben duplikieren duplikaten ja und so na gut na gut ich wünsche euch auf jeden Fall mal was jo danke jawohl da nicht drunter ich hab ne Idee ich weiß nicht ob ich sie umsetzen soll vielleicht probier's mal glaubst du schaff ich das mit der Rodel ja du bist mit mir achso ja gut funktioniert nicht oh hell so schau hab ich die koch da langen lassen da unten ha 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 oh ich bin da am Fluss hui du gehst ja da ich bin da jetzt unter ich hab Spaß ha ha Midnight Rafting ja geil oder Ja, komm einfach in meine Richtung. Ja, super, wie? Geh Richtung Strand, da kommst du runter. Müssen die zum Strand. Ey, das ist ja wie ein Boot. Ja, mit Boot fahren. Das ist ja immer mega. Boah, ansonsten bin ich aber echt weit weg von dir, gell? Jetzt kommst du früh drauf. Bist du deppert, bin ich weit weg. Ja, und so schnell komm ich da jetzt nicht runter, aber da geht's nicht ganz gut. Na, ist so weit weg bin ich jetzt nicht. Du musst einfach Richtung Strand laufen. Richtung Strand runter. Ja, musst du nicht machen. Die Klicken hat trotzdem eine Waffe. Aber da ist unbedingt was zum Trinken. Aber da ist ein Fluss direkt neben mir. Da kann ich da anbauen. Da kann ich da anbauen. So. Was? Echt zu dumm auf der anderen Seite, was? Million Don. Echt zu dumm auf der anderen Seite. Hey, das ist doch das Ding hier vorne, oder? Mir kommt vor, das war hier. Mit dem Ausgraben. Der Keycard. Auf der anderen Seite haben wir schon alles ausgegraben, was ich weiß. Das gibt ja jetzt im Spiel einen Glider, den kann man finden. Du weißt, kannst du fliegen? Der, kannst du fliegen. Der Paraglider kannst du holen, aber ohne Motor halt. Also du fliegst dann halt damit vom Berg runter und kannst dann damit rumfliegen. Fliegenpilze, kriegst du sicher dünn Pfiff davon. Dünn Pfiff. Wir könnten mal probieren, ein Zelt aufstellen, gell? Bitte. Nicht schau. Ich stelle es mir da mal auf. Weiß jemand bei mir, wo die Arschkarten ist? Der grüne Punkt an dem langen Fluss von der Höhle zu dem Tower gerät. Aber da waren wir auf dem grünen Punkt. Komm mir vor. Hast du da den Strandwager schon gesehen, da unten? Ja, ja. Das ist immer schön. Im Strand sind ein Bohrlager. Mal Y drücken, das ist, wenn wir die Nacht durchschlafen können. Beichern. Y. Guten Morgen. Endlich sehe ich wieder was. Das ist mir schon so offen. Am Arschkongert. Ich glaube, das ist der falsche Weg ist, dann ist es so, Leute. Aber ich glaube, das ist der Richtige. Das Problem ist oft sagen, es ist dort und da und dann ist es aber doch dort. Das ist halt... Die Map kann ein bisschen verwirrend sein. Bei mir kam vor, da vorne ist ein Bunker, wo eine Karte drin war. Die eine Karte haben wir ja schon gefunden. Die Lage dort, wo wir vorhin waren. Bei mir kam vor, wir haben die ganzen Karten haben wir schon abgefarmt. Drüben. Den ganzen Marker. Ich bin komplett blöd im Schädel. Das kann auch sein. Und wer weiß. Ich weiß es nicht. Für mich macht es halt Sinn, dass da die Keycard ist. Einer schreibt rein, ihr braucht die Wartungsschlüsselkarte. Und die ist links in der Mitte von der Map. Schauen wir mal, ob es stimmt. Schauen wir mal rein. Mir kam vor, ich habe die letztes Mal da gefunden im Singleplayer. Ich bin mir nicht sicher, aber mir kam vor. Dass da so ein Bunker war. Und ich sie da gefunden habe. Die Karte. Kann auch totaler Bullshit sein. Das müsste ein Grab sein, was da ist. Oder ist das ein Grab? Ne. Da ist doch das Ding, oder? Mit der Wartung. Da können wir rein, siehst du? Das wird bei uns Schlampen halt kein Warter wegen. Mhm. Das schaut so ähnlich aus, wo wir vorher waren. Da geht es tief runter. Da können wir tauchen. Ne. Geht es nicht weiter. Ja, weil da finden wir sicher auch eine Karte. Weil bei einem anderen Spot haben wir da auch eine Karte gefunden. Ich wette, was mit dir da ist, die Karte, die wir eigentlich brauchen. Wette ich, was mit dir, dass wir die da finden. Warte, meine ich jetzt gerade mal eine Karte, die wir da haben hier. Weil wenn nicht da, dann wo sonst? Oh, süß. Wette, wo sind wir da? Sind wir da richtig? Frage einfach mal. Weiß ich, ob das ist. Ah, nee, da war ich noch nicht. Das ist es nicht. Oder, ach, warte hier. What the hell? Das ist wieder ein Zimmer. Da hat wahrscheinlich wieder irgendeinem Forscher gelebt oder so. Einer schreibt gerade rein bei mir, da kannst du speichern. Einer hat bei mir reingeschrieben, die Karte ist vergraben. Anscheinend. Mhm. Hier sind wir wirklich falsch. Muss mal weiter. Das ist die falsche. Weil ich würde es wiedererkennen, wenn das das Richtige wäre. Das ist es aber nicht. Das ist doch woanders. Oh, nee, wo bin ich denn da jetzt hin? Da will ich nicht hin. Leute schreiben, das ist das Ende, wo wir gerade sind. Ich muss da zurück. Ja. Ja, das ist nämlich dann Bossfight oder irgendwas ist da dran. Deshalb ist es nicht gescheit, wenn wir das hier machen. Das wäre dumm. Weil wir sind nicht ausgestattet genug dafür. Hauptsache für das haben wir Stückwarten. Genau, dafür haben wir die Karte, Hauptsache. Was ist wieder so typisch? Dafür haben wir die Karte, aber für das andere nicht. Das ist halt doch drüben jetzt. Müssen wir alles nochmal zurücklatschen. Oh Gott, nee. Ich wusste nicht. Ich dachte, wir haben alle Karten. Ich wusste nicht, dass es da zwei Karten gibt. Weil ich dachte, es gibt nur eine für alle und eine VIP-Karte wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass es drei Karten gibt. Das habe ich im Singleplayer überhaupt nicht gecheckt, dass ich drei hatte. Aber gut, jetzt ist mal hier mal die Tür offen. Das heißt aber, wir müssten, laut Karte, müssten wir... Mir kam vor, wir haben alles abgearbeitet drüben. Das kann doch nicht sein. Also da vorne ist noch so ein Punkt. Wie gesagt, da ist in der Mitte von der Karte links. Ja, folg mal einfach. Weiß nicht, außer du möchtest jetzt nicht mehr das Katana suchen gehen. Geht jetzt einfach außen rum. Das ist ewig dort nach oben. Na, weil wenn du die Schlüsselkarte hast, ist es easy. Dann hast du es direkt. Und du kannst dort direkt speichern. Also du musst da nicht viel machen. Eigentlich, wenn wir die Schlüsselkarte haben und wieder zurück sind, haben wir es. Das ist nicht so viel. Ja, schau mal. Dann willst du nochmal auf den Berg hoch. Oder soll man dann nach hinten nochmal schauen? Da hinten ist nochmal ein Spot, da waren wir noch nicht. Da ist noch was zum Graben, glaube ich. Schau mal. Wie lange streamst du noch? Noch eine Minute, 32 Sekunden und 115 Millisekunden. Ich hab gedacht, du streamst eine Minute und 62 Sekunden. Äh, ja, aber mit 120 Millisekunden musst du auch noch dazu rechnen. Und dividierst du es durch 5 und dann hast du es. Also streamst du dann wenig nach 30 Minuten. Weil du kannst es nicht durch 3 multiplizieren. Gibt es dann Probleme mit einem Komma. Ja, musst du schon logisch denken, Handel, also wirklich. Ja, vergessen. Also solche dummen Fragen kannst du dir auch selber stellen, gell? Hab ich verlern, seitdem ich mit dir zu dumm hab. Wie viele solche dummen Fragen? Es ist immer lustig, wenn mich die Leute fragen, wie lange ich streamen, also würde ich das selber wissen. Als hätte ich genau so einen Timer, weißt du? Ich sehe so eine Stoppuhr laufen. So, ja, 3 Stunden sind fertig, Leute. Das war's. So, weißt du? So in etwa. Wie bei echten Polizisten, wo die Schicht dann endet. Wenn es zur Feuerwehr. Um 0 Uhr geht es los zur Feuerwehr. Da packe ich dann ein. Ja. Ja. Welten Daten, wie der weiß. Was ist denn hier vorne? Da waren wir noch gar nicht. Also wenn das jetzt eine... Ah, wobei, ist das das Flugzeug da vorne? Das ist das Flugzeug. Das ist das Flugzeug. Das ist das Flugzeug. Da war Bach. Irgendwo war ein Flugzeug, glaub ich. Da taugt es, dass du in dem Game einfach so richtigen Jedi bist. Kannst überall rumklettern. Ich mag das Game insgesamt einfach, was gut gemacht ist. Bis auf den Inventarstag. Bis auf die Bugs, die es hat, ist ein gutes Spiel. Aber deshalb heißt der Early Access. Weil sie wussten, sie sind nicht fertig geworden. Sie wussten es ja. Hey, da ist der Golfplatz. Guck mal. War es denn mal ein Golfplatz auf der Insel? Ne, weißt du, was ich mich gedacht habe? Dass das eine Insel für Reiche ist, wo Leute Golf spielen wollten. Bis die dann alle irgendwie zu diesen Wesen mutiert sind. Das vermute ich. Weil das waren ja auch Reiche. Diese ganzen Leute sind ja so richtig schnöselt gewesen, die da gelandet sind. Ah, hier können wir graben, glaube ich. Ja, hier können wir graben. Ich weiß aber nicht, was wir hier ausgraben. Es kann sogar sein, dass hier vielleicht der Ding drin ist. Save mich mal. Es kann sein, dass da gleich ein bisschen was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Das schaut mir eher wieder danach, dass wir eine Luke finden. Echt? Ich? Ich glaube ja, das ist ein Luke. Ja. Was kannst du? Ja, sicher. Ja. Luke. Ja. Ja, das ist ja schon lustig. Ich weiß, aber lustig. Oh, okay. Ja, dann. Ja, okay. Dann tu es weg, wenn es uns zu lang wird. Ja, ja. Das kannst du rein tun. Nein. Ja, ja. Das ist aber keine Luke. Das ist was anderes, schau. Oder? What the fuck? Das ist aber keine Luke. Schau mal. Das ist aber keine Luke. Das ist irgendwas Großes. Also ich feier das, ähm, das Buddeln wie realistisch das ist. Buddeln-RP. Na, aber wie, wie, wie geil das macht das. Schon geil. Und da sind die Katzen bei meinem Zimmer. Bitte nicht. Alle? Weißt du, was das nicht ist. Ja, jetzt sind alle Katzen im Zimmer. Aha. Was ist denn das? Das habe ich noch gar nicht ausgegraben hier. Ah, jetzt wird mir angegriffen, oder? Ja, natürlich. Nein, nein. Ich habe dich. Ja, aber da ist schon, da ist schon jemand. Mach weiter, Buddeln, weiter. Wobei, das ist nicht die Stelle, die wir suchen. Ja, Katze, ich kann jetzt nicht. Ja, geht jetzt nicht, Katzi. Ach, da ist eine Luke. Oh, wirklich, Katze. Runter, da bitte. Ah, da ist die Luke. Wo wir Buddeln nämlich. Ja, aber das ist jetzt nicht die Luke, wo wir hin müssen, oder? Mach mal auf. Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen hier Katana. Ich glaube, wir können uns die Luke da lassen, dann wissen wir, ob das da eine Luke ist. Und wir gehen einfach weiter. Frag ich jetzt, was ist das? Das ist nur ein kleiner Gang. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Gang. Damit die wieder die Sitten glatter kommen. Das erinnert mich so an das, wo wir von dem Forscher das Büro... Aber da haben wir auch irgendwo eine Keycard einmal gefunden. Was? Das ist nur ein kleiner Gang. Eine Magnum! Oh. Geil, Revolverzen. Tony Magnum gefunden. Blätsch, 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 Blätsch. Hier war ich nämlich letztes Mal noch nicht. Aber cool, das ist... Da ist nicht so schlimm, weil hier können wir einfach Sachen aufsammeln und dann eh wieder uns verpissen. Und nach hinten. Also da haben wir keinen Fight oder sowas. Drucker. Tinte ist. Geil. Irgendwie fehlt mir der Calvin da mit seinem Ghetto-Plaster. Fehlt. Calvin mit seinem Ghetto-Plaster. Passt. Haben wir da auch alles gelootet erst mal. Cool. Jetzt haben wir noch einen Revolver. Ne, full heavy equipped. Bist du im Brei, Helena. Oh, Katze. Warum hast Schandler auch immer die Türen offen lassen? Einen Grund, warum ich die aussperre. Ist mir auch nicht gerade voll. Ich will aber nicht. Ja, oder? Ich kann jetzt nicht. Das Problem ist, er haut dann oft die Sachen runter vom Schreibtisch. Und das will ich jetzt nicht. Jetzt kann ich nicht drauf achten. Oh, was? Ich muss was essen, sehe ich gerade. Katze, ich habe dich ganz lieb, aber jetzt ist es gerade echt blöd. Sieh es. Er hat gesagt, in der Mitte von der Karte, ne? Ah, da vorne, der lange Fluss. Ich sehe ihn. Den meint er. Da vorne. Glaub ich. Oder ist es das, was er meint? In der Mitte von der Karte eher links. Eher links, ja. Das ist, wenn du von drüben kommst, eher links da hinten. Das ist da. Das ist ein langer Fluss. Das ist es. Da müssen wir lang. Wenn wir mit dem Berg gehen, könnten wir schauen, ob wir den Flieger finden. Wenn ich das willst, dann könnte man schneller sein, theoretisch. Nach dem Gleiter. Ja, dem Gleiter, ja. Wobei, wir müssen eh da runter. Nein, dann scheiß drauf. Wir gehen da runter. Das ist zu viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wer wir gestützt hatte. Ich glaube, wir haben alle schon eingelöst. Nein, noch nicht. Da brauchen wir noch eine. Da ist ja noch die Differ. Das schaut aus wie ein Gleiter. Da ist der Gleiter. Was? Ich rede noch davon. Alter, ich rede noch davon. Wegen dem Gleiter. Ich glaube es nicht. Warte, ich dachte, der ist auf dem Berg irgendwo oben. Ey, warte. Kann ich den jetzt dauerhaft mitnehmen? Oder? Nee. Oh, schade. Den kann man nicht mitnehmen. Ich will den für zu Hause haben. Handel, nimm den Gleiter mit. Ich wollte gerade, wo ist meiner überhaupt hin? Der hat das denn weggeschmissen. Nee. Kann nicht sein. Ich habe den nie abgeht. Das ist, wenn du irgendwie komisch springst, dann geht der irgendwie weg. Achso, du darfst nicht springen. Weil wenn du springst, denkt er, du benutzt den Gleiter. Ja. Gehen wir auf den Berg und gleiten dort drüber. Alter, was ein Zufall. Weißt du, ich rede gerade von einem Gleiter. Ich dachte, der ist auf dem Berg oben. Und ich denke, man sieht ja wie ein Gleiter aus. Das ist das geil. Das ist richtig geil. Dann fliegen wir uns in so einen Zielort. Aber wie soll man jetzt auf den Berg hochkommen, ist die Frage. Weil das ist halt echt ein blödes Gleiterteil. Auch Dill. Ganz viel Fantasie. Ah, aber es gibt mehrere, okay. Der bleibt für immer. Aber der kann es nicht einpacken. Das geht es mir gerade. Wow, und der geht die ganze Zeit weg. Da bringt er uns genau nichts zu. Wir kommen auf den Berg. Schau mal, von der Klippe, da könnten wir theoretisch, da oben. Ja. Da hochrennen und dann können wir alles rüber mit dem Gleiter. Ich weiß ja nicht, ob der einen Auftrieb hat. Aber wenn es da runter geht, bringt man nicht weit. Ja, aber ich würde auf der Hinterseite runter. Und dann dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Das nervt, dass er die ganze Zeit droppt. Das nervt, dass er die ganze Zeit droppt. So, wir müssen die ersten in den Gleiter ausprobieren. Der Chat hat geschrieben, es gibt mehrere Gleiter. Da ist es schwer, da hochzukommen. Alter. Guck mir gar nicht. Meiner ist... Ach, komm. Meiner struggelt gerade richtig hart. Man muss erst mal ausrühren. Also mal verkraftet, verarbeiten. Ist bei uns ja doch gut. Na, das sind wir eh am Montag streamen. Ein bisschen The Forest. Na, machen wir eh. Machen wir eh. Ich habe ihm eher in die Gruppen reingeschrieben. Du seid sehr am Montag verteidigt. Na, ich komme heute nicht. Ich kann heute nicht weilen. Der ist schon anfündig, so. Heute abends streamen, The Forest. Das ist eh schon auf Insta. Da ist schon anfündig. Schau, wie er runterfliegt. Schau. Schau. Schau, Adel, schau. Der fliegt, Alter. Alter, fliegt aber ganz schön. Ma, Katze, runter. Wow, wie kann man so nervig sein? Was verstehst du nicht auf mich drauf? Runter, mein Gott. Ich muss mal sehen. Ich suche mir, Adel, was ist denn da gerade passiert? Ich komme nicht mal da hin. Ich muss mal da hin. Ich komme mir, Adel, das ist super gut los. So, ich bin gleich oben an der Spitze, dann fliege ich runter. Und hoffe ich, dass ich hier zu diesem Fluss... Ja, doch, das ist der richtige Fluss. Da müssen wir dann runterlatschen. Du hast das geschurft, Adel. Das ist das geschurft, das ist das geschurft, das ist das geschurft. Okay. Da ist der... Ihr meint den langen Fluss hier vorne, ne? Den hier. Das muss er fast sein. Und von da... Wobei, da ist das, wo wir... Ne, das kann es auch nicht sein. Das ist da, wo wir den, äh... Ding aufgebuddelt haben. Das ist es nicht. Dann kann es nur noch der Fluss weiter hinten sein, oder? Warte, Leute, warte, 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 kannst du das hier vorne sein? Man meint halt, nicht der von der Map links da reden, oder? Aber der kann es halt nicht sein, weil da waren wir. Da ist doch dieses, ähm... Da ist das mit den, mit den Karts vor uns, mit dem langen Fluss. Da muss das hier irgendwo anders sein. Ach, Leute, was ist denn das? So lost sein, oder? Beim Drucker. Wo beim Drucker? Seit wann so spät noch live, ich wurde gezwungen. Du bist gezwungen. Musst du morgen früh raus? Ja, war schon. Perfekt. Jetzt haltest du noch durch. Du hast... Solange noch nicht 0 Uhr ist, ist alles gut. Ja, ich sag ja, das war mal die Guide. Das war wirklich die Guide. Du, das kann eigentlich nur da... Entweder da vorne oder dort hinten sein. Der liegt auf dem Schreibtisch im Bunker. Aber wir waren in diesem Bunker schon. Das kann... Da, wo diese Karts draußen stehen, da waren wir doch drin und da habe ich doch die Karte aufgenommen. Wir haben ja eine Karte, es fehlt aber die andere. Und da muss man doch irgendwo graben. Das muss bei einem Grab irgendwo sein. Da bin ich mir sehr sicher, dass das ein Grab ist. Hundertprozentig. Also es ist nicht im Bunker auf dem Tisch, die habe ich mitgenommen, die Karte. Da vorne gibt es drei Punkte. Ich habe gesagt, weiter links. Den ersten Punkt haben wir abgefarmt mit dem Drucker. Da ist die Karte schon weg. Liegt nur... ...zau steil. Also jetzt ist nur noch die Frage... ...must du auskramen beim Bunker? Das macht keinen Sinn. Macht null Sinn. Ich schau mal, ich gehe hier zur Tore lang. Ne, weil ich dachte, wir haben die. Aber es ist... Irgendwo muss die vergraben sein, aber nicht im Bunker. In dem Bunker haben wir die Karte schon genommen. Ich kann euch mal zeigen, welche Keycard wir haben. Vielleicht sieht man das im Inventory. Warte. Oh ne, besser nicht. Ja. Sehe ich gerade. Warte, kann ich den irgendwo ablegen dabei? Einer ist hier in einem Grab. Genau. Und wir suchen gerade das Grab. Wir suchen nicht den Bunker. Wir suchen gerade den Typen, der irgendwo einen Grab hat. Passt mal auf. Vielleicht sehe ich die Keycard hier irgendwo. Schaut mal, wir haben die hier. Das ist der Wartungsschlüssel. Dann haben wir hier die IP-Schlüsselkarte. Diese zwei haben wir. Seht ihr, ne? Und die Wartungsschlüsselkarte haben wir bekommen, indem wir in diesem Bunker waren. Die IP-Karte haben wir auch aus dem Bunker bekommen. Und jetzt fehlt noch die eine Karte, die wir von dieser einen Leiche da brauchen. Aber da wissen wir jetzt nicht, wo die ist. Der nächste grüne Punkt, sagt er. Der nächste grüne Punkt ist da, wo wir die Schlüsselkarte gefunden haben für den anderen Bunker. Aber die haben wir schon. Dann gibt es da vorne noch einen grünen Punkt. Das ist es aber auch nicht. Das kann eigentlich fast nur dieser grüne Punkt da vorne sein, glaube ich. Ne, wobei, da waren wir doch auch schon. Oder? Ne, warte. Der grüne Punkt hier vorne. Der grüne Punkt. Ich weiß es nicht. Die anderen schreiben wieder andere Seite vom Berg. Wer war es jetzt? Da hinten oder was? Da waren wir schon. Da waren wir schon. An dem Punkt waren wir schon. Eigentlich sind nur noch diese drei Punkte hier vorne frei. Das macht irgendwie... Weißt du, im Singleplayer habe ich es so easy gefunden. Das kann ja nicht wahrsteigen, dass das so schwer ist. Jetzt sind wir nämlich alles zurückgerannt. Und jetzt sagt der Chat, es ist doch nicht da. Und es ist doch woanders. Die Gäste-Schlüssel-Karte. Ja, die suchen wir. Oder ne, diese WP-Karte haben wir. Der Bunker, wo das Schwert ist. Da müssen wir doch rein. Und da brauchen wir die Karte für. Die haben wir nicht. Leute, auf der Seite haben wir schon alles. Auf der Seite sind wir alle Punkte abgegangen. Da ist nichts. Nachdem ihr den Eingang zum ersten Bunker, Wartungsbunker A, freigeschaufelt habt, findet ihr die Wartungsschlüssel-Karte gleich im ersten Raum rechts. Die haben wir schon. Das ist die. Ihr habt einen 3D-Druck auf ein paar Zeitschriften. Ihr sucht auch die restliche Anlage am Räumen. Das ist nicht die. Steht aber da. Aber das ist nicht die. Die haben wir schon. Wir suchen die dritte Karte. Und die hat irgendeiner, der irgendwo vergraben ist. Glaube ich. Naja, der Bunker. Und dort... Es steht dann da. Der Bunker liegt im Osten, während ihr die Schaufel im Westen findet. Ein Blick auf der Karte zeigt, dass ihr die blablabla nach vorkehren. Das Kadana befindet sich im Bunker im Osten am großen See. Um die Sicherheitstür innerhalb der Räumlichkeiten zu öffnen, benötigt ihr die Wartungsschlüssel-Karte. Ich glaube, es ist da unten. Und die Wartungsschlüssel-Karte kriegt man bei Wartungsbunker A, der erste und im ersten Raum gleich rechts. Die haben wir ja. Ja, aber mit der kommt man dort anscheinend rein. Wir haben aber... Oh, jetzt habe ich das wieder weggeschmissen. Wartungsschlüssel-Karte haben wir aber. Ja, dort im Tutor steht, man braucht die Wartungsschlüssel-Karte für das Kadana. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich sie habe und er macht das nicht auf. Das macht nur Sinn. Wartungsschlüssel-Karte steht. Habe ich. Die Wartungsschlüssel-Karte habe ich auch. Warum soll es da nicht aufgehen? Die haben gesagt, im Tutorial steht, man braucht die Wartungsschlüssel-Karte für das Kadana. Mehr kann ich nicht sagen. Und die findet man dort. Ich kann mich auch noch erinnern. Das war dort die erste Luke, wo wir rein und dann unten, das war dieses Wohnzimmer-like-Ding da. Ja, aber ich habe die ja dort schon aufgesammelt. Das war im letzten Stream, bin ich reingegangen und habe die aufgesammelt. Das ist ja die, die ich im Inventory habe. Das müsste so bei dir, wenn du dich daran erinnern kannst, da müsste ein 3D-Drucker, ein Laptop... Genau. Aber da waren wir doch. Da waren wir doch heute schon. Und da habe ich auch die Schlüssel-Karte aufgesammelt. Das war schon im letzten Stream, wo ich sie aufgesammelt habe. Mir kam vor, das haben wir heute ausgemacht. Warte, ich schaue mal Schlüssel-Karten. Die schreiben halt, wir brauchen die Wartungsschlüssel-Karte für das Kadana. Es gibt, warte, Maintenance-Keycard, die EP-Keycard und die Guest-Keycard. Wir brauchen auch die Guest-Keycard, so wie es aussieht. Ah, die Maintenance brauchen wir. Die habe ich aber schon. Ja, aber Tutorial sagt, die Maintenance brauchen wir für das Kadana, für den Bunker. Das ist aber falsch. Entweder ist das ein Bug oder ist es falsch. Macht keinen Sinn sonst. Ich habe, ich habe, ich glaube wir brauchen die Guest-Karte, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, schau mal mal. Ich schaue jetzt nach, wo die Guest-Karte ist. Wieso sollten die was Falsches schreiben? Guest-Keycard-Location ist hier. Weißt du, wo die ist? Das ist da, wo, äh... Die ist da, wo wir gebaut haben, Andel. Da müssen wir hin. Sehe ich es gerade. Die Guest-Keycard ist dort, wo, die holen wir uns jetzt. Und das wird designen. Ich glaube, die haben das falsch. Bin mir sehr sicher. Macht ja sonst keinen Sinn, dass ihr mir sagt, ich habe die Keycard noch nicht. Äh, flieg mal nach, okay? Ja, warte mal. Ich weiß nicht, wie ich fliege, klar. Ich auch nicht. Ich habe es jetzt einfach probiert, sonst ging es einfach. Wir müssen da rüber, kurz, dann kann man das Ding... Ist das aber Ruhmflug sprungen oder was? Ja, ja. Ja, ich komme da zum Fliegen, Alter, weil wir von mir da klappen, halt. Ja, geil, aber nicht. Ne, das ist neben dem, wo wir gebaut haben, ist die Guest-Keycard. Die haben wir noch nicht angeholt. Ja, ich komme da zum Fliegen, weil mein Charakter schon so schwach ist. Meinst du, der ist schon zu schwach? Ja, ich habe von jedem Geiter die ganze Zeit. Ich sehe gerade nirgends, wo ich gerade hinfliege, das ist ein bisschen komisch. Ich schaue gerade im Ausstand nach unserem Haus, weil dort ist es in der Nähe. Ja, perfekt. Das ist gut funktionierend von mir. Ja, passt. Ich weiß das. Ja, warum? Ja, mein Geiter, der gleitet gerade den Berg runter und mein Char ist zu schwach. Großartig. Dann, äh, gebe ich dir einen Tipp, dann gehst du runter und, ja. Ja, der gleiter. Sehr großartig. Stimmt. Ich habe gerade sehr Spaß. Nee, aber es ist dort, wo die Mündung ist, äh, dort unten. Da drüben ist das bei uns. Steht um die Ecke, laut. Dingsbums. So, die Frage, wie zum Teufel kriegt es einen Gleiter eigentlich wieder auf dem... Oh, nee, Alter. Geil, okay. Alter, der fliegt aber echt weiter, der Gleiter. Ich weiß halt nicht, wie ich den anhalte. Ich habe Hunger und habe Wurst und alles. Fliegst du uns damit einfach ins Wasser? Ich hoffe, dass ich nicht sterbe oder so. Flieg mal zum Ziel. Na, flieg zu mir, ich bin gerade zu Hause angekommen. Laut Angaben ist es, wenn es zu Hause ist. Hatte auch die Karte und die Tür wollte nicht aufgehen. Kann auch vielleicht ein Bug sein, ne? Das kann ja auch nicht sein, dass ich mich nicht aufgewinne. Das ist wirklich, die ist laut. Aber vielleicht brauchen wir doch die Guest-Karte. Wenn mir gerade einfällt, die Guest-Karte habe ich noch für nichts benötigt. Für gar nichts. Die sind überall reingekommen. Eine Idee, wo ich das Ding lande. Ich lande es auf dem... Auf dem Fluss. Ja, aber warum sollten jeder... Sollten die Scheiben so überhalten, dass es die Wartungskarte ist. Ja, aber vielleicht... Weißt du, es gab ja ein Update. Vielleicht haben sie was geändert. Weiß man ja nicht. Einfach für den Fall der Fälle, weißt du? Dass wir diese Keycard mitnehmen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann... Ist es ein Bug und dann müssen wir neu starten. Oder... Keine Ahnung. Dann legt es mir ruhig. Komm, wir die Spüle legt, Kacke. Weißt du, das ist geil? Ich habe den Gleiter zu Hause gebracht. Wir haben jetzt einen Gleiter für zu Hause. Du bist ins Wasser reingeschaltet, oder was? Ne, ich bin dann ins... Weil ich nicht wusste, wie ich damit lande, bin ich jetzt damit einfach in die... In den... Schau mal da, wo der Fluss aufwärts ist, weil da keine Bäume sind. Bin ich da so durch... Und habe dann da gelandet. Aber ganz einfach. Kannst du mit Vollgas rein? Er bleibt dann stehen. So. Gleiter ist safe. Der andere Gleiter auch. Das ist dann... Save ich das mal. Aber ich muss so dringend pissen schon. So, jetzt würde ich... Trinken. So, die Location ist halt da, direkt neben uns eigentlich. Das ist der nächste Punkt, der da hinten blinkt. Aber das macht doch keinen Sinn. Wir waren... Ach, da haben wir noch nicht... Stimmt, da waren wir noch nicht. Tatsächlich. Hast du was zum Essen? Äh, ja, geh da hin. Da gibt es ein bisschen Essen, was da hängt, glaube ich. Haben wir nichts mehr? Haben wir kein Essen mehr? Ja gut, da muss ich... Da muss ich braten gehen jetzt. Wie ich sagen, gehen wir braten und machen mal eine Nacht. Dann gehen wir dorthin und dann haben wir die. Außer du möchtest nicht mehr. Aber jetzt sind wir schon so knapp am Ziel. Schauen wir mal. Vielleicht noch die Keycard. Ich denke mal, das Katana-Biss denkt jetzt hier nicht aus. Du hast das verrottete Fleisch rein und dann können wir das essen. Das Rottenflash. Illuminatenkönig. Da ist der König wieder da. Auf einen guten Ziel. Dankeschön. Vielen, vielen Dank an Illuminatenkönig. Muss die Schlüsselkarte ausrüsten. Nein, muss man nicht. Man muss nur E drücken. Sora. Das wäre jetzt wie sie da rein. Ne, du musst da E drücken. Hat ja bei der anderen auch funktioniert, bei der anderen Tür. Also entweder das ist ein Bug gewesen. Oder Oder was halt auch sein kann, dass es halt wirklich die Gästkarte jetzt ist. Warum auch immer die das dann gemacht haben. So, dann gehen wir mal schlafen ins Bett. Und ein neuer Tag ist perfekt. Das war jetzt eigentlich ziemlich doof von uns. Warum? Weil man ja beim Schlafessen verliert. Wollen wir eigentlich nachher aufstehen. Stimmt eigentlich, ja. Er hat eine Fahrradkette. Gut, dann gehen wir mal dorthin, wo ich denke, wo es ist. Das ist da vor uns. Ja, ich brauche jetzt was zum Essen, weil ich bin ziemlich lau. Achso, ja da kannst du nochmal den Arm reinballern. Aber weißt du was? Ich hole mal, wo ist Calvin? Ja, jetzt ist Calvin nicht da. Sonst hat ich gesagt Calvin, geh fischen. Weil da sind ganz viele Fische drin. Die kannst du roh essen. Warte, vielleicht kriege ich einen. Ich schaue sonst noch mal ins Lager rüber. Wenn Calvin fischen geht, hast du genug. Du hast oben bei dem Lager, hast du noch so Kornflakes und so. Ich kann die nehmen. Achso, ja, nimm Kornflakes sonst. Wie kannst du snacken? Komisch, keine Fische gerade am Rand bei uns. Können wir uns mal so eine Fischbox bauen. Dann fliegen, äh, die funktioniert jetzt ja. Dann gehen Fische in die Box rein und hast du immer Fisch, Fischen. Fisch, Fisch, Fritz, Frische, Fische. Fisch, Fisch, Fritz. So, dann gehen wir mal. Fast, I'm ready. Das ist direkt, weißt du, das Trauel ist, wenn das wirklich die Keycard ist, die ist ja direkt in unserem Haus. Die ist direkt hier vorne. Das doch sehr sad ist. Ich glaube, dass es wirklich die Wartung ist, weil irgendwas gerade verschissen hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist die Guestkarte. Ich glaube sehr wohl, dass es die falsche war. Also, das Spiel ist noch so neu. Und da kommen vielleicht Leute ein bisschen durcheinander. Und jetzt stehen auch komische Sachen drin, teilweise die auch nicht stimmen. Weil es noch so frisch ist, weil sich die Leute noch nicht auskennen. Und weil es ein bisschen verwirrend ist, das ganze Prozedere. Wenn wir uns jetzt ein YouTube-Tutorial anschauen, da sperrt es einer mit der Wartungskarte auf. Dann haben wir ja alles gesehen. Und denkt an, es gab halt immer Patches, Updates. Vielleicht brauchen alle die Wartungskarte. Aber das macht ja keinen Sinn. Wenn es einer hat, reicht es so. Na ja, klar, komm. Na ja, das macht keinen Sinn mehr. Was ist, wenn ich dann Beast Connect? Du bist allein. Genau, da ist sie. Da ist dieser... Dieser Buggy. Und da müsste sie dann... Achso, muss man da reingehen. Okay. Ich muss gar nicht erst mal da reinmustern. Das ist wieder die richtig fette Scheiße. Nee, ich glaube, da drin ist gar nichts. Ehrlich gesagt, das glaube ich. Nur die Karte. Ach, das ist wieder so ein Bunker. Nee, da waren wir doch in dem... Ah, nee, da waren wir noch nicht jetzt. Oder? Ja, doch, da waren wir doch schon. Siehst du da eine Karte liegen? Da liegt keine Karte. Aber da war ich zum Beispiel noch nicht. Hm, ich war hier schon. Da waren wir ganz am Anfang waren wir hier. Aber da steht das hier irgendwo diese eine... Ach, da hinten vielleicht. Maybe. Also, da kommt es hell rein. Aber wir waren doch hier schon. Ich war da noch nicht. Wie hell das da ist. Ich war da zu 100% noch nicht. Ah, da geht es weiter. Deshalb, da brauche ich jetzt die Karte. Dann kommen wir hier rein. Genau. Okay, nee, aber das kann nicht sein, das ist recht. Das müsste die richtige Karte gewesen sein, weil da, das macht keinen Sinn. Da war ich doch nicht. Die Dinger sind blind, ich sehe nichts. Oh, die kann man häuten, ne? Ja, aber noch nicht häuten, wir machen das so ein Sinn. Aber dann war das ein Bug vorhin, weil da war ich noch nicht. Auch nicht im Single Player, bevor ich das hier bin. Au. Du bist tot, oder? Rinken, Hopf, noch einmal haben. Wenn wir zusammen häuten, dann haben wir jetzt endlich wieder Haut, weil da wird mir alles abgenommen vorhin. Yes. 3, 2, 1, jetzt. Ja, aber das Ding ist, dann war das sehr wohl die richtige Karte vorhin, die ich hatte. Das macht echt keinen Sinn, oder? Das macht null Sinn, dass die nicht funktioniert hat, weil ich hatte ja alles. Weil hier, war ich noch nicht im Single Player, ich war im Single Player schon drüben das Katana holen. Also es ist unmöglich, dass das, das ist hier die richtige Karte jetzt ist. Ich kann mir das vorstellen, dass das offizierische Karte ist. Hier heute, guck mal her. Ja, vielleicht durch ein Update, ich weiß nicht, so 3, 2, 1, jetzt. Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, entweder das war jetzt ein Bug, oder vielleicht weil da irgendwie reingeglitcht ist, das kann sein. Also da nochmal, 3, 2, 1. Macht halt null Sinn, irgendwie. So, hier auch, 3, 2, 1. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Das fühlt sich gut an, wenn ich jetzt wieder ein bisschen ein Ding zu haben. Du hast das große Vieh, das haben wir gekriegt, ne? Und jetzt haben wir alle gehäutet, oder? Ja. Da hinten sind noch Reiche, gell? Aber ich ziehe mir erstmal die ganze Kacke an. Alter, wie fancy das da drin ausschaut. Das schaut wirklich so aus, als ob das für Reiche gemacht ist. Wir suchen jetzt ruhig hier die Keycard, und dann verpissen wir uns hier. Ich weiß und ich denke mir schon, was machen wir falsch. Ich habe doch alles so gemacht, wie im Singleplayer auch. Das ist unglaublich. Angeschissen. Ich bin mich gerade richtig verarscht beim Spielen. Ja, ich bin nicht wahnsinnig für heute, wenn du losst. 3, 2, 1, jetzt. Ja, dann gehe ich alleine das Katana noch holen. Dann gehe ich mich auf die Socken und dann gehe ich das Haus, glaube ich, bauen. Das Problem ist, ich brauche halt das Katana, dass ich bauen kann und mich keiner irgendwie nervt. Einer schreibt bei mir im Chat dann, jetzt seid ihr richtig. Ja, wir sind schon richtig, wenn wir diese Karte da wollen. Aber es stimmt schon, die Karte ist halt, die wir schon hatten, war die richtige. Oh nein, ich tue es schon wieder. Verspeilbar. Warte mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe ja eine Schrotflinte vergessen. So, das sollten wir auch nutzen. Weiten? Weiten. Jetzt. Musik, sie geht hier entspannend. Gebt ihr die Bäder, Alter? Heftig. So ein Luxusbereich. Oh, 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 ganz schlecht, ganz schlecht da hinten. Das wissen wir nicht. Auch mit meiner Schultern die Fresse, muss er weg. Und tot. Und mehr häuten wir das Ding. Und häuten. Das könnte ein bisschen mehr geben. Da braucht es die mehr geben. Haben wir die Batanten-Dings collected? Alter, schau mal, die Krallen da außen auf der Scheibe rum, schau mal. What the hell ist das denn? Ach du Kacke. Voll cool, das mal zu sehen. Ich kenne das hier gar nicht. Das ist Neuland. Das ist riesig, der Bunker da unten. Ich denke, wir suchen nur eine Karte. Hier müssen wir in ein Büro oder so sein. Oh nein, ich bin ins Schwimmbad gefallen. Da komme ich wieder raus. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Ah ja, hier. Da, neiser Bar. Ohne Gitarre, schau. Ja, der hat die Gitarre verschluckt, der da. Adl, kann Gitarre spielen. Was ist das für eine? Lass mich mal schauen. Keine Ahnung. Kannst du aufsammeln da, was du so nicht hast. Da, schau mal, der hat eine Stratocaster. Alla Kurt Cobain verschluckt. Sehr sexy. Der arme Brie. Geld, 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 Geld. Warte, was ist so eine Wettbewerb raus? Ne, braucht mal Keycard. Ja, ich schau noch hier noch weiter, ob hier noch was liegt. Ganz viel Geld und ganz viel Metz sind da. Mal alles mit. Oh, ich habe sie gefunden. Das ist die... Arnold irgendwas Access Card. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt die richtige. Ich würde noch interessieren, was du mal da drüben mit der Keycard öffnen kannst. Ja, ich glaube, das ist jetzt die, die ich brauche. Wird schon die sein. Ja. Ja. Doppelt hält besser. Ich nehme schon mal zur Sicherheit meine Schrotz in die Hand. Oh nein, ich park jetzt wieder fest, Andl. Ja, ich auch. Nein, weil wir doppelt gemacht haben. Wir dürfen nicht doppelt machen. Warte, so vielleicht riech. Eine Auswelle. Oh nein. Ich hasse dieses Spiel manchmal wirklich. In dieser Hinsicht. Ja, ist bei mir egal. Ich könnte mal schauen, wo das jetzt hinkommt. Vielleicht kommt man raus und dann ist das gefixt oder so. Ja, das war vorhin bei mir so, wo ich wieder durch eine Höhle durfte. Dann schauen, dass wir da irgendwie vielleicht rauskommen und dann uns das Problem vielleicht beruhen möchtet. Du müsst jetzt so oder so laufen. Warte, da vorne ist doch noch so ein Keycard-Ding ist da vorne. Ja, ja, da vorne, ja. Warte, lass mich, lass mich, nicht du. Oh, nee. Ich mach grad. Ja, jetzt ist das Problem, jetzt hast du, äh, egal. Ich bin Host, ich hätte... Vielleicht kann mich nicht frei baggen. Okay. Bringt nichts. Lass mich kurz durchrennen, probieren. Ah, das macht mich mad, sowas. Das sind so Sachen im Spiel, die dürfen einfach nicht passieren. Dass du dich einfach nicht mehr bewegen kannst. Das ist auch ein richtiger Humbug. Richtiger Bullshit ist das. Schade, die hat mir noch heute. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaub, ich muss Save-Game laden. Das ist jetzt kacke. Wo haben wir das zuletzt gespeichert? Ja, eh zu Hause. Wo wir weggegangen sind davor. Das Looten da drin war jetzt umsonst. Ja, das ist aber auch kompletter Bullshit, ne, sowas. Ich fahr mal da raus. Niemand auch ins Early Access ist, aber sowas darf halt nicht passieren. Das ist dauerhaft, nämlich schon. Und das fünfte Mal jetzt. Ich hab da komm mal raus, oder? Ja, keine Ahnung, ob ihr da rauskommt. Ja, ja, ja. Mal schauen, dass das vielleicht funktioniert, dass wenn wir raus und noch mal reingehen. Das war vorhin bei mir. Ja, da fliegt die Kettensäge, ja scheiß drauf. Bringt sich nichts, wenn wir die ganze Zeit stuck sind. Ja, jetzt geht's wieder. Wir könnten eigentlich vielleicht wieder zurück rein, oder? Geht das da? Geh mal rein, ne? Das ist jetzt ja da ein anderer ein- und ausfällig. Das ist ja wirklich ein kompletter Bullshit. Ich glaub, jetzt können wir da nicht mehr hoch. Ah doch, ich hab ja meine Sköppel-Hook, wenn die funktioniert. Können wir da wieder hochhandeln. Das ist ja nix. Warte. Wir haben die Ersteller das mit Absicht gemacht, dass das nicht funktioniert. Ja, aber meint, die haben das gemacht, dass das nicht geht. Du kannst von hier aus nicht rein. Ja gut, aber wir haben ja alles dort, was wir machen. Ja, aber wir können mal von oben reingehen, weißt du? Und wir können zwischen saven. Das ist nicht das Problem. Weil da gibt's noch ein paar Sachen. Aber du gehst ja jetzt dann eh, glaub ich, ne? Ja, ich werde jetzt in Richtung Heimwärts. Ich bin jetzt dann. Dann hol ich mir dann nochmal den Stuff, der da drin ist. Und dann speichere ich nochmal ab. Aber das nervt sowas wirklich. Das ist eh gleich da oben. Wir können hier da oben reingehen. Das geil ist, wir haben ja schon die Sachen gemacht. Die sind ja tot schon da drin. Jetzt können wir das wenigstens in Ruhe rumsehen. Ich finde, sowas sollte selbst bei einem Early Access Spiel nicht passieren. Das ist Schmutz. Das tut man nicht. So ein Stuck ist. Jetzt hab ich wieder. Ich hab Hunger. Schande lacht drüben. Ich glaub, ihr, wie immer Video gefällt, ihr. Das schneidet's nämlich. War das das mit dem Night? Mit dem Off? Ja, ja, Off, Off. Majestic. Ah, Majestic. Warte mal, wo finde ich ihn nach Hause? Ja, kommt doch mal rein. Wir holen die Kettensäge. Die ist geil. Glaub mir. Dass du die wenigstens noch hast. Okay. Und dann gehen wir nach Hause und dann safen wir beide. Aber dann kannst du schlafen gehen. Okay. Dann halte ich nicht, nicht, nicht länger auf den, was das ist. Na, du hältst mir ja nicht auf, dasselbe. Na doch, du bist schon lang genug da jetzt, bitte. Na, na, aber du hältst mir ja nicht auf. Ich bin wieder selber. Ich hätte selber Bock aufs Kartan, aber ich muss das jetzt dann wirklich. Ach, warte, da können wir zwischenspeichern, schau. Zur Sicherheit. Also, zwischenspeichert. So, die Kohlenfaser-Ding nehme ich mit. Jetzt kriegen wir da den doppelten Loot. Gefühlt. Passt. Ich halte mir mal eine Waffe. Aber ich glaube, jetzt sind die halt eh alle down. Ja, da waren ja schon noch alle. Nicht viele, oder? Ja, so ein paar Häuter waren. Da war es natürlich nicht alles dran. Da habe ich noch ein bisschen Fleisch. Das ist wie so ein bisschen Schnitzel, was du hier drauf tun kannst um die Haut. Ja, ruhig. Eine Schnitzel. Ausklopfte Schnitzel herst. Wie gesagt, da müsste irgendwo, ähm... Warte, komm, ich drehe das mal. Irgendwo müsste eine Kettensäge unten sein, laut Information. So das Erlebnisparadies, was die da machen wollten. Hört aus wie ein Badezimmer von echten Polizisten. Das ist echt so. Das schaut so... Das schaut so self-made aus. Wie sagt das, das Ganze... Weißt du, was ich glaube? Das war ja so eine Luxusanlage anscheinend, so. Für reiche Leute, die golfen gehen. Und dann wurde das Ganze irgendwie verschluckt, oder so. Ich glaube nicht, dass das aufs Golfen ausgelegt war. Draußen am Golffeld. Und die Leute sind auch so wie Golfe angezogen, so ein bisschen. So, wo soll jetzt hier die Kettensäge sein, außer wir wurden hart verarscht? Ja, wir können da zu zweit räuten. Ja, ja, warte, ich such grad die Kettensäge. Weiß nicht mal, ob es die da überhaupt wirklich gibt, oder ob die uns verarscht haben mit der Kettensäge. Laut der Priastronautik, Anhänger der Priastronautik haben gesagt, hier gibt es irgendwo eine Kettensäge. Irgendwo ist gut. Echter guter Hinweis. Hinter der Tür anscheinend. Wir sind gerade hinter der Tür. So, wo soll jetzt hier die Kettensäge sein? Eine Kettensäge, bitte. Eine Kettensäge. Vielleicht wirklich in dem Tank, da hinten, ja. Ja, macht aber keinen Sinn, oder? Schauen wir mal. Da können wir auf jeden Fall einen häuten. Häuten wir gemeinsam, ja. Da, da. Drei, zwei, eins. Eine andere Sicherheitstür, okay? Er hat gesagt, zurück Richtung Ausgang. Ja, da ist er aus. Ja, aber ich weiß nicht, ob er den meint jetzt. Aber nicht, dass das der falsch ist. Oh, das scheppert. So. Drei, zwei und zack. Ah, ja, da hinten. Da sind wir rausgerannt vorhin, weil er so kacke war vorhin, ja. Da die Räume durchsuchen. Ja gut, da werden wir es schon finden. Da steht er in der Tür, schau. Macht ASMR. Oh geil, Essen und Trinken. Da ist ein Kettensäge. Bei wo? Da. Boah, geil. Kann ich damit fighten? I fight. Wie geil. Ist das geil. Warte, lass auf. Warte. Drei, zwei, eins. Jetzt. Ey, wie geil ist das denn? Ja gut, dann haben wir jetzt auch was geileres als ein Kartal da eigentlich. Eine Kettensäge. Die schallert ordentlich. Ich ess mal was hier. Kann ich hier was trinken und essen, ja. Da können wir auch noch häuten. Ich kann nämlich schon mal ein Essen herunter. Was ist das Essen? Die Popcornflakes? Dingsbums? Zack, zack. Die können wir häuten, da vorne. Wollen wir auch noch mal. Drei, zwei, eins und jetzt. Ich bin jetzt mal voll amour, weißt du. Hass uns mal kurz dieses Baby da. Boah, wie geil. Okay, aber die muss man, die Kettensäge muss man aber mit irgendwas befüllen anscheinend. Keine Ahnung oder was. Benzinbenzin wie Öl oder Benzin. Ja, aber Benzin gibt es ja nicht, oder? Ah, wir ignorieren die Dinger einfach durchgehen. Ich wollte gerade einfach meinen Spaß haben. Ja, weil da gibt es noch einen Ausgang, schau mal. Gibt es einen Dolan? Der Kettensäge fühle mich schon sehr stark. Hä, was ist da denn? Ah, das ist, ah, das kommt zum gleichen Ding raus. Hä? Troll. Richtiger Trollgang. Komplett unnädig. Wir machen zwei Ausgänge. Oh, wir machen zwei Ausgänge. Zurück, dann speichern wir und dann kannst du gehen und dann gehe ich aufs Klo. Und dann mache ich aber weiter. Ich gehe das Haus bauen und vielleicht tue ich mir das Katana. Yes. Dann haben wir ja erst geschlafen. Nicht, dass ich dann wieder da vorne stehe und dann ist alles für die Katz, weißt du? Oh, das sind Leute bei uns. Ich hole einfach dabei, ich hole die Kettensäge. Das hole ich so. Echt? Ja, safe, werde ich wieder einmal richtig. Und da fliegt der Kopf. Aber du, ich brauche mal auf und halte die Kettensäge. Ja, toll. Ja. Ich saufle ihn verloren neben dir. Dreckig, Alter. Ich habe nur die Kettensäge ausgeholt. Lass uns probieren, was zu fällen. Oh, perfekt. Und das gegenseitig. Na, ich bin jetzt nicht so Fan davon. Das wäre die Wicke, da ist keine Reichweite nur. Ja, mein Revolver. Boah, der Schallert. Ich probiere jetzt mal mit der Säge einen Baum abzufällen, wie schnell das geht. Ich kann mal probieren. Das geht um die Säge. Das ist ja nice. Na gut, ich hau mich da mal hin. Jawohl, dann macht was mal. Dann ist da drüben ins Bett. Und los ist mir ein Lohr. Passt schon. So. So. Mit einmal in den Spielen gespeichert. Na passt. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich werde schauen, dass ich alles hinkriege. Ja. So, ich speichere jetzt das mal zwischen. Ich mach mal so dringend Pissen. Ja gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao. Ciao. Leute, ich geh ganz schnell in das Haus rein. Dann geh ich ganz schnell pissen. Weil ich muss sehr dringend auf Klo. Ach, sehr dringend pissen, Alter. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit, äh, GPS-RP bitte. Ich bin gleich wieder da. 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 Und ich bin gleich wieder da. 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 Ich bin geh wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich komme dann mit klar. Ich habe mit dem Singleplay auch schon überlebt. Also schaffe ich das schon. Das bin ich irgendwie schon gewohnt. Alter, Calvin geht mir so auf den Sack, ne? Was ist denn los mit dir? Ja, siehst du, der hört dann immer auf zum... Seht ihr das? Der fischt nicht weiter, der hört dann auf, kommt wieder zu mir und macht dann Pause. Seht ihr das? Das meine ich, das haben sie gefixt. Sobald er fischen geht, holt er die drei Fische und setzt sich wieder hin. Das ist übelst nervig. Aus dem Grund ist vielleicht jetzt das Ding hier besser, wenn wir das Ding haben, wißt du ja? Jetzt hat er wieder drei... Zwei Fische hat er mir hingelegt, mehr nicht. Ja, also den haben sie da unten gepatcht. Das war aber auch OP, muss man sagen. Calvin war schon OP mit dem Fischen. Aber egal, mein Gott. Dann gibt es halt jetzt nicht mehr so viel Fisch zum Essen. Aber das ist ein bisschen schneller. So. Du kannst Calvin auch Klamotten geben, aber das geht. Was denn los? Das wirst du mir zeigen. Umarmst du mich jetzt? Okay, ich dachte, sie umarmt mich und hat mich lieb. Also probiere ich das mal Calvin. Kann ich dir Kleidung geben? Hätte ich noch nicht gesehen. Nur mit Pause oder so. So Pause machen, weißt du? So, ist jetzt unsere Wunderbox drin hinten. In der Wundertüte. Machen wir die mal auf. Da ist ja immer was drin. In der Kiste. Wo ist die denn? In der Kiste jetzt hin. Ah, da. Das Geile ist, wir haben direkt in unserem Grundstück ein paar Kisten. Da ist immer was drin dann. Das ist schon geil. So. Ich mag den Spot. Ich finde den Spot hier echt angenehm cool. Hui. Und vor allem, dass hier keine Viecher mehr herkommen. Das ist geil. Ich wollte, ich habe nämlich folgendes vorgehabt. Ich wollte hier so einen Vorbau machen. Wisst ihr, was ich meine? Hier so. Das habe ich zwar angefangen, aber ich will, dass das hier so ein richtig schöner Vorbau wird. Zack, zack. Genau. Dass man hier dann so eine Terrasse vorne hat, wisst ihr? Haben wir hier vorne eine schöne Terrasse. Hier haben wir dann einen schönen Eingang. Ich finde das cool so. Ich könnte eigentlich mal ein paar Fackeln aufstellen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich stelle mal ein paar Fackeln auf, weil sonst ist es hier sehr, ja, rumschön. Ein paar Fackeln, bitte. Die Frage, kriege ich hier eine Fackel hin? Ja, kriege ich eine Fackel hin. Ah, wobei, hier ist ein Leuchter oben. Da brauche ich keine Fackel mehr. Dann haben wir dann hier vielleicht. Oh, was ist das denn? Oh, schau, da ist ein Vogel. Das Vogelnest funktioniert. Wie süß. Da ist ein Vogel bei uns im Vogelnest. Ich dachte mir, das funktioniert gar nicht. Aber anscheinend funktioniert es doch. So, ein paar Fackeln. Das ist ein schönes Liebes hier reinbekommen. Oh ja, sieht schon besser aus. Hier oben auch mal ein paar Fackeln. Das ist ja schade, wenn es hier dauerhaft dunkel ist im Haus. Freuen wir doch nicht. Und dann, ich werde heute noch, Leute, ich werde heute ein bisschen länger streamen. Also für die, die sich jetzt heute eh zurücklegen wollen, ein bisschen chillen wollen, ist das vielleicht ganz angenehm, weil jetzt bin ich alleine. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so laut und ich werde das Katala noch suchen gehen. Und dann werden wir Haus bauen. Also ich will hier wirklich heute noch ein schönes Haus für euch bauen, Leute. Das ist mein eigener Plan gewesen und ich habe es seit fünf Stunden noch nicht dazugekommen. Vielleicht hätte es wieder einen zehn Stunden streamen, ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie lange der heute geht. Aber ich bin schon mal zufrieden mit dem Stuff, den ich jetzt gemacht habe. Was ist jetzt? Wie ist das, wie ich bin insgesamt zufrieden? Ich bin mit der Location zufrieden und mit dem Haus bin ich, ja, das Haus wird noch verschönert, Leute. Das ist noch nicht perfekt. Da will ich wirklich noch auch Grünzeug ranbringen, so mit dem Thumbnail und so. Ich möchte so ein bisschen, wie es im Thumbnail ist, möchte ich es eigentlich bauen. Nur ein bisschen größer, das ist ein bisschen klein im Thumbnail drin. Das will ich einfach dann größer bauen. Schauen wir, wir können es abschließen, da sind wir sicher. Kommt keiner rein, auch kein Kelvin kommt rein. Geil, ne? Oh, der fliegt zu uns rein, guck. Da hätte er sein können. So, speichern wir mal. Ein ganz entspannter Stream heute. Ah, das freut mich. Ich muss erst morgen um 12 Uhr auf, also streamen ruhig. Perfekt. Das Haus vom Thumbnail sieht richtig schön aus. Ja, und darauf will ich es aber auch anpassen. Also, das Haus vom Thumbnail will ich ja, das ist ja, das Problem ist im Livestream, da bin ich schon wieder aufgeregt, dass mein erstes Haus nicht so aussieht wie auf dem Thumbnail, ne? Das Problem ist, wenn ich einen Livestream mache, brauche ich ja einen Thumbnail. Das heißt, ich kann nicht eins zu eins etwas vorbauen und das baue ich danach. Wisst ihr, was ich meine? Das macht ja keinen Sinn. Aber ich werde dieses Haus richtig schön herrichten. Auch mit diesem Grünzeug vorne. Ich möchte dann, dass hier Grünzeug ist, hier vorne auch. Dass es so richtig geil aussieht. Ich will es so richtig schön haben hier. Und schau mal, hier ist wirklich ein Vogel drin. Ach, so kann man dann... Ah! Dafür ist das also... Ich habe mich gefragt, für was das Vogelnest da ist. Damit man Federn fangen kann, um den Vögel zu töten. Das ist geil. Das ist ja mal sehr geil. Das freut mich gerade. Also man kann an sich jetzt easy... ...kann man hier jetzt einfach im Nest die Sachen sammeln. Das ging, glaube ich, davor auch noch nicht, ne? Das haben sie jetzt auch erst Fisch reingemacht. Aber irgendwie ist jetzt ein Bug da, dass ich hier irgendwie nicht die ganze Zeit hier... Ah, jetzt kann ich was reinlegen. Ah, da werden wir schon angegriffen. Sehe ich gerade. Die Zipfel, höre ich gerade. Können wir die eigentlich gebrauchen, die Zipfel hier? Ich kann die sonst vielleicht hier mal reinstellen. Oh, geh aber nicht zu weit in den Wald rein, Prinzessin. Nicht, dass du dir weh tust. Ah, komm. Worum braucht denn das so lange? Ach so, das ist noch kein... Ah, warte, ich weiß, was wir machen können. Ich weiß, was wir machen. Oh, ne, ich komm jetzt nicht durch, ne? Die Baller sei gerade ganz schön, ne? Ach, komm. Das können wir machen mit dem Holzflock. Jetzt schaue ich einfach, wo sie rumballert. Das kann doch nicht sein. Wie ballert sie denn? Oh, diese kleinen Babys sind da. Ach, nee, Bruder. Und nicht diese Dinger, die machen... Ach, Bruder, geh weg. Schön weggehen. Die Babys sind da. Deshalb ballert sie da so rum. Ich frage mich nämlich schon, was sie ballert. Aua. So, genau. Jetzt kommen die auch schon zu uns raus, die Babys. Das heißt, da muss irgendwo so ein Wobbel-Wockel-Ding sein. Oh, jetzt hat er mir Rüste genommen. So. Mädel, wir haben da hinten ein größeres Problem. Da ist nämlich so ein Stinky. Ach, bedien dich. Geht's Calvin gut? Ah, Calvin ist weggerannt. Feige Sau. Ja, es nimmt schon ein bisschen Gestalt an. Ich finde, der Vorbau macht's auch aus. Und ich hätte eigentlich, hätte ich geplant gehabt, das Dach, seht ihr das Dach? Ich möchte das Dach eigentlich weiter rüber tun ein bisschen. Aber ich glaube, wir können jetzt das jetzt nicht mehr machen, weil wir müssen warten, bis es wieder einfriert. Das Dach ein bisschen größer machen, bis es bis nach unten runter geht. Dann haben wir, dann geht das Haus noch mehr in die Breite. Weil ich finde, das Haus geht jetzt ein bisschen zu sehr ins, ich weiß nicht. Das ist ja so ein bisschen, ja, I don't know. Bin noch nicht ganz zufrieden mit. Ja, wasch dich erst mal, wenn's da sind. Gut. Dann hab ich mal den ganzen Fisch mit, für das Proviant, den ich heute brauche. Ah, ich kann nicht mehr mehr essen, ja, passt. Nicht mehr mehr mitnehmen. Dann nehm ich den Fisch da und schmeiß ihn, achso. Dann hab ich da nochmal den Fisch drauf. Nein. Mädel, ich brauche mal deine Hilfe. Da sind schon wieder Typen, die mich nicht gern haben. Das ist ein richtiges Biss. Oh, nee. Ein, fertig, komm. Ja, Ehre. Ehrenwert. Und da, der Nächste, komm. Den machst du fertig. Geil. Ja, das nächste Ding wär, wir würden hier so eine richtige Mauer ziehen, hier drumrum. Dass wir die ganzen Sachen hier safe haben, wisst ihr? Also, dann ist hier alles safe. Oder wir machen eine riesengroße Plattform, aber das fühle ich jetzt nicht so. Also, ich würde hier das alles mit Stämmen machen, wenn halt alle da sind. Drumrum. Also, ich würde sagen, eh, vielleicht bis zum Vlog da hinten, dann haben wir so richtig viel Platz. Dann können die hier nicht rein, wisst ihr? Dann können die nur rein, wenn sie so reinschwimmen oder über dieses Ding drüber kommen. So, jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt geh ich mal, äh, Dings holen. Äh, das Katana holen. Ganz da loire. Wie versprochen. Hand aufs Herz, man könnte 3-0 fertig sein. Ja, bald. Jetzt war der Server leider down für vier, fünf Tage. Wir konnten jetzt vier, fünf Tage nicht dran arbeiten. Aber die letzten Tage gehen wieder viel voran, aber, ja. Ich hab ja gesagt, Anfang diesen Jahres, wenn wir das auch hinkriegen, dieses Quartal war schön. Ja, es ist Quartal. Versprechen durch nichts. Es ist nur so ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Also, es ist nur intern das Ziel. Wir haben nie gesagt, dass es da kommen wird. Es ist nur so ein bisschen, wo wir denken, dass wir fertig werden. Mit den, mit den Sachen. Also, es ist kein fixes Datum oder so. Oh, ich bin durstig. Oh. Ach. Oh, Mann, Mann. Raus auf den Berg. Ab in den Uhren. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich mich abrecke oder so. Weil ich komplett alleine bin an Loa. Komplett an Loa. So, Marvin, ne Video. Danke für den Euro. Leonie, Tim, einzuschlafen. Warte, hat ja fünf Flügelenschaften verschenkt. Ich denke mir schon, warum sind da... Äh... Desasterboy21. Danke schön fürs Verschenken. Von fünf Flügelenschaften. Alter, gebt euch die Grafik. Alter, sieht das heftig aus. Vor allem, wisst ihr, was ich krass finde? Das Game ist nicht mal auf Unreal. Das ist auf Unity HD auf der Engine. Und Unity ist jetzt grafisch eigentlich nicht so das heftigste, äh, die heftigste Engine. Also Unity ist jetzt nicht so, man sagt, okay, das haut mich jetzt voll aus den Socken. Aber diese Unity HD Engine, die sie jetzt da haben, also die benutzt ein bisschen eine andere. Die geupgradete von Unity. Die hat echt Stil, finde ich. Also das sieht echt gut aus mit den Shadering. Mit den, mit den Flares und allem. Also ich, ich komme jetzt nicht an Unreal Engine ran, ganz klar. Aber es ist, es ist schon... Ein großes Upgrade zu Unity. Ein großes Upgrade. Heftig. Aber gut, Unreal Engine ist ja heftig, was das alles kann. Mit Unreal kannst du so viel machen. Machst du morgen einen Stream? Ich weiß es nicht, vielleicht mach ich morgen einen Stream. Könnte sein. Ich überlege nämlich, weil morgen, äh, ist das Video fertig. Entweder ich uploade morgen das Video oder ich mach einen Stream. Das kommt immer drauf an, ob ich da, äh, Zeit habe oder Bock habe. Das so oder so zu machen. Danke für das Geschenk, ja. Wird du random verschenkt oder was gerade eben? Oh nie, komme ich da überhaupt hoch? Ach, bitte sag ich, ich komme da hoch jetzt. Oh, ja. Geh mal wieder Bob fahren. Ey, mal bitte mit dem Bob runterfahren. Geh, ey, ey. Alter, wie hoch das ist. Ich muss ehrlich sagen, der Berg ist, glaube ich, so hoch wie Mount Chili hat circa, ne? Kommt das da ran? Das ist wie wenn ich mit Mount Chili hat hoch rennen würde, ja. Wobei man in GTA viel langsamer rennt. Hier rennt man ja viel schneller. Also stell dir mal vor, in GTA würdest du so schnell rennen können. Der heftig ist geil, aber geht leider nicht. Ne, aber hier, das ist... Also auch so hoch wie Mount Chili hat, würde ich behaupten. Ja, circa. Aber der Berg ist, glaube ich, an sich ein bisschen größer. Von der Breite her, so, wisst ihr. Weil es... Ja, wobei es... Es kann auch... Hm. Ne, da, wisst ihr, was das der Unterschied ist? Der Berg geht mehr in die Länge, ne? Aber von der Höhe ist er circa gleich. Ich glaube, der ist höher als Mount Chili hat. Also mir kommt vor... Mir kommt vor, er ist von der Höhe circa gleich, aber er ist halt ein bisschen weiter. Ist ja ein bisschen breiter. Aber wirkt dadurch etwas höher. Da kommt der fast gleich hoch vor, wenn du oben stehst auf Mount Chili hat. Kann mich auch täuschen. Vielleicht ist er doch etwas, ein Stück höher. Oh, wir sind auf dem Gipfel. Ey, warte, gibt es hier irgendwo so ein Fliege... Oh, da oben ist da ein Fliegedings, oder? Ist das eins? Oh, bitte gesagt, das ist irgendwo ein Paraglider, das ich hier runter kann. Ich brauche einen Glider, bitte. Einen Glider. Bin ich ja noch gar nicht lang gelatscht. Fällt mir gerade so auf. Weiß noch gar nicht. Also, jetzt fahre ich mit dem Bob runter, passt auch. Einen Glider würde ich halt direkt drüben ankommen. Ist halt der Unterschied. Na, ist kein Glider. Schade. Na gut, dann nehmen wir einen Bob. Nehmen wir den Bob. Nehmen wir den Bob. Nehmen wir den Bob in die Hand. Und runter. Biuuu. Ich sollte mal vor, ich mache das in New Life so. Oh nein, wirklich. Weiter ging es nicht. Das ist traurig. Jetzt bin ich traurig. Ich dachte, wir können viel, viel weiter damit. Aber so lange ist das gar nicht zum Gehen. Ich bin ja gleich drüben. Schaut mal, hier drüben sind wir schon gleich. Krats, krats, krats. Oh, ein Hase. Hätte ich jetzt gern mitgenommen zum Essen. Kann ich jetzt hier nicht auch runterroden? Ja, guck ich ja irgendwo an. Ach, jetzt lieber nicht. Ja, beruhig dich. Wir sind gleich da. Gleich haben wir unser Katana. Ich bin so traurig, dass Butti nicht da ist. Weil Butti ist immer so lang mit mir zusammen am Streamen. Das ist manchmal voll sad. Und mit Butti hätte ich heute noch das Häuschen bis 4 Uhr morgens nicht erbauen können. Ein bisschen traurig. Weil ich mich schon darauf eingestellt habe, dass ich nicht mehr alleine dann bin. Und ich dann zusammen mit jemandem das Haus fertigstellen kann. Bin ich ganz traurig. Aber hier kann ich runterrasen, ne? Ja, hier kann ich... Ja, Vollgas aber. Bruder, da ziehe ich aber Vollgas durch jetzt. Ich muss eine Rampe bauen. Brutig. Alter, was ist das? Ah, Hilfe! Wo bin ich denn hier hingelangt? In die Erdspalte oder was? Mein Gott, ey. Kann ich mal hier in Ruhe runterrodeln? Ne, ich komme in eine Bergspalte. Und in ein Low-Poly-Modell. Ah, das haben sie aber nicht gut gemacht. Schaut mal. Low-Poly. Den haben sie irgendwie übersehen, kommt mir vor. Der sollte nicht so aussehen. Ne, der sollte 100% nicht so aussehen. Hui! Hui! Boah, Alter, das bin ich aber weit gekommen. Ich bin im Wald, Mama. Ich bin da. Nur noch über den See und dann bin ich da. Dann möchte ich nicht hören, dass diese Karte nicht funktioniert. Weil dann dreh ich durch. Weil dann ist das Game verpackt. Dann glitsche ich mich irgendwie durch diese Tür durch. Dann suche ich mir einen Glitch. Das kann ja nicht wahrsteigen, dass ich da nicht durch die Tür durchkomme. So. Den sehe ich hier auch voll geil. Aber hier sind so viele Viecher drum rum. Da möchtest du gar nicht leben. Der Brandmeister BDK. Danke für einen Euro. Super Chat. Vielen Dank. Haut er gerade raus. Der hat halt nur auf PC. Aber es kommt nur auf Konsole. Brüder ist jetzt bestätigt, dass er auf Konsole kommt. Mir kam vor, die haben gesagt, sie wissen es auch nicht. Weil ich sag mal so, das Game frisst selbst auf guten PCs gut Leistung. Es ist wirklich ein Leistungsfresser. Also ich weiß nicht, ob du das auf Konsole gut zum Laufen kriegst. Da müsste man schon, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht ein bisschen tricksen. Wurde bestätigt. Ja gut. Oder den. Speicher vorher ab. Nee. Ich gehe da runter. Wenn es nicht funktionieren sollte, baue ich mir ein Zelt im Links drin auf. Wisst ihr? Und dann, ähm, ja. Dann starte ich nochmal ein Save-Game. Ach, wobei doch. Wäre geil, wenn ich erstmal hier ein Plätzchen mache. Weil nicht, dass ich dann wieder irgendwo stuck bin, ne. Das wäre auch kacke. Sonst stucke ich wieder irgendwo rum. Wie vorhin. Wobei, ich glaube, jetzt sollte ich gar nicht mehr stuck sein. Theoretisch. Aber ich bin ja alleine auf der Karte. Noch ein paar Blätter mit. So rein theoretisch sollte ich nicht mehr stuck sein. Ich hoffe es. Wenn doch, dann ist es halt so. Oh, nein. Oh, wirklich? Die sind da schon wieder... Ja, natürlich sind sie da. Warum auch genau immer da, wo ich hin muss, ne? Das ist so typisch. Verpieselt euch. Ich mag euch nicht. Geht weg. Komm. Weg. Oh, nee. Der verfolgt mich. Der verfolgt mich. Das ist aggressiv. Der ist aggressiv. Der mag mich nicht. Ha. Getribbelt. Und weg ist er. So, der Brandmeister. Das ist aber ja vorgewiesen jetzt, ne. Das letzte, ja. Nicht, dass ich dich irgendwie übersehen hätte oder so. Gut. Taschenlampe ist da. Ah, keine Taschenlampe. Genauso will ich das. So, dann baue ich mir hier schnell mein Zelt auf. Aufbau. Zelt-RP machen wir hier jetzt. Ich hoffe, anderen haben noch gesaved. Ja, sie haben gesaved, ne? So, dann machen wir Zelt-RP da drin, damit, falls was passieren sollte, ich immer ein Backup hier habe, ja? Sollte mir was passieren, bin ich hier sicher. So, ja. Schon Tag 21, Alter. Heftig. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das aufkriegen oder nicht. Ich habe jetzt alle Karten, die es im Spiel gibt, ja? Alle. Von A bis Z. Habe ich alle Karten geholt. Also müsste es jetzt möglich sein. Rein in der Praxis und rein in der Theorie. Ah, ich bin falsch. Perfekt. Rein theopraktisch müsste ich das Ding jetzt aufkriegen. Aha, habt ihr es gerade gesehen, welche Karte er benutzt hat? Habt ihr gerade gesehen, das wurde gepatcht? Leute. Ah. So viel zu. Die werden das im Internet nicht falsch machen. Habt ihr gerade gesehen, mit welcher Karte ich das gerade aufgemacht habe? Ja. Das war, das war nicht die, die Maintenance-Karte. Das war die blaue, die Gäste-Schlüsselkarte. Die haben das gepatcht. Mhm. Also war ich doch richtig, dass sie mit dem Patch das gemacht haben jetzt. Und davor brauchtest du die andere. Und deshalb steht es im Internet falsch. Ah. Na, da schau mal einer her. Und André wollte es mir nicht glauben. Also, nein, wenn es im Internet steht, muss das stimmen. Es muss stimmen, wenn es im Internet steht. Und ich vorhin die ganze Zeit, ja, aber vielleicht haben die das gepatcht. Vielleicht, ne? Natürlich haben sie es gepatcht, wie man sieht. Du brauchst dafür diese Gäste-Karte. Sonst kommst du hier nicht rein. Weil wisst ihr, wie ich im Singleplayer war? Konnte ich mit der Maintenance-Karte hier rein. Das haben sie gepatcht. Er hat die blaue genommen. Ha. Und ich sag's euch vorher noch. Das war die falsche. Ich hab ja genau gedacht, ich bin ja nicht blöd. Also man muss echt aufpassen. Die patchen schnell was raus. Und hier ist jetzt Baby, ne? Das kenn ich ja schon. Das große Baby kommt jetzt. Der Bri weiß, ich weiß so immer nicht, wer das ist. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ich würd so gern wissen, wer dieser Typ hier ist. Get down, son, sagt er dann. Er ist tot. Ja, sau viele haben gesagt, sie verstehen die Story nicht. Ich muss euch ehrlich sagen, sie ist sehr verwirrend. Und das macht sehr viel irgendwie keinen Sinn. Aber so ist das. Zum Beispiel das jetzt, diese Cutscene. Diese ganze Cutscene ist einfach überhaupt nicht aussagekräftig, oder? Vor allem dieser Tote ist jetzt weg. Und irgendwie steckt der jetzt in der Tür drin. Ja, es macht alles keinen Sinn. Egal. Es macht keinen Sinn. Lass mal's dabei stehen. Lass mal's so stehen, dass es keinen Sinn macht. Mein bester Freund, Ikakus, ist mir. Oh, Flashlight. Mein bester Freund, Ikakus, save the cube. Boah, da kann ich mit dem Knusperriegel essen. Das muss ich schon mitnehmen. Der Brandmeister, ja, einmal essen bitte, ja. Oh, hier gibt's ja richtig viel Loot. Und Andel wollte mit mir nicht mehr mitkommen. Dabei wäre er so schnell jetzt gegangen, theoretisch. Das hat so schnell funktioniert hier. Oh, da ist der Waffenaufsatz. Für was ist denn das für die... Oh, da ist ja noch eine Pistole. Das ist noch eine Pistole. Du kannst nicht mehr von dir tragen. Ich will aber diese Pistole. Das heißt, ich kann jetzt den Aufsatz auf die schmassen. Warte, ich mach da das. Die Tosche-Lampe mach ich drauf. Aber ich hätte den zweiten Aufsatz gefunden. Was ist das für ein Aufsatz? Keine Ahnung. Also ich habe zwei Waffenaufsätze. Ist das ein Glitch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wissen wir jetzt alle, dass das, was ich vorhin gesagt habe, gestimmt hat. Das war die falsche Karte, die wir hatten. Und sie haben es gepatcht. Und das ist richtig und wichtig zu wissen. Ich habe hier gerade alles rein, was es hier gibt, ne? Ich muss nicht auch gerne so ein Klips verriegeln. Da ist das Katana, guck. Oder ist es das? Ne, das ist ein Golfschläger. Ach stimmt, das ist ja irgendwo anders. Verstehe ich nicht. Oh, ein Drucker. Wait a second. Brauche ich was für ein Drucker? Maske, enttagen. Ah, ich hätte hier mal ein bisschen Mesh ausdrucken lassen. Komm. Wenn wir schon hier sind, lassen wir uns was drucken. Oh, Golfbälle nehme ich mit. Mal Golf spielen zu Hause. Ich habe gerade das gehört. Gehen wir jetzt nicht auf den Sack. Wir werden drucken. Mag diese Geräusche nicht. Wenn aber nichts ist, das macht mich fertig. Man hört Geräusche. Das kann ich nur noch schnell drucken. Jetzt habe ich noch ein paar Milliliter übrig. Wir könnten noch einen Schlitten haben. Wir Pfeile haben. Wir Trinkflaschen haben. Wir Maske haben. Oder brauche ich nicht? Maske ist so unnötig. Enterhaken können wir uns noch ein paar drucken. Ja, komm. Vielleicht noch ein paar. Wenn wir da für die Seilbahn brauchen, wir ganz viele Enterhaken. Wenn das die sind, was ich denke, dass das sind. Aber sind das die? Ich glaube, ne? Ja. Und dann nochmal ein Mesh, oder? Ich bin gerade auf ganz gechillt. Ein bisschen drucken, ein bisschen warten. Da schaue ich den schon. Kann ich überhaupt tragen davon? Sechs Stück habe ich schon. Geil. Kann ich mir die ganze Rüstung draus machen, theoretisch. Dauert echt lang. Ich denke mal, wenn wir schon hier sind, warum nicht? Kann ich noch was anderes machen mit TechMesh? Ne, nur eine Rüstung, sehe ich gerade. Ja, super. Obwohl, ich habe ein Mikrofon gehauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht unbedingt Ohrenschmerzen davon. Ich habe gerade mit dem Mikrofon geschlagen. So, das war es jetzt. Perfekt. Alles gedruckt, was ging. Dann raue ich mir den Energy noch rein. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's rein da. Aber dieses Viech, glaube ich, ne? Ah, da unten ist er. Ja, man merkt schon, dass die gedowngradet wurde. Davor konntest du dieses Ding mit einem Schuss erledigen oder zwei Schüsse. Jetzt brauchst du drei. Also, eineinhalb Schüsse waren es davor, ne? Ungefähr. Also, zwei waren es davor. Also, man merkt, 50% weniger Schaden macht sie. Das ist halt schon kacke, finde ich. Muss nicht sein. Hätten sie lassen können. War ich hier schon? Ne, oder? Hä, war ich hier schon? Ist das dasselbe, wo ich gerade war? Oder? Ne, da war ich noch nicht. Flinkengeschossen, danke. Genau das, ne, da war ich noch nicht tatsächlich. Hier war ich da, zache, noch nicht. Müsste hier ja irgendwo dieses Gerät sein. Oh, nicht ihr schon wieder. Komm, geht weg. Katana! Geil, endlich! Was zu trinken. Der Bre ist voll mit Energies. Ja, also, oh, hier gibt es ja sau viel Loot, ne? Geil. Irgendwie da voll mit allem. Aber ist leider so weit weg von unserem Haus, leider, ne? Das ist... Also, sonst könnte ich hier immer looten gehen, alles. Market, äh, Observations. Mhm, vergrößern. Ach, so kann man vergrößern. Das wusste ich nicht. Oh, wo kommst denn du her? Was ist denn nichts, oder was? Oder Freunde mitgebracht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du warst alleine. Bitte sag, du. Bitte vergesse ich die Goldrüssi. Ne, die vergesse ich nicht. Ich weiß, dass die hier drin ist. Die habe ich ja hier auch schon mal gefunden. Ich habe ja nur mal das Katana gesucht, habe ich es gefunden. Und dann kommt ja die Goldrüssi. Mann, so schade, dass ich hier jetzt alleine bin. Das wäre so geil mit anderen. Aber ist halt so. Dann gehen wir halt hier zweimal runter. Hier ist die Goldrüssi. Das sehe ich schon. So. Habe ich sie gerade angezogen? Die ist halt schon heftig, ne? Goldrüstung. Also die Goldrüstung kann halt kaputt gehen, was ich so viel weiß. Aber Problem ist an der Goldrüstung, wenn sie kaputt ist, ist sie halt weg. Das ist halt kacke. Und ich glaube, die kann man nicht reparieren, ne? Die bleibt halt dann kaputt. Wie alles hier. Ist halt nur einmalig hier zu finden. Wenn ich nicht ganz blöd im Schädel bin. Warte, war nicht hinten auch noch was? Ganz hinten oben konnte man ja hochgehen, ne? Die schaue ich mir nur an. Die ich nur fast vergesse. Was wichtig und wichtig ist, was ist da oben? Ah, von da komme ich her. Na, never mind. Da wird so unten aufgemacht, die Tür. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ich komme von hier. Und hier geht's jetzt weiter, ne? Die geht nicht auf die Tür. Ich höre was. Was ist das denn hier? Er hat verschüttet worden oder was? Oh mein Gott. Ich hab das gar nicht gecheckt, was das hier ist. Oh nee, wird's creepy. Ey, das ist schon ausgegangen. Cool. Cool, super. 10 von 10 Punkten. Danke, Bruder. Oh mein Gott. Und was schieße ich über meine Munition an euch? Ich kann euch eh easy wegdingsen. Trotzdem bin ich gerade übelst erschrocken. Oh mein Gott, er hängt fest. Oh, oh, was kommt zu mir? Warte, das ist jetzt ein Dämon. Das ist ein Dämon. Warte, warte hier. Das ist jetzt ein richtiger Dämon, glaube ich. Ja, das ist einer. Guck. Das ist ein Dämon. Das ist, das vorhin war gar kein Dämon, ich da vorhin bekämpfen wollte. Da. Fluch. Ah. Fluch auf dich. Geil. Sei verflucht. Das weiß ich endlich, was ein Dämon ist. Also so sehen die aus. Ich dachte mich, das wären die anderen gewesen. Aber das Ding ist ja richtig ekelhaft, Alter. Ich dachte nämlich, dieses Spinnending wäre es, aber das war es gar nicht. Das war es ja gar nicht. Wenn ich mich jetzt am Ende erschrecken muss, muss es halt echt nicht sein. Unglaublich, wirklich, dass ich mich hier erschrecke. Und sowas blöd, nämlich. Nehmen wir mal einen hier. Auch wenn wir es nicht brauchen, rein damit. Das bringt sich gerade um nichts. Wie kann man weitergehen? Aber wirklich, das war es schon. Schade. Oh, die goldene Maske. Die dich fast übersehen jetzt. Ich habe die goldene Maske gefunden. Die habe ich jetzt fast übersehen, ne? Stell dir mal vor, ich dich jetzt im Moment genommen einfach die goldene Maske. Äh, Deep Sleep, ja. Da kann man besser schlafen. Glaube ich. Oder kann man dann besser schlafen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, goldene Maske gefunden, Jungs. Ich fühle mich ganz toll. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht nochmal erschrecke, dass ich hier ganz nochmal rausgehen kann. Bitte sag ja. Oh, nee, geht es ja weiter. Super. Wie geht es denn hier lang, sag mal? Oh nein, an das kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, Bruder, muss ich jetzt hier wirklich durchgehen? Oh, kein Bock. Ist nur Ausgang. Ich habe das Spiel zwar erst gezockt, aber ich habe keinen Bock jetzt auf Stress hier. Wirklich keinen Bock auf Stress. Aber ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ein Katana habe ich, meine Goldrüstung habe ich. Dann können wir zurück und das Haus fertig bauen. Boah, wie die das immer machen, dass du hier runterfällst. Ach, endlich. Finally. Wo sind die anderen? Die sind schon alle schlafen gegangen. Ich bin schon der letzte Überlebende. Jetzt kommt die wieder. Die kackt mich jetzt an. Kenne ich eh. Kenne ich alles. Ihr seid ganz lustig. Aber ich werde jetzt einmal hier rüber schwimmen. Schau mal hier. Guten Tag, der Dame. Genau. Ich schwimme da rüber. Dann gehen wir auf den Berg hoch. Auf den Berg. Gehen wir dann wieder runter. Hauen wir mit dem Bub fahren wir dann. Dann gehen wir mit dem Bub fahren. Das ist ein guter Plan, ne? Ich meine, ich kann es denen auch nicht böse nehmen. Die gehen ja alle arbeiten. Meine Arbeit ist ja fulltime YouTube machen. Ich bin froh, wenn ich ein Video vorproduziert habe, mindestens. Da bin ich schon happy. Wenn ich das eine ist, wenn ich Daily Content durchziehen möchte. Aber ich habe jetzt, glaube ich, einmal habe ich einen Tag ausgelassen mit Daily Content. Einen Tag jetzt halt lang wieder mal. Einen ausgelassen. Aber Daily Content machen mit Stream zusammen ist halt nicht so easy, wie man sich das vorstellt. Es ist echt nicht so, so einfach das Ganze. Aber das ist halt mein Job, ne? Wenn man Fulltime machen möchte, kann man das auch machen. Aber das ist halt nicht zu unterschätzen. Aber ich verstehe nicht, wie das Leute hinkriegen. Mit Zweitkanal noch. Zusätzlich. Es ist ja auch nur Leute, die das machen. Oh, ne. Irgendwie liegt das nicht hoch. Aber wirklich jetzt? Ne, das will ich doch gar nicht. Oh mein Gott. Stell doch einfach das blöde Zelt auf, oder? Danke. Geht doch. Der wird den Zweitkanal haben und dann insgesamt drei Videos am Tag machen. Mit Zweitkanal zusammen. Das finde ich halt schon heftig. Wie man das macht. Keine Ahnung. Wenn man das Jahre so durchzieht. Ist es nicht ohne. Wie lange bist du noch live? Eine Minute, 25 Sekunden und 134 Millisekunden. Aber exakt auf die Sekunde genau. Also auf die Millisekunde genau. Und so lange bin ich noch live. Auf einmal geht genau da mein Router aus. Da komme ich ja gar nicht hoch, du. Mein Gott. Ach, kacke. Soll ich jetzt auf den Berg kommen? Muss ich mir nicht mehr nach Hause. Ich will nach Hause, muss ich. Wie nach Hause. Ach, ich habe Hunger, Silkschreiter. Gut, deshalb. Deshalb ist das so ein Struggle in der Brie. Ja, sag doch gleich, dass du Hunger hast. Soll ich doch mal ein Energy reinschmassen. Guck. Gibt es ja gleich besser. Ich bin richtig gefüllt mit Stuff. Was siehst du? Gibt es denn Umwelt verschmutzen hier? Passt auch. Flieg doch da runter. Ja, wieso ich da runter fliege? Ich habe doch meinen Stuff nicht dabei zum Fliegen. Soll ich jetzt mal auf den Berg hoch. Letter Collecten in der Zwischenzeit. Guck mal, ich habe hier eine Rastzeit. Sonst weckt er uns wieder ab. Oh, mir fällt gerade auf, das ist ja gar nicht erst der große Berg. Der große Berg kommt ja erst hin. Ach nee, Alter. Da bin ich ja als runtergerodelt. Das ist ja erst mal der Anfang hier. Das ist erst mal der kleine Berg, wo ich gerade hochstulziere. Der große kommt ja noch. Ja, super. Aber Ski wären ganz geil im Spiel. Oder so ein Sessellift. Warum bauen wir nicht einfach hier einen Sessellift hoch? Ja, mein Plan wäre sowieso, also eine Seilbahn würde ich ja bauen. Wir könnten die dann erweitern. Also ich möchte ja hier wirklich ein bisschen was bauen. Ich würde die erweitern. Die Seilbahn geht dann vom Haus drüben über den Berg bis nach hinten durch. Einmal komplett durch. Das ist eine Seilbahn über den Berg. Dann kannst du ja auf der einen Seite runterrodeln. Und auf der anderen kannst du wieder hochfahren. Wäre eine geile Idee. Aber da drüben ist erst der große Berg, wo wir rauf müssen. Ja. Alter, wie schön der Schnee auch ist in dem Spiel. Heftig. Guckt euch das mal. So ein bisschen wie in Red Dead Redemption 2 vom Verhalten her, finde ich. Guckt mal. Vielleicht nicht ganz so schön wie in Red Dead, aber doch, das kommt schon da ran. Ja, doch. Das kommt schon sehr nah ran. Bei Red Dead ist es ein bisschen heftiger. Aber bei Red Dead kannst du ein bisschen auf den Schnee einsinken. Das kannst du hier nicht. Soll ich hier runterrodeln? Ja, komm, let's do it. Let's rodel runter, der Rodelbahn. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ein bisschen holprig das Ganze. Ja, nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt, let's rodel. Oh, oh, oh. Oh, 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 ja. Ja, das passiert, ja. Ich wusste nicht, dass hier direkt... Ja, egal. Passiert. Zwischenspeichern bitte. Zwischenspeichern mit der Rodel. Und jetzt gibt's da den Hausbau. Oh, das hab ich ja gar nicht gesehen vorhin. Geil. Sehr geil. Nimm ich alles mit. Ich mit. Oh, Snack. Warte, was ist ich denn jetzt? Oh, keinen Schneck. Wollen wir mit Schnecken mitnehmen? Da gibt's was zum Snacken. Da gibt's was zum Snacken. Oh, Muniz. Aber richtig viel Muniz hier drin. Ja, geil. Jungs, habt ihr gut gemacht. Wusste ich ja nicht, dass hier so viel rumliegt. Oh, hier ist ein Paraglider. Oh, warte, den nehme ich aber jetzt mit hoch. Den nehme ich mit hoch. Geil. Haben wir schon drei von den Dingern, die zu Hause stehen. Sehr geil. Ich hoffe, ich stütze damit jetzt nicht ab, weil dann werde ich jetzt tot, Leute. Und wer ist das mit mir? Jetzt gehe ich schon hin. Im Paragliden. Das konnte ja nur schief gehen. Ich glaube, es gewittert gleich. Da braut sich was zusammen da oben. Guckt mal. So eine Gewitterwolke. Seht ihr das? Da braut sich was über uns zusammen. Kann eigentlich ja Blitze mich einschlagen. Ich hoffe nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, dass es nicht passiert. Oh, nee. Da sind wir dann jetzt gerade so hier, ne? Und ich muss eigentlich nur hier runter, ne? Da sind wir gleich da. Ja, hier in die Richtung müssen wir runter. Ja. Also, Leute. Also, ich stelle mich hier vorne auf. War schön, euch gekannt zu haben. Hier Power gliden jetzt gleich. Und dann hoffen wir, dass wir unten wieder ankommen. Jetzt ruste ich mal kurz aus. Und jetzt. Drei. Warte, wo wohne ich denn? Hier vorne oder hier hinten? Aber wenn wir schon sehen. Und. Ach so. Passt. Ab geht's. Hui. Also mal so Spaß, in dem Spiel zu packen. Oh, durch die Wolken durch, Alter. Wie geil. Man kann hier durch die Wolken fliegen. Ein bisschen Nebel hier. Und jetzt sind wir alles. Ich glaube, hier vorne, äh, da, wo wir, ne? Entweder es war hier, oder es war, ja, hier, wo wir. Oh mein Gott. Hui. Ich habe so Spaß. Aber bitte eigentlich abstützen. Auch, ich hoffe nicht. Alter, ist das geil. Hui. Ja. Warte, wie lange der Luft bleiben kann. Nochmal nach oben fliegen. Aufschwimmungsabriss. Und jetzt halten wir hier an. Zack. Nice. Machen wir den mit. Na komm. Oder lass dich runter, bevor dann genau. Machen wir es so. Lass mich runter, bevor er guckt. Da ist er. Schon drei Stück haben wir zu Hause. Schau mal, da vorne ist einer. Ander hat seine irgendwo da drin versenkt. Der schwimmt da, glaube ich, noch irgendwo rum. Und den tun wir hier hin. Ah nee, hier sind sie. Guck mal, alle drei. Geil. Geil. Drei Stück schon am Haus. Kann man machen. Und safer das Ganze mal. Und dann machen wir das Haus jetzt schön. Mit dem Katana. So, speichern. Ja. Endlich haben wir es, Leute. Endlich. Ich rüste jetzt mal meine ganzen Sachen neu aus. Ich würde sagen, Machete brauchen wir nicht mehr. Katana tue ich auf Platz 1. Äh, dass ich die direkt immer habe. Ja, das Ding. Platz 1. Platz 2 mache ich dann die Pistole. Platz 3 mache ich die Schrotflinte. Was brauchen wir sonst immer? Ähm, Granaten brauchen wir nicht so oft. Also 1, 2, 3 haben wir schon belegt. Dann brauche ich jetzt nur noch die Axt. Dann würde ich die Fette nehmen. Die Fette auf 4. Und auf 5 machen wir den Speer. Und dann passt das schon. Oh, wie... Haben die die neu gemacht? Die war doch davor... War die doch so ein bisschen schwarz, oder? So dunkel. Oder war das ein Shader-Problem, was sie gefixt haben? Sieht jetzt richtig shiny aus. Guck mal. Ui, Alter. Richtig shiny. Ja, ich bin zufrieden. Sehr zufrieden mit... Äh, lebt eigentlich unser Holzmichel noch? Ah, die sind da ganz weit hinten. Die kommen noch. Die kommen noch dazu. Schau mal, hier unten. Seht ihr die Fische? Schau mal. Theoretisch, wenn ich da jetzt aufpasse, könnte ich den... Ja. Wobei, wir könnten mal gucken, um unser Fisch, den schon was gefangen hat. Das gucken wir mal nach. Theoretisch sollten da schon ein paar Fische drin sein. Gucken wir mal. Ja, da sind Fische drin. Guck. Oh, warte. Ich muss die... Ja. Ich habe noch Fisch dabei. Dann tue ich den Fisch in ein Lager. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bauen jetzt am besten erst mal ein Lager für Essen. Einen Kühlschrank bauen wir jetzt erst mal. Saumäßig wichtig. Bin ich. Und... Oh, warte, da hinten ist ein Reh. Das können wir mitnehmen. Was? Reh. Hallo, Reh. Wo bist du? Ist nicht da. Weil, wenn wir zu viel, äh, Sachen haben, dann ist das Problemchen, dass, ja, man merkt's. Die Fische zum Beispiel, ja, die droppen dann einfach direkt. Deshalb bauen wir jetzt ganz schnell uns in den leckeren Kühlschrank unten. Yes. Wenn ich ins Haus kommen könnte, das wäre ganz cool. Ja, so viel dazu mit dem Kühlschrank. Ich komme erst mal nicht ins Haus. So, jetzt aber. So, wir bauen unseren Kühlschrank am besten... Hier machen wir die Küche, ne? Hier. Vielleicht sollten wir hier in der Ecke so den Spot machen, wo wir... Ah, ich hab hier noch gar keine... Keine Fenster gebaut, sehe ich gerade hier. Wie wär's, wenn wir hier eins machen? Oder... Wobei, hier kommt die Küche in die Ecke. Wo machen wir den Kühlschrank? Oh, wir machen hier Storage-Drum. Wir könnten hier so ein Storage machen. So ein kleines Storage-Drum. Und hier machen wir so für die Küche ein Fenster rein. Hier so zweimal Fenster, wisst ihr? Ja, hier machen wir Fenster. Wenn wir rausgucken können. So, hier eins. Ja, sieht dann noch was aus. Schau dir mal die schöne Aussicht an. Das ist doch schön. Genau, und dann machen wir hier Storage. Den machen wir so im Kühlschrank. Schauen wir mal, wie sich das überhaupt ausgeht, wie ich mir das gerade vorstelle. Wo können wir hier... Hier, äh... Wobei, ist ein Wandregal eigentlich die gescheitere Idee? Ich glaube aber nicht, nee. Nee, dass da nicht mehr Plätze möglich sind. Aber ich mach hier die... Das Regal mach ich hier auch nochmal hin. Ein bisschen mehr haben. Och, wirklich? Ich hab keinen. Ah, doch, ich hab ja. Oder ich hab doch... Passt. Mhm. Da mach... Die Speis machen wir da her. Vielleicht das hier... Oh, geil! Ist der vielleicht hier so? Oder sieht das dann blöd aus? Oder hier vielleicht. Und hier kommt dann die Küche rein. Nehmen wir zu wenig Platz. Ich würd's hier so reinstellen. Hier stellen wir's rein. So. Alter, die Ente, die da chillt. Ich hab grad übelst erschrocken, weil ich gedacht hab, das ist ein Viecher. Draußen auf mich wartet. Ähm... Warte, was brauchst du jetzt für einen Block hier? Was würdest du denn von mir? Ich will einen großen Block haben. Mhm. Und jetzt geht das erst mal in drei hier. Yes. Die Blöcke wieder aufs... Ah, die kann ich mir jetzt gar nicht holen. Die wird weg sind. Das ist blöd. That's bad. Na ja, egal. Aber hier, äh... Tun wir mal alles hin, was wir an Essen haben. Das ist reines Essensregal. Das heißt, wir machen mal die aus. Dann tun wir hier mal rein. Die brauchen wir jetzt nicht. Dann hier kommen die Rahmennudeln. Machen wir mal rein. Dann hab ich aber oben das Essen auch noch mit. Dann ist das hier die komplette Küche, ist das hier. Konserven. Kann man die auch machen eigentlich? Ich hau aber mal alles rein, was ich hab, Leute. Damit ich mal... Ne? Einen Fisch. So, der ist verrottet. Den nimmt man nicht. Tierhaut auch nicht. Ne, dann haben wir eigentlich doch eh alles rein geschmissen, was wir haben, ne? Dann machen wir ein Regal mit Essen. Und eins mit Trinken, oder? Hätte ich gesagt. Tun wir hier die Sachen aufheben. Dann machen wir alles, was hier ist. Hoppala. Oh, ich wusste nicht, dass ich so viele Konserven da hab. Na komm. Und Uhren, das bauen wir nicht, das bauen wir nicht. Wo ist denn hier das ganze Zeug? Ah, hier ist Trinken, ne? Ah, wobei, das brauchst du nicht für Trinken. Das lassen wir hier stehen. Ja, dann würde ich Essen unten machen. Ah, Ander hat ja eh alles oben schon weggesnackt. Das ist eh schon egal. Der Brie hat schon alles weggesnackt. Da bauen wir nochmal so ein Regal hier auf. Geht sich das aus? Ich hoffe. Ja, es geht sich sogar perfekt aus hier unter der Treppe. Ja, was haben wir für einen Lack, dass sich das ausgeht. Passt. Gut, nochmal Holz. Ich könnte probieren, dass ich das hier irgendwie reinkriege, ne? Die wären perfekt fürs Holz. Jetzt gleich. Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ja ne Idee. Geht das? Komm, bitte. Funktionier. Funktionier doch. Okay, es geht nicht. Ich push das mal nach vorne. Aber ich möchte das schon wieder reusen, das Holz, was hier ist. Das wäre so traurig, wenn wir es nicht benutzen würden. Sollen die Bretterhälften, die wir da perfekt hätten? Drei Stück. Oh ne, jetzt komm ich ja nicht mehr hoch, ne? Oder, warte. Mit nem richtigen Sprung. Ja, oder nicht. Mit der Sicherheit traurig ich ja nochmal die. Oh, da sind schon wieder Dorfbewohner bei mir. Ich hab kein Bock auf die. Die müssen genau jetzt kommen. Genau jetzt, wenn ich hier bauen möchte. Also wir müssen ja echt einen fetten Wald dann bauen, wenn wir, aber das mach ich nicht heute. Das mach ich dann, wenn alle da sind. Hade ich sonst keinen Bock drauf. Weil hier muss auf jeden Fall ein fetter, fetter Wald gebaut werden. Geht gar nicht anders. Die nerven halt sonst wirklich dauerhaft. Schaut euch das an. Wie nervig die Dinger sind. Night Gaming YouTube, ich hab ich schon vorgelesen, danke mal für einen Euro. Ich glaub aber, wir sind das schon vorgelesen. Ich bin zu lustig für US erst. Da ist jetzt das Holz, das ich brauch. Genau, die. Könnt ich da drei? Ne. So mit, zack. Seht ihr? Wiederverwerten. Ich fasse, das ist jetzt fast ein Falschen wiederverwertet. Da hinten den, die können wir wiederverwerten. Den hier. Ja. Weil warum auch nicht, ne? Ich überleg noch, ob ich hier nochmal eins hinbauen soll, ne? Hier so. Weißt du, was ich mein? Hier nochmal ein Regal. Und dann hast du hier so wirklich ne Speis. Dann könnten wir hier so ne Mauer bauen. Ja, beruhig dich. Fresse da hinten. Dann machen wir hier so ne Mauer. So oder so. Zack. Dann bauen wir hier nochmal so ein Regal hier auf. Und dann hast du hier wirklich so ne Speis. Aber. Würde ich fühlen irgendwie. Schau mal, wie das aussehen würde. Wird es nochmal so ein Ziel? Oder ob ich das überhaupt hinkriege? Oh ja, wir lassen es halt offen. Und das wird sich ausgehen. Ich meine, ich baue es mal. Sonst versetze ich es einfach später. Das habe ich jetzt komplett falsch platziert. Naja, egal. Ist egal. Es geht eh um nix. Es ist ja wurscht. Ja, ich glaube, wir machen das anders. Wir machen das ja doch nochmal weg. Und tun das. Einfach da rein. Dann sieht das auch ruhig noch was aus. Ah ne, noch nicht. Nein. Hm. Jetzt sieht es aber schon mal an einer Speis aus, wenn du hier reingehst. Das hast du jetzt alles hier so drumrum. Und das ist halt jetzt hier ein bisschen in... Ja, ist ein bisschen eng jetzt. Weil ich das jetzt natürlich nicht so perfekt rein... Oder ich mache das ein bisschen weiter rein. Oder finde ich das stört? Also ich finde das stört gar nicht so krass. Das ist jetzt hier nur so leicht. Ne. Ich probiere es mal ein bisschen reinsetzen. Das ist so, wie das andere steht. Wobei, so finde ich es ganz gut. So ist Platz spart. Ja, so machen wir es. So ist es auch auf beiden Seiten richtig. Und jetzt könnten wir in der Theorie... Wartet mal. Das können wir jetzt theoretisch machen, ne? Hät sich das aus. Ich glaube, jetzt kann ich sogar das machen, was ich vorhin machen wollte. Nämlich, dass du hier so ein Zwischending machst. Oder? Ne. Geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Och ne, jetzt habe ich es weg gemacht. Nein. Oh ne, jetzt habe ich es kaputt. Oh ne. Super leid. Ach, ich bin so ein Blädel, Alter. Das ist halt unglaublich. Ich hatte es doch gerade fertig, Mann. Ja, zum Glück kriege ich die Teile wieder. Ach, komm. Zum Glück kriege ich die wieder. Das haben sie gut gemacht, den Patch. Du kannst die Sachen zerstören und wiederholen. So, jetzt aber. Ja, ich finde, das ist so gut so. Dann baue ich das ja nochmal ab. Dann passt das. Ja, sieht aus wie ein Supermarkt. Das soll auch eine Speis sein. Da soll halt wirklich... Da sollen jetzt nur Essensachen hinkommen. Sonst nichts. Das ist rein Essen. Weil hier ist die Küche. Wisst ihr? Hier machen wir ein Feuerchen hin. Und hier in der Ecke ist Essen. Das habe ich jetzt so geplant gehabt. Deshalb passt das auch, dass es so aussieht wie ein Supermarkt. Das soll ja auch so aussehen. Das soll ja auch so auswirken wie einer. Ich noch Sachen? Ne. Da ist auch nichts mehr. Ist da noch was drin? Auch nicht hier. Den Sessel würde ich gerne mitnehmen. Hier drüben. Schau mal, wie viel Fisch wir da drin haben. Wir haben da jetzt sage und schreibe. Alter. Das ist sauviel Fisch drin. Ich hänge den mal auf. Das haben wir ja richtig viel Fisch. Oh, ist das jetzt schon verdorben, der eine? Oh, ne. Das ist schon ein verdorbener Fisch da. Egal. Dann nehme ich den noch mit. Dann tue ich rüber. Dann fische den verdorbenen. Den hier. Oh, nicht essen. Ach, na. Ist egal. zu spät. Ja, ist aber schön. Kein Mitleid. Also, aber den tue ich aber da hin platzieren, dass der verdorben bleibt. Oder warte, wisst ihr was? Den esse ich gleich. Der Rest ist ja... Pack doch gleich die ganzen Konserven rein. Ja, mache ich gleich. Aber ich weiß nicht, kann man die Konserven aufmachen? So, ich habe ja hier... Ich habe ja schon Konserven da, ne. Aber die kann... Den kann man ja nichts anstellen, oder? Kann man damit was anstellen. Schaut mal, hier die. Kombinieren. Daraus kann man was machen? Katzenfutter? Äh, warte mal. Katzenfutter. Für was brauche ich das? Es gibt keine Katzen. Äh, kommen Katzen das Spiel rein? Oder ist das... Ist das... Für was ist das? Dann schreibt mal rein. Ist das... Ist das für später, oder was? Das Katzenfutter. Ja, mit dem... Konservenöffner. Findet man in so Kisten. Habe ich schon... Da müsste ich aber einen haben, theoretisch. Einen Konservenöffner. Oder habe ich sowas noch gar nicht? Ah, hier. Guck mal. Mal gucken. Kann ich das essen, oder was? Und was mache ich jetzt draus? Was werde ich jetzt draus machen? Das einfach essen. Das kannst du selber essen. Ist ja lecker, Alter. Oh, das gibt aber viel. Okay. Ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Da kommen die Konserven aber auch runter. Ich dachte, die sind... Die sind unbrauchbar. Ich dachte, die sind einfach nur da. Ja, dann kommt die da auch rein. Konserven. Die stellen wir hier hin. Aber sowas von kommen die hier hin. So. Boah, ist ja voll geil, dass man die essen kann. Katzenfutter ist da drin. Gut, wer sagt, dass man Katzenfutter nicht essen kann? Natürlich kann man das essen. Ist ja logisch. Unlogisch, wenn es nicht so wäre. Gut, ein bisschen Katzenfutter. Passt. Ich glaube, dann bin ich unten... Was sind hier noch? Ah, hier sind Dosen. Die nehme ich noch alle mit. Die ist immer noch alles mit, was hier ist. Ach, stimmt. Die Dosen einlagern. Das heißt, das Trinken würde ich fast sagen, dass wir das hier hin tun. Weil hast du links und rechts hast du Essen. Oder sollen wir hier... Ja, dann machen wir hier Trinken hin. Essen kommt dann hier so in die Reihe rein. Dann kommt hier Trinken hin. So. Ist ja alles schon sortieren hier. Aber wir haben ja auch noch ganz viele. Oh, wird das geil. Wir haben einen kleinen Supermarkt. Bauen wir uns hier gerade auf, Leute. Einen richtig kleinen, schönen Supermarkt. So. Trinken. Von oben runter. Hä, wo war denn das? Ah, das war ja unten. Oh, boah. Ist da noch was, was wir gebrauchen können? Nee, das ist der Westen. Jetzt Spuren brauchen wir nicht. Leipstix brauchen wir nicht. Geil. Gut. Komm, jetzt Trinken rein. Oh, das wird so geil, Leute. Unser eigener kleiner Supermarkt. Wir haben hier noch mal, zack. Die ganzen Riegel tun wir da noch rein. Die ganzen Liefriegel. Weil da habe ich genug von den Riegel. Das ist so viel. Ich habe so viele Riegel einfach am Start. Gibt euch das mal wie viele Riegel ich habe. Gut, wie viele Riegel ich habe. Mhm. Passt. Und jetzt noch den Wodka kann man nicht trinken, ne? Den kannst du nur kombinieren. Das heißt, den sollten wir vielleicht einfach irgendwo anders lagern. Also oben. Dann tun wir hier hin. Nehmen den. Genau, hier ist C4. Dann haue ich das hier hin. Das ist ja für Bomben und so Stuff gedacht. Ah, Molotow habe ich doch schon. Sehe ich gerade. Na. So Chips haben wir fünf Stück. Alter, 24. Gut, Uhren habe ich auch so. En masse habe ich Uhren. Geil. So. Dann haben wir hier schon mal echt gut sortiert. Also hier komplett Essen. Hier Stuff von anderen Leuten. Da denkt ein Typ, der mich nicht gerne hat da draußen. Ey, warte, ich kann das eigentlich abbauen. Das brauchen wir nicht mehr. Zack. Das kann ich gleich für außen verwenden. Ähm, yes. Sehr schön machen. Geil. Die Sachen können wir eigentlich wegschmeißen. So. Ich tue mal raus. Was hat denn jetzt gerade nicht so schlau ist, das hier zu machen? Und hier machen wir dann schön, äh, Ausgang machen wir hier raus. Dann machen wir hier oben. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Schon da mitte, ne? Hier. Ist ja nichts. Und hier geht dann... Oh, das ist eine gute Idee. Hier machen wir den Ausgang zum Dings raus. Und dann hast du hier vorne... Vorne ist ja der Dach... Das Dach ist ja so über drüber, ne? Hier. Oh ja. Das passt. Dann kommt hier der Ausgang rein. Machen wir das auch mal schnell. Oh, das sieht ja richtig geil aus jetzt. Okay, den muss ich noch machen, ne? Genau, dann geht's hier raus. Dann hat man hier die Aussicht. Also das Haus wird schön. Sehe ich jetzt schon. Das wird richtig schön. Dann könnten wir vielleicht noch eine Leite oder was hochbauen, dass man hier hochkommt vielleicht. Oder einfach einen Stipfel hinbauen oder so. Bauen wir mal die Stipfel einfach an. Einfach so just for fun. Vielleicht brauchen wir die später noch. Ja, das Haus nimmt langsam Form an. Nur fast behaupten, so. Ach, der herrsteckt ja. Oh, oh ne. Oh, ne. Oh, ne. Ja, steckt ja fest. Äh, hier machen wir in der Ecke, machen wir ein schönes Lagerfeuer hin. Und wir könnten auch irgendwo was zum, wisst ihr also, wir könnten hier so ein Lager aufstellen. Wisst ihr, was ich meine? Einmal ein Lagerfeuer. In so einem Ofen. Da würde ich das aber vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, mal schauen. Und einmal so ein Gestänge würde ich irgendwo aufstellen wollen. Das ist die Frage, ich baue glaube ich zuerst das Gestänge auf. Zum Trocknen. Das ist ja die Küche. Wo ist denn das Gestänge, 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 Gestänge. Ist ja schon zehnmal dran vorbei. Nein. Nein. Da. Da kommt hier dieses Gestänge hin. Ja, das geht sich genau nur aus, Alter. Ja, wobei es geht sich eben nicht aus wegen der Bank drüben. Oh, das triggert. Wir machen das so. Und das so links. Ey, warum geht das Gestänge hier nicht hin? Was ist denn das? Ah, weil hier das... Ah, mein Gott. Ja gut, das macht Sinn, warum es nicht geht. Ja, gut. Was ich dann mache. Ich glaube, dann werde ich das hier abmontieren. Das brauchen wir eh nicht, habe ich das Gefühl. Und das hier montieren wir auch ab. Das brauchen wir eh nicht. Ich montiere es aber hier auch ab. Ja, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Was die Gestänge machen. Ich denke mir schon, man kann das hier nicht hin platzieren. Komplett lost, Alter. So. Und es fehlt natürlich genau wieder ein Stock. Stimmt, wie kriegen wir hier Stöcke rüber? Ich muss jedes Mal hier Stöcke so holen gehen. Oh, blöd. Aber hey, die, die Dings sind weg. Die ist gerade, sind wir nicht mehr da. Stimmt, Knochen brauche ich, um Stühle zu bauen. Wichtig und richtig. Das ist der Sound, der wir spenden. So. Oh, Calvin ist wieder da. Schau mal. Calvin, altes Haus. Schön, dass du wieder hier bist. Mammelroste. Denn die Hausbauküsse sind echt nice. Sollte ich mal ein Haus bauen wollen, komme ich auf dich zurück. In real life jetzt ein Haus bauen. Oh, ja. Helfe ich sehr gerne bei. Stimmt, wir machen ja sowieso hier unten ein Dings hin, wenn Winter ist. Stimmt, wir müssen ja sowieso hier unten Lagerfeuer machen. Das heißt, wir haben hier sowieso jetzt eine Küche gebaut. Das passt schon. Ich hoffe nur, dass unser Lagerfeuer nicht direkt das ganze Haus abfackelt, aber sollte schon passen. Gut. Ich glaube, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Haus jetzt mittlerweile. Leute, was sagt ihr bis jetzt zum Haus? Schon schön, ne? Also ich fühle mich hier richtig wohl. Ich glaube, deshalb hat Manuel Rost auch gesagt, er würde mich gerne weiterempfehlen an das Hausbauer. Ne, ich will, es fühlt sich hier echt schon richtig an. Zack. Boah, die werden schauen, was ich jetzt schon gemacht habe, wenn die hier zurückkommen. Ein komplett neues Haus einfach hier stehen. Ich habe einen gekochten Arm, ja. Wobei, ich kann das eigentlich, kann ich das hier eigentlich nochmal dranbatschen? Eigentlich schon, ne? Wird es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich es hier dran klatsche. Hier unten ist der Fisch. Der hält ja eh, glaube ich, Monate. Oh, es wird dunkel. Dann legen wir uns mal hin. Legen wir uns mal in die Hapfen. Und dann geht es gleich weiter mit dem Hausbau. Also mal speichern, bevor das jetzt alles kaputt geht. Ups, ja, genau deshalb. Genau aus diesem Grund. Florian Adam ist wieder am Start. Dankeschön, Florian, für den Euro. Vielen Dank, scheitern wir alle da. Die, äh, die Dame ist auch wieder am Start. Boah, mich triggert es aber, dass wir jetzt hier nicht weitergehen können. Wir brauchen hier vorne unbedingt mehr. Das müssen wir, müssen wir dann alles planen, sobald wieder Winter ist, Leute. Das müssen wir alles machen, sobald Winter ist. So, ich esse mal hier den Fisch oder den Arm essig, glaube ich, mal. Sag mal, geht jetzt Feuer schneller aus? Oder ist das irgendwie neu? Würde einziehen. Sieht gemütlich aus. Ja, das sieht schon gemütlich aus, ne? So schlimm ist das hier gar nicht. Tinkt müssen wir auch was. Ey, schaut mal. Ich finde jetzt von außen sieht es jetzt schon fast so ein bisschen aus wie ein Thumbnail. Ich würde noch draußen, ähm, ein bisschen mehr machen bezüglich, äh, jetzt Sträucheranbau. Da bräuchte ich aber viele Stöcke. Weißt du was? Ich suche, ich gebe Ihnen jetzt hier den Auftrag, äh, Stöcke suchen. Stöcke und, äh, fallen lassen. Warte, kann er die Stöcke nicht reintun mehr? Wait a second. Ne, ne. Warte mal, dann ist, ist das Stocklager voll. Vielleicht kann er das ab nicht mehr. Ich mache nochmal ein neues Stocklager hin. Ähm, genau. Ich glaube, unser Stocklager ist voll. Ist aber nur eine sehr grobe Vermutung, wie das hier aussieht. Jetzt aber. Zack. Äh, hohle Stöcke und Behälter füllen. Ah, Stocklager war voll. Bitte Behälter für den Prinzessin. Genau. Schau, wie das rief. Komm her. Mann, macht mich fertig, das Ganze hier. Die ganze Power gerade benutzt dafür. Ja, ich schalte mal ein paar Bäume um, oder? Baue ich für drüben jetzt. Oh, wobei, da müsste ich aber für drüben ein Gestell bauen. Halt mal gerade ein. Ich baue schon ein Gestell auf. Sonst, äh, ist das wieder so dumm. Sonst wird es wieder nix ohne Gestell. Das ist immer falsch auf. So, äh, Steinlager. Nee. Stammlager, da sind wir richtig. Groß sieben daheim. So, schauen wir mal, funktioniert das Lager oder nicht? Nein, 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 nein. Ja, funktioniert. Das heißt, da haben wir wieder das Lager aufgestellt. Dann machen wir auch noch auf der anderen Seite eins. Oh, schon wieder ausgegangen. Ich kotze gleich. Oh nein, ich fahr falsch. Egal. Egal. Ich brauche mehr Stöcke. Oh je. Das tut mir unglaublich weh. Also ja, das Einzige, was mich triggert, ist bis jetzt nur, dass wir Stöcke holen müssen. Und das triggert mich ein bisschen, weil jedes Mal muss ich hier rüber. Vielleicht bauen wir irgendwann einen Steg, wenn wir sagen, komm, wir bauen einen Steg, machen vorne eine Mauer drüber, dann können wir einfach rüber gehen. Wisst ihr, was ich meine? Dann gehst du hier rüber. Dann hast du einen Steg und dann kannst du vielleicht auch hier ein paar Sachen mehr aufbauen. Was natürlich sehr toll wäre. Jetzt nehmen wir die Motor, säge die Hand und sägen bis hin. Dann bauen wir ein bisschen weiter. Dann baue ich auch die Behälter. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Haus. Und ich glaube, oben bauen wir nochmal zu. Das geht ja jetzt. Man kann ja jetzt oben zubauen. Ich hoffe, ich werde jetzt keine Leute. Oh, ich habe wirklich die Gitarre dabei. Okay. Aber sagen Maschine ist okay Geil Krass alter Wie schnell ich gerade gefällt hab Da kommt kein Calvin hinterher Bei sowas Da kommt kein Calvin der Welt hinterher Und wisst ihr was auch zurückkommen wird Es wird bald wieder diese Schubkarre Das man wieder die Sachen auf eine Schubkarre abladen kann Weil da hab ich ja ein bisschen rumgemeckert Dass das Spiel diese Schubkarre nicht hat Um die Bäume zu ziehen Und die kommen wieder Also dann können wir gleich Zum Beispiel irgendwo hingehen Und muss nicht die ganze Zeit hier diesen Stuff machen Oh, schau mal hinter dir Prinzessin Da ist was Ja das Ding macht Lärm Dann ziehen wir die ganzen Leute an Aber ist eh egal Was ist denn los Mäuschen, was willst du denn Was ist denn los Mäuschen, ich will nicht mal einen Kaffee bringen Oder bring mal einen mit meinem Bruder Und mein Onkel Ludo machen einen schönen Kaffee Ich fang ihm Rentner-RP Hilf mir mal, der ist doch mal auf dem Baum Den musst du kaputt machen Du machst ihn jetzt kaputt am besten Das grenzt mir nach Mach den kaputt da drüben Hilf mir mal ein bisschen Kommt immer näher Mögen das nicht, wenn ich die Bäume Oh nö Hat er die gerade geschlagen Hast du sie gerade zusammenkaut Dass du sie gerade zusammenkaut hast Kommt So ich hab meinen Katana Komm her Ich mach dich kaputt Das ist halt ein Tank der da vorne Das ist halt das Problem Und jetzt rennt er Jetzt rennt er um sein Leben Ja klar, natürlich Komm schieß ihn Da schieß ihn Ja schieß ihn Wenn ich in meine Ruhe hier Bäume fällen gehen Unglaublich Diese Einwohner hier Unglaublich Ich möchte doch nur meine Bäumchen hier fällen Die schön rüber bringen Mein schönes Haus da drüben bauen In aller Ruhe Auf ganz entspannte Rino Oh, das ist ja was Ey Bruder Hast du gerade ernsthaft Boah, du Kackstift, Alter Ja, danke Endlich Vielen Dank Wirklich Ey, was würde ich ohne sie machen? Du seid jetzt alle gesund Ich hoffe Oh, da fehlt ja ein Bein Oh, da fehlt ja noch ein zweites Bein Upsi Da kommen ja noch mehr von euch Was ist das? Alter, wie viele kommen da jetzt? Ach komm, aber das ist schon ein bisschen heftig Weil ich hab zwar gehört Dass die das ein bisschen Hochgepusht haben Das Ganze Aber ey, so hochpusht Sind das auch nicht Das ist hier schon etwas Viel Aber gut Wir haben dann ein bisschen Essen Zum Aufstellen haben wir dann Lecker Mh, lecker Fressi Oh, die schon wieder, oder? Komm Setz hier durch Ich muss noch aufpassen Dass Calvin nicht stirbt Weil Wenn ich einzig will Dass das Calvin hier Ah, Calvin ist eh wegpasst Calvin ist geflüchtet Was ist denn da passiert? Oh, das ist ein bisschen aufpassen Oh, vielleicht hab ich grad das Essen weggenommen Das hat mir Aloe Vera gebracht Aloe Vera Bisschen was zu essen Knusprig Und das Knusprat Lecker Knusprig Und das Knusprat Zu viel Knusprig zu essen Gibt zu viel Ach, sie frisst ja auch das hier runter, ne? Ich hier was aufhänge Einen Fisch kann ich mitnehmen, ja Und den Rest häng ich auf Mh, lecker Darf es noch ein Zwiebelring sein? Darf es noch ein Zwiebelring sein? Darf es noch ein Zwiebelring sein? Leckeres Essen gibt's nur hier Verspeisen sie es hier und jetzt Ach so, den kann ich ja nicht zerstückeln, stimmt Oh, da kommt ja wieder welche Oh, das ist wieder ein Tank Kein Bock auf den Lady, Hilfe Hat sie ihn umgebracht? Ach fast, warte Warte, ich helf mal schnell Ne, mal leckeres Essen Noch einer, wirklich jetzt Oh, der sieht richtig brachial aus Hey, sag mal, hat da gerade irgendwer das Lagerfeuer kaputt gemacht oder war ich das gerade? Super, das Lagerfeuer ist kaputt gegangen Ich glaube, die haben das entweder kaputt gemacht oder die Na, egal Dann hänge ich es halt hier auf Ich glaube, die haben das gerade kaputt gemacht Ich bin gerade nicht sicher Ja, funktioniert im Sommer, funktioniert doch ohne Oh, hallo Da hinten ist ja noch einer Schau mal Da kommen noch zwei Drei, vier Irgendwie wegrennen Guck dir das an Beinhart ist sie, ne Beinhart haut sie sie zusammen Weiß ich, wenn ich das Dinn da reinschmasse Dann bleibt er da oder Mal gucken Ich meine, das ist halt alles Essen, ne Willen wir nicht vergessen Alles für uns Da kommen noch mehr Ja, jetzt reicht es dann aber mal Hallo Wann ist denn da die Welle vorbei? Hört ihr denn auf damit? Auf dem ich ja gar kein Loch Oh, Calvin chillt hinten Das ist auch nicht so geil Okay, hier geht es noch gut Calvin geht es auch noch gut Ja, gut Ich glaube, ich habe die Welle überstanden jetzt Wenn es noch mehr kommen Rast ich aus Dann habe ich keinen Bock mehr auf die Dann gehe ich einfach rüber und bau weiter Wir gehen schon dermaßen auf den Sack, ne Unglaublich, wie man so auf den Sack gehen kann Ja, ich mache mir wieder Rüstung Weil sie ist schon wieder kaputt Ich mache mir die Dauer auf die Rüstung kaputt Oh, was bauen wir? Achso, Knochen Knochen, Knochen brauchen wir Oh, die sind gespawnt Nein, eh Bruder, warum? Ich habe nur so viele Knochen gehabt Ich habe wieder eine volle Rüstung Fast voll Gibt es ja schmusen da drüben? Oh, ne, das ist zu viel Holz Oh, nein Zu viel Holz von meiner Hütte Ich habe ein bisschen übertrieben Egal Ich habe es schon wieder übertrieben mit dem Holz Hier Jungs Viel zu viel Holz Jungs, 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 Jungs Das ist aber zu viel Holz, Jungs Das wisst ihr aber schon, Jungs Jungs, da müsst ihr aufpassen Das ist nicht zu viel Holz von der Hütte Das ist Jungs Das haben wir gleich ein Problem, Jungs Jungs, 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 Jungs Jungs, Jungs, Jungs Zu viel Holz Ist wieder zu wenig Holz Und zu wenig Holz Ist wieder zu viel Holz Jungs, da wisst ihr Bescheid Ah Jungs, zu viel, ich, 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 ich Ich sage mal, richtig viel Holz von der Hütte So gehört sich das Lieder zu viel Holz von der Hütte Das ist zu wenig Jetzt sind wir auf der Vorbau schon mal fast fertig Ich bin sehr stolz darauf Dass wir das schon hinbekommen haben jetzt Mit einem fast fertigen Vorbau Wer hätte sich das gedacht vor noch 5 Stunden Ich komme nicht mal mehr ins Haus rein Alter, Alter, ist ja noch mehr Holz drin Ach, du Kacke Warte, die Tür Warte, wie baut jetzt die Tür richtig rum? Ah, so, passt Das heißt immer, wenn ich noch in baue, ist in Ich verstehe Ah, wait a second Nein, 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 nein Holz sparen, Holz sparen Holz sparen Wir, wir sparen Holz Wir sind eine Familie, die Holz spart hier Das zeige ich euch, indem wir das Holz jetzt nicht direkt für diese eine Tür spalten, sondern Zack, fertig ist das Ding Oh, wie geil ist das denn? Ah, geil Das ist, wenn das Haus rum geht, Alter Nice So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen Nehmlich, wir bauen jetzt hier noch Wichtig und richtig An unser Haus Warte, bevor ich das mache, speichere ich aber noch Geht es euch noch gut da hinten? Äh, ich glaube Calvin wurde angegriffen Okay, sie, sie lebt noch, ich schaue dann gleich wie ein Calvin Sehe ich das, wenn Calvin stirbt? Es kann ja nie sein, dass das so nervig ist Warte, ich glaube der Calvin Oh, okay, ne, er ist noch da So, könntet ihr bitte aufhören von meinem Grundstück runter gehen Hab dich gewarnt So, wer ist nochmal beim Grundstück? Runder von meinem Grundstück Ja Wirklich Runder von meinem Grundstück Geht schon Aber ganz flott runter vom Grundstück, gell? Aber ganz flott Wollte gar nicht so schauen da hinten Runder vom Grundstück Da kommt schon was essen, ne? Ah, die brauchen noch ein bisschen Warte, komm Das zeug ich doch immer ran Na, komm Da kann man mit Grundstück So Ah ja, komm Huch da Kann man so einiges dann lagern hier drin Gut, ich wollte jetzt eigentlich erstmal Hier diese Dings aufbauen, diese, genau die hier Das wir hier erstmal ein bisschen schön Genau so Ich hoffe das passt Das passt, genau Hier kommt die hin Und dann Bauen wir hier vielleicht noch einen Zaun auf Da muss ich sauviele Stöcke jetzt gleich holen Richtig viele Stöcke muss ich hier gleich holen, Leute Das, was ich hier vorhabe Boah, ich glaube der sieht besser aus, wenn ich das mit dem anderen Zeug mache Was ist, wenn ich das mit dem hier mache Ne, wobei sieht das andere schöner aus Da sieht das viel schöner aus Weil hier möchte ich dann gerne mein ganzes Zeug anbauen, ne Wenn wir irgendwie was brauchen So Oh, mit sehr viele Stöcke, die wir hier holen müssen Das triggert mich halt jetzt echt ein bisschen Aber kann es nichts machen Und wenn ich das nicht so richtig platziere, wie die anderen Die anderen sind jetzt viel schöner platziert Ah, so Jetzt haben wir es Gehen wir es mal mit dem hier an Zack Ich meine, ihr seht selber, wie lange das dauert, bis wir jetzt hier an die Stöcke hier haben Aber es wird dann richtig geil aussehen Dann haben wir da oben so richtig geil viel Stuff Und vor allem, es kommt dann keiner und trampelt das nieder Um das geht es mir vor allem Dass keiner irgendwie auf die Idee kommt, ich trampel das jetzt nieder.de Das ist der Grund, warum wir das jetzt oben in Schaller und nicht unten Gell? Dann tun wir da Aloe Vera anpflanzen Äh Einen anderen Stuff, den wir noch brauchen und so Das wird schon cool Durch 20 von 44 Da müssen wir ein paar mal rüber Ein paar mal ist gut gesagt Aber da rennt ja schon wieder einer lang Das ist, was ist hier los? Lass doch mal hier in Ruhe das Ganze Das kann doch nicht sein, dass die dauerhaft hier Vor allem hier geht es darum, dass er Dass die Dinger nicht in Ruhe lassen Verpiss dich Also du musst Stöcke sammeln gehen, warte mal Bruder, Bruder Herzchen Du musst äh Folge mir, hol Stöcke und Behälter füllen Ja, machst du das? Kriegst du das hin? Ohne dass du stirbst? Wenn ja, dann mach das bitte Wir brauchen ganz viele Stöckchen Ganz viele Stöckchen brauchen wir Ich hab keinen Bock hier jetzt auseinander zu nehmen Und schluck Das sind jetzt noch Mods da Ich denke schon, dass noch ein paar Mods da sind Ich seh, äh, Kann seh ich noch im Chat Can Sag immer Kann Can Also wie viel braucht man dafür? Dafür sieht es dann geil aus Immer etwas, dafür wird es dann geil Er bringt halt wirklich Stöckchen für uns Schau, das ist echt lieb von ihm Das machst du gut Das ist das einzige was du gut kannst Stöckchen bringt Bist ein guter Hund, bist ein braver Hund Ein ganz, ein feiner Ein Feini Was ist denn hier los? Oh Ich glaube das ist jetzt das letzte, ne? Ja Guck mal was wir einpflanzen Also da hinten würde ich sagen Hier vielleicht Aloe Vera So Was ist das? Äh Die Aloe Vera Einmal Samen Perfekt Die kommt hier hin Dann hier Kommen diese Genau die hier Und hier rein Ich hab eh noch ein paar Sachen hier übrig, ne? Bombeeren Wegwarte kommt hier hin Und vielleicht noch Bombe Und vielleicht noch Bombe Passt Jetzt haben wir hier auch ein bisschen was angepflanzt Boah das wird dann richtig schön aussehen ja Das wird richtig geil Und jetzt schau ich mir das aber mal an Wie das Dach jetzt funktionieren soll Du kannst jetzt ja anscheinend Wenn du das Dach jetzt baust Wenn jetzt die Blöcke angepasst Seht ihr dass der Block angepasst ist jetzt? Der sollte jetzt draußen Mal das mal gucken ob das jetzt wirklich so ist Ja Seht ihr das jetzt? Das ist jetzt nach dem Patch Und so sah es vor dem Patch aus Seht ihr das? Der Überbleibsel hier Jetzt kannst du nämlich oben hingehen und sagen Du möchtest das komplett zubauen Jetzt nimmst du einfach hier den Sockel Hast du so Zack Also mit dem Sockel hier Ich glaub der war das Zack Dann guckste raus Und jetzt ist Seht ihr? Zack Jetzt sieht das nach einem richtigen Dach aus Jetzt ist das alles viel besser Da bin ich sehr glücklich drüber Weil das sah davor wirklich schrecklich aus Wenn du so ein Dach bauen wolltest Das hat mich sehr hart getriggert Und jetzt nach dem Update sieht das halt 10.000 mal besser aus Und jetzt kannst du auch bis oben zubauen Wenn du willst Also du kannst jetzt einfach hier hingehen Und sagen wir bauen bis oben zu Das sieht schön aus Ja dann fliegt auch die Gans nicht durch Ich glaub sogar ich lass es aber offen Ich finde das ganz geil da oben Muss ich sagen Ich finde es sieht gut aus Ich mag das irgendwie Es sieht so aus wie so Fenster Kommt ein bisschen mehr Licht rein So wisst ihr? Hat was Kann ich jetzt hier eigentlich noch Probieren mit dem Stecken Wenn ich das jetzt hier so mache Dann kann ich doch hier irgendwie so Dingsen bautzen ne Ah warte Ein bisschen anders machen Das müsste ich eigentlich perfekt ausrechnen ne Das müsste ich eigentlich perfekt ausrechnen ne Ich weiß nicht Sieht das nach was aus wie ich das mache Oder sieht das kacke aus wie ich das tue Auf jeden Fall ich merke grad sehr kompliziert das zu bauen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Irgendwie hätte das was finde ich Wenn man hier so das macht oder? So Steine drumrum dann hält das auf Mal gucken Mal gucken Hat das was oder sieht das kacke aus? Jetzt baue ich äh Da hab ich ne Idee sonst baue ich da einfach Stämme rein Auch ne geil Idee So wisse Stämme aufstellen So quer Ne Bretter kann es nicht drauf machen Sieht gut aus Findet ihr dass das gut aussieht? Also ich bin mir grad unschlüssig ob ich das so will Muss ich das halt bis durchziehen ne Oder wir machen halt wie gesagt Das so dass wir einfach Hier Bretter nehmen So Und wir ballern die dazwischen rein Wisst ihr? Hier so Dann hätten wir die auch so Wisst ihr? Ich glaub das sieht sogar ein bisschen besser aus Na wobei Ich find das offene fast besser Die zwei Stämme machen das dann wieder so fett das Haus Wisst ihr? Dann wird das so fett aus vorne Ich bin mir trotzdem unschlüssig Dann siehts wieder so fett aus Ich will eigentlich nicht dass er so fett aussieht oben Wie das das so ein bisschen Ausgedünnter wirkt Auch wenns von der Seite siehts aber besser so aus ne Muss ich sagen von der Seite hier Können dann auch noch Blumenkästen rein in die Stämme Ja aber das passt ja dann nicht Ist irgendwie dumm Lass mal kurz gucken Ich hier jetzt diese Steine drumrum mach Weil das müssen wir machen Damit das nicht kaputt geht Wir würden das auch Ok das sieht glaub ich kacke aus ne Ja gut das sieht dann halt scheiße aus Wenn dann lieber nicht Scheiße die ganzen Dinger weg Vielleicht nochmal Ne Wollen wir nur einstammeln Das ist schon offen Oder wir lassen so Oder warte was ist Kann ich hier vielleicht Ich hab grad ne Idee Was ist wenn ich Unter Möbel gehe Und hier diesen Dings hier denn mache Geht das? Kann ich denn so ne Reihe stellen? Ne ne Kann ich irgendwie nur mittig stellen Kommt ihr vor Kann ich denn so? Ja Ja den will er nur in die Mitte stellen Lässt er mich sonst gar nicht Das wäre nämlich auch noch geil gewesen Eine geile Idee gewesen Aber ne das sieht dann auch kacki aus Mann ey Ich brauch ein Geländer Steinlager könnte man als Geländer nehmen Theoretisch aber das ist zunächst zu fett Vielleicht das andere Lager Stocklager als Geländer Könnte man machen Könnte man machen Aber das sieht halt nächstes zu breit Was Dass das so kompliziert wird Dass ich mir ein Geländer bauen möchte Das hätte ich mir auch nicht gedacht Ich glaube ich lass es einfach offen Ich glaube ich lass es so wie es jetzt ist Weil ich finde das sieht dann zu fett aus Wenn wir hier Dings machen Oder wenigstens ein Lorch Wisst ihr? Kann ich mal probieren Einen So viel leicht Wisst ihr? Nur so andeuten Ne dann sieht man aber die Blumenkästen hier sogar Wobei ich glaube das angedeutete gefällt mir bis jetzt am besten Ja ich glaube ich mach das angedeutete Ja von oben fast Das sieht am besten aus Mach mal das so Dann deuten wir das nur so an Als wäre das hier so Weil da fliegst du ja nicht drüber raus oder? Doch ein bisschen Fliegst du ja nicht direkt runter Oh warte mal Ah Das ist es Das ist was ich will Okay Jetzt muss ich nur noch eines machen Nehme ich das Geländer ein bisschen kleiner Dann habe ich es glaube ich Das ist das genaue was ich haben möchte Dann machen wir einfach hier dieses Ding Den wir Und noch einmal durchschneiden in der Mitte Und ich glaube dann habe ich das was ich eigentlich haben möchte Ich hoffe es zumindest dass es das ist was ich haben möchte Äh ja Probieren wir es mal Schauen wir es uns mal mit einem an So zack Voll weg Voll weg Zack Zack Ich glaube das ist fast zu Okay das ist Das ist Neh Das sieht jetzt kacki aus Es gibt halt kein Mittelding zwischen den zwei Höhen ne Das ist halt kacke Hier schau ich kann es wieder zusammen Wobei was ist wenn ich die zwei zusammen tun? Neh Egal Egal Brennholz für später Mehr Brennholz Mehr Holz Als zu wenig Holz Aber ich finde das Vorhin sah gar nicht so schlecht aus Aber das ist die die Platte ist ein bisschen zu hoch Kann man eigentlich vielleicht Oh warte ich habe eine Idee Was ist wenn wir das in der Mitte durchschneiden Dann so ein Das müsste doch gehen Ey warte 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 Leute ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Das müssen wir probieren ob es klappt ne Ich habe eine Idee Aber ich glaube sie funktioniert nicht Ich schau mal Wenn ich jetzt lang gehe und jetzt hier den einen spalte hier durch ne Ich lege jetzt das Ding hier drauf Klappt das? Geht das? Kann ich das hier drauf legen? Natürlich geht das nicht Es geht nicht nein Das wäre natürlich das beste gewesen jetzt in diesem Moment aber nein es geht nicht schade Schade Marmelade Der hätte ja sein können Ich schaue es mir mal von unten dann an Wenn ich das hier so Können wir das auch so drauf legen? Idee hier Oh ne Ah nicht! Oh nö Ich habe ich legal und mit viel Arbeit erfarmt ja Kann man hier ein Seil hin machen? Das wäre es noch Seil hin machen Das Spiel ist Das Spiel ist halt eine reale Reizüberflutung Es ist gut gelungen Würde ich auch sagen Es ist echt gut gelungen Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht vom Bauen her Aber mittlerweile habe ich mich so ein bisschen an das Bauen gewöhnt Und es kommen ja immer neue Sachen dazu Also ich wusste halt nicht dass die so schnell updaten ne Also die haben jetzt wirklich schnell geupdatet Das ist schon geil Ich habe jetzt nicht gedacht Aus dem Grund ich muss ehrlich sagen Ich bin auch sehr überzeugt von dem Spiel bis jetzt Ich habe Bis jetzt nichts gesehen Was mich jetzt übel stört Bis auf das mit dem Ne? Das das Game manchmal wenn du im Multiplayer bist mit anderen Leuten Freezed Oh schau da wächst schon was Guck Es wächst schon Warum wächst das so? Äh gut Schauen wie das aussieht Also ich muss ehrlich sagen Das gefällt mir gar nicht Also ne Dann lassen wir es offen Lassen wir es einfach offen stehen Und gut ist Einfach offen stehen lassen So äh Wipsi Schau dich mittlerweile seit drei Jahren Und habe nur wegen dir mit RP angefangen Mach weiter so Und denk dran Die Lederbeutel zu öffnen Ach stimmt die habe ich ja noch Aber Bruder danke für den Hinweis Ich bin vergessen Ne ich lasse das erstmal so Leute Wir lassen das so Dann bauen wir so richtig geil Fackeln dran Ich habe ja noch ein bisschen vor hier Fackeln dran zu bringen Vielleicht hier außen Aber wie soll ich denn die hier außen anbringen Geht ja gar nicht Kann ich eigentlich Ne lässt er mich nicht Kacke alter Ne Er lässt mich nicht Wir müssen echt warten bis wieder Winter ist Das macht mich ein bisschen färdig Das kommt halt davon wenn man hier auf dem Teich bauen möchte Ja das kommt davon Ja sonst bauen wir hier erstmal ein bisschen weiter Machen wir hier so eine Ecke noch voll mit Regalen Dass wir hier noch den Stuff unterbringen können Oh ich muss ja was essen und trinken Mutballer Warte trinken habe ich ja dabei Ich habe fast vergessen Essen und trinken alter Weil ich so mit Bauen vertieft bin Lecker Sehr lecker Sehr sehr lecker Mh War jetzt ja nicht Bock auf einen geilen Fisch oder geiles Sushi Wann hätte ich doch heute das Sushi mitgenommen Das hat mich heute schon angelächelt Ja ist egal Ist halt so So Ja Leute wir bauen oben noch ein paar Regale hin Und dann würde ich sagen machen wir hier Schlafzimmer Machen wir extra Hier Lagerraum Hier ist der komplette Lagerraum dann voll Ich muss sagen ich bin doch happy dass ich das jetzt doch hier gebaut habe oben Die haben mich komplette Ruhe solange kein Winter ist Wirklich Ruhe vom Feinsten Ich kann es jedem empfehlen wenn ihr das Spiel habt Leute Baut wirklich Baut wirklich hier so auf so einem So einem Ding Da habt ihr echt Ruhe Das stört keiner Habt ihr hier gesehen Sobald du drüben bist Es kommen immer Viecher angerannt Die ganze Zeit Wir hören einfach nicht auf Hier nur meins rein Und das hast du halt hier hast du komplett Ruhe Entspannung pur Kannst einfach gechillt bauen Das einzige was halt blöd ist Wir können hier nicht einfach draußen was aufbauen Das geht halt nicht Ich kann jetzt nicht einfach hier ein Stöckchen Lager machen Auf ganz easy Was mich ein bisschen stört Aber sonst ist das hier echt 1A Warte Wiederverwertung Die bauen wir hier Jetzt muss man 3 Ich glaub 3 geil reichen für das erste Ich glaub das reicht Dann kommt hier das Schlafzimmer Kann ich den abbauen? Oh ja und wie ich den abbauen kann Kann ich den abbauen? Oh geil Passt Gucken wir hier so wüsste Ah es geht nicht wegen der Treppe Oder wir bauen hier so wirklich ein Zimmer Sollen wir hier ein Zimmer bauen durch die Mit Tür Ein richtiges Schlafzimmer hier Würde ich fühlen Ich glaub ich brauche hier ein Schlafzimmer Kann man mal da schnell Das ist eine richtige Tür Dann gehts hier raus und hier ist hier Ja geil alter Richtig geil Schlafzimmer Oh das ist eine Fackel Äh die müssen wir weg machen Ja Ich hab' ne sehr leise Liebe Fackel aber du musst leider woanders Fackeln Zieh das Kacke aus ohne Stütze? Irgendwie schon ne? Jetzt gefällts mir doch nicht ohne Stütze Ich baue jetzt noch mal ne Stütze ein Im Nachhinein kannst du keine Stützen legen Ähh Das ist halt gut ne Das ist nicht einmal verbaut Das musst du alles neu machen Äh Stütze Hallo Zack Die hab ich nämlich vorhin erst abgebaut Genau diese Stütze hier Bäh Oh ne was hab ich jetzt gemacht? Ähh Lost Was soll ich hier einfach offen lassen? Ich glaub ich lass das sogar einfach hier offen Ich find das sogar schöner Ist hier einfach so durch Ja das ist da so ne Sicht sperre Weil sonst gehst du nicht so durch den Raum durch Oder soll ich? Ne komm wir mal an die Tür Komm Privates Schlafzimmer Da können wir doch irgendwo ein Klo hin machen Dann bauen wir irgendwo so ein Loch einfach rein Bist du ja nach unten Da haben wir irgendwo ein Klo Egal das andere wird für die Tür wiederverwertet Die Tür müssen wir mal von innen bauen Damit wir sie zusperren können von innen Ach perfekt Ja perfekt Ja perfekt So Scheint ja das Haus sieht lang lang möglich aus Ich find es schon die ganze Zeit gemütliche Sehr gemütliches Räuschen Das schmeiß man Oh ne das schmeißt man besser nicht raus Ähm Ja geil Ich kann ruhiges und gespanntes legen Oh warte die brauch ich Bin jetzt hingeschmissen Äh warte aber hab ich jetzt Äh weißt du was wir grad eingebildet Irgendwas eingebildet Ja gut Bisschen aufrollen Oh jetzt hab ich's falsch rum gebaut Na komm Stumm so Äh ne Äh warum fokussiert das jetzt nicht wie ich das mir vorstelle Das mach ich falsch Aha Okay Ich versteh's nicht Äh aber anscheinend ist das jetzt doch so gut Wobei wenn ich das eh ohne Tür mache Sieht das ja kacke aus Na komm Andere Seite Weil hier brauch ich kein Schloss wisst ihr Da brauchen wir kein Schloss Dann sieht das wenigstens anders aus So Hier haben wir unser privates Zimmer Leute Das können wir eigentlich abbauen Sehe ich gerade Weil das eh gehalten wird Wo bauen wir das ab Schmutz hier Das hab ich grad eh nur für die Optik da irgendwie Ist gar nicht nur für die Statik Boah das sieht jetzt echt nice aus hier oben Also in diesem Zimmer hier Wird's gemütlich Dann bauen wir hier noch so einen kleinen Sessel hin Ich hab mal ein bisschen wie Mühe mit Sesseln Ähm Ich hab ein Sesselchen schon mal sowas Zum rausgucken Da haben wir auf alle Fälle Oh ja das ist geil Hier zum entspannen und rausgucken Dann kommen hier auch nochmal Fenster rein Ich hab hier schon fast vergessen Ist ja auch schön von der Seite rauszugucken So Ach ist das ne Aussicht Ah da lässt es entspannen Gebt euch das mal wie schön das hier ist Das ist ne Aussicht Wo ist denn eigentlich unsere Unser Mädel ist eh noch da Hoffentlich Hier ist das Bett Hier ist ne schöne Aussicht Hier vorne schau wie das ist Es gedeiht schon alles vor sich hin Es nudelt schon alles Es nudelt schon alles Es nudelt schon alles vor sich hin Ja genau Da könnten wir hier oben Also ne Dings noch anmachen hier Du wirst schon Ja da hole ich mal ein bisschen Hilfe Ist das hier hingestellt? Ne Ja Was ist das aus denn denn hier Oben ne Lampe hätte ich gerne da oben hin Machen wir da ne Lampe hin So ein Kronleuchter Oh das wäre aber geil Wenn sich der ausgeht Geht der sich hin Ah doch der geht sich aus Ja das ist ein richtiger Kronleuchter Gebt euch den mal bitte Alter ist der riesig Ist der jetzt mittig? Mhhh Relativ ja Ok wir brauchen für diesen riesen Kronleuchter der hier oben gleich sein wird Ein paar Knöckelchen Die holen wir uns schnell Wisst ihr was ich mache? Ich glaube ich werde mir nur ganz schnell für oben Auch noch ein Seil hin machen Dass wir direkt von oben rein gehen können Das heißt wir machen hier Mit der Hook Äh bis zum Haus Geht sich das eh aus ne? Ja bis zum Haus geht sich aus Das ist dann die Ah die wir machen die Die Was ist das hier? Bis hier Bis hier Zack Müsste auch mal sein Ihhh was rennt denn da großes rum im Kreis hä? Was ist das denn ekelhaftes? Achso Der Typ Und ich sage schon was ist das denn ekelhaftes? Ja der ist ekelhaft Ein bisschen Holz nicht nehmen Auch ein bisschen hier Ein bisschen hier vorne Wie viele Knochen brauche ich? 19 Ich glaube nur 15 tragen So äh sammeln von Dings haben wir 2 Der kann ich nicht mehr tragen So Hoppala falsch Richtiges Seilbahnhäuschen schon Richtiges Seilbahnhäuschen Boah es wird richtig gemütlich mit dem Kronleuchter da oben Es wird richtig gemütlich So Der Angel spielt mit aber der ist leider schon offline Weil es ja morgen Arbeit bei ihm Oh ja der sagt ich bin voll Okay Komisch Das Haus sieht da echt schon schön aus Was für ein Upgrade Also wenn die Nächstes Mal online kommen Wenn sie sich denken Alter was haben wir hier für ein krasses Haus jetzt schon mittlerweile Richtig OP Aber wirklich ich brauche noch Ach ich brauche noch die Köpfe sieben Stück Mein Gott Hat irgendwer Köpfe eingelagert? Ich glaube nicht Nein haben sie nicht natürlich nicht Ja wo kriege ich jetzt sieben Köpfe her? Den Stuhl könnte ich hier auseinander nehmen Ja sieben Köpfe alter Sieben Stück Vielleicht weil ich ein bisschen Glück habe Finde ich irgendwie noch einen drin Boah alter schreckt mir doch nicht so Ne Nein Ich bin ich Weißt jetzt brauche ich einmal in meinem Leben irgendjemanden der mich hier angreifen Jetzt kommt keiner Ich brauche exakt sieben Leute die mich jetzt angreifen Aber nein Komischerweise möchte genau jetzt niemand herkommen Ey was macht die denn gerade? Ist Calvin noch da? Ist Calvin tot? Ich sehe nichts mehr von ihm Der chillt da hinten Weil sonst greife ich mal ein Dorf an Da gibt es nämlich genug Dings Hier hinten mal ein Dorf glaube ich Ich geh mal Richtung Dorf Oder nicht hier oben ist das Dorf Hier geh mal hin Ich fahr mit der Seilbahn hoch Du musst ja nur mit der Seilbahn hochfahren Dann gehen wir ins Dorf rein Holen uns ein paar Sachen ab Und dann haben wir eh schon ein bisschen was Ich kann halt nur zwei Schädel tragen Das ist blöd Das ist nicht eh schon hier? Entweder das ist hier Ah da ist er schon Guck mal Aber von dem kriege ich glaube ich kein Schädel Das ist ein Ding Dingsbund ist das Kann ich mitnehmen Geil Schön dass du spawnst für mich Bruder Vielen Dank Das ist ja meine Lieblingsmobs die spawnen Die mag ich Wenn die spawnen dann geben die ja direkt ein Dings ab Und die sind ganz schnell zum Ah da sind wir schon richtig Schau mal Oh ne oder? Oh hier sind die Köpfe Geht schon wieder weg Tschüss Ach schau wer da ist Prinzessin mach nicht ohne mich Warte warte Prinzessin mach nicht ohne mich Ich brauche meine Schrot Ich brauche meine Schrot Das sind zwei Oh ne ich habe keine Muni mehr 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 Oh Hätt ich das gewusst Wäre ich woanders hingegangen Oh Oh sie macht es nieder Sie macht es meier Ehrenfrau Die absolute Ehrenfrau Du bist echt eine Ehrenfrau Du bist echt eine Ehrenfrau Ohne sicher hätte ich das nicht geschafft Prinzessin Absolute Ehre Guck mal den hat sie komplett alleine besiegt hier Komm Also das war ich Der war meins Den hier Oder Ne warte doch den hat sie alleine besiegt hier Den hier Ah Tatsächlich Was eine Ehrenfrau Oh das ist ja was Guck Oh das ist ja was Guck Die gerne wieder Aber weißt du ich kann ja auch nicht wissen Dass die da einfach spawnen Direkt Ich spawn da ja einfach Ganz No chill Oder so So ein Looting betreiben Oh können wir mitnehmen Kann ich die mitnehmen Kann ich die mitnehmen Oh jetzt ist das Ding nicht da ne Ich hab ne Idee Leute ich kann das probieren In In den Ding rüberschieben Klappt das? Ich find das schade dass man sich selber aufheben kann Komm Das ist nur in den In den äh Dings bekommen Jetzt in den Fluss und runter mit dir Oh warte Calvin ist da Calvin Geil Er ist da Calvin kann das sagen Er war die ganze Zeit nicht da bei mir Jetzt kann er ja Nimm Bist du so dumm Calvin Bist du so dumm Calvin Kann das nicht tragen weil das jetzt im Wasser ist oder was? Kann das nicht tragen weil das jetzt im Wasser ist oder was? Nimmts nicht Weil es irgend unter was da ist Deswegen hier Ah endlich danke Na geht doch Haben wir ein Radio im Haus gleich? Ne nicht immer außer vor dem Haus Ich hoffe das es speichert Ich würd's weit wünschen dass es speichert Wär geil Weil dann kann es fallen lassen Ah da ist er schon Guck Dann stellen wir es hier vorne hin Und hier Ne er soll jetzt nicht mehr folgen Kevin du gehst jetzt Äh Stöcke suchen Mach mal Äh Eine Stöcke suchen Kevin Ah mein Gott Das ist Musik Das ist Musik Wir können sogar bis da rüber Ist ja geil So Weiter geht's Mit dem Bau Sonst fehlen mir nur 4 Köpfe Da fahr ich jetzt nochmal hoch Und dann hol ich dann nochmal ein paar Köpfe ab Ich glaub da liegen noch ein paar Hoffe ich Kann ich immer wieder sehen Oh ne es stürmt schon Heißt das es kommt jetzt gleich wieder Äh Och es ist Herbst schon wieder Ja ich seh es ja schon Das heißt bald wird wieder alles zufrieren Und dann kommen die Monster alle Dann kommen sie ja wieder alle durch die Tür Wobei man kann sie jetzt ja zusperren aber trotzdem Ich weiß ja ob die durchs Fenster können Wobei dieses komische Schlangenteil das kommt ja so überall durch So haben die noch hier irgendwo Die stellen doch hier immer so Sachen auf Das musst du hier irgendwo noch Was ist das denn Bin ich keine Köpfe mehr Jungs was ist denn los bei euch Wo sind hier die Köpfe Da muss ich wieder nachts schlafen gehen Ah hier Siehste kann man es bedienen Postenlos Selbstbedienung für Köpfe Drei von vier ist das heißt Ein Kopf fehlt noch Die kann ich dann irgendwo holen Das ist nicht so das Problem Und die Dosen Dann konnte ich die Dosen nicht aufsammeln Oh Geil Das ist halt auch geil Das wir direkt neben unserem Haus Sowas haben Da kannst du einfach alles mitnehmen Das ist gratis Ist halt ein Ja Ein Flohmarkt Ein Kleider den sie da mal aufbauen Und jeden Tag gibt es das Neues Ist schon schön Ich hoffe das Radio bleibt halt Wenn das despaunt bin ich traurig Aber jetzt ist es noch da Boah kann man das umschalten Ich mag das Lied nicht Kann es sein dass es verschiedene Radios gibt Na egal Ich krieg sonst gar nicht mehr drauf So was wir machen So wie gesagt Einen Kopf brauchen wir noch Einen Schädel Und wo kriege ich den her Ich meine ich könnte Ich könnte Kelvin köpfen Das wäre eine Möglichkeit Um schnell an den Kopf zu kommen Da ist aber eh nicht viel drin Oder ich mach das Ding hier kaputt Stimmt Ah ich kann den ja nur mitnehmen Dann kann ich den nicht irgendwie Dann kann ich doch den Sessel Kann ich doch irgendwie zerstören Mit was zerstöre ich den nochmal mit Mit der Nummer ziehen Oder rechts klicken So Ah Ja passt Passt schon Yes Wofall ich so dumme Ideen zu zerstören Aber egal Ich brauch den für drüben Für meine Hütte Für mein Haus Das ist Das heißt wir könnten bald anfangen Das Haus wieder auszubauen Indem man Sagt Uuuui Kronleuchter Jaa Geil Man könnte das Haus halt bald ausbauen Wenn halt wieder dann hier Die Eisplatte ist tubes Da included blockchain Jaa Después dann passt das schon. Und dann setze ich den ein bisschen um, dann fällt es auch nicht so auf, dass der weg ist. Passt. Oh Fisch. Oh man ist ja schon verrottet. Was soll denn das? Er lebt doch noch. Der rottet doch nicht. Ich frag mich, ob der verrottete Fisch. Leute, kann man verrottete Sachen eigentlich wieder richtig hinkriegen, wie man das hier aufhängt? Nee, ne? Ja. Vielleicht ist das hier gerade alles umsonst. Vielleicht kann ich das Problem, wie ich das Ding hier unten anmache. Ich glaube fast nicht, dass das klappt. Mein Gott. Muss man das Ding jetzt immer unter Dings oder was? Oh, ich hab ja gesehen. Das ist halt kacke, wenn der verrottet da drüben. Oh, Aloe Vera. Trinkt mir noch wieder was. Ding, 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 ding. Ja okay, verrottet das Fleisch. Vielleicht musst du grillen, damit es wieder was du jetzt sagst, das dachte ich mir jetzt schon fast. Mach auch irgendwie Sinn. Das kann sich ja alles mitnehmen wieder. Okay, dann ischen halt. Ich wollte jetzt nicht essen. Erstmal durchfallen. Danke. 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 Da kommen die Salmonellen rein. Ja komisch. Also das Problem ist halt jetzt, äh, ja. Ist verbotten? Nee. Das kann man essen. Dann werde ich das im Haus machen. Mit dem Grillen, weil das macht draußen ja gar keinen Sinn. laube ich. Natürlich. So. rein, bleiben, bleiben, bleiben. Gekost. Fast gut. Wow. Hey. Hey, hey. 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 Ey, kann man das irgendwie ändern? Was ist denn das so schlimm? Das nervt ja übelst. Also mich stört das. Immerhin geht es dann schneller. Aber jetzt kann ich sie aufhängen. Dann sollten sie eigentlich nicht kaputt gehen, oder? Ich sie jetzt aufhänge, die Sachen. Eigentlich, logischerweise. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Boah, die Sounds sind so mega von dem Spiel. Hört sich einfach so realistisch an. Was könnten wir daraus eigentlich bauen? Nichts. Tile? Nein, jetzt sieht kacke aus. Ich hole mal was zu trinken, Leute. Ich bin gleich wieder da. Oh, warte. Ist das falsch? Ich setze mich oben hin. Das ist ja fast wie Ars, wenn du da sitzt. Guck mal. Bin nicht wieder da, Leute. Ah, ist das schön. Aber... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Keine Motz mehr da. Im Chat aber angenehm ruhig. Es kann ein bisschen was. Alter wie lange es braucht bis so eine Pflanze hier fertig ist unglaublich. Ich frage mich ob wir zuhören. Wie der Winter ist meine ich. Die Tür kann man jetzt abschließen. Die sitzt gelockt. Da kann keiner mehr rein theoretisch. Also ich frage mich aber ob sie um die Dinge da rum kommen. Im schlimmsten Fall könnte man theoretisch. Naja funktioniert nicht ne. Kann man nicht machen. Ich sag es wäre so geil wenn man hier Fenster machen könnte. So aus Holz einfach. Wirst du nochmal so ein Stab rein und nochmal so ein Stab quer. Naja. Das wäre nice. Was. Na komm. Komm und ziehen in die Hapfel. Boah alter wieder rein wächst der Busch. Oh Erdbeeren. So. Ist das Wald Erdbeeren? Richtig geil. Nur so was zu trinken auch. Was muss man trinken. Hat doch mal trinken mitgenommen. Ah da ist es. Um was zu trinken wollen alter. Das ganze Zeit nicht richtig getrunken. Ja ich glaube sehr viele. So den 1444 leuten die auch da sind. Sind gerade am pennen oder ich weiß nicht. Wir machen gerade irgendwas anderes. Irgendeinen tipp zu schreiben. Das ist der Sounder für Spende. Alter. Graf Irani. Hey. Herzlich willkommen. Servus. Ich glaube die sind schon fertig ne. Das heißt man kann dann vom Busch aus essen. Das ist geil. Ah ne. Schau mal. Das sieht ja richtig geil aus. Siehst du was das ist? Das ist so eine Textur. Die den Winkel immer verändert. Das ist eine 2D Textur. Die ändert den Winkel immer. Je nachdem wo man sie betrachtet. Bin fancy. Calvin lebt noch. Schau mal runter. Was das angegangen wird. Alter wirklich Calvin. Wirklich. Ah er hat sich selber revived gerade. Ja. Mhm. Mhm. Übersuch grad. Wie die Möbel. Neue Knochen. Wie die Möbel. 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 Ich wusste es immer. Es ist immer mal der selbe Radio. Es spielt immer das selbe Lied. ich glaube es gibt es gibt also mir kommt vor es gibt verschiedene radios in dem spiel oder es ist immer dasselbe lieder laufen durchlaufen lassen das macht keinen sinn aber was für mich kann sind die selben lieder So machen wir es nochmal schön oben. Hier oben auch licht ist, ich finde das sieht dann schöner aus. Ja, das sieht dann richtig schick aus. Wie lange ich streamen, solange ich Bock habe. Ich stream immer, solange ich Bock habe und dollmach ausmuss, sage ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist einfach viel zu viel. Was ist mit dem platzieren, ist der aber nochmal, ist so komisch das platzieren von solchen Sachen, macht teilweise keinen Sinn. Passt. Ich finde das kommt im Haus im Thumbnail schon etwas ähnlich, wenn wir jetzt das so ein bisschen grüner machen. Und ich finde das kommt schon nah dran jetzt, ist halt so ein Doppelhaus jetzt. Gut und schick. Können wir auch nur Regale reinstellen theoretisch. Und so unten wollte ich das auch nur machen, unten brauche ich jetzt erstmal die Lagerplätze. Aber wir werden folgendes machen. Wenn das hier zufriert, mache ich hier nochmal eine Ebene weiter. Raffi, Ranni, Dank für 89, vielen Dank. Und Mario R, mit 5 Euro auch dabei, vielen, vielen herzlichen Dank. Und auch Büro Lucky's Team mit 2,940. Einen guten Morgen wünsche ich dir ebenfalls. Und also Dupesnog420 ist auch noch am Start. Vielen Dank auch dafür. 90 Cent, vielen Dank. Was kann ich denn mit diesen Schwammel machen? Du solltest mal Essen probieren. Weißt du was ich probiere? Hier diese Pilze. Was ist das hier? Shit take, Essen. Okay, anscheinend gut. Das kannst du essen, ne? Ganz entspannt. Oh, oh, oh. Den kann man doch nicht essen von einem. Oh, der ist neben mir gelandet. Oder so. Da, 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 da. Herr, will ich denn jetzt den Baustoff? Den baue ich für später in den Brie. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, weg. Super, danke. Oh, warte, das Ding triggert mich jetzt schon die ganze Zeit. Das muss jetzt unbedingt mal weggebracht werden. So. Jetzt würde ich den auch ein bisschen im Weg. So. Alle Flieger. Ich mach das jetzt aus. Es kommt immer dieselbe Lieder. Also ich glaube, du kannst verschiedene Radios finden mit verschiedenen Kassetten vielleicht. Kann das sein? Wenn man verschiedene Kassetten findet. Was? Das glaube ich gerade eher. Das habe ich eh schon angefangen mit einer Fackel. Die kommt weg. Die tun wir woanders. Dann tun wir so. 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 Vielleicht unten dasselbe mit denselben Fackeln. Genau. Ah. Was. 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 Ist. Mal online kommen und sich das ansehen, die werden sich denken, was ist da passiert, was ist denn da los? So sah das aber vorhin nicht aus. Steht nie so ab. Ach komm, ich werde mich verarschen. Warum willst du so abstehen, was ist denn los mit dir Fackel? Er hat keinen Bock, der Fackel drum, jetzt aber. Ach passen, komm, besser aus davor. So, hier auch nochmal. Aber das sieht schon mal ganz gemütlich aus von Weitem auch. Oh ja. Das sieht gemütlich aus. Hat das Radio wieder angemacht. Oh. Oh, sie sieht wieder was. Ich habe das Radio nämlich nicht angemacht, weil ich kann es nicht mehr hören. Auf dem Radio. Alter, sieht nicht mehr aus, das Ding. Auf der Seite sollte ich vielleicht noch ein paar Fenster machen. Auf der Seite sind gar keine Fenster noch drin. Vielleicht brauchen wir auf der Seite auch gar keine, oder? Wobei wir könnten hier immer eins reinhauen. Hier. Ja, da ist glaube ich die schönste Aussicht. Da müssen wir eins reinhauen. Warte, ich tu mal Reload. Also wenn wir hier kein Fenster haben, sind wir blöd. Wir müssen jetzt mal eine Axt auf die 4 oder was, ja. Da kommt eins rein. Weil da ist nämlich die schönste Aussicht, ob wir hier direkt auf den Fluss gucken können. So. Da kommt auch die Sonne rein, seht ihr? Oh, ist das schön. Da ist auch der Berg. Das ist meine Aussicht. Okay, hier ist jetzt ein bisschen schwer, aber ich mache das hier auch. Was kriege ich hin? Ich bin Fensterbrauchkunstexperte. Da seht ihr, welche Grieße sind. Sehen wir mal das aber auch. Wirklich überall auf der einen Seite Fenster machen. Vor allem von hier kommt kein Monster rein. Also wenn, dann müssten sie von vorne angreifen. Von hier. Aber hier haben wir auch noch Platz für ein Fenster. Ja, das wäre Ding, wenn wir es hier nicht machen würden. Hier der Fluss runter. Boah, ist das schön. Hier kommt das Licht auch so schön rein. Gammelt der Fisch eigentlich? Ne, der gammelt jetzt nicht mehr. Das ist gut. Wenn er auf den Racks ist. Aber der ist halt immer noch gekocht. Und der unten, der... Aber der ist jetzt gut. Dried. Ja, also wenn er gedried ist, bleibt er für immer. Das ist sehr gut. Ich komme nicht auf diese Aussicht klar. Gibt euch das, wie geil das ist. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich das Zimmer hier gemacht habe. Das Schlafzimmer. Und halt hier diese mega Aussicht. Das liegt hier auch. Und hier, Balkon ist vorne. Muss halt hier rausgehen. Kannst du hier auch... Können wir auch einen Sitzplatz auch hier machen. Schön. Mega. Wirklich geil. Verleg noch ein Storage rum zu machen. Ich glaube, ich mache hier oben noch ein Storage rein. So. Da ins Zimmer nämlich. Ja, in die Wand. Da machen wir eins hin. Ein Regal. Oh, wir machen so ein Regal zum... Oder sowas. Wir machen ein paar, komm. Hier ein paar Wandregale. armomchen medo. Nu ist es so. tr Perm h ball boom boom. Komm. Komm schon. Auch hier weiß ich nicht wenn. DU essere gleich ganz verrug. Komm schon. Komm mal hier! Da ganz verrug. wieder verwerten jetzt nehmen wir die und richtig platzieren dann von oben oder sieht das blöd aus so kann man machen geht also doch anders ohja das sieht jetzt richtig gut aus und das ist aber noch ein bisschen schief oben das kann auch durch den baum sein ja das ist durch den baum oben brauchen wir noch eins zack 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 sind weg oder so besser als nichts passt so das passt so bin zufrieden schaut jetzt wenigstens noch was aus wieso wie davor passt das schrecklich aus oh arre das reicht es mir joe schäfer ist noch da um die uhrzeit bruder und haut ein 50er raus du bin ich wissen wie viele leute du gerade aufgeweckt hast dankeschön du wirst rausprügeln um ne 3 Uhr morgens mittlerweile jetzt haben wir schon 3 Uhr morgens mittlerweile Bruder joe schäfer vielen vielen dank um die Uhrzeit unglaublich haut da raus Leute sind ja gerade alle aufgeweckt mit der Eimblende aber kurz geht raus joe schäfer schön dass es hier ist um die Uhrzeit ich wollte ja auch rausgeballert im stream einfach ich hätte gerne das Räder hinten aber ich weiß nicht ob ich das kriegen kann mit dem mal komm mal komm warum ist das Ding so schnell Mann ey ist das Reh viel zu schön unterwegs das ist noch einer ich weiß ja alles schon alles erfarmte der zwischenzeit wo ist Calvin ich mache mir gerade irgendwie Sorgen um ihn ist er wohl noch da ich weiß nicht ich weiß nicht dass er jetzt weg ist was ist noch auf der Karte passt der bewegt sich noch ja solange er sich bewegt ist alles gut mhm 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 was hast du denn hast du was her geschenkt ne schon sie verschenkt was hä hä ich habe es zerstört wie wie ist das ein bug ich habe das Ding zerstört aus aus oh nein ich kann es nicht mehr kaputt machen jetzt habe ich für immer hier Musik nein oh ne aber ich bin selber schuld ich habe es hergebracht ich bin selber schuld dann und ich bin einfach selber schuld ich hätte es niemals herbringen dürfen ich hätte es wissen müssen das ist echt Laune man das Spiel macht es auch es macht Laune das würden wir jetzt nicht spielen das ist echt äh ich finde das echt chillig man so ein bisschen bauen ein bisschen mal fighten das ist so alles in allem irgendwie vielleicht weil es mich so ein bisschen an Minecraft erinnert mit bauen und fighten gegen Zombies halt und Minecraft macht ja auch süchtig du baust und fightest du wirst halt das bauen etwas komplizierter und ja schau mal wie weit das hier schon ist können wir bald abpflanzen können wir ja bald so werde ich hier mal die Köpfe mal platzen hier will ich mal eine Kopfsammlung glaube ich machen ja das soll mir hier wo ist denn der Kopf da kommt die Kopfsammlung hin ich muss auch mal die Sachen aufmachen oh der ist voll ja gut nehmen wir den mit zweimal getrockneter Fisch jetzt wird es mal raw warte ist der jetzt nicht durchgegart oder buckt Fisch ja gut den muss ich jetzt eh essen Ritsch Mario danke für 1,30 danke save geister ja vielleicht kann Calvin das wegnehmen ich glaube nicht jetzt machen wir mal die Taschen auf mal gucken was da drin ist ich habe 6 Lederbeutel so ist wie eine Wundertüte zum aufmachen oh guck ein paar Thronen sind drin geil ehrenwert in der Beutelbox hier die ist auch sehr ehrenwert Batterien sind auch immer gut auch sehr ehrenwert ebenfalls sehr ehrenwert ich will das nicht anziehen mein Gott aber das ist jetzt zwar die Patronenbox das Beste die Patronenbox was ist das denn Eckenkirschen mhm das ist was Neues ne ja ich werde hier meine meine Kopfsammlung gleich hier hinstellen sehe ich jetzt schon bekommen dass das gut aussieht hier Teppich wäre geil Leider Teppiche gibt es leider nicht ne aber wäre nice wenn es einen Teppich geben würde Calvin chillt da hinten oft ganz entspannt sowas wollte ich jetzt noch bauen also das habe ich jetzt eigentlich oben fertig ich wollte noch unten das selbe bauen wie oben und vielleicht noch Blumenstöcke unten wären vielleicht ganz gut oder ist das dann zu much ist das dann zu vieles das Ding geht halt echt weiter ne obwohl ich es ausgestellt habe boah alter ist das schrecklich ich brauche Stöcke das ist Stöcke suchen gehen was machst du den ganzen Tag geh mal Stöcke suchen Behälter füllen Prinzessin Behälter füllen ja aber da müsste ich jetzt die ganzen Blöcke weg machen wenn ich hier ich glaube das unten werden wir dann machen wenn Winter ist und wir hier weiter vormachen können weil ich werde hier diese Platte werde ich noch ein bisschen nach vor tun wisst ihr ja weil zu wenig Platz ist dann werden wir vielleicht hinten auch mal ne Platte machen oder mal gucken dass wir auch draußen mehr Platz haben oder wir bauen auch ein Stockwerk drauf oder sieht das Haus nicht mehr so schön aus ne das finde ich blöd wenn dann würde ich in die Breite gehen anstatt nach oben oder nach hinten raus wir können ja hinten anbauen stimmt wir können ja jederzeit in die Richtung anbauen theoretisch das macht ja nicht viel kaputt von der Optik vom Haus finde ich jetzt das machen wir dann bauen wir hinten aus dann bauen wir diese Fläche noch größer dann können wir hier viel mehr mit dem Zeug hier machen weil jetzt ist grad echt hier brauchen wir auf jeden Fall irgendwas dass wir hier connecten können rüber das brauchen wir dass wir hier irgendwie rüber kommen können dann vielleicht ein Tor oder sowas bauen wo sie nicht rüber kommen wisst ihr dann müssen wir eigentlich nur eine Grade durchziehen vorne ein Tor machen mit solchen Stipfeln dran dass sie nicht rüber können und dann haben wir eigentlich alles was wir brauchen dann können wir auch jederzeit hoch runter gehen und müssen nicht die ganze Zeit hier mit dem Ding mit dem Dingsliden gehen weil ich finde das auch blöd wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas brauchst das du mitnehmen musst muss aber schnell rüber rennen muss nicht immer Sliden muss eben gleich in die DMs rein Sliden wisst ihr räume ein bisschen auf man die Dinger weg soll ich die aufräumen meinst du hier diese komm die schmeiß ich raus also ich dachte mir vielleicht brauche ich die noch deshalb habe ich sie jetzt erstmal dringelassen aber jetzt gerade brauchen sie nicht vielleicht oben nochmal so ein Feuerchen hier in die Ecke wo noch ganz schön oder vielleicht den Sessel umstellen wobei den Sessel finde ich hier ganz geil also mal gucken vielleicht stellen wir hier nochmal Sessel hin wo ich einen Totenkopf aber Möbel gibt es halt noch nicht so viel das wäre ja so geil wenn man noch viel mehr machen könnte hier mache ich mal nochmal so ein ah jetzt habe ich wieder keine Knochen das ist eine Katze bei mir ist das der Fette bist du durch? äh blitzig 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 Ja da schaust du aus dem Fenster. Also cool wenn du dich da schnell hinsetzen willst, weißt du. In den Raum reinschauen. Und das Fenster finde ich am geilsten. Wir müssen näher schauen, dass wir den Wald nicht roden da vorne, weil das zu schön aussieht. Wenn, dann müssten wir den Wald da hinten roden. Der oder der ist nicht so schön. Alles auch raus. Ich schmeiß grad alles raus, was wir nicht brauchen. Ich glaub jetzt hab ich aufgeräumt. Ich glaub jetzt ist alles, ja aufgeräumt so wie es sein soll. Also wie weit das geht. Ich bin am falschen, achso ja gut. Ich hasse dieses Ding. Ich hoffe das bleibt jetzt nicht stuck hier für immer. Da kann ich jetzt so sagen, dass das Radio verlebt. Oh ne. Tut mir leid, dass ich das gewiss, dass die Stöcke da einfach hinschmeißt. Warte hol. Ne erkennt das gar nicht mehr. Stöcke und Behälter. Ja. Du kannst nochmal aufsammeln gehen. Guck. Guck. Die kannst du alle nochmal aufsammeln. Dann geht die jetzt am Boden liegen. Er hat sie einfach fallen lassen. Gib dir das. Ist das komplett egal. Hä? Ist das ein Bug? Ich kann hier nicht mehr Stöcke reinmachen. Das macht doch keinen Sinn. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Also das baue ich hier aber noch einen Stöcke Behälter. Komisch. Vielleicht hat er deshalb immer aufgehört Stöcke zu holen, weil der voll war die ganze Zeit. Hä? Ist der, ist der dumm? Hat er das Problem mit dem Einlagern? Ne, der ist einfach dumm. Der schmeißt die Stöcke einfach mal hin. Das ist strange. Hab noch nie gesehen sowas. So. Dann würde ich das mal speichern. Ich glaube dann haue ich mich auch in die Hopfen. In die Hopfen haue ich mich dann. Auf jeden Fall sehr viel weiter gekommen. Katana geholt. Wir haben die Kettensähe geholt, die sehr wichtig und richtig ist. Das Haus sieht jetzt schon mittlerweile echt gut aus als der Hausbau heute. Zwar etwas spät angefangen, aber ich bin sehr zufrieden damit. Oh, die kann man jetzt mittlerweile schon nehmen hier. Geil. Kann man hier einfach essen vom Busch. Oh, ist das cool. Einfach vom Busch essen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Zimmer da sitze, kann ich theoretisch direkt aus dem Busch rauss essen. Oder? Boah, perfekt. Ne, sonst hab ich schon alle weg gegessen. Na gut, deshalb. Sonst speichern wir mal. Auf jeden Fall werde ich glaube ich jetzt mal Schluss machen, bevor ich wieder einen 10 Stunden Stream mache. Wir haben jetzt 8 Stunden gestreamt, Leute. Ja. Und dann würde ich sagen, wir machen dann heute, weiß nicht, ob ich heute einen Stream mache oder ein Video kommt. Lasst euch überraschen, Leute. Lasst euch überraschen. Ja. Schauen wir halt. Ankündigungen wie immer auf Discord oder auf Instagram, wisst ihr auch Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Kostet mich nix. Einmal kopfüber. Bitte abonnieren. Lock aktivieren. Kostet nix. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann werden wir Sons of the Frost auf jeden Fall wenigstens wieder weiterspielen. Weil da hab ich richtig Bock drauf hier weiterzubauen. Vor allem jetzt, wenn dann gleich wieder der Winter kommt. Weil wir haben jetzt gerade Herbst. Wie wir sehen können. Nach dem Herbst kommt der Winter. Dann können wir hier endlich erweitern. Jetzt seh ich auch, was wir alles erweitern müssen. Das ist gar nicht mal so wenig, was wir erweitern müssen. Schauen wir uns das Haus von hinten an. Wir können ja hier das Haus richtig krass erweitern nach hinten aus. Können wir richtig krank erweitern. Also von die Länge ziehen, wirst du? Wäre jetzt nur so meine Idee gewesen. Und vorne so lassen. Ich finde es sieht schon gut aus. Fürs Erste. So. Also es kommt dem außen Phummel sehr nah. Sieht aus wie das nur doppelt irgendwie. Sieht halt echt schon so aus nur so doppelt. So. Ja Leute. Dann würde ich sagen haut rein. Ich verabschiede mich nach einem 8 stündigen Stream. Und wir sehen uns dann heute oder morgen wieder Leute. Also ähm. Boah. Haut rein. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.